immer damit erzeugen und wir sind sehr stolz. Jetzt muss ich dich leider unterbrechen Benjamin, weil Christoph Suman braucht unbedingt die Kamera. Sumi, was ist los? Hey alter Fuchs! Wie geht's dir? Du schaust wieder extrem sexy aus. Du bist zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Eigentlich alles entspannt. Noch einmal aufgetankt. Der hat noch einmal kurz ins Wasser gekauft und jetzt geht's weiter. Wie bist du mit dem Kühlteilsfrieden? Die sind eigentlich relativ entspannt hoch. Oh, die sind aber schon ganz schön hart. Was hängt da oben zwischen Hosen und Socken? Achso, das sind die Viers. Du, ich will dich nicht aufhalten. Alter Best, wir sehen uns im Ziel. Du bist einer von die Vier Zweitbesten. Geht's hier raus oder was? Ja, wieder raus, gleich raus. Also, Florian Neuschwan da bei. Sumi vor dem Mikrofon, der Extremläufer. Stylish, wie immer, ist er unterwegs. Ja, und Sumi hat sichtlich Spaß bei seinem neuen Job als Außenreporter. Wieder zurück im Studio. Benjamin, jetzt habe ich dich unterbrochen. Wie gesagt, du hast gerade gesagt, diese Zusammenarbeit ist eine ganz großartige, natürlich auch in der Außenwirkung für Edstall Tourismus. Super professionelles Team. Und wie gesagt, Annalena und Fabian haben gestern schon erzählt, wie die letzten Wochen und Monate abgelaufen sind. Und was traust du den beiden heute am Rad zu? Ja, ich traue ihnen, wie gesagt, das eine oder andere Rad mehr zu, den einen oder anderen Platz nach vorne. Wenn man schon ein professionelles Coaching in dieser Liga bekommt, dann trägt es sicher Früchte. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und für uns selber, wie gesagt, diese Außenwirkung mit Bora Hansgrohe, diese Kooperation ist goldeswert. Und hat sich auch in den letzten Jahren wirklich bewährt. Auch im Aufbau der Marke Edstall als Rennrad und Raddestination hat es wirklich für uns extrem viel gebracht. Und deswegen sind wir auch stolz, mit diesem Partner durch die ganze Welt präsent zu sein. Und freuen uns auch schon, wenn wir heute dann die Annalena und den Fabian zum Schluss im Ziel begrüßen können. Was es denn wirklich für sie gebracht hat, das würde mich dann auch wirklich interessieren. Weil das eine ist Theorie und Vorbereitung und das andere ist dann wirklich der harte Fight über die Bässe drüber. Und dann wird man am Ende wirklich sehen, was hat es gebracht. Und das wäre ich heute einmal sicher, die Annalena einmal auf die Seite holen, einmal die Frage stellen, was es dann am Ende des Tages gebracht hat. Das werden wir im Studium mit Annalena und mit Fabian natürlich auch machen. Und wir schauen einmal ganz kurz auf die Live-Bilder. Da geht es jetzt für die Spitzengruppe bereits durch, kämmert durch. Also wunderschöne Bilder auch mit dem Kirchturm. Benjamin, wir haben es schon angesprochen, der Ötztaler Radmarathon ist einfach eine unglaubliche Veranstaltung. Deswegen jetzt nicht nur der Mythos, es ist der härteste Radmarathon in den Alpen, sondern auch von dem, was dahinter steckt. Es sind so viele freiwillige Helfer, aber auch natürlich ganz viele von euch von Ötztal Tourismus, die wirklich das ganze Jahr daran arbeiten, dass die Veranstaltung eine ganz großartige wird. Ja, was die Sportler auf der Strecke vollbringen, welche Höchstleistungen die vollbringen, das kann ich gleichermaßen in der Kommunikation und in der Abarbeitung an unser Team weitergeben. Die erbringen Höchstleistungen, auch alle Vermieter im gesamten Ötztal, alle Helfer, die da dabei sind. Ohne die wäre so eine Veranstaltung einfach nicht möglich. Das zeigt einfach auch den Spirit, den der Ötztaler Radmarathon mitbringt, dass einfach so viele dabei sind, das ganze Leben. Und das ist für uns eigentlich der schönste Beweis, wenn man eine Veranstaltung auf die Beine stellt. Gut, die ist jetzt ja schon mit der 42. Auflage doch schon etwas älter. Aber wenn man einfach merkt, dass es gelebt wird von den Einheimischen, von den Helfern, von allen und wenn man die Tage vor dem Ötztaler Radmarathon sich durchs Dorf bewegt, es ist jeder in Aufbruchstimmung. Jeder freut sich auf diese tolle Veranstaltung und das ist eigentlich genau das, was wir im Ötztal Tourismus von uns selber in Selbstanspruch erwarten, dass wir wirklich Veranstaltungen kreieren, dass wir wirklich Emotionen und den Spirit hervorrufen. Und das schaffen wir mit dieser Veranstaltung besonders gut. Danke fürs erste Benjamin. Gleich plaudern wir noch ganz kurz und wir geben jetzt allerdings für ein paar Momente zu unseren Partnern in die Werbung und sind in Kürze zurück beim Ötztaler Radmarathon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also hier die Bilder vom Helikopter. Das ist die Spitzengruppe beim 42. Ötztaler Radmarathon. Bei mir immer noch von Ötztal Tourismus Carmen Fender und Benjamin Kneissl, die Marketingchefin und der Obmann. Dann kamen vielleicht abschließend die Frage, weil der OK-Chef Dominik Kuhn das gestern auch des Öfteren angesprochen hat, die Ötztaler Werte, Nachhaltigkeit, diese Gastfreundschaft, die sportliche Fairness, das alles steht ja bei euch ganz stark im Vordergrund. Ja, was wir eben heuer neu haben, sind diese Mehrwegbecher. Der Dominik hat es gestern eh gut gezeigt auf der Strecke, die man dann in diesen großen Becherbehälter hineinschmeißen kann. Das ist uns ganz wichtig. Wir haben bei all unseren Umfragen immer wieder die Aussage der Teilnehmer, dass eigentlich die Landschaft der Ansporn ist, die schöne Natur, warum sie am Ötztaler Radmarathon teilnehmen möchten. Natürlich gehört das Training das ganze Jahr mit dazu. Und ja, auf das schauen wir jetzt halt natürlich vermehrt. Wir haben auch auf der Strecke vom 5 Skoda mit dabei, Elektroautos und werden uns jetzt auch in Zukunft und bei den weiteren Veranstaltungen immer mehr versuchen, gemeinsam mit den Teilnehmern. Wir brauchen natürlich alle die Teilnehmer und auch auf der Strecke das ganze Team, uns vor allem in Richtung Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Man sieht eben diese unglaublichen Bilder aus dem Ötztal. Es ist einfach wunderschön bei euch, das muss man einfach so sagen. Und Jack Berg, der Vorjahressieger, hat auch gesagt, es gibt die zwei schönsten Tage. Für ihn sind Skifahren am Tag nach Weihnachten und der Ötztaler Radmarathon und nicht nur wegen dem Sport, sondern einfach wegen dieser unglaublichen Landschaft. Und ich glaube, das ist etwas, auf das ihr wirklich stolz sein könnt, was der Ötztal Tourismus auch geschaffen hat mit dem Bike-Angebot und natürlich mit einem Leuchtturm-Event wie diesen. Vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank, Carmen. Danke, Benjamin. Schön, dass ihr im Studio wart. Und danke, dass wir bei euch diese wunderschönen Räumlichkeiten benutzen dürfen. Vielen Dank auch an euch. Das ist ein tolles Set, was hier vor Ort ist. Die Bilder, die nach außen gehen, auch an euch alle, ans gesamte Team. Ein Dankeschön. Ohne euch hätten wir diese schönen Bilder natürlich auch nicht. Die tolle Moderation unseren Athletinnen, die was da draußen sind, noch toi, toi, toi. Und abschließend, was ich schon vorher angesprochen habe, das ist mir sehr wichtig, dass unsere Mitarbeiter, unsere Einheimischen, unsere Vermieter hier nochmal stark zur Geltung kommen. Ohne die wäre sowieso gar nichts möglich. Nochmal ein herzliches Dankeschön und vielleicht den ein oder anderen Zuschauer heute auf den Geräten. Wir freuen uns auf einen baldigen Besuch im Ötztal. Wir haben es kurz dargestellt. Wir haben ein tolles Angebot von ganz vorne im Ötztal bis ganz hinten im Ötztal. Ganzjährig, nicht nur im Sommer, auch im Winter und im Herbst. Und da freuen wir uns schon auf den einen oder anderen, der vielleicht sogar zum ersten Mal ins Ötztal kommt. Dankeschön. Unbedingt vorbeischauen. Vor allem die einzigen Vermieter, die auch um vier in der Früh heute, wie bei meiner Vermieterin heute, Kaffee kochen für ihre Gäste. Wir gehen jetzt wieder raus auf die Strecke zu Christoph Sumann. Ich habe einen Wintersuperstar da, Andi Bromecker. Snowboard Ass, Weltmeister mehrfacher. Wie geht es dir, Andi? Noterweise gut, das war ein richtig geil Laufen. Ich fahre selten mit so vielen Leuten am Berg. Das ist richtig cool, die Atmosphäre habe ich jetzt genießen können. Das Wetter ist perfekt gewesen jetzt. Schauen wir mal, wie die Abfahrt wird. Du hast gestern gesagt, du bist ein bisschen angeschlagen, macht keine Probleme? Im Moment noch nicht, nein. Also ein bisschen Halswirbel gehabt, den letzten Tag hat mich geschont. Ich fahre mal die Abfahrt da, wenn ich dann schaue ich weiter in Innsbruck, wie es mir geht. Aber ich plane schon einmal, dass ich weiter fahre. Wie war denn das auszufahren bis jetzt? Du hast mir gesagt, da hat man Angst, ich habe tatsächlich Angst gehabt. Da hast du teilweise zangeschöpft gefahren, richtig. Also du musst so konzentriert bleiben und alle die Finger auf der Bremse, aber es ist gut gegangen. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert, was ich gehört habe, Gott sei Dank. Und Andi, wir wünschen dir alles Gute. Danke. Du aufpassen, gell? Passt. Fahr weiter, danke. Gas! Also einen besseren Motivator als Christoph Suman gibt es kaum. Andi Bromecker am Rad wird nochmal angefeuert vom Sumi. Ja, einer der erfolgreichsten österreichischen Snowboarder ist also auch dabei beim Ötztaler Radmarathon. 44 Jahre alt, Martin. Ja, super. Also er hat eine Weltklasse-Saison wieder hinter sich gebracht, also ganz vorne. Er ist quasi im besten Alter, also der hat seinen nächsten Frühling mittlerweile. Andi Bromecker. Christoph Innerhofer habe ich auch gerade irgendwo in der Startliste gesehen. Ich glaube, der Christoph, guter Kollege auch von Stefan Steiner, der ist auch irgendwo da mittendrin und fährt heute mit. Olympia-Silbermedaillengewinner in der Abfahrt, Christoph Innerhofer. Und da geht es jetzt schon wieder ein kleines Stück bergauf. Noch für die... Ja, da sind viele natürlich im Anstieg in Kütay, wo die Spitze schon längs vorbei ist, die ist in Richtung Innsbruck. Die werden ja nach zwei Stunden ungefähr zwei Stunden zehn Innsbruck erreichen und die anderen, die fahren natürlich hier hinauf. Aber auch mit einem relativ guten Tempo, wenn man sich das anschaut, also die sind schon sehr flott unterwegs und da wird es dann wieder etwas flacher oben angekommen auf dem Plateau. Wunderschöne Bilder. Ja, perfekt, würde ich sagen. Also wirklich, Öztal, beziehungsweise der Öztaler Radmacher, der zeigt sich von seiner besten Seite. Super Wetter, wir sehen hier die Betreuer und auch die ganzen freiwilligen Helfer, was hier oben steht im Kütay. Der junge Mann haben wir gestern, glaube ich, sogar im Film gesehen. Wir haben ja dann einen Film gemacht, also sehr viele junge, die mithelfen. Und Benni Kneissler hat es eh gesagt, ohne die ganzen Helferinnen und Helfer, die tausenden Kuhnstücke, die da parat stehen und, und, und. Also alle vom Bauhof bis zur Hotellerie, würde das nie im Leben gehen. Und das macht ein bisschen auch das Ganze aus, während man hier wieder von oben, vom Hubschrauber, wenn ich es richtig sehe, Daniel Federspiel, könnte da vorne sein. Genau, ich glaube, das ist jetzt auch die Spitzengruppe, wenn es mir nicht ganz deutsch mit Daniel Federspiel, Philipp Handl. Dann natürlich Jack Berg, sehen wir an der vierten Position im blauen. Da schließt gerade Paul Werbenjagg auf in dieser Spitzengruppe. Das ist jetzt dieser Anstieg. Knapp vor Innsbruckseite. Ja, genau. Also das ist jetzt im Völz. Ein bisschen nach Völz geht es da leicht, so schmiert es in der Aufrichtung. Ja, der Renncharakter, wenn wir jetzt vorne die Spitze hernehmen, ist ident mit dem, wie auch eigentlich letztes Jahr und in den letzten Jahren. Da wird sich dann irgendwann mal, wird es in Grüppchen lösen und die anderen dann halt Jagd drauf machen und dann geht es Richtung Jaufenpass. Genau, also wir fahren jetzt Richtung Innsbruck. Der Philipp macht heuer extrem viel Tempo. Dreht sich auch immer wieder um und schaut. Genau, also er verschärft das Tempo immer wieder. Speziell jetzt auch, wie wir von Ötz noch ins Küttei gefahren sind, jetzt wieder. Der Wechsel vorne. Man weiß natürlich auch, Handel, Federspiel zum Beispiel, das sind halt Trainingsgruppen. Die treffen sich, die fahren da auch herinnen, Runden, die fahren ja oft aufs Dimmelsioch, Trainingsstrecken gemeinsam. Also die kennen sich bestens untereinander, haben sie abgesprochen. Das heißt, immer wieder übernimmt der andere dann die Tempoarbeit und so fährt man im Grunde genommen eben wie in einem klassischen Rennen. Und vielleicht haben sich die ja auch ein bisschen zusammengeschlossen, um gemeinsam da was zu machen. Und man sieht es jetzt beim italienischen Meister, da wird jetzt gegessen. Also es ist ganz wichtig, jetzt essen und trinken wieder. Was nehmen die zu sich so während dem Meld? Ich glaube, so viele Athleten werden sich, wir sagen immer, flüssig ernähren. Das heißt, mit viel Geld. Vielleicht ab und zu mal einen Riegel. Der eine oder andere vielleicht hat ein Käsebrot oder was mit. Und hier sehen wir Alvan Lacata, Alvinato. Ein Vorbild Sondergleichen. Also das muss man auch sagen. Ich meine, der hat da seine 44 Ährchen. Aber was der noch draufbringt, das ist unglaublich. Den habe ich, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche war er hier im Mötztal. Da muss er die Runde abgefahren sein im Training. Und er hat da schon sehr, sehr fit ausgeschaut. Also wir sehen ihn jetzt hinten in der Gruppe. Also er schaut sich bis jetzt das Rennen einfach von hinten an, um die viele Kräfte zu sparen, dann für die nächsten wichtigen Anstiege. Brenner, Jaufen. Was viele auch fragen von der Übersetzung her, oder wie ist von den Rädern, ist ja fast ident bei den Spitzenfahrern. Ja, man fährt meistens jetzt so 52 vorne, 52, 36 oder 52, 34. Und hinten eigentlich mittlerweile fährt man 11, 30. Ich habe jetzt auch eine Kundschaft im Geschäft gehabt, der hat nach 11 oder 10, 25 draufgehoben. Dann haben wir es umgebaut. Also das ist dann schon ein bisschen zu schwer. Also 11, 30, 11, 32 ist mittlerweile die Standardübersetzung für ein Ötzi. Wenn man übrigens immer schauen möchte, was René Haselbacher gerade aktuell im Trend hat, in Sachen Outfits und Trikots, muss man nur den Johnny Hogaland anschauen, einer seiner besten Freunde. Und der präsentiert oft mit dem Paul Werbeniak die neuen Klamotten des... RH 77. RH 77. Übrigens, vielleicht können die im Netz ein paar ihrer Kollegen noch schnell anschreiben. Wir nähern uns der 5.000er Marke, die gleichzeitig dabei sind. Das ist schon ein Top-Wert in aller Herrgottsfrühe. 8.33 Uhr. Da drehen wir uns normalerweise das zweite Mal. Ich nicht. Nein, ich nicht. Ich bin ein Frühaufsteher. Ich würde gerne die 5.000er jetzt gleich knacken. Das wäre schön, weil wir möchten ja Richtung 10.000er. Ja, natürlich. Aber ich glaube, im Finale werden wir dann sicherlich das erreichen. Dann sehen wir jetzt wieder die Spitzengruppe. Das Tempo spielt ein bisschen draußen. Jetzt sieht man eben von Innsbruck. Genau, über zwei Stunden also schon die Rennzeit beim Ötzi. Und immer noch die gleiche Spitzengruppe. Andi, 40 Fahrer sind da mit dabei. Und natürlich alle Spitzenathleten, die wir eigentlich von vornherein am Zettel haben, bleiben. Wie du schon prognostiziert hast, gemeinsam bleiben zusammen. Und erst viel später Richtung Jaufenpass wird es dann vielleicht die ein oder andere Attacke geben. Ja, letztes Jahr haben wir gesehen, eben Philipp Handl und noch ein weiterer Fahrer. Die haben sich dann nach dem Brenner runter in Sterzing. In dem Bereich haben sie sich absetzen können dort. Im neuen Streckenabschnitt. Im neuen Streckenabschnitt, ja. Genau. Wo du gestern vorgestellt hast. Genau, so ist es. Extrem steil, 800 Meter geht es da hoch. Durchschnittlich, glaube ich, haben wir da 10, 12 Prozent. Und das ist schon nochmal ein knackiger, kurzer Anstieg. Und da hat sich der Philipp Litsch da mit einem italienischen Fahrer abgesetzt. Bis ungefähr Hälfte des Jaufenpasses. Und dann wurden sie aber wieder von den Favoriten Jack Berg, Federspiel und Co. eingeholt. Und ja, für die war es dann leider dort schon zu Ende. Aber halt, um den Sieg halt mitzufahren, war es da schon fertig. Der Timo Wandke schreibt uns gerade, werden Fragen hier im Chat, auch im Livestream beantwortet? Kommt drauf an. Was für eine Frage, oder Carina? Kommt drauf an, was für eine Frage. Also Radsporttechnisch, glaube ich, ist da Patrick gesattelt. Ja, ja. Ja, alles weiß der auch, aber einiges. Um das im Radschaugon zu sagen. Also natürlich, ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen. Auch an Sumi und die anderen, die werden wir dann später weitergeben, wenn wir uns alle später im Studio treffen. Frage, wie viele Kilometer sind schon gefahren? Jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Wir nähern uns Innsbruck. Die zwei Stunden Wahlkampf haben wir erreicht. Wenn wir so bei Kilometer 80 sein, 70, 80, ganz genau weiß ich das jetzt nicht auswendig. Ein Mann, der das vielleicht beantworten kann, der wartet wieder draußen an der Strecke. Und das ist Christoph Sumann. Silke, Silke, Silke. Ja? Äh, Silke, bist du durstig? Ein bisserl, ja. Ich hole mir gerade ein Wasser. Also ich habe mir auch Flaschen getrunken, also es passt, ja. Du, Silke, du bist großartig, weil du hast extrem viel Herndoppern hier drauf aufs Kühle. Das geht, sage ich jetzt einmal, aber wir haben auch einige überholt. Das sind sehr wenige Damen, also ich kann nur alle Damen motivieren, dass sie einfach mitmachen. Ich glaube, du bist so weit vorn bei den Damen, dass die anderen Damen erst kommen. Nein, das glaube ich nicht. Meine Damen sind generell einfach stärker als die Männer. Das ist einfach, weißt du. Wahre Worte, wahre Worte. Silke, ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Du bist großartig. Super. Schönen Gruß an Uli. Und aufpassen, gell? Right on. Also Christoph Suman bei Silke an der Labestation. Er stellt auch immer die richtigen Fragen, muss man dazu sagen. Hast du Durst, Silke? War genau die richtige Frage in dem Moment, Martin. Ja, genau richtig. Ja, wir sind jetzt in Innsbruck angekommen, da kennen wir diese Phase der Strecke. Die Frage ist gekommen, wie viele sind gemeldet, wie viele sind gestartet, wie viele Damen, wie viele Herren. Es sind 4.444 gemeldete Teilnehmer, bei Mötztaler 4.009 sind heute früh um 6.30 Uhr gestartet. Davon haben wir 322, Entschuldigung, 4.009 Herren sind gestartet, 322 Damen. Insgesamt sind 4.331 Sportlerinnen und Sportler derzeit auf der Strecke. Unglaublich, also vor zwei Jahren, als es so kalt war und dann hat es auch geregnet in der Früh, wie gesagt, dann auch Schnee am Timmelsjoch, hat es noch relativ viele Absagen gegeben, weil es natürlich auch nicht ganz ungefährlich war auf den Straßen. Und heute sind fast alle, die sich angemeldet haben, auch an der Startlinie gestanden. Ein Riesenapplaus dafür an alle, die heute mit dabei sind. Ja, wie sieht es mit dem Imster-Champion Daniel Federspiel aus? Ist er noch im Rennen? Aber hallo und wie, der ist ganz vorne. Damals gerade kurz gesehen, da war das so vorne, glaube ich, vierte, fünfte Position war er gerade. Da sehen wir den Johannes Lamparder, verpflegt sich gerade. Unglaublich, also das muss ich jetzt echt sagen, der Johannes Lamparder, weil er ist jetzt nicht gerade wahrscheinlich der Speed-Up-Fahrer auch. Da kann man schon mal reißen lassen und dann wieder nachfahren, ist eher schwierig, aber ein Vollblutsportler, ein Champion, ein großer Meister in so jungen Jahren. Ich meine, was man dazu sagen muss, er ist ein unglaublich erfolgreicher Ausdauersportler, auch in der nordischen Kombination. Aber was natürlich dazu gehört beim Ötztaler Radmarathon generell, ist ja auch die Technik, die Fahrtechnik. Gerade wenn wir sehen, wie schnell es da runter geht bei den Abfahrten, da gehört schon mehr dazu als nur Koordination, Patrick. Und natürlich da die wunderschöne Bergiselschanze, hatte jetzt den 20. Geburtstag gefeiert von Bella Hadid, der Star-Architektin, gebaut. Und war damals ein ganz neues Konzept mit diesem Restaurant eingebaut in die Schanze. Also wer mal in der Nähe ist, der muss sich das unbedingt anschauen im Winter, zum Beispiel im Rahmen der Fischanzentournee. Du brauchst gar nicht das Mikrofon zum Mund halten. Ich wollte natürlich noch ausschweifend zur Bergiselschanze erzählen, denn das ist für uns Tiroler ein wirkliches Leuchtturmprojekt gewesen. Eigentlich wollte ich nur sagen, unsere Regisseurin, die wir heute haben, die ist auch dort oft im Einsatz, wenn das Entertainment-Team im Hexenkessel die Bude rockt. Das Team von Sarah Hadid von dem Architektenbüro war übrigens auch mit dabei bei der 20-Jahr-Feier der Bergiselschanze im Jänner im Rahmen der Fischanzentournee. Also ein wirklicher Landmark. Olaf Rieling schreibt gerade, Ed Martin Böckli, die 5000 sind geknackt. Wir haben jetzt 5075, danke. Weiter so. Schreibt an alle Kolleginnen und Kollegen. Da sind wir jetzt für Innsbruck Richtung Brenner. Da ist jetzt die Matte, wo alle drüber fahren müssen, sonst sind sie nicht in der Wertung. Und vorne sehen wir wieder den Damk Schnitzer, der fährt jetzt in seinen Heimatort Sterzing, der Kampfer aus Sterzing. Und da sehen wir jetzt wieder die Tempoverschärfung. Jetzt wieder wichtig verpflegen, eben Essen, Trinken, ganz wichtig. Der Brenner ist jetzt nicht der steilste, eigentlich der einfachste Pass zum Fahren. Aber wenn du da zum Teil eine falsche Gruppe hast, weil es zu schnell für dich ist, kann das auch sehr tödlich sein für die restlichen zwei besser. Ja, und der aktivste Mann im Feld, der ist nicht auf der Straße, sondern neben der Straße. Das ist nämlich Christoph Sumann, denn der hat schon wieder den nächsten Gast vor Mikrofon. Ich habe einen speziellen Gast, das ist nämlich der Kofler Michi. Er ist einer von den zwei Chefitäten da von der Labestation im Küttei. Und er ist Küchenchef vom Hotel Zentral in Selden. Und heute Küchenchef da von der Labi. Ja, hallo. Du, was gibt es alles? Was hast du alles gekocht für die Sportler? Ja, gekocht. Wir haben mal mehrere Kuchen, einen Reiskuchen haben wir gebacken. Eine Spezialität sind sozusagen die Bauernkübs, die stellen wir auch selber her. Und natürlich gibt es verschiedene Getränke, von süß bis eher auch leicht salzig. Wir haben da alles dabei. Du hast alle Register gezogen, bist wahrscheinlich die ganze Nacht in der Kuhl gestanden. So habe ich es für einen Top, für einen Haubenkoch gehört. Aber ihr habt es genug, es wird nicht ausgehen. Nein, das wird fix nicht ausgehen. Wir schauen auch, dass wir noch im Zielbereich die Leute weiterversorgen mit dem, was übrig bleibt. Und Klagen hat es noch keine gegeben? Wären wir jetzt noch nicht bekannt. Sonst müsstest du sagen, du hast mehr Leute interviewt. Hey Michi, ihr macht eine großartige Arbeit. Und nicht nur du, sondern all die 1300 Höfer beim Öztaler Rallmarathon. Super Job. Ohne euch wäre das nicht möglich. Also Michi, weitermachen. Und wir wünschen den Vorrang alles Gute. Danke. Danke, Michi. Christoph Sumann, ein Highlight hinter dem Mikrofon. Ja, und da sehen wir jetzt wieder diese schönen Bilder. Martin. Ja, da fahren Sie alle noch rauf. Also wir haben Sie an die tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die noch im Kühtei rauf fahren, die genau da beim Stausee unterwegs sind. Und irgendwo dort hinten ist auch das Rennleiter Auto 3 unterwegs. Und da kennen wir den Mann, Manuel Ribis. OK-Chef auch beim Moped-Marathon immer gewesen. Genau so ist es. Er fährt, glaube ich, den Besenwagen, wenn es mir nicht ganz täuscht hat. Er wird mit den Letzten dann vom Jahr auf bis ins Ziel kommen. Und er hat auch eine große Herausforderung, glaube ich, die Athletinnen und Athleten hier wirklich gesund wieder nach Sölden zu bringen. Ja, überhaupt ist das OK-Team, also die Rennleitung und auch das OK-Team draußen unterwegs. Auch Dominik Kuhn, der OK-Chef, der befindet sich auf der Strecke. Das ist auch perfekt einfach getimt. Also die haben völlig abschnittmäßig ihre Leitungen, die das Ganze kontrollieren. Dann gibt es die Rennleiter Autos, die unterwegs sind, Motorräder, die das Ganze kontrollieren, wenn man es so haben möchte. Einfach dieser Safety-Gedanke auch. Ja, und was auch beim Öztaler Radmarathon ist, ich sage, der Dominik als OK-Chef, er hat ein super Team hinter sich stehen. Es sind eigentlich schon seit Jahren immer die gleichen im Rennleiter Auto. Auch die Dinos, die Valentino in der Rennleiter 1 und generell in der Rennleitung, die machen das schon so viele Jahre. Auf die kann er sich verlassen, die teilen das alles ein. Also das ist ein eingeschworener Haufen. Da weiß jeder, was er wirklich jedes Jahr zu machen hat. Es sind ab und zu mal vielleicht ein paar Sachen, was man optimiert. Aber im Großen und Ganzen wissen sie ganz genau, was zu machen ist. Ja, und natürlich die Heike. Die Heike, kurz. Wir haben wirklich fast das ganze Jahr nur für den Öztaler Radmarathon im Büro arbeitet. Im Hintergrund wird da so viel gearbeitet, dass wir es mir alles nicht sehen. Da geht es wirklich elf Monate im Jahr nur Vorbereitung Ötze. Patrick, die Bitte ist gekommen, könntest du vielleicht einmal auf die Damen blicken, vielleicht die ersten zehn Damen, dass wir das einmal erwähnen können. Die sind ja unterwegs Richtung Innsbruck. Wir haben hier den Luki Kaufmann, vor allem Mountainbiker, auch sehr starker Mann, Langdistanzfahrer sehen. Und auch die besten Herren, vielleicht können wir es einmal kurz erwähnen. Also ich habe jetzt bei den Fama und Ladies first. Also Porta Luri, Italienerin, ich hoffe, sie verzeiht es mir. Bei der Aussprache war ich mir jetzt nicht sicher. Auch schon mit acht Minuten Rückstand. Brilin Nadja, die kennen wir ja alle, aus dem Kitzbühler-Bereich, ist siebter, auch mit 48 Rückstand. Sutter Claudia, aus der Schweiz, als Achter, auch 8 Minuten 56. Dintl Monika, vom Kirchmeier Cycling Team, auch mit knapp neun Minuten Rückstand. Und zehnte, Diana Giegele, mit elf Minuten Rückstand. Prima, dann switchen wir noch schnell zu den Herren. Da haben wir ja eine größere Gruppe, wir haben vorhin Johnny Ogaland gesehen, der ist ganz vorne mit dabei. Du weißt es da jetzt ganz genau? Genau, also ich habe jetzt da, dadurch, dass die Herren schon in Innsbruck sind, war der Geschnitzer Thomas der Erste, der, was über die Matte drüber gefahren ist, den Andreas Muckenhirn. Die sind aber alle zusammen. Also die ersten zehn sind da innerhalb von zwei Sekunden. Dritter Philipp Handl, dritter Martin Zendle, fünfter Uwe Harter, sechster ist der Heiko Homrichhauser, siebter Manuel Bongiorno, Francesco. Achter Schäfer, Johannes, neunter Daniel Federspiel und der zehnte, der Anton Schiffer. Genau, und da sehen wir auch auf den Bildschirmen, sehen wir sie also, diese Spitzengruppe, die mit relativ hohem Tempo unterwegs ist. Ja, aber das Tempo immer so gehalten, dass die ganze Gruppe locker mitkommt. Genau, also Tempo ist glaube ich jetzt, wenn man so rauf schaut, nicht so hoch. Also sie schauen sich jetzt alle an. Wir haben ja zuerst die Info gekriegt von Marco Strain, von der Strecke, Windstill und 15 Grad hat es gehabt am Brenner. Jetzt habe ich auch gerade die Info gekriegt, Jaufenpass, jetzt schon am Jaufenpass, oben 19 Grad. Also es wird heute eine riesen Hitzeschlacht schon am Jaufen, also sehr spannend. Wir schauen uns jetzt die Highlights der zweiten Stunde gemeinsam an und sehen in Kürze wieder zurück beim Ötztaler Radmarathon. 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 Alle zwei Diener Rennenони Wir sind zurück bei unserer Live-Übertragung im Rahmen von ÖRM-TV beim 42. Ötztaler Radmarathon. Martin, da sehen wir jetzt wieder im Bild die Spitzengruppe. Genau, vielleicht noch ganz kurz, dass wir den Situationsbericht haben. Patrick, und dann wird gewechselt. Wir haben die nächsten Gäste, die bei uns schon eingetroffen sind. Da freuen wir uns auf ganz tolle Partner. Sehen wir auch hier immer wieder bei uns eingeblendet. Wir befinden uns genau wo? Wir befinden uns zwischen Innsbruck und einem Brenner. Die ersten Kilometer Richtung Brennerpass sind schon absolviert. Wir haben eine 44-Mann-Spitzengruppe. Die sehen wir da gerade hier live im Bild. Und alle Favoriten wie Alban Lakata, Daniel Federspiel, Johnny Hogaland und Co. alle dabei. Einer hat sich, glaube ich, aus dieser Gruppe leider verabschieden müssen. Und das wäre der Lokalmatador. Genau. Also ich habe den Jonas Holzknecht leider nicht mehr gefunden. Auch nicht im Kühtei. Vielleicht hat er einen technischen Defekt gehabt oder ist schon ausgestiegen. Aber da werde ich schauen, dass ich nähere Infos bekomme. Ja, das ist die Europa-Brücke. Und da wolltest du mal mit dem Bungee-Seil runterstehen. Wir haben den nicht gelassen und haben gesagt, du du Radfahren. Aber auch das hat es hier schon gegeben. Spektakel pur. Aber wir fahren ja unten durch. Gott sei Dank. Immer wieder die gleiche Prozedere, die sich hier abspielt. Das heißt, wir sehen da Manuel Schreiber an der zweiten Position von der Equipe Ondau. Die Vorarlberger, die mit zwei Fahrern hier vertreten, sehen wir Marcel Sommer auch. Und dann natürlich die Spitze schön aufgegliedert. Philipp Handl. Und dann geht es bis zur Werbenjagd, Federspiel und Co. René Bammer, der österreichische Staatsmeister bei den Amateuren. Auch ein sehr, sehr starker Fahrer. Ja, also alles noch beisammen, alles sehr kontrolliert. Also das passt sehr gut. Da freuen wir uns, wenn wir jetzt dann Gäste begrüßen können, während die Spitze eh in ihrem Tempo rauf führt. Vielen Dank an dich, Martin, für den Moment. Wir sehen und hören uns in Kürze wieder. Und freuen uns jetzt eben auf unsere nächsten Gäste hier bei uns im Studio. Und das sind die beiden Vorstände der Raiffeisenbank Sölden. Wenn ich das richtig am Zettel habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind Florian Klotz und Klaus Scheiber. Wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie sich schon den Start heute früh, waren Sie schon live mit dabei um 6.30 Uhr? Nein, da waren wir nicht dabei. Oder Florian? Ich und mein Sohn waren in Huben. Wir waren in Huben. Da sind wir aufgestanden und sind mit dem Rad drüber gefahren. Und haben uns das eigentlich wie jährlich angeschaut. Und es ist immer wieder imposant zu sehen, wie viele Starter da dabei sind. Ja, und wie viele Helfer bei dem Wetter. Super Bilder. Wir haben es schon gehört, der Wettergott ist ein Ötztaler. Das stimmt definitiv. Wie wichtig ist es auch für euch als großer Partner des Ötztaler Radmauer, uns immer wieder mit dabei zu sein bei einem Event wie diesem? Ja, wir fördern als regionale Bank natürlich auch viele Vereine, unter anderem den UAC Ötztal. Und da ist es natürlich auch naheliegend, dass wir hier auch solche Events wie den Ötztaler Radmarathon oder auch im Winter den Ski-Weltcup unterstützen. Das ist eigentlich schon eine Aufgabe einer regionalen Bank. Und ich glaube, das ist bei Raiffeisen sehr gut platziert. Und man sieht ja auch, dass viele Ötztalerinnen und Ötztaler, ich glaube, über 100, sind mit dabei, die dann natürlich auch mitfahren beim Ötztaler Radmauer. Und umso schöner für eine regionale Bank, wenn auch die Bevölkerung mit dabei ist und auch hinter dem Event steht. Auf jeden Fall. Auch von der Raiffeisenbank Sölden ist eine Dame dabei, eine Mitarbeiterin, die Lisa Falkner. Und auch in den letzten vielen Jahren sind immer wieder einige dabei gewesen. Der Philipp Kneisel ist ein Urgestein dabei, der Wilhelm Thomas, die Dagmar Klotz sind einige immer dabei. Also wir sind auch eine sehr sportliche Raiffeisenbank vor Ort. Darf ich euch beide fragen, ihr seid noch nicht mitgefahren beim Ötztaler Radmarathon. Wäre das vielleicht einmal ein Ziel in der Zukunft? Ich glaube, das überlasse ich meinen Kollegen, wie der Klaus schon erwähnt hat. Also ich bin eher mit Strom unterwegs, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen in die Berge. Aber sonst ist das immer wieder imposante Bilder und Hochachtung vor jedem, der diesen Radmarathon finisht. Aber für mich, glaube ich, ist das kein Ziel. Aber man merkt auch diese Emotionen. Das ist ja das, was den Ötztaler Radmarathon wirklich ausmacht. Dass diese wirklich über 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auch heute mit am Start sind, eben diese Emotionen durchleben. Die Höhen, die Tiefen, wie es auch im Leben ist. Und dann, wenn sie im Ziel in Sölden ankommen, bei euch im Zentrum, teilweise in Tränen ausbrechen. Das gibt einem schon auch viel zurück, oder? Als Partner. Ja, auf jeden Fall. Wenn man die Bilder auf den Fonds sieht, egal wer gewonnen hat, jeder, der da durchkommt, ist der Gewinner. Und erzeugt immense Emissionen. Und wenn wir ein kleiner Partner da dazu sind, dann freut es uns natürlich besonders. Gemeinsam mit allen Tiroler Raiffeisenbanken über die Raiffeisen-Tirol-Werbung dürfen wir das eigentlich schon viele, viele Jahre begleiten. Ich glaube, es war mehr oder weniger von Anfang an. Und jetzt haben wir schon die 42. Auflage dazu. Also sind wir schon sehr lange da dabei in diesem Geschehen. Florian, ich glaube, ihr könnt auch sehr stolz sein, weil eben, das haben wir vorher schon mit dem Ötztal-Tourismus besprochen, der Radsport so einen hohen Stellenwert hat in der Region, mittlerweile eben mit der Bike Republic. Die Bevölkerung lebt diesen Sport. Und das spiegelt sich natürlich wieder auch beim Ötztaler Radmarathon. Und ihr als Partner spürt ja auch, wie gut es nicht an der Bevölkerung ankommt, sondern auch bei der Gästeschicht, die hier bei euch ins Ötztal auf Urlaub kommt. Ja, neben der Wintersaison ist natürlich der Sommertourismus für uns und für die Region ein zweiter wichtiger Standbein geworden. Das ganze Radnetz wurde ausgebaut von Oberrugel bis ins Inntal hinaus. Und nicht nur für die Gäste, auch für die Einheimischen, die sich selber für den Angebot immer wieder überzeugen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir da dahinter stehen, das selber nutzen, in die Welt hinaustragen. Und ich sage es wieder, fantastisch, diese Live-Übertragung mit diesen Bildern, wo wir ein Message in die Welt senden, kommst zu uns in den Urlaub, in unsere schöne Region. Und ich glaube, bei solchen wunderschönen Bildern unterstützt man die Sache auch sehr, sehr gerne, oder? Absolut. Das Wetter, alles passt zusammen. Die vielen Helfer, die das Ganze ermöglichen, auch dort sind einige von Raiffeisen mit dabei, bei der Startpaket-Ausgabe an der Strecke. Aber auch sehr viele Einheimische aus den verschiedensten Vereinen helfen da zusammen. Das kann nicht ein Verein alleine machen, nur es geht das Miteinander. Wie er macht es möglich, ist eigentlich jeder Spruch bei Raiffeisen. Und da passt das eigentlich auch hier zu einem Event dazu. So ist es. Und eben bei einem Event dieser Größenordnung braucht es eben nicht nur ein wunderbares OK-Team, braucht ganz, ganz viele Helfer, aber auch natürlich Partner und Unterstützer wie die Raiffeisenbank. Deswegen, glaube ich, im Namen von allen vielen, vielen Dank für die Unterstützung, für die Treue und natürlich auch für diese Leidenschaft, die wir, glaube ich, alle für den Radsport haben. Vielen Dank noch einmal an euch, dass ihr da wart, Florian Klotz und Klaus Scheiber. Ich hoffe, ihr bleibt uns noch erhalten und schaut euch das Ganze dann im Zielbereich bei unserer Kollegin Lisi Puschern an. Vielen Dank auch im Namen der Raiffeisenbank Sölden und einen ganz schönen Tag und noch weiter wunderbare Bilder für die vielen Fans. Vielen Dank. Danke, alles Gute. Ja, Patrick, wir schauen vielleicht nochmal ganz kurz auf die Strecke. Du bist ja mit deinem iPad, mit deinem schlauen Buch immer der Erste, der ganz genau weiß, was da vorne an der Spitze passiert. Ja, wir haben die 44-Mann-Spitzengruppe. Die sind zusammen und fahren jetzt Richtung Brenner hinein. Und ja, kontrolliertes Tempo, wie wir hier sehen. Also es wird jetzt schon, also mir kommt es ein bisschen vor, dass schon eher ein gemütlicheres Tempo angeschlagen wird. Also weil wir wissen ganz genau, es geht dann Richtung Jaufen und Küter noch, äh, Entschuldigung, Richtung Dimmelsjauch. Bin ein bisschen zu früh gewesen. Kein Problem, du bist der Ortsansässiger. Wir sehen da im hellblauen Dresse übrigens vom Team Strassacker, das ist der Moritz Beindlich. Jetzt sehen wir ihn da rechts. Das ist der Gesamtsieger und Dominator auch von der Tour de Cairn. Die hat er gewonnen, also das ist schon, wenn man das gewinnen kann. Und das ist die Dominatorin bei den Damen. Janine Meier, du hast es gesagt, die hat über zweieinhalb Minuten Vorsprung in Küthai gehabt. Die ist ja jetzt auch schon Richtung Brenner hinauf, glaube ich, unterwegs. Wie liegt sie denn? Ja, es ist jetzt, also die, die Matte in Innsbruck hat sie schon passiert. Da ist sie vorne, vor der Samantha Arnaudo mit 4,21 Vorsprung. Die dritte ist die Ilse van der Moorn mit 5,40 Minuten. Katharina Rossmann verliert weitere zwei Minuten dazu. Also sie hat schon zehn Minuten Rückstand in Innsbruck. Sie ist vierter und die Claudia Sutter ist fünfter und hat auch zehn Minuten Rückstand. Also sie ist mit der Katharina Rossmann zusammen. Ja, ganz speziell grüßt uns hier unser Sebi. Er schaut uns zu, also an das ganze Team. Beste Grüße an den Sumi, der es für ihn dieses Mal macht. Und an den Olli, ja, Sebi, wir lieben dich. Karina, ich glaube, mehr können wir nicht sagen, oder? Nein, mehr kann man nicht sagen. Sebi, wir vermissen dich. Ganz, ganz liebe Grüße an die Family. Also ja, mein absoluter Liebling draußen auf der Strecke, Sebi Neier. Ja, dann unter anderem im Frauenfeld mit dabei Anna Seebacher. Eine der besten Langläuferinnen Österreichs. Er hat unter anderem ja auch schon viele, ob das der Dolomitenlauf ist, ob das der Corsa-Lauf ist, Nationalteamläuferin auch gewesen und fährt heute mit. Ebenfalls viele fahren ja zum Training mit, gerade die Wintersportler. Da können Sie richtig, richtig Grundkonditionen holen. Und es ist wieder so weit, wieder eine Stunde vergangen, zweieinhalb Stunden sind die Damen und Herren bereits unterwegs. Und gemeinsam zeigen wir Ihnen jetzt die Bilder, die Highlights der letzten Stunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und unsere Live-Regisseurin Dani Mayer sieht das Ganze wie ich. Unglaubliche Bilder aus der letzten Stunde von Flo Obermoser geschnitten. Fast nicht zu glauben, dass das vor wenigen Minuten passiert ist. Die Drohnenaufnahmen sind eigentlich, sind einfach unglaublich. Unglaublich, vor allem auch über Innsbruck. Ja, der hat ja Zwölffinger, der hat zwei zusätzliche, also der macht es. Ist ja auch ein Tiroler. Zu mir hat er gesagt, er hat den Sieger schon vorgeschnitten. Bei uns auf Flo, ja. Schnellster Cutter, sensationelle Bilder. Immer wieder. Ja, für mich, jetzt sage ich nicht überraschend, aber er beißt da vorne mit seinem Gesichtsausdruck an der zweiten Position, der Manuel Schreiber. Echt ein wilder Typ. Wie gesagt, war früher ein Profi beim Team Vorarlberg. Viele, viele Radmarathon-Veranstaltungen schon bestritten. Du hast, glaube ich, auch herausgefunden, die Anna Seebacher, an welcher Position die momentan liegt. Die war in Küta die 20-schnellste Dame. Ja, ist auch stark. Hat das natürlich drauf, also die kann da schon sehr gut mitfahren. Diese Spitzengruppe vorher, ich bleibe dabei, die kontrollieren das wirklich so, dass eigentlich jeder gut mitkommt. Genau so ist es. Also da ist jetzt vielleicht eher nochmal die Gefahr, dass von hinten nochmal vielleicht eine Gruppe ranrollt, wenn Sie sie sehen. Und dann wird die Gruppe, also die Spitzengruppe noch größer. Also dann haben wir nicht mehr 44 Athleten vorne, sondern vielleicht dann bei den 100, 120. Da muss man schauen. Ja, und am Ende werden es halt dann eben nur noch die allerbesten Bergfahrer sein, die dann auf einmal die Pace erhöhen und die sich absetzen werden. Am ersten Berg wird es noch nicht so weit sein. Aber wenn es dann Richtung Pacea und dann rauf Timmelsjoch oder Richtung Schönau geht, da wird es ja dann eine Vorentscheidung in diesem Rennen ankündigen. Johnny Hogerland haben wir gesehen. Der ist da genau in der Mitte aus dem Sattel herausgegangen. Lukas Kaufmann hier in grün und schwarz unter anderem unterwegs. Und der Johannes Lampard, immer noch super dabei. Mega, da sehen wir ihn. Er war auch das taktisch auch super. Er ist ein bisschen weiter hinten, fährt den Windschatten, schaut sich das hinten super an. Und dann wieder Johnny Hogerland, also die Favoriten auch. Also er macht das für einen, sagen wir mal, nicht Profi-Radfahrer eine sehr clevere Einteilung von der Taktik heute für den Ötztaler Radmarathon. Wir sind da quasi auf der alten Brennerstraße, wo wir uns bewegen. Dann geht es rauf zum Brenner. Dort ist ja auch die Susi mit ihrer Bar. Dort ist der Opa Peer, der da oben immer, heute hat er sogar eine Beschallungsanlage aufgebaut. Er macht da oben Stimmung. Das ist schon Tradition. Da sind sie alle oben dann, glaube ich, Heli Wechselberger. Und die großen Radsportler Österreichs, die treffen sich auf einen Espresso. Die Legenden. Ganz vorne, weil die Startnummer 1571, der fährt jetzt schon gefühlt seit Innsbruck vorne. Und das wäre der Team Botloka aus Slowenien. Ah ja, kenne ich übrigens, muss ich gleich dazu sagen. Der ist sensationell gefahren bei der Dolomiten Radrundfahrt. Also der hat wirklich lange die Phase dominiert, ist sensationell gefahren und hat auch dort gesagt, bereib mir eigentlich auf den Saisoneröpunkt auf den Ötztaler Radmarathon vor. Also kein Unbekannter in der Radmarathon-Szene. Ja, ich habe ihn zum Beispiel nicht gekannt. Ich bin mit ihm vorne im Autor mitgefahren, habe mir gedacht, wer ist denn das? Aber der ist so stark gefahren. Carina? Ja, wir sehen jetzt da Paul Werbignac, der die Flaschen ablegt und sich eine neue holt. Und ja, es geht auf der, das war sein Papa, auf der Brennerstraße, auf der alten Brennerstraße bergauf. Sein Papa ist ja selbst ein ganz guter Mountainbiker. Der Heinze, ja. Der war einer der Top-Mountainbiker, Marathon-Fahrer in Österreich, hat viele, viele Rennen gewonnen. Er hat übrigens auch das Kitzal-Bike gewonnen, Ischgl-Iron-Bike. Heinz war ein, oder immer noch, ich meine, du hast gesehen, wie der gerannt ist. Ein Jungspund, quasi. So schaut es aus, Martin. Wir bleiben natürlich auf den Live-Bildern noch ein wenig, schauen uns das Ganze an. Es geht eben Richtung Brenner, wo wir dann, ja, wie lange wird es denn ungefähr dauern, Patrick? Ja, es kommt darauf an, wie jetzt die Spitzengruppe ist Tempo fährt, um sie es erhöhen oder so, beibehalten. Ich schätze mal, so 20 Minuten werden sie es schon ungefähr noch brauchen, plus minus. Und, ja, sie schauen sich jetzt alle an, der Daniel Federspiel ganz rechts draußen. Also, es ist eigentlich relativ ein lockerer Ausfahrgrad. So fühlt es sich gerade an, jetzt hier von uns aus dem Studio. Also, da, dass die Chance, dass von hinten nochmal eine Gruppe jetzt ranrollt, ist schon sehr groß. Also, da müssen sie schon ein bisschen aufpassen, dass da jetzt nichts passiert. Also, es geht Richtung Brenner. Wir spielen eine ganz klitzekleine Werbepause für Sie und sind gleich wieder zurück beim Ötztaler Radmarathon. Wir spielen eine ganz klitzekleine Werbepause für Sie. Es wird interessanter, denn wir sehen, da ist Karin eine kleine Lücke. So ist es, ich glaube, der Patrick wird das Ganze für uns analysieren. Ich glaube, acht Fahrer machen da eben den Versuch, sich vorne abzusetzen. Und man sieht es auch am Tempo. Ja, es ist jetzt, ich glaube, der Handel Philipp ist wieder vorne dabei. Man sieht jetzt auch bei den Teilnehmern, eine Reihe, das heißt, das Tempo ist wieder sehr hoch. Also, jeder fährt jetzt versucht, im Windschatten des Vordermannes zu sein. Also, ich glaube, einige Athleten sind mit dem Tempo, mit der ganzen Rennsituation gerade nicht zufrieden. Genau, Hans-Jörg Leopold, glaube ich, haben wir da vorne unter anderem mit drin in dieser Gruppe. Von dem her. Aber die anderen kommen wieder. Also, es wird sich schon wieder aufschließen. Da sehen wir es jetzt wieder, also wieder alles zusammen. Also, war ein kurzer Versuch, ein bisschen mal das Tempo wieder zu erhöhen. Also, ja, da wird noch in die Kamera gewunken. Ich denke, das wird schon ausgelotet. Also, da probieren Sie dann schon und schauen Sie mal, wie das ist, ob eine Gruppe gehen kann. Genau, und es ist ja einfach, wir sind ja am Weg schon zum Brenner. Es geht dann ja Richtung Sterzing runter, dann sind wir ja schon wieder in Südtirol. Und dann kommt ja schon der vorletzte Anstieg zum Jaufenpass. Und man sieht es einfach, sie sind sich total uneinig. Es gehen immer wieder Attacken aus dem Feld heraus. Man schaut sich immer an und sie sind nicht ganz, also einige Fahrer sind nicht ganz glücklich mit der Rennsituation aktuell. Ja, Philipp Handl wird jetzt dann wieder kommen, dann haben wir wieder das Spiel vom letzten Jahr. Irgendwann wird man dann gehen. Aber jetzt, sie schauen immer. Also, da ist ja ausgemacht. Also, da gibt es, sagen wir vielleicht zwei, drei. Hey, wir gehen dann, die warten jetzt ab, die schauen. Und irgendwann sind dann ein paar weg. Ja, und zwei Männer, beziehungsweise Athleten, die gemeinsam unterwegs sind, das sind Tommy Rohrecker und Aldo Sohm. Die melden sich auch immer wieder von der Strecke und haben sich Richtung Kühtei schon das erste Mal bei uns gemeldet. So, wir melden uns jetzt live hier vom Kühtei, sind schon fast da oben. Aldo, wie fühlst du dich? Eine sensationelle Stimmung. Die Abfahrt war unbeschreiblich. Die Auffahrt auch. Wir sind gut drauf. Geht uns gut. Eigentlich guckt man dir schneller vor, wie ich geplant habe. Perfekt, also... Auf die Warteabfahrt. Ich habe einen guten Polizeimann. Der Thomas. Ich weiß, der Helmut, der Trainer. Er schaut genau drauf. Komm mit der Bremse um den Kopf. Bravo! Noch. Perfekt. Also, bis später. Das schaut noch relativ locker aus bei Aldo Sohm, der Weinweltmeister, ein Star-Sommelier. Mit 14 ist er aus Tirol in die USA gegangen, nach Brooklyn, nach New York und hat dort eine riesengroße Karriere hingelegt. Trainiert jetzt mit Tommy Rohrecker. Die beiden sind auch gemeinsam unterwegs und natürlich später kommen sie zu uns ins Studio und erzählen uns, wie es ihnen geht. Da sind wir jetzt Johannes Lamparder mit einem Lachen im Gesicht, die plaudern da ganz locker. Das schaut eigentlich aus, als ob es gar nicht anstrengend wäre für ihn. Trainingsgemeinschaft, Werben, Jack, Lamparder. Zwei Öl ist fauler. Schau das an. Das ist gefährlich. Für die Zukunft. Ja, beide werden wir bei den Olympischen Spielen 2026 dann sehen. Der eine im Skiberg steigen und der andere gehört zu den allerbesten Kombinierern. Ja, kaum Konkurrenz. Ja, und sind auch noch sehr junge Athleten. Das darf man auch nicht vergessen. Also die haben schon noch viele, hoffentlich goldene Jahre noch vor sich. Also da sehen wir den Gianni, Gianni Hogaland, ganz relaxed in dem hinteren Bereich der Spitzengruppe. Und ja, es hat sich wieder alles ein bisschen beruhigt, glaube ich, in der Gruppe. Die Frage ist aufgekommen, wo ist Patrick Hagen aus? Patrick, den hat es leider erwischt. Er ist ja letzte Woche Zweiter geworden beim, wie heißt der Große in Italien? Ja, ich sage mal schnell, Super Dolomiti. Da hat er zwei Platz geholt und jetzt leider diese Woche erkrankt. Schade, aber er wird wiederkommen 2024. Das glaube ich auf alle Fälle, sagt der Patti. Der bereitet sich immer, eigentlich schon seit Jahren auf den Ötztaler immer vor. Er ist auch sehr oft bei uns hier im Ötztaler zum Höhentrainingslager. Also der kommt nächster sicher wieder sehr stark zurück. Ja, und wie wir es leider befürchtet haben, Martin, der Jonas Holzknecht, einer, unser Local Hero und auch kleiner, für mich ein kleiner Geheimfavorit, leider ausgestiegen im Güter. Beim Sumi? Beim Sumi. Ja, wir werden ihn begleiten wahrscheinlich. Schade, schade. Das ist gerade beim Jonas, der noch viele Rennen zu absolvieren hat, heuer, wenn es nicht läuft, ist es besser. Und beim Jonas weiß ich einfach, er hat, glaube ich, heuer im Frühjahr auch, sagen wir mal, gesundheitliche Probleme gehabt. Es ging generell nicht viel rund gelaufen, er konnte auch viele Rennen nicht fahren. Und da wird telefoniert vielleicht mit der Frau. Was gibt es heute Abend zu essen? Ganz, ganz wichtig. Das ist also die Spitzengruppe auf dem Weg zum Brenner und wir schauen jetzt mal ein bisschen zurück im Feld zu den Hinterrennen, die in Innsbruck unterwegs sind. Auch von da wunderschöne Bilder und auch die Herrschaften treten ordentlich in die Pedale, das also etwas weiter hinten im Feld. Und da sehen wir viele lächelnde Gesichter und motivierte Fahrerinnen und Fahrer. Ja, natürlich, für viele geht ein Traum in Erfüllung, das haben wir schon besprochen. Auch unsere Träumer sind ja mit dabei. Vier Herrschaften, die sich per Video beworben haben. Sie möchten unbedingt einmal wieder beim Ötztaler Radmarathon dabei sein. Ein Brüderpaar ist dabei, Matthias und Philipp Mörtel. Nicole Schmidt, die Familienmama, ist mit dabei. Und Robert Moser, ein Arzt aus Innsbruck, ist zum siebten oder achten Mal schon dabei und er wollte unbedingt dieses Jahr seine absolute Bestzeit hinlegen. Also alle diese Herrschaften, da werden wir uns später noch ein paar schöne Bilder anschauen, wie es Ihnen in der Vorbereitung ergangen ist. Und natürlich freuen wir uns dann auf Sie im Studio bei uns, Martin. Ja, im Studio werden noch viele Gäste bei uns kommen. Jetzt freuen wir uns dann in Kürze auf einen weiteren Partner, der natürlich, klingender Name mit Armin, ganz starker Partner in der Ratszene, nicht wegzudenken. Also da geht es vor allem ums Timing, das werden wir dann in Kürze sehen. Und Toni Balzer, Bora Hans-Grohe, Profi, gerade den Giro d'Italia absolviert. Der wird bei uns, ist hier auf Höhentrainingslager bei Partner Ötztal und der wird hier die Entscheidung der Herren damit kommentieren. Auch eine tolle Sache. Ja, und sonst natürlich laufen am Nachmittag, du hast es eh schon gesagt. Viele, viele Gäste. Annalena und Fabian werden natürlich da sein, die mit dem Team Bora Hans-Grohe, mit Helmut Dollinger, mit dem sportlichen Leiter trainiert haben im Vorfeld. Und quasi Radprofis auf Zeit sein durften. Viele andere, wir werden natürlich viele Finisher begrüßen. Die Siegerin, den Sieger, viel aus dem Breiten. Domi Rohrecker wird da sein, Aldo Soom. Also es wird uns definitiv nicht langweilig bis 21 Uhr, bis zum Ende unserer Übertragung. Ja, wenn wir gerade über die Annalena Rimmel gesprochen haben, die hat in Spruch schon passiert. Also die ist in der Damenwertung derzeit 36. Mega. Also die, glaube ich, ist super unterwegs. In Spruch schon durch, also über die Matte drüber gefahren, also auch schon Richtung Brenner. Ja, und da haben wir die Führenden in der Damenklasse. Janine Mayer fährt ihren Rhythmus, hat ihre Gruppe, da ist sie drin, wird, ja, vor allem bei ihr, kann es sogar sein, das haben wir beim Kitzbühler Radmarathon erlebt. Als es jetzt so langsam wurde, ist sie vor die gesamte Männergruppe noch vorgefahren, wo es durchs Brixental hineingegangen ist, hätte ihr Tempo gemacht. Da haben etliche Männer dann nicht mehr mitkönnen. So ist das als Frau. Manchmal muss man einfach die Führung übernehmen. So wie du. Wenn die Männer nicht spuren, genau, ich kenne das selbst aus dem Privatleben und aus dem beruflichen Leben und viele Frauen da draußen wahrscheinlich auch. Wenn ja, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Martin, oder? Frauenpower. Karina, auf das schauen wir. Übrigens, das möchten wir betonen, das ist uns bei K19 und NoMotion und auch hier bei Mötzler ganz wichtig. Die Frauenquote, die ist bei uns, wenn wir jetzt hier im Raum sind, sehr, sehr hoch, fast die Hälfte, denn unsere Kamerafrau, Ieva, ein Sonnenschein in blond, ist ebenfalls hier im Raum vertreten. Dann haben wir unsere Hauptregisseurin, ebenfalls eine Frau, dann die Moderatorin draußen, die Liz, eine Frau, wir Männer müssen aufpassen. Ja, ihr wollt jetzt halt auch die guten Leute, das muss man vielleicht dazu sagen. Noch mal ein riesen Kompliment an Dani Mayer, die heute den ganzen Tag die Live-Regie macht für den Ötztaler Radmarathon. Und auch sie hat mir gerade ins Ohr geflüstert, wir haben Matrei soeben passiert mit der Spitzengruppe. Da sehen wir sie wieder bei der Art Ausfahrt, also aus Matrei. Allerdings haben wir das Tempo jetzt ein bisschen erhöht, das sieht, vorne haben wir eine Linie, das heißt, es wird langsam schneller. Genau, so ist es. Also jetzt wieder eine Reihe, fast eine Reihe, Tempo wird wieder erhöht von einigen Athleten. Und da hinten sehen wir wieder den Joe Lampater. Also, die sind alle... Man of the race. Aktuell super all unterwegs und ich habe auch gerade die Info gekriegt, am Jaufenpass, wir haben am Jaufenpass aktuell 19 Grad und in St. Leonharz. Unten haben wir auch schon jetzt um die Uhrzeit 9.17 Uhr, 25. Also... Übrigens eine wunderbare Ecke, St. Leonharz, den Passaia-Tal, wenn man da auch nach hinten fährt Richtung Schönau und dann Dimmelz. Ja, viel schöner geht es auf dieser Welt nicht mehr. Also, vielleicht erinnern sich noch einige Zuschauerinnen und Zuschauer an den Quaxi, an den Wetterfrosch, das ist in dem Fall unser Patrick, der hat sich immer mit den neuesten Wetterinfos von den verschiedenen Punkten informiert. Ja, das Wetter soll aber schön bleiben, wir haben gehört, es gibt eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass es Richtung Abend ein kleines Gewitter geben könnte. Momentan schaut es aber sehr, sehr gut aus, also wir denken, es bleibt alles trocken und vor allem sonnig. Ja, die Fahrer, die wir eben hier sehen und die wir schon x-mal heute erwähnt haben, es gibt verschiedene Teams, wo eben so Radmarathon-Fahrer unterwegs ist. Das Team Strassacker aus Deutschland, ganz bekanntes Radteam, sind sehr oft in Österreich zu Gast. Deutsche Teams sowieso, das müssen wir sagen, weil die Athleten aus Deutschland sind ja 52 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus Deutschland. Die haben ein unglaubliches Spektrum an Radmarathon-Fahrerinnen und Fahrern, das gibt es gar nicht. Und auch heute, du hast es vorgelesen unter den Top Ten, da sind Namen, das sind ganz Junge. Genau, so ist es. Fast Newcomer. Genau, also auch der Altersschnitt wird immer jünger, aber auch beim Ötztaler eigentlich auch ein bisschen untypisch, weil es ist halt auch ein Rennen, was relativ eine lange Distanz hat. Man sollte eigentlich da schon relativ eine gute Grundlagenausdauer haben. Also normalerweise, man sagt immer so mit Ende 20 bis Mitte 30 ist das beste Alter oder auch bis Anfangs 40. Je nach Athlet. Alban Lakata. Alban Lakata, genau. Das sind also die schönen Live-Bilder von der Strecke. Losgegangen ist es ja beim Ötztaler Radmarathon bereits am Freitag mit dem sogenannten Bike for Help Prolog. Da wurden insgesamt 5.500 Euro für den guten Zweck gesammelt und es gab auch sehr glückliche Gewinnerinnen und Gewinner. Bitteschön. Das ist ja beim Ötztaler Radmarathon. Ja, der Bike for Help Prolog der Firma jetzt zum vierten Mal als Auftragsveranstaltung. Das Beste daran ist, alles für den guten Zweck. Das Nennengeld wird zu 100% gespendet und kommt bedürftigen Familien zugute. Wir sind jetzt gestern erst mit der Ötztür fertig geworden. Ja, Zeit zum Erholen war jetzt nicht viel, aber nein, mich motiviert das und ich habe immer noch Spaß dabei drum. Nein, freuen wir uns jetzt auch wieder auf den Prolog. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Super anstrengend, bin doch kaputt. Anstrengend, aber machbar. Das war also der Bike4Help Prolog und wir schon wieder zur Strecke, denn da Martin, da passiert einiges. Genau, jetzt haben wir hier die Attacke, zumindest vier Fahrer haben sich hier jetzt absetzen können, die also da vorne weg sind, das ist das, was wir gesagt haben vor kurzem, Patrick auch, irgendwann geht der Gruppe und dann wird das diese Gruppe sein, einer versucht noch von der Equipe Ondo, ich glaube Manuel Schreiber, dass er hier zu dieser Vier-Mann-Spitzengruppe aufschließen kann, dann wären es fünf Mann und die könnten, wenn sie das Tempo erhöhen, jetzt dann relativ rasch einen deutlichen Vorsprung herausfahren und dann müssen die hinten natürlich agieren und das Tempo dementsprechend erhöhen, aber das kann dann der Patrick, wenn er wieder retour ist, etwas genauer auch erzählen, aber man sieht ganz hinten, sofort ist die Lücke aufgegangen. Die vier haben sich gefunden, haben gesagt, okay, wir ziehen davon und sind zwei aus dem gleichen Team, also wir sehen vom Dress her, es sind zwei aus der gleichen Mannschaft, zwei weitere Fahrer, da haben wir eben auch den Fahrer, der immer wieder die Führungsarbeit geleistet hat vorne und Manuel Schreiber, der kommt von hinten noch nach, ich glaube, dass sie auf ihn warten, also sie blicken sich immer wieder um, damit es eben fünf sind dann, die miteinander hier abziehen können. Und während wir auf diese spannenden live Bilder schauen, begrüßen wir unseren nächsten Gast hier bei uns im Studio im Gebäude von Ötztal Tourismus und das ist Felix Heger von Garmin. Felix, schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Also schon mal ein spannendes Rennen, hast du es schon ein bisschen verfolgt heute? Ich meine, die Bilder waren einfach unglaublich. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen am Start dabei zu sein, wir haben ja auch ein, zwei Athleten am Start und vorne die Kati habe ich noch am Start begleitet und dort ihr alles Glück noch gewünscht und jetzt beim Frühstück den Livestream von euch angeschaut und ja, jetzt freue ich mich hier zu sein. Garmin, ein Partner des Ötztaler Radmarathon, seit wann besteht diese Zusammenarbeit? Ja, gute Frage, ich habe es gestern mit der Heike Klotz drüber gehabt, ich bin seit acht Jahren bei Garmin und da gab es den Götzaler Radmarathon schon mit Garmin, wir sind auf das Jahr 2013 gekommen, was hieße, wir hätten dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum, ich hoffe, das stimmt, vielleicht kann mich jemand korrigieren, aber zehn Jahre auf jeden Fall, das hat mir die Heike bestätigt und ja, nächstes Jahr sind wir definitiv noch mit dabei und dann reden wir über die nächsten Jahre, aber für uns eine der wichtigsten Veranstaltungen in Dachau. Wir werden es dann noch in Erfahrung bringen bei den Verantwortlichen von Ötztal Tourismus, vielleicht erzählst du auch für die Menschen, die Garmin vielleicht nicht ganz so gut kennen, was habt ihr alles in eurer Produktpalette und was sind zum Beispiel auch deine persönlichen Lieblingsprodukte von Garmin? Genau, also wir sind ja Multisport-Brand, wir machen wirklich sehr, sehr, sehr viele Produkte für eigentlich den aktiven Lebensstil, alles was man sich vorstellen kann, speziell im Radbereich bieten wir, glaube ich, sowohl im Winter als auch im Sommer die nötigen Produkte, um sich für den Ötztaler Radmarathon vorzubereiten. Vorne ran natürlich unsere Radcomputer, die Edge-Serie, dann haben wir, was auch beim Ötzi natürlich sehr, sehr entscheidend ist, das Thema Wattmessung, Wattmesspedale, die man leicht wechseln kann zwischen unterschiedlichen Radfahrradtypen. Wir haben auch viel im Bereich Sicherheit, wir haben Rücklichter mit Kamera zum Teil integriert und im Winter bietet es sich natürlich an, sich auch mit den Ötzi auf unseren TAX-Indoor-Trainern vorzubereiten. Schauen wir vielleicht noch mal ganz kurz, weil es so spannend ist, auf die Live-Bilder, wir plaudern gleich weiter. Martin, da gibt es schon Absprachen. Die haben das sehr gut gemacht, also da gibt es ein Kommando vorne, da wird ganz genau gesagt, wie man fahren soll. Das heißt, es wird eingeteilt, immer wieder wechseln sich die Fahrer ab, die haben jetzt mindestens, jetzt sage ich mal, ein bis eineinhalb Minuten Vorsprung in kürzester Zeit herausgefahren. Wir haben auch vorhin hinten gesehen, dass der Daniel Federspielner vorgefahren ist, Tempo gemacht hat und eben möchte, dass Tempo erhöht wird hinten, weil so eine Gruppe mit fünf Leuten kann sich dann doch relativ weit absetzen. Man ist ja dann bald oben am Brenner und dann geht es hinunter und die können dann schon vier, fünf Minuten möglicherweise herausfahren. Da sehen wir, wird Tempo gemacht, Philipp Handl ist vorne, der hat jetzt hier das Kommando übernommen und wir sehen quasi eine Reihe, Tempo ist erhöht worden. Da haben wir an der zweiten Position der Jack Burke, der hier auch jetzt das Tempo voll anzieht, die wechseln sich ab. Dann geht es zurück, Alban Lakata, vierte Position dahinter, eben aufgereiht Johnny Hogarland im weißen Trikot, Paul Verbeniak und so. Also sie werden das Tempo jetzt erhöhen müssen. Pendeln ist vorbei, dass man hier locker fährt, sonst sind die anderen sehr, sehr weit weg. Wir bleiben natürlich auf den Live-Bildern drauf, gerade in dieser sehr, sehr wichtigen Phase, wo es das erste Mal eine Gruppe gibt, die sich wirklich schon weiter absetzen konnte. Felix, wir sprechen noch ein bisschen über eure Produkte. Dein Lieblingsprodukt hast du mir jetzt vorenthalten, glaube ich. Ja genau, da komme ich noch zu. Also ich fahre den Edge 1040 Solar. Das ist eines unserer Top-Produkte. Einfach deswegen, weil ich einfach eine unglaublich starke Akkulaufzeit habe, über 40 Stunden mit Solar sogar noch mehr. An so einem Tag wie heute, da lade ich bis zu 25 Minuten pro Stunde nochmal über die Sonne den Akku. Also ich brauche eigentlich nur 35 Minuten der Stunde Akkuleistung und der Rest erledigt die Kraft der Natur. Die Kati fährt jetzt heute zum Beispiel den etwas leichteren 840 auch mit Solar. Ein bisschen leichteres Modell und trotzdem mit über 30 Stunden sollte jeder. Die Zeiten, wo man noch ein Powerback mitfirmen müsste, ist glaube ich vorbei. Ja, Kati hat ein paar Minuten Rückstand. Habe ich gelesen oder gesehen, ja. Keine Einschätzung, du kennst mich bestens. Genau, wir haben sie jetzt auch das Wochenende über begleitet mit der Kamera und so ein bisschen die Vorbereitung von ihr begleitet. Werden da im Anschluss der Sörztaler auch eine kleine Dokumentation machen. Und ich glaube fest an die Kati, die ist topfit. Die hat 18.000 Radkilometer bereits dieses Jahr absolviert. Also das sind, glaube ich, im Schnitt 100 Kilometer pro Tag. Das wird sie schon noch auf die Straße bringen. Und mit der Kati ist zu rechnen, auch am Timmelsjog noch. Ich glaube auch, ab Stunde sieben dann. Wir haben gerade gesehen, ein Fahrer möchte jetzt zur Fünfer Spitzengruppe aufschließen. Und das ist ein Bekannter, Helmut Rettwer. Der hat sich hinten gelöst, dem ist so langsam gewesen. Da ist er, ja. Den kennen wir oft schon solo gefahren und er möchte jetzt auf die Spitzengruppe oder dass er hinkommt. Das ist natürlich viel Arbeit, aber er kann es am besten, am allerbesten selber einschätzen. Der ist richtig gut auch drauf. Bayer für WSA gefahren unter anderem. Also der hat viele, viele Kilometer schon in den Beinen. Das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen eine taktische Frage, wann man diesen Versuch des Aufschließens macht. Besser jetzt, wenn vielleicht die Lücke noch zufahrbar ist oder eben etwas später, wenn man mehrere hat, die gemeinsam mit einem aufschließen? Ja, auf dem Heli müssen sie aufpassen, weil der kann auch am Berg fahren. Also der hat, das ist so einer für so ein Tagesrennen genau richtig und der weiß das schon. Also der kennt, er ist schon öfters hier gefahren und darf man hier unterschätzen. Also wenn der zu dieser Gruppe dazukommt und sich die Gruppe einig ist. Du musst aber in dem Fall hier, wenn du überhaupt daran denken möchtest, dass der Ötztaler gewinnt, mindestens mit sechs, sieben Minuten in den letzten Berg oder in diesen Bereich hineingehen. Sonst wird sich das nicht ausgehen. Das haben wir auch in der letzten Kameraeinstellung relativ gut gesehen, wie groß der Abstand schon ist. Wir schauen natürlich aufs Live-Tracking und Patrick wird uns dann gleich berichten, wie weit der Abstand jetzt von der Spitzengruppe zu den Verfolgern, beziehungsweise zu Helmut Tretter ist, der ja ungefähr in der Mitte zwischen Spitzengruppe und Verfolgern sich aufhält. Momentan? Genau, also er ist vorhin gerade ausgerissen und kann relativ rasch natürlich näher kommen, wenn er den Kraftaufwand auch macht. Wenn er das auf sich nimmt, dann kann es sich ausgehen, können natürlich nachher wieder Kräfte sammeln. Es gibt Brenner runter, nach Sterzingen. Das, was bisher war, das ist ein normales Rennen. Da wird es anschließend dann schon viel, viel härter. Felix, hast du auch eine persönliche Beziehung zum Ötztaler Radmarathon schon mal mitgefahren? Das muss ich immer alle Studiogäste fragen. Und bei dir, glaube ich, du warst ja schon mal dabei. Ja, ich bin 2019 schon mal gefahren, bei einem ähnlich perfekten Jahr, was das Wetter zumindest anging. Ich war allerdings nicht so gut vorbereitet, habe es aber doch ganz gut absolviert. Kannte damals meine FDP nicht, bin so wirklich nach Gefühl gefahren. Im Nachhinein wahrscheinlich wie alle Anfänger den Kühlteil viel zu schnell hoch, musste ich dann am Jaufenpass leiden. Habe dann eine längere Pause an der Jahrhuse-Station da gemacht und bin dann am Timmelsjoch noch mal ganz gut gefahren. Ich glaube, in neun Stunden zwölf oder sowas. Also durchaus passabel. Bin zufrieden. Wollte auch dieses Jahr wieder an den Start gehen. Ich bin aber seit zwei Jahren Vater einer Tochter. Und da leiden dann doch die Trainingsstunden, vor allem die längeren Ausfahrten ein bisschen. Und deswegen hat es dieses Jahr sich nicht ausgegangen. Wir haben allerdings fast 20 Leute von Garmin mit am Start. Team Garmin. Ganz unterschiedlich vom Support-Mitarbeiter bis zum Marketing, Sales aus Österreich, Schweiz, Deutschland. Und eben auch ein paar Athleten. Lukas Kaufmann ist ein Mountainbike-Profi. Der fährt, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Super. Im Spitzenfeld. Genau, der hat sich startet für das Team Garmin. Dann natürlich die Kati. Dann haben wir noch einen Exoten dabei. Den Florian Neuschwan da. Run with the Flow. Kennt ihn vielleicht? Ein Trailrunner. Natürlich. Habt ihr heute schon gesehen. Habt ihr heute schon gesehen, genau. War schon im Interview bei Sumi. Da bin ich mal sehr gespannt, weil der ist noch nie in seinem Leben ein Radrennen gefahren. Und das Größte, was er in der Gruppe mitgefahren ist, waren drei Leute. Also er scheint gut in Oertz angekommen zu sein. Super. Das war meine größte Sorge. Aber er wird sich auf jeden Fall das Rennen von der Länge macht, dass er sich gar keine Gedanken energetisch. Die Pumpe, die ist da. Also ich bin mal gespannt, was er so als Neuling. Wird sicherlich am Berg viel Zeit gut machen. Bergab wahrscheinlich ein bisschen mehr bremsen als alle anderen. Ja, und er ist auch nicht ganz aerodynamisch unterwegs mit seinem Schnurrbart. Ja. Und seiner Friese. Genau, und die Locken links und rechts. Genau, spielt beim Radfahren eben eine größere Rolle als jetzt beim Laufen. Aber er ist ein sehr sympathischer Typ, der das einfach just for fun macht. Und der zwar lange verletzt war, aufs Rad umsteigen musste. Er ist viel indoor trainiert, halt auf der Taxrolle. Aber er hat schon gemeint zu mir, er bleibt dem Radfahren jetzt treu. Und das ist eine super Alternative für ihn zum Laufen. Ähnlich wie er beim Anton Palzer so ein bisschen auch vom Läufer vom Skiberg steigert zum Radfahrer. Ja, wir haben heute Markus Kröll unter anderem auch mit dabei. Top Mann, toller Mittenmann-Sieger. Und der ist auch unterwegs. Während wir hier die Spitzengruppe immer wieder sehen. Es sind mittlerweile fünf Fahrer, die in dieser Spitzengruppe sind. Vorne Italiener, glaube ich, da sind zwei aus der Mannschaft auch. Die nächsten, also auf Platz zwei und drei, dann eben Emanuel Schreiber. Jetzt schauen wir mal, wer ganz vorne unterwegs ist. Ja, das ist der Elettrito Tommaso. Italiener war letztes Jahr auch mit dabei. Er hat auch lange vorne an der Spitze gezeigt, dass er gut drauf ist. Fünf Mann haben sie absetzen können mittlerweile nach einer Renndauer von drei Stunden und vier Minuten. Keine Vorentscheidung. Das ist ein Zwischenstopp jetzt mittlerweile oder Zwischenstep. Aber die machen natürlich denen hinten Druck. Die müssen jetzt was tun, Corinna. So ist es. Und wir schauen natürlich auch, wo Helmut Drettwey abgeblieben ist. Der befindet sich irgendwo zwischen diesen beiden Gruppen. Und es wird auch spannend zu sehen, wie es hier bei diesen fünf vorne weitergeht. Denn ganz wichtig sind da die Absprachen. Das haben wir auch zum Beispiel bei der Österreich-Rundfahrt gesehen. Wenn da einer nicht sieht und einer nicht will, dann wird es ganz, ganz schwer. Genau, da ist der Einer, ist der Bonami, den haben wir ja auch schon gehört. Also die Italiener sind, glaube ich, zu dritt da unterwegs. Das ist, dann haben wir dahinter mit Schreiber ein Österreicher und der fünfte, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber das war derjenige, glaube auch ein Italiener, der ja, nein, ein deutscher Athlet, junger Deutscher Athlet, der lange Führungsarbeit gemacht hat. Aber wenn drei Italiener vorne sind und die gut zusammenarbeiten, dann kann schon was gehen, ein Grüppchen. Aber wie gesagt, der Patrick Grüner kommt jetzt gleich. Michael Nussbaumer wird jetzt dazustoßen mit ihm. Und sportlich gesehen haben wir wirklich ein sehr gutes, momentan ein gutes Rennen. Bleibt spannend, oder? Definitiv. Also ich freue mich auf die Zeit, weil auf jeden Fall im Ziel auf den ersten Mann und die erste Frau warten. Und dann auch noch weiter auf unsere Team Garmin-Mitarbeiter, die hoffentlich alle innerhalb der 14 Stunden sind, glaube ich, dann ins Ziel kommen. Felix, jetzt ist das Sportjahr 2023 schon ein sehr, sehr langes. Was würdest du sagen, ist denn euer Highlight gewesen bisher dieses Jahr? Ich würde es mal auf den Radmarathon, jetzt den Öztaler Radmarathon beziehen. Also ich finde das Highlight ist dieses Jahr definitiv der Zeitraum. Das taugt mir sehr gut. Heute Morgen auch in kurzer Hose am Start gewesen. Ich glaube, alle sind froh jetzt nicht die Handschuhe, die Ärmlinge, die Regenjacke und so weiter mit transportieren zu müssen. Also das macht schon richtig Spaß. Und ich, wie ihr schon vorher gesagt habt, lieber 35 Grad dann in Südtirol als 10 Grad oder weniger und Regen. Und ja, das ist ein Klassiker. Der Radsportmarathon, den es meiner Meinung nach weltweit auch so gibt. Eine Legende. Und wir freuen uns wirklich, mit Garmin mit dabei zu sein und den Leuten auch einen Mehrwert mit unseren Produkten zu geben. Das tut ihr definitiv. Jetzt hast du gesagt, euer Team besteht aus 20 Leuten, die heute mit am Start sind. Wem drückst du denn heute ganz besonders die Daumen? Ja, aus sportlicher Sicht natürlich der Kathi. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell aussieht, aber... Ja, sie wird schon noch die 8-10 Minuten Rückstand haben. Hat sie natürlich in Innsbruck gehabt und ich glaube, da wird sie nicht viel geändert haben. Aber sie ist ja, der Turbo wird später gezündet bei ihr. Wobei die vielen Fans sie erfordern. Zeig doch mal die Kathi. Ich habe sie jetzt auch noch nicht gesehen. Vielleicht versteckt sie sich ganz gut. Wir haben auch ein Kameramotorrad mit dabei, weil wir eben eine Dokumentation über sie machen. Einfach so ein bisschen behind the scenes. Das werden wir dann in ein, zwei Wochen dann auch veröffentlichen. Aber ich glaube fest an sie. Sie ist auch sehr selbstbewusst. Sie kennt ihren Körper. Und wie schon gesagt, ich glaube Jaufen wird sie ranfahren und Himmelsjoch wird sie dann all out gehen und ihre Stärke ausspielen. Die war ja locker drauf gestern bei dir im Interview. Locker flockig. Also das ist natürlich immer am Vortag, wenn schönes Wetter angezeigt ist, freut man sich immer unglaublich. Ich glaube die ersten Regrets und das erste Leiden gibt es dann bei den ersten Anstiegen beziehungsweise allerspätestens dann rauf zum Himmelsjoch. Ja, wenn man da Manuel Schreiber ins Gesicht blickt, dann hat der jetzt schon Schmerzen ohne Ende, glaube ich. Also das ist schon ein Fight, wenn sie das Tempo fahren. Aber der Schmerz geht, der Stolz bleibt. Kathi ist eine der wenigen Athleten, die ich kenne, die sich wirklich auf das Rennen freut tatsächlich. Also das, was sie gestern im Studio bei dir gemacht hat, das war nicht gespielt. Die hat richtig Lust, die freut sich aus Himmelsjoch wie keiner andere. Und hoffentlich dann auch mit Polizeieskorte dann hier nach Sölden einfahren und den verdienten Sieg hoffentlich dann feiern. Da haben wir es jetzt gerade gesehen, die ersten fünf, da haben wir drei Italiener mit dabei. Ja, der Elettrico, der war bereits 2019, glaube ich, ganz vorne sogar am Podium mit dabei. Der hat also, der weiß, was man tun muss. Und Brodinger habe ich vermeintlich gesehen unter diesen Top fünf. Das dürfte der Deutsche sein, den wir jetzt an links sehen mit dem hellen Trikot. Und dahinter an der fünften Position im blauen Equipondo Trikot. Das ist Manuel Schreiber, ehemaliger Radprofi beim Team Vorarlberg und auch seit vielen Jahren im Radmarathonsport mit dabei. Also die haben einen Vorsprung momentan doch, der beträchtlich sein dürfte. Also der hat sich in kürzester Zeit hier dann doch sehr gesteigert. Und da wird eine große Lücke, ist jetzt aufgegangen. Wir verabschieden uns von Felix Heger. Vielen, vielen Dank nochmal für eure Unterstützung dem ganzen Garmin-Team. Alles, alles Gute. Wir drücken natürlich auch Kathi die Daumen, werden das Ganze verfolgen. Und in den nächsten Jahren hoffentlich seid ihr wieder bei, wenn es heißt, Ötztaler Radmarathon. Wir geben jetzt ganz kurz ab in die Werbung und sind dann natürlich mit dem Renngeschehen wieder live zurück im Studio. Schöne. Schöne. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Im Moment ist es sicher mal ein erstes der Start, wenn der ganze Pult mit über 4.000 Teilnehmern von Sölden Richtung Ötz rollt. Das ist immer spannend für uns, weil da der ganze Pult einfach noch zusammen ist und leider Gottes immer wieder schwere Unfälle passieren, genau in dieser Situation. Aber ich glaube, das ganze Rennen ist einfach ein Highlight an sich und von dem her, der ganze Tag ist einfach ein Highlight komplett. Ja, der Tag beginnt eigentlich relativ früh, um 3 Uhr morgens mit Aufstehen, danach ist es um 4 Uhr Frühstück, wo die Rennleitung und die Organisation noch einmal zusammensitzt, die letzten Besprechungen macht und danach geht es eigentlich erst los um 36 gestart, wo dann das ganze Spiel dann schon am Laufen ist. Ich glaube, das ist der Wunsch von allen, dass wir einfach gesund und munter in die Runde kommen, dass die Teilnehmer, dass denen nichts passiert, dass das alles hinhaut. Das Wetter, glaube ich, passt. Ich glaube, der Herrgut muss ein Ötztaler sein und dass wir alle gesund und munter wieder in Sölden ankommen. Das Wetter, glaube ich, passt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommen wir auf dem, jetzt bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. Es gibt ein Überschuss für Einwanderer und auf dem, dann los geht's. Und aber wir sehen uns. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wir sind wieder zurück im Hauptfeld, etwas weiter hinten und schauen uns dort die Bilder an. Natürlich nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die gesamte Rennleitung. So viele Damen und Herren, die da unterwegs sind und sich um die Sicherheit unserer Fahrerinnen und Fahrer kümmert. Sonnenschein draußen auf der Strecke, Sonnenschein jetzt auch bei uns im Studio, denn Stefan Steinacher, meine Ablöse, ist gerade zur Tür hereingeschneit und freut sich wahnsinnig auf die nächsten Stunden gemeinsam mit euch vor den Bildschirmen und natürlich gemeinsam mit unseren Experten Patrick Grüner und Michael Nussbaumer. Wenn wir da ins Feld schauen, also alle Winkel, alle Lachen, sehr, sehr gute Laune, natürlich dem Wetter geschuldet, aber auch der Veranstaltung selbst. Küsschen nach Hause, ja, ganz wichtig, noch einmal, genau, alle Grüßen nach Hause. Das ist die Chance einmal irgendwie, ja, Ötztaler nach Hause zu bringen, ist ja auch ein Produkt, das wir machen für die Familie zu Hause, für die Oma, für den Opa, für die Mama, für die Frau, für den Mann, für die Kinder. Die sind ja die maßgeblichen Konsumenten, die eben dann den Ötztaler schauen und da wollen wir natürlich auch die Masse bringen. Cool ist zu sehen, wie sich die Fahrer dann zusammentun und das gemeinsam hier auch bewältigen. Wie der Schmäh rennt und das ist auch ganz wichtig, dass man eine positive Grundstimmung mitbringt, wenn man so noch zwei große Pässe vor sich hat. Ja, so ist es und dieses Jahr für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neu ist ja, dass es an gewissen Punkten auch Videos gibt. Und wenn sie über diese Linie fahren, wird ein Video erstellt, ein personalisiertes, wo man sich selber sieht und deswegen heißt es immer Smile. Und das Ganze wird dann am Ende der Veranstaltung zugeschickt und man hat dann auch zum Beispiel ein Video, wenn man über die Ziellinie fährt. Und ich glaube, das ist schon etwas ganz Besonderes, weil da sieht man eben diese Emotionen nach 227 Kilometern bei jedem Einzelnen, der dort dann die Ziellinie überquert. Egal, ob nach acht Stunden, neun Stunden oder nach 13 oder fast 14 Stunden. Ja, das muss man den Ötztalern lassen, die lassen sich immer wieder was einfallen und der Ötztaler ist ja was, den man nicht jedes Jahr fahren kann. Ganz, ganz viele möchten den Ötztaler fahren, nur in manchen Jahren hat man eben die Möglichkeiten. Wenn man dann dabei ist, kann man ganz, ganz viele Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Und jetzt meldet sich wieder einer, von dem wir schon länger nichts gehört haben. Christoph Suman hat wieder jemanden vorm Mikrofon und zwar niemand geringeren als unseren Moderationskollegen Ottmar Pehr und zwar bei der Labestation Brenner. Ja, man hört, man hört, man hört nichts. Das ist so laut. Es ist gerade wieder eine größere Gruppe vorbei. Die Spitzengruppe ist vorbei, die Verfolgergruppe ist da vorbei und ich sitze bei einer Legende, nämlich beim Ottmar Pehr am Brennerpass herum. Ottmar, wie geht's dir? Ja gut, danke. Ich habe eben gerade gesehen, dass die führende Dame in diesem großen Feld mit dabei war. Janine Mayer als einzige Dame bis jetzt hier bei uns zurückgekommen. Ja, wie soll es mir gehen? Schau dir mal an. Dieses tolle Publikum, das wir da haben, war für mich eine Pflichtgeschichte, dass ich bei der Susi, wo wir ja gerne immer wieder Pause machen, wenn wir eine Rundfahrt machen, ganz egal, ob auf den Jaufenpass oder auf Benzerjoch und so weiter, da schauen wir natürlich immer gerne vorbei. Du Ottmar, du gehörst ja zum Öztoleralmarathon wie die Butter aufs Brot. Sag, wie lange hast denn du das gemacht? Ja, die ersten zwei Mal bin ich selber mitgefahren und dann eigentlich seit 1984 habe ich den moderiert 35 Jahre. Wie oft bist du heuer schon aufgefahren auf dem Brennerpass mit dem Radl selber? Ja, also in der Regel komme ich im Jahr so auf 30, 40 Mal, weil mich einfach die Sehnsucht herauf zu Susi treibt. Du, ich sehe da vorne, da steht ein Glas Wein, also du bist auch top, top ausgerüstet. Ja, ich bin bestens verpflegt, also es fehlt an nichts und es wird heute sicherlich ein sehr erlebnisreicher Tag. Prognose? Prognose? Ja, Prognose ist sehr, sehr schwer, es sind so viele Favoriten da vorne mit dabei, eine große Gruppe, aber es werden sich letztendlich also schon die Besten durchsetzen. Jack Berg, würde ich meinen, der ja mittlerweile, glaube ich, einen Profi-Portrag bekommen hat, dann in weiterer Folge natürlich auch unsere Tiroler, die da eine Rolle mitspielen. Schauen wir mal, was mit dem Federspiel Daniel passiert, der von der Österreich-Rad-Rundfahrt ja wirklich eine sehr gute Leistung gebracht hat und eine gute Form aus der Tour mitgebracht hat. Ja, da lassen wir uns überraschen, es kann viel passieren, es ist sehr heiß. Die Sportler werden dann sicher einmal einen gescheiten Tursch kriegen. Das heißt, es ist wichtig, dass man sich gescheit verpflegt, dass man genug Flüssigkeit zu sich nimmt. Natürlich auch nicht vergisst aufs Essen und die Hitze, vor allem in Sankt-Leon, wird enorm sein. Und dann wird sich schon alles entscheiden, auch wie aufs Timmersjoch. Gibt es eine Bestzeit? Glaube ich heute bei diesen Temperaturen nicht. Das ist ähnlich wie bei den Läufern. Also wenn es richtig heiß ist, dann gehen nicht so gute Zeiten raus. Wir sind auch in der Maßstabelle vielleicht ein, zwei Minuten zurück und man weiß aus der Erfahrung der letzten Jahre, wenn, dann muss man da auch schon einen gehörigen Vorsprung haben, dass man noch eine Rekord-Bestzeit von 6,45 unterbietet. Das heißt, lassen wir uns überraschen, wünschen wir den Athleten und Athletinnen das Beste und wir zwei werden jetzt entweder ein Glas Wein oder ein Cappuccino trinken, oder? Und was hältst du davon? Darauf freue ich mich, Sumi. Schön, danke, schön, dass du da bist und auch für Oliver Schwarz. Also vielen Dank an die zwei Burschen am Brenner bei der Labestation Sumi und Ottmar Pär. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Genießt den Sonnenschein Ottmar Pär, wie gesagt, eine Legende. Mit dem Mikrofon. Ja, und wir sind wieder im Hauptfeld unterwegs. Michael, da sehen wir auch leichten Gegenverkehr. Ganz wichtig, eben an dieser Stelle immer rechts bleiben. Wir haben auch vorher einmal die Rettung in die entgegengesetzte Richtung fahren gesehen und man muss ja auch davon ausgehen, wir gehen im Rennen eigentlich immer davon aus, dass wir die Exekutive und die Einsatzfahrzeuge für die Teilnehmer im Rennen brauchen. Nein, das ist nicht so. Es kann auch an der Strecke was passieren. Es braucht nur irgendwer einen medizinischen Notfall haben. Und dann muss, ich weiß nicht, in Richtung Innsbruck ins Krankenhaus gefahren werden. Natürlich fährt dann die Rettung auch entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Und darum machen es die Teilnehmer hier wirklich vorbildhaft und bewegen sich auf der rechten Fahrbahnseite. Das ist jetzt, glaube ich, auch diese Sektion, wo es auch definitiv Gegenverkehr gibt, weil man eben die Leute nicht vier, fünf Stunden aussperren möchte und denen auch die Möglichkeit geben muss, dass sie sich eben auf der Straße bewegen. Und das ist da am Brenner gibt es so eine kurze Gegenverkehrssektion, die aber den Teilnehmern auch mitgeteilt wurde. Also mit Gegenverkehr ist im Radmarathon immer zu rechnen, obwohl diese Strecke des Ötzeiler Radmarathons, ich glaube, perfekt und vorbildhaft abgesichert und gesperrt ist. Und etwaige Baustellen, die es natürlich auf diesen 227 Kilometern geben kann. Darüber wissen natürlich die Fahrer auch Bescheid, denn im Fahrerbriefing bekommen sie die ganz genauen Gefahrenstellen nochmal mit Foto ausgeschildert, mit auf der Karte. Das heißt, sie wissen, wo eine etwaige Gefahrenstelle sein könnte und wie die genau ausschaut. Also Sicherheit wirklich ganz, ganz wichtig beim Ötzeiler Radmarathon. Wir wollen, dass alle sicher wieder zu uns ins Ziel kommen. Es hat ja gestern das große Fahrerbriefing auch gegeben, erstmals nur online, was ich ganz großartig gefunden habe, weil man natürlich auch Kräfte sparen kann am Vortag. Man muss nicht irgendwie in die Halle gehen oder man muss nicht irgendwie zu einem Fahrerbriefing hingehen, mit dabei sein, sondern ich habe ganz viele gesehen, die dann gepostet haben, den Laptop am Balkon der Unterkunft und die haben sich das von dort an gesehen, können dann gemütlich schlafen gehen und sind dann umso ausgerasteter auch am nächsten Tag. Da sehen wir uns wieder die Spitzengruppe. Patrick, die sind immer noch zu viert unterwegs. Drei Italiener müssen da mit dabei sein. Genau, die drei Italiener und Slowener, die sind da vorne. Die sind jetzt schon am Weg Richtung Sterzing und in wenigen Minuten geht es dann hoch Richtung Jaufen. Aber sie wechseln sich super ab, alle vier. Also sie sind sich einig, wollen das ja wirklich jetzt mal versuchen, so lange wie möglich an der Spitze zu bleiben. Ganz hinten am Ende des Bildesrands haben wir gerade den Ding noch gesehen, den Manuel Schreiber, der jetzt natürlich ganz alleine fahren muss. Für den wäre es natürlich besser, wenn er sich jetzt zurückfallen lässt, wieder in die größere Gruppe, um einfach Kräfte zu sparen und dann einfach schaut, dass er Richtung Jaufenpass sich wieder erholt und dann mit den Jungs dort hinauffährt. Ja, da geht die Logik, glaube ich, jetzt nicht so ganz durch, weil er ist ja abgerissen, er war schon mal vorne, er ist abgerissen und wenn man abreißt, dann kann man jetzt zwar sich da noch in der Mitte durchkämpfen, aber im Endeffekt muss man davon ausgehen, dass man wahrscheinlich irgendwie offenbar ist, dass diese Gruppe wieder rausfällt, also da wäre es gescheiter, er spart Kräfte und lässt sich diese paar Minuten zurückfallen. Aber ja, wenn man mal beim Ötztal irgendwie ganz vorne mit dabei ist, dann möchte man natürlich auch abliefern, aber ja, es ist halt einfach noch weit, es hilft nichts. Es ist einfach noch, es sind noch viele Stunden in Richtung Sölden und da muss man vielleicht dann auch ein bisschen Vernunft walten lassen. Schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht, aber es gibt natürlich dank uns dann auch Fernsehminuten, das muss man auch dazu sagen. Genau, und wenn man schaut, wir sind jetzt bei dreieinhalb Stunden Renndauer, kann man eigentlich von der Renndauer her sagen, circa die Hälfte und also es ist noch ein weiter Weg und da sind wir jetzt ja gerade in Sterzing. Diesen steilen, kurzen Anstieg, den wir ja letztes Jahr auch schon gehabt haben. Und ja, die vier schauen noch relativ flüssig aus und fahren da jetzt hinauf, diesen neuen Streckenabschnitt. Der gar nicht so wenig steil ist, also da geht es ordentlich rauf. Ich glaube, über einen Kilometer mit 12-13 Prozent Anstieg. Sollte sich zu einem Hotspot entwickeln, so die Organisation, also da kann man gut verpflegen, da kann man gut betreuen, da kann man auch gut die Fahrer anfeuern, weil es sich eben aufgrund der Steigung einfach super eignet. Hier genau in Sterzing kurz vor dem Joffen war es noch einmal so ein knackiger Schub. Ein giftiger Anstieg. Dreieinhalb Stunden sind absolviert beim 42. Öztaler Radmarathon. Das bedeutet für mich, ich darf mich ganz kurz in die Pause verabschieden und übergebe an meinen sehr gut ausgeschlafenen Kollegen Stefan Steinacher. Herzlich willkommen. Wie oft höre ich das von dir? Jedes Jahr. Stefan, dein Mikro war noch nicht an. Jetzt hat die Dani dich freigeschalten, bitte. Wie oft höre ich das von Carina dort tagtäglich. Aber ich habe mir von 6 Uhr in der Früh die Übertragung bzw. 15 nach 6 angesehen und muss echt sagen, super Arbeit, vor allem unfassbare Bilder. Die Sonne tut dann natürlich seines dazu für diese wunderschönen Bilder, aber auch ein spannender Rennverlauf. Deswegen übergebe ich jetzt an dich Stefan und an unsere Experten, an Patrick und an den Michael und wir sehen uns dann später wieder. Carina, vielleicht ganz kurz noch. Eben anhand dessen kann man eben auch erst erkennen, wie brutal dieser Öztaler von der Länge ist. Wir schlafen länger, wir machen Pausen alle gemeinsam, während sie kurbeln und kurbeln und kurbeln. So ist es und das macht ja den Ötzi auch aus, diese Challenge. Nicht nur diese Pässe sind zu bewältigen, auch selbst muss man sich manchmal überwinden. Und deswegen sind da so viele Leute, die sich jedes Jahr anmelden, weil sie diese Challenge haben möchten und einmal diesen Traum vom Ötztaler Radmarathon verwirklichen möchten. Und damit, während sich also die Carina jetzt wirklich ganz kurz in eine Pause verabschiedet, schauen wir uns die Highlights der vergangenen Stunde nochmals an. Bitte. Ah, 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 ah Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann grüße ich ganz herzlich die Larissa und Daniela. Die beiden habe ich nämlich gerade getroffen. Der Paulikaner und der Paul Edelsauer fahren da nämlich mit. Und die beiden Damen machen das, was uns sehr, sehr freut. Sie schauen sich am Handy hier in Sölden den Stream an. Man muss sowieso sagen, was hier in Sölden momentan los ist, ich bin gerade durch den Ort marschiert, ein wenig spaziert, flaniert, ein bisschen gustiert auch, habe mir das alles angesehen. Drei Videoleinwände sind hier aufgestellt und überall sind die Menschen verteilt und das bei bestem Wetter. Die Luft ist ein Traum also. Es ist der perfekte Sonntag. Es ist der perfekte Ötztalltag. Michi, würdest du das auch sagen? Oder würdest du sogar sagen, nein, es ist fast zu heiß? Nein, ich würde sagen, es ist nicht zu heiß und man muss aufpassen, dass man nicht zu viel jammert. Also es wird gejammert, wenn schlechtes Wetter ist, es wird gejammert, wenn es regnet und es wird gejammert, wenn es heiß ist. Also das sollte nicht so sein. Ich glaube, dass heute ein perfekter Radstag ist, wenn man 20, 25 Grad hat und kurz, kurz fahren darf. Also etwas Besseres kann man einem beim Ötztaler Radmarathon, glaube ich, gar nicht passieren. Stellt man sich vor, dass man nur durch wachsendes Wetter hätte, dann hätte man auf 2500 Meter Höhe Saugkälte und die Abfahrt, da müsste man sich immer was anziehen. So kann man kurz, kurz das Himmelsjahr runterfahren, kann man kurz, kurz den Jaufen was runterfahren. Hat in der Früh auch kurz, kurz wegfahren können durchs Ötztall, ohne dass man irgendwie Ärmlinge, Beinlinge großartig gebraucht hat. Also was will man mehr, wenn man so ein stabiles Wetter hat und man auch nach 8 Stunden nicht mit einem schweren Regenguss rechnen muss. Das erleichtert die Organisation, das erleichtert die Betreuung und das erleichtert die Fahrt ja umso mehr. Weil wir da gerade eine Abfahrt sehen, da schreibt zum Beispiel Picture Strong 242. Abfahrten sind das Schlimmste, wenn man nicht gerade Tom Pitcock heißt, der Mountainbike und auch Straßenrad-Superstar, der Weltmeister, der Olympiasieger, ist ja ein Spezialist bei Abfahrten. Aber hier sieht man auch Großartiges. Heute in den ersten Stunden vor allem auch zum Beispiel ein Joe Lampard, der ja das in dieser Art und Weise noch nie gemacht hat. Aber wie der am Anfang mit dem Feld mitgefahren ist, das ist ganz großer Sport. Ja und ich war ja beim Start und es ist bei unter Anführungszeichen Promis und auch Sportlern aus anderen Sportarten, die noch aktiv sind, immer so eine Sache. Was machen die, warum sind die beim Ötztaler Radmarathon dabei, warum machen die Alternativsportarten im Sommer? Und ich habe mit dem Johannes Lampard dann beim Start noch gesprochen und habe gesagt, Johannes, was hast du vor, mit was müssen wir rechnen? Fährst du noch mit, probierst du das mal oder willst du das wissen? Und er sagt, nein, ich fahre Vollgas, ich gebe Vollgas, ich will es wissen. Du, Joe Lampard kann gefühlt nur Vollgas vorbei und das ist halt auch ganz was anderes für ihn. In der nordischen Kombination gibt er vor allem im Langlaufen auch den Ton an. Er will immer am Anfang sofort an die Spitze das Feld anführen, Tempo machen. Ist natürlich für den Kopf was anderes, wenn er sich dann da hinten reinhängt. Ja, natürlich und es sind aber auch andere Belastungszeiten. Natürlich macht man im Training Grundlageneinheiten, die sehr lange dauern, um eben die Grundlagenausdauer auch für den Winter dann zu bekommen, um die Saison zu überstehen. Aber ein Rennen, wo man dann viermal auf All-In gehen muss, weil es eben vier Pässe sind und da ganz, ganz viele Watt über viele Stunden treten muss. Das ist auch für einen Kombinierer ganz was anderes. So, Barty Grüner schaut sich da wieder die Liste an. Jetzt schauen wir dann nochmals auf das Feld. Männer, ihr seid seit dreieinhalb Stunden also mit dabei. Wenn wir alles nochmals Revue passieren lassen. Es hat sich zuerst, Patrick, ein knapp 50 starkes Feld nach vor gefahren, das inzwischen sehr, sehr dezimiert worden ist. Genauso ist es, Stefan. Mittlerweile sind es nur noch knapp 44 Athleten. Es haben sich aber aus diesen 44-Jahren-Gruppen diese fünf Fahrer jetzt abgesetzt und hat circa zwei Minuten Vorsprung der Spitzengruppe. Und die sind jetzt schon unten im Anstieg Richtung Jaufenpass. Die fahren jetzt gleich rein und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Man sieht auch von da hinten noch keine Verfolgergruppe. Patrick, ganz kurz das Mikrofon nach oben geben. Ja, ein bisschen nach oben geben. Ja, müsste jetzt besser passen. Oder nehmen wir das Mikrofon von Michi, bitte. Jawohl. So, jetzt geht es besser. Ja. Machen wir es mal so. Also, wie gesagt, die ersten fünf sind jetzt im Anstieg. zum Jaufenpass hinauf. Also, das passt. Und circa zwei, zweieinhalb Minuten Rückstand für die Verfolgergruppe. So schaut es alles aus. Nächste Frage, die ich reinbekommen habe. Welche Wattkilogrammwerte werden da im vorderen ersten Drittel des Feldes gefahren? Diese Frage stellt der Jürgen Reimann. Ja, schwierige Frage. Vor allem, wenn wir uns diese Wattwerte wahrscheinlich erst zum Schluss anschauen können. Und es immer natürlich eine Watt-pro-Kilo-Frage ist das Ganze. Also, leichtere Leute haben natürlich den Vorteil, gerade beim Öztaler Radmarathon, obwohl man diese Länge nicht unterschätzen darf. Was haben wir letztens gehört, 6,9 bei Tati Bogacau. Und da muss man sich natürlich ein bisschen drunter ansiedeln. Also, ich würde sagen, wenn man da 5 Pfad pro Kilo über die Kurbel bringt, über eine längere Zeit, dann ist man, glaube ich, sehr, sehr gut dabei. Matthias Nodiger hat letztes Jahr, kann ich mich, glaube ich, erinnern, erwähnt, dass er so bei seinem Sieg 2019 so circa 300 Watt im Schnitt gefahren ist. Das war die Ansage von Matthias, aber auch er hat natürlich das nochmals dezidiert erwähnt. Es geht natürlich auch um die Körpergröße, um die Kilogramm, um das Gewicht. Genau, im Körpergröße, Gewicht, auch das Leistungvermögen, wie gut ist der Athlet. Also, es ist ja ganz eine schwierige Frage, die richtig zu beantworten. Natürlich, einer mit mehr Kilo muss natürlich auch mehr Watt treten, dass er mit dem Leichteren mitkommt. Also, das ist schon sehr individuell. Und hier sehen wir es eingeblendet. Die führenden Domaso, dann, ja, jetzt ist es weg. Aber das passt jetzt eh gut, weil ich höre, ich darf zu Kollege Christoph Summann schalten. Hat er jetzt einen Wein getrunken, hat er einen Espresso getrunken, einen Cappuccino? Er wird es uns beantworten. Summinator, meld dich bitte. Summinator hier von der Labestation am Brennerpass. Es war weder ein Wein noch ein Espresso, es war ein Cappuccino. Und ich, apropos Cappuccino, René, du bist da beim Radservice. Es hat es, glaube ich, mega aufgestellt. Ja, wir sind vorbereitet auf die Radfahrer und wir warten schon auf einen Teilnehmer. Da ist die Frau, die steht schon, die hat uns gerade angerufen. Wir brauchen, die haben das Schaltseil gerissen. Wir haben das Schaltseil schon beraten und wir warten, bis der herkommt. Und denken, dass wir das gleich mal erledigt haben, dass der weiterfahren kann. Das heißt, das wäre der erste Einsatzzeit? Das ist der erste Einsatzzeit, ja. Und wie viele werden noch kommen? Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, da jetzt noch nicht so viele, glaube ich, die meisten holen sich Wasser und nutzen die Labestation. Und wir sind einfach so die Sicherheit, wenn was ist, haben sie da die Sicherheit, dass wir sich alles durchschauen können. Wir können die Bremsen schicken, wir können die Luft aufpumpen, wir haben eigentlich viele Ersatzteile da. Wir können denen weiterhelfen, dass sie einfach das Rennen beenden können. Also ihr könnt jede schreckliche Situation lösen? Nahezu. Also einen Rahmenbruch oder sowas haben wir nicht, aber wir haben Laufräder da, wir haben viele Ersatzteile da. Das ist das Gängigste, das können wir machen. Und wenn ein Akku zum Wechseln ist, in der Sattelstützen, was steht bei den... Ja, müssen wir das Auto anstarten, haben wir auch schon gehabt, haben wir schon gar einen gehabt, müssen wir das Auto anstarten und können wir laden, ja. Das hat sich, ihr seid für ein technisches Doping, seid ihr super ausgerüstet. Nein, technisches Doping, würde ich nicht sagen, wir helfen einfach weiter. Alles gleiche, alles Gute, ich hoffe, ich habe nichts zu tun heute, weil alle unfühlfrei und gebruchfrei durchkommen. Und schmier da deine Platten ein, sonst brennt es dir auf. Danke, für dich. Und bevor wir zu unserem nächsten Interview-Gast kommen, in dem Fall ist es eine ganz besondere Dame, die wir gleich vorstellen werden. Patrick, gibt es eigentlich, auch diese Frage möchten wir noch erwähnen, gibt es eigentlich schon ein neues Datum für 2024? Wird hier auf YouTube geschrieben, dieses Datum gibt es? Dieses Datum gibt es. Und das wird nächstes Jahr wieder Ende August sein, beziehungsweise es wird der 1. September sein, wo der Ötztaler Radmarathon wieder stattfindet. Großartig, was wir da gerade auf der Straße sehen. Genau das wurde gestern auch immer wieder hinaus informiert, dass wenn man den Sportlerinnen und Sportlern etwas Gutes tun kann, dann ist es vielleicht easy, sie mit Wasser zu bespritzen. Das wurde hier gerade gemacht. Patrick, ganz kurz nochmals. 1, 2, 3, 4, 5 haben sich also klar momentan distanzieren können beim 42. Ötztaler, der heute bei perfektem Wetter über die Bühne geht. Wie heißen diese 5, die momentan in Führung liegen? Ich bin gerade dabei, Stefan, das alles rauszufinden. Ich habe jetzt erst zwei Namen. Geben wir bitte noch eine Minute, dann sage ich da alle 5 gleich durch. Gehe wieder auf alle Fälle. Gerne wären wir da. Mit der Nummer 25, glaube ich, eh Joe Lamparder sehen, den zweifachen Weltmeister und Gesamtweltcup-Sieger. Bei uns zu Gast jetzt von der Tirol-Werbung, zuständig für Presse und aber eben auch Event und deshalb eine Punktlandung, die Leiterin Kasia Gaszurek. Ja, was sagen Sie zu diesen traumhaften Bildern, vor allem auch die Bilder durch das Ötztal heute rauf auf das Küter, runter Sellrhein-Kämmerten, Innsbruck. Haben Sie das gesehen und ist Ihnen da nicht selber Herz aufgegangen? Jawohl, hallo und ein wunderschöner Tag heute. Ich war selber um 6.30 Uhr am Start, habe voll schon mitgefiebert, auch mit Arbeitskollegin, die da heute mit am Start dabei ist und sich schon sehr tapfer durchkämpft heute. Die Bilder sind natürlich sensationell, das Wetter passt. Alle Starter, man sieht auf den Kamerabildern, haben Lächeln im Gesicht. Also es wird noch ein langer, aber superschöner Tag sein, glaube ich. Tirol zeigt sich und auch Südtirol von seiner schönsten Seite. Ja, wenn Sie heute in der Früh dabei waren beim Start, dann glaube ich, haben Sie ja auch diesen Spirit von dieser Veranstaltung mitbekommen. Ja, die Stimmung ist natürlich gewaltig. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir auch jedes Jahr mit dabei sind. Wir sind wirklich ein sehr stolzer Partner vom Ötztaler Radmarathon. Das ist einfach die Exzellenz von dieser Eventorganisation, die da hinten steht und alle Menschen, die dazu beitragen. Das macht sich einfach bemerkbar sehr stark in der Stimmung, auch heute in der Früh. Kann man da eigentlich auch von einer Leuchtturmveranstaltung sprechen, wenn man weiß, es sind hier weit mehr wie 4.000 am Start, können nur mehr wie 4.000 am Start sein. Angemeldet haben sich 20.000. Es ist eine riesen Community. Es wird vor allem auch gezeigt, für was Tirol unter anderem auch steht. Für schöne Landschaft, aber auch für Bewegung, für Sport. Ja, absolut. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb der Ötztaler Radmarathon das begehrste Radrennen Europas ist. Und das merkt man eben an der Anzahl auch von den Menschen, Gästen, Athleten, die sich jedes Jahr für die Verlosung auch anmelden. Und für uns natürlich auch ein starkes Signal Richtung auch unsere Marke. Wir stehen natürlich auch unter anderem für Sport, für Radsport. Das Thema Rad ist bei uns ganz stark verankert. Neben dem Thema Wandern eines der wichtigsten urlaubsentscheidenden Themen bei unseren Gästen. Und ja, eigentlich Ötztaler Radmarathon neben Tour auf der Alps. Zwei wichtigste Radveranstaltungen für uns. Patrick Krüner sitzt auch bei uns. Derjenige, der seit vielen Jahren hier durch das Programm führt. Patrick, Helmut Drettwer ist da. Ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern. Hat lange geführt und dann kam dieses Problem, wo er sich, kannst du dich noch erinnern, irgendwie gefühlt das Knie verdreht hat. Und das war dann eigentlich der Anfang vom Ende von seiner Flucht letztes Jahr. Das, glaube ich, war das Missgeschick in Natas, oben Richtung Brenner, wo die Bahngleisen drüber gefahren sind. Genau, genau das war es. Das hat da ein bisschen unterschätzt, dass die rutschig waren. Und da hat es eigentlich komplett verdreht. Und da hat eigentlich den ganzen Vorsprung, also diese knapp zehn Minuten, dann durch die leichte Überdehnung des Knies verloren. So, ich muss wieder sofort rausschalten. Und zwar deshalb, weil der Sumi haltet uns immer wieder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf. In dem Fall ist es gut, weil es ist der Goldi und der Grölli. Markus Gröll und Andreas Goldberger bei Christoph Sumann. Was für ein sportliches Line-Up. Markus Gröll, servus. Das erste Mal, wenn du bei Möstnerl dabei bist. Und, wie geht's dir? Ja, es schaut noch gut aus, aber das war schon ein bisschen schnell, glaube ich, für mich. Also am Flachen habe ich schon ganz schön hindrucken müssen, also mit meinem leichten Gewicht, dass ich da mitkomme. Aber du bist ja bergauf Fahrer. Weil ich freue mich dann, wenn es wirklich losgeht unten in Küchenstärze. Küchenstärze war kein Problem, war zum Einfahren, oder? Ja, war relativ locker. Bänder war ein bisschen schnell. Das taugt mir nicht. Das Geschmierte, das taugt mir nicht. Und gleich links an meiner Seite ist auch so ein Bekanter. Ich glaube, du Skispringen hast du, glaube ich, gemacht, oder? Goldberger, dein Name. Ja, ich bin über den Bergislaufer geflogen jetzt. Das ist das Schönste für mich im Öztal am Bergislaufer vorbeifahren. Aber vorbeifahren tut natürlich weh. Du, habt's hier ausgemacht, der Markus und du, dass ihr gemeinsam fahrt, oder hat sich das Sorge gegeben? Nein, er hat schon gesagt, der fährt das erste Mal, er möchte gerne mit mir fahren. Aber er treibt mich aber eigentlich. Nein, ja, ich brauche einen Begleiter. Was ist das? Damals mit dir ein bisschen was alleine zu fahren. Und wie geht's dir? Ja, bis jetzt eigentlich wie immer bist du auf ein Gurt. Aber jetzt wird's interessant. Nein, es ist traumhaft, das Wetter natürlich. Noch nicht zu heiß? Nein, zu heiß ist es mir nicht. Aber die Füße brennen. Die Füße ist schon weg zu heiß. Ja, die Füße kann man das ja gar nicht bezeichnen. Das sind zwei Fäden, die runterhängen. Was tust du? Aber man sieht, Gould ist immer ein kleiner Fotogast. Hast du einen Stress? Nein. Geht's Gas? Geht's Gas? Schaut, der Markus, der Markus will ja gute Zeit. Alles Gute, alles Gute. Wir sehen uns noch. Rasender Reporter. Die beiden, Markus Gröll und Andreas Goldberg, also im Gespräch bei Christoph Suman. Das muss echt hart sein für einen Goldi. Der ist so beliebt, so populär. Ehe auch der Markus Gröll. Aber jeder kennt natürlich den Goldi. Jeder möchte mit ihm quatschen. Jeder will ein Foto mit ihm. Aber, und das ist das Schöne, er hat auch die Geduld. Genau, und das zeichnet halt wieder die Sportler und auch, ich sag mal, die ehemaligen Profisportler aus. Die nehmen sich auch bei so einer Veranstaltung die Zeit, für ein Selfie. Und ich glaube, der Goldi ist auch sehr populär und auch sehr beliebt bei uns in der Bevölkerung. Genau, aufgrund dessen, weil er eben sehr, sehr nah bei ist. Bei uns also zu Gast von der Tirol-Werbung. Kasia Gashurek, zuständig für PR und auch für die Event. Und wie wir schon erwähnt haben, deshalb also eine Punktlandung, dass sie heute hier zu Gast ist. Dass sie sich natürlich diesen Ötztaler ansieht und vielleicht schon der Blick ein wenig nach vor geht. Weil, was haben wir, jetzt haben wir Anfang Juli, August, September und dann Ende Oktober ist der Ski-Weltcup zu Gast mit dem Opening hier in Sölden. Und auch Obergurgl ruft da. Also es wird uns allen nicht langweilig. Nein, absolut nicht. Wir sind eben auch in der Vorbereitung auf die Wintersaison schon. Wie du erwähnt hast, Weltcup-Beröffnung in Sölden. Dann gleich Damen in Gurgl heuer. Und dann eben, weil Andreas Goldberger gefallen ist, Bergisels Skisprung-Turnier in Innsbruck. Also das wird wieder ein eventreicher Winter sein für uns. Ein sehr, sehr eventreicher Winter. Überlebung nebst dem Sport momentan. Es geht zwar auch ein wenig in Richtung Kultur. Ja, für uns, was natürlich eine sehr wichtigere spielt, neben Kultur, Kulinarik natürlich auch. Das ganze Thema Wellness, Genuss, wo wir auch im Sommer, aber auch im Winter sehr stark ansetzen möchten. Und ein sehr wichtiges Thema für uns, wo auch der Ötztaler Radmarathon auch so bildhaft dafür steht, ist dieses Thema Verbundenheit. Also was unsere Gastgeber für die Gäste so auf die Beine stellen, damit sie wie heute ihren großen Traum erfüllen können. Das ist einzigartig, nicht selbstverständlich. Und das muss ich echt auch sagen. Wir wohnen ja sehr, sehr oft in den verschiedensten Beherbergungsbetrieben hier auch im Ötztal. Und das war heute wieder klasse. Völlig egal, wo man frühstückt, man hat strahlende Gesichter bekommen. Einfach eine gute Laune am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, sagen wir. Und das wird hier im Ötztal, aber ich glaube in ganz Tirol und in Österreich sowieso auch vertrieben. Ich sage auf alle Fälle, danke fürs Vorbeischauen. Heute noch einen schönen Tag, vielleicht sehen wir uns ja später noch. Ja, bestimmt. Im Ziel. Dankeschön. Und vor wir in die Werbung gehen, nochmals der Hinweis, in Kürze werden wir informieren, wer führt bei den Herren? Wie schaut es bei den Damen vor allem auch aus, Patrick? Auch da kommen natürlich immer wieder die Fragen herein. Wo ist der oder wo ist sie? Alles das und vieles mehr gibt es bei uns natürlich in den nächsten Stunden, wo uns auch ein ganz großer Desports besuchen wird. Nämlich Bora Hansgrohe-Profi Toni Balzer ist am Weg in Richtung Studio. Und damit verabschieden wir uns nur ein paar Sekunden in Richtung unserer Partnerschaft. Und damit verabschieden wir uns nicht. Und damit verabschieden wir uns nicht. Schönen guten Morgen all jenen, die vielleicht jetzt erst einschalten bei uns bei der Übertragung 42. Ötztaler Radmarathon bei traumhaften Bedingungen. Schaut euch diese fantastischen Bilder an. Für uns fantastisch, weil wir eben uns das zu Gemüte ziehen können, was hier geleistet wird. Und das ist Großartiges. Und vor jetzt dann wieder Michi Nussbaumer und Patrick Grüner plaudern über die Spitze. Und wir wollen eben auch wissen, wer bei den Damen führt. Schalten wir kurz zu Christoph Sommann. Ja, ich bin da immer noch bei der Servicestation, weil jetzt gibt es den ersten Patienten. Der David, wo ist der David her? Ich bin aus Niedösterreich, also Hafning, Bezirk Neukirchen. Und was ist passiert, David? In Innsbruck unten in der Kurve ist mein Schaltzahn hinten gerissen. Und seitdem habe ich zwei Gang gehabt am Brennerhofer. Welcher Gang? Ja, der kleine unten, der kleine. Also und vorhin habe ich eh schalten können. Aber ja, ich bin halt immer noch mit einem Gang mehr oder weniger dahofer gefahren. Aber du bist eine Maschine und bist da mit dem Kruppetto dabei geblieben? Ich bin dabei geblieben, ja. Es tut halt zwar ein bisschen weh, man sieht zwar nicht, aber es tut weh. Bist du zum ersten Mal dabei? Das war das dritte Mal. Ist das echt? Ja. Oder ist das ein Bezockerbüttel? Das ist echt. Das ist echt, ja. 21, 22 und 23. Haut das jetzt dein Plan komplett aus der Bahn oder was nimmst du jetzt noch von? Das habe ich vorgehabt. Jetzt gibt es halt keine Pause mehr. Man muss halt die Rechenschieber verschieben. Ich hoffe, dass du unfallfrei und defektfrei durchkommst. Und danke fürs Gespräch. Danke. David aus Niederösterreich. Danke. Danke den beiden. So schaut es halt aus. Das ist übrigens Janine Mayer, die Führende, die wir da gerade sehen. Ja, und die tut sich oder die macht sich sehr, sehr gut. Die ist mittlerweile im Anstieg Jaufenbars angekommen. Die erste Dame, die auch bei der Zeit im Gasteig durchgekommen ist. Und so viel kann man sagen, die hat ihren Vorsprung ausbauen können auf alle anderen Damen am Brenner. Also ist vor Samantha Arnaudo und Ilse van der Möhren mit einem Respektabstand mittlerweile. Also sechs beziehungsweise neun Minuten Vorsprung. Giulia Portulari, die Italienerin, ist mit 11.58 Uhr Rückstand zurück. Und dann kommt Kathi Rossmann mit gut zwölf Minuten Rückstand. Und da haben wir Alban Lakata. Alban Lakata führt da dieses Feld an. Das Verfolgerfeld. Jetzt hat eh jemand auch geschrieben, wo ist Alban Lakata? Und zwar der Herr Kommissar. Da ist er, der Alban Lakata. Punkt genau. Also fühlt sich gut. Patrick, du hast es heute eh schon in der Früh erwähnt. Hat einige Male auch hier trainiert. Letztes Jahr endlich auf das Podium gefahren. Nur geschlagen. Letztes Jahr von Burke und von Salcher. Was geht da für Lakata heute? Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Man muss jetzt mal schauen, dass man die Ausreißer wieder zurückholt. Man hat jetzt auch gesehen, neben Alban Lakata, Hansjörg Leopold, Jack Burke an der zweiten Stelle, Johnny Hogaland auch schön dabei. Und es wird jetzt das Tempo richtig hochgeschraubt. Also die werden jetzt versuchen, hier am Jaufenpass die Spitzengruppe wieder einzuholen. Und dann sich mal in der Abfahrt nach St. Kleean hat sich wieder zu erholen. Und dann wird die Selektion nochmal neu gestartet Richtung Dimmelsjörg. Lakata, Burke, Johnny Hogaland. Drei, die Tempo machen können. Drei, die technisch gut sind. Drei, die vor allem auch abfahren können. Also da könnte schon was gehen. Aber bitte von euch nochmals die Namen. Die Spitze des Feldes wird angeführt von... Ja, mein Italienisch ist halt nicht so gut. Aber einmal von Stefan Bonanomi, Helmut Tretwa, Tim Bottloga aus Slowenien, Tommaso Elettrico und Riccardo Barbieri. Das heißt drei Italiener? Ein Slowener, ein Deutscher. Okay, drei Italiener, ein Slowene und ein Deutscher führen nach knapp vier Stunden hier bei Mötztaler. Aber die Messen sind noch lange nicht gesungen. So viel, glaube ich, kann man sagen. Drei Stunden wird hier circa noch gefahren an der Spitze. Und für viele andere wird noch bis zu zehn Stunden am Sattel gesessen. Das ist ein beinharter Job. Und sie macht diesen Job bei den Damen momentan am besten, Janine Meier. Genau, und auch die zwei Platzierte, die Samantha Arnaudo, ist jetzt in Gassteig gerade durchgefahren mit acht Minuten und sieben Sekunden Rückstand. Also das schaut für die Janine sehr, sehr gut aus. Hat auch noch einen sehr guten Tritt. Also derzeit sehr souverän vorne in der Damenwertung. Dieser Pass hat natürlich in sich, der steilste ist sicherlich der Kühtei bzw. Dimmelsjoch. Wie würdet ihr den Jaufenpass charakterisieren? Grundlegend sehr rhythmisch. Also er ist ein solider Alpenpass, der sehr, sehr rhythmisch ist. Er hat keine großen Rampen drinnen, sondern es ist mit den Kernen, wo man immer wieder mal rausfahren kann und sich ein wenig erholen. Janine Meier hat da allerdings jetzt doch einen sehr, sehr schweren Tritt. Jetzt kommt mir vor, sie muss da immer wieder ein wenig aus dem Sattel gehen und muss auch zu ihrer Gruppe ein wenig reißen lassen. Man muss das, glaube ich, jetzt auch ein bisschen beobachten da vorne, ob sie da nicht jetzt ein wenig Tribut zahlen muss in ihrem hohen Tempo. Wenn sie klug wäre oder wenn sie es können würde, würde ich ihr vorschlagen, da in die Gruppe reinzufahren, weil sie fährt jetzt da mit fünf, sechs, sieben, acht Meter Abstand alleine dahin. Das ist jetzt natürlich nicht optimal und wie man sieht, sie geht immer wieder aus dem Sattel und versucht, hier wieder ranzukommen, aber geht anscheinend nicht derzeit. Also schauen wir mal, wie sich das hier bei den Damen entwickelt. Ja, da vorne sehen wir uns den Hans-Jörg Leopold an der zweiten Stelle, Jack Berg. Also Johnny Hogaland an der vierten Position. Also die Favoriten alle beisammen. Und ja, das Tempo wird wieder hinaufgeschraubt, die Gruppe wird auch kleiner. Also die haben ein bisschen was noch vor und die werden jetzt natürlich schauen, so schnell wie möglich auch die andere Gruppe bis zum Pass hinauf, zum Jaufenpass einzuholen. So und damit schalten wir ganz kurz in einen Clip und zwar, unser Team war ja gestern unterwegs und hat sich in die Massen gestürzt und mal nachgefragt, was ist denn so eure, deine Erwartungshaltung für diesen Ötztaler? Also ich bin ein Rookie, bin zum ersten Mal beim Ötztaler mit dabei. Was ich mir erwarte ist, mein Traum, wenn man schon von Träumen spricht, ist tatsächlich das Finisher-Trikot zu bekommen. Das heißt, innerhalb von 14 Stunden zu finishen. Ich bin zum zweiten Mal hier, ich war letztes Jahr auch. Es wird bedeutend wärmer als letztes Jahr, denke ich. Und dementsprechend härter, aber dafür ist die Strecke kürzer, weil wir ja die Baustellen nicht mehr haben. Und ich hoffe, unter zehn Stunden zu bleiben. Das Rennen, was auf meiner Bucketliste steht und schon einige Sachen mitgemacht, jetzt Eschborn-Frankfurt, eher so die flacheren Sachen, den Tannheimer mal gemacht. Aber ich wollte jetzt doch mal in die Champions League, einfach mal ausprobieren. Der morgige Tag wird für mich der erste Ötztaler Radmarathon. Ich freue mich schon voll drauf. Ich habe mir die Strecke in den letzten Wochen schon intensiv angeschaut und ich freue mich auf morgen, das Wetter sollte passen und es wird sicher ein lässiger Tag werden. Es wird ein lässiger Tag werden. Es ist ein knallharter Tag, ich glaube, das kann man für die Sportlerinnen und Sportler sagen, aber auch ein schöner und vor allem ein unvergessener. Und die Dame ganz am Anfang hat es erwähnt, ich will mir diesen Traum erfüllen vom finnische Trikot. Ich glaube, es wird nahezu kein Trikot, kein finnische Trikot auf dieser Erde so gern und so stolz getragen wie der vom Ötztaler. Der Ötztaler hat eine 42 Jahre alte Geschichte oder sogar länger. Er ist 42 Jahre oder 42 Mal ausgetragen worden. Es ist eine der Alpenumrundungen, die man damals gefunden hat, wie der Rennradsport populär geworden ist, die man so gut in einem Tag gerade mal bewältigen kann. Diese Runde mit Güte, Brenner, Jaufen und Himmelsjoch, die hat einfach Legendenstatus. Die fährt man im Rennen. Die wird auch immer ganz gerne von vielen Profis im Training gefahren. Es ist eine Runde, die irrsinnig landschaftlich was zu bieten hat und die einen Mythos eben hat. Und da möchte natürlich jeder einmal rundum kommen. Und ja, als arrivierter Marathonfahrer ist es ein Traum, hier zu starten. Unsere Reporter sind ja überall Lisbuschern und Günter Leitgepp werden sich in Kürze dann vom Ziel erstmals melden. Und jetzt meldet sich wieder unser Olympia-Medaillengewinner und ehemaliger Weltklasse-Biathlet und nebenbei auch lustiger Zeit Genosse und Zeuge Christoph Suhmann. Ja, grüß Gott. Servicestation Oakley, Brillenservice. Bei mir ist die Lena und die ist zum ersten Mal dabei. Stimmt das? Genau, so ist es. Was ist deine Aufgabe? Ja, wir sind heute da von Oakley, wir putzen die Brillen, damit die Fahrer wieder einen Durchblick haben, gequält werden, so oder so. Aber dann können wir zumindest die Aussicht wieder ein bisschen genießen. Habt ihr da viel zu tun? Immer, Hände voll. Was pickt denn das alles oben auf der Brille? Puh, ja hauptsächlich Angstschweiß, ein paar fliegen, aber wenn sie es nicht mit dem Mund aufnehmen, dann fängt die die Brille ab. So ein paar Proteine, schaden nie. Und ja, was halt von der Straße aufgegabelt wird. Aber die sind alle freundlich, die Fahrer, hast du gerade gesagt. Super freundlich. Alle bei dem Tag, bei dem Wetter, bei der Veranstaltung, da kann man gar nicht schlecht drauf sein. Helena, gib Gas. Schau, dass die brünn putzt sind, damit die Fahrer einen Durchblick haben. Und sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder. Ja, machen wir. Müssen wir ein bisschen Ruhe reinbringen. Der Summe, vier Stunden und sechs Minuten. Wir warten übrigens in Kürze dann Jonas Holzknecht bei uns. Der musste heute leider aufgeben. So nah liegt eben Freude und Leid beisammen. Hat sich scheinbar ein wenig verletzt oder Probleme am Knie. Das wird er uns in Kürze sagen. Ja, schade, der hat sich natürlich schon einiges vorgenommen. Und das war letztens ja einer dieser starken Tiroler neben Salcher, neben Hagenas, neben La Carta war eben auch er richtig stark. Ja, es gibt viele, die wahrscheinlich heute auch aufgeben müssen. Es sind gut 4.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute an die Startlinie gegangen und alle werden es eben nicht schaffen. Dafür ist die Runde zu schwer. Ja, aber das ist auch die Herausforderung auch für den Amateurathleten, den Hobbyathleten, der 40 Stunden arbeitet, der das Hobby nebenbei macht, der sich eben an seinen persönlichen Grenzen hier ausloten möchte und sich im Rahmen des Ötztaler Radmarathons mit dieser Strecke auch messen möchte. Da werden wir ganz viele erleben, die in ihrer persönlichen Bestzeit ankommen. Da werden wir viele erleben, die gerade durchkommen und die an ihr persönliches Limit gehen. Und da werden wir noch Dramen heute sehen am Timmelsjoch. Du, da schreibt der Runor John oder Runner John, von allen Stationen hätte ich nicht gedacht, dass es eine Brillenstation gibt. Ich warte immer noch auf die Sonnencremistation. Ja, das ist der Ötztaler. Da gibt es nichts, was es nicht gibt. Vor allem gibt es den Sumi und der ist richtig motiviert. Der arbeitet heute hart fürs Geld. Ja, ich habe da gerade meinen Ausfindig gemacht. Das ist nämlich der Armin Neurater. Und der Herr da im gelben Trikot, der ist vor elf Jahren Dritter geworden beim Ötztaler. Und seitdem, und ich kann es kaum glauben, bist du nicht mehr Rall gefahren. Genau, das war von meiner Frau so befohlen, dass ich aufhöre. Und dann habe ich jetzt nach elf Jahren mit einem Stammgast von mir ausgemacht. Ausgemacht, wir fahren zusammen und jetzt sind wir wieder gestartet. Und wo ist der Stammgast? Irgendwo ein bisschen hinter mir. Und du hast gesagt, du hast leichterweil und deswegen können wir auch warten auf deinen Gast. Genau, ich kann warten, ich möchte auch mal das Feld genießen, wie es hinten ist, weil wenn man vorne fährt, dann hat man eigentlich nur die Watt und die Pulse im Kopf und schon gar nichts. Und jetzt kann man das genießen. Und du bist nur mehr zum Spaß gefahren oder nur keine Wettkämpfe mehr gefahren? Nein, ich bin gar nicht mehr gerade gefahren, gar nicht mehr. Ich habe 2012 aufgehört mit dem dritten Platz, das war das letzte Rennen. Und dann sind ich 2000 Kilometer wieder in die Füße, geht ganz gut wieder. No words, das ist ein Ehemann. Was sagt sie da dazu? Ich bin eine gute Frau, deswegen habe ich auch gehört. Hey Armin, alles Gute, ich hoffe, dein Gast kommt gleich. Und dann wünsche ich dir, dass du den Ölstall einmal richtig gescheit geil genießen kannst. Danke dir. Danke. Und dir auch einen schönen Tag. Fertig. Tschüss. Armin Neurath. Unglaubliche Geschichte. Und da sieht man wieder, vielleicht hört ja unsere Carina auch noch zu, die ja immer auch das Frauenthema und zwar zu Recht immer wieder in den Mund nimmt, welche Kraft und Power eine Frau hat. Er durfte nicht mehr fahren, er hat sie ihr zur Liebe gemacht. Und jetzt ist er also wieder aufs Rad gestiegen, als Dritter nicht mehr Rad gefahren. Armin Neurath, der ganz Große seiner Zunft. Genau, auch dazu mal, wo er den dritten Platz erreicht hat, ist er ja für das heimische Team der Sportunion Sporthütte Fiegel gestartet. Auch sehr erfolgreich, ein erfolgreiches Amateur-Team. Und ja, für mich auch sehr überraschend, weil ich habe ihn eigentlich nie gesehen, dass er beim Radl fahren, aber ja, das passt so. Und es freut uns auch, wenn er wieder mal mitfährt. Und ja, Geschichten, immer mehr Geschichten im Peloton. Ich möchte übrigens auch der Arna Bircher mal Danke sagen, die uns auch immer wieder mit Informationen füttert, auch über die Geschichte des Ötztals. Du, weil der Armin jetzt angesprochen hat, 2000 Kilometer ist für diese Vorbereitung gefahren. Ja, da könnte schon ein bisschen mehr gehen, oder? Müsste mehr gehen, außer man hat die Klasse wahrscheinlich von Armin. Ja, natürlich, umso mehr Kilometer, umso einfacher, umso leichter duhst du halt die Runde auch zu fahren. Natürlich, es ist immer auch ein Zeitmanagement. Der Armin hat ein Hotel in Marlstein, also in der Nähe von Ochsengarten. Er ist dort sicherlich voll eingespannt. Also er kommt sicher nicht immer so zum Trainieren, wie er vielleicht möchte. Und schlussendlich ist es ja ein Hobby. Und natürlich, wir sagen immer so, bei den 5.000, 6.000 Kilometer wäre ideal als Athlet, wenn du hier an den Start gehst. Aber es ist natürlich wieder athletenabhängig. Es ist so fantastisch. Es ist unglaublich. Wir sind da mittendrin jetzt in der Masse am heutigen Tage. 4.000, wisst ihr ganz genau, wie viele gestartet sind? 4.400. Und ich habe diese Zahl heute gehört, nahezu 4.400 sind auch angetreten. Ein paar wenige sind krank geworden. So zum Beispiel Dominik Landerdinger, der mehrfache Olympiamedaliengewinner und Weltmeister im Biathlon hat sich in den letzten Wochen nach seiner Knieoperation benibel vorbereitet, wollte unbedingt fahren. Und dann ist das Fieber gekommen und das hält am Landi fest und deshalb also keine Teilnahme. Und alle anderen, die heute auch nicht starten konnten, weil sie möglicherweise nicht fit sind, weil sie erkrankt sind, alles Gute, toi, toi, toi. Wir wünschen euch Motivation, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei sein könnt. Da haben wir jetzt gerade im Bild die Janine Meier gesehen, die Führerin der Damenwertung. Die ist jetzt hier im Kalch, also im Aufstieg zum Jaufenpass. Und ja, sie hat wirklich, glaube ich, müssen wir dann schauen, immer noch so bei den sechs bis acht Minuten Vorsprung auf die zwei Platzierter. Ja, dieses Rennen, glaube ich, bei den Damen, das müssen wir in St. Leonhard neu starten. Da müssen wir mal schauen, wie die Abstände sind. Wir haben es gestern von der vorherigen Siegerin Kathi Rossmann gehört. Ihre Stunden sind die Stunde sechs bis zur Stunde acht. Da spielt sie ihren Vorteil aus. Da hofft sie, dass andere dem Tempo Tribut zollen müssen und vielleicht auch ein wenig leer gehen. Vielleicht mit der Hitze Probleme bekommen. Und das wäre natürlich etwas, was ihr dann in die Karten spielen könnte. Wenn der Rückstand allerdings zu groß ist, dann wird es eine Zitterpartie hinauf. Und das wird eine ganz spannende Sache noch. Ich liebe Sie, diese Bilder. Also, man hat da wieder das Lachen bei diesem freiwilligen Helfer gesehen. Es sind so viele Menschen, die am Gelingen dieser Veranstaltung mitwirken. Man muss sich das mal vorstellen. Gestern beim Riders Briefing wurde eine Zahl erwähnt, die ist sagenhaft. 700 Personen sind alleine für die Sicherheit auf der Strecke verantwortlich, wo natürlich auch die Polizei dazugehört, wo die Feuerwehr dazugehört und viele, viele weitere Menschen. Also, es wird alles Menschenmögliche gemacht, um diesenjenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen großartigen Tag zu bereiten. Ja, und ich sage immer, wenn man die Betreuer und die Familien, die an der Strecke da stehen und den Athletinnen und Athleten dann vielleicht so auch noch eine Flasche geben, dann muss man bei so einem Radmarathon rechnen, dass man bei 4.500 Teilnehmern, auch 4.500 Helfer, die in irgendeiner Art und Weise aktiv an diesem Radmarathon beteiligt sind, dabei hat. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie viele Personen man hier bewegt, die an diesem Ötztaler Radmarathon partizipieren und den zu dieser großen Sache machen, die er ist. Der Sumi hatte ja vorher den, ich glaube, Chefkoch vom Hotel Zentral in Küthe an der Labstation am Mikrofon. Also, da hilft auch jedes Hotel mit, jedes Geschäft mit. Die Vermieter sind natürlich mit dabei, viele Privatpersonen sind natürlich auch mit dabei. Also, ein Tal und du bist aus diesem Tal, Barti, bestätigst du das, wenn ich sage, lebt den Ötztaler? Genau, das ganze Ötztaler lebt den Ötztaler, das stimmt. Wir helfen alle zusammen, das ist auch, sage ich mal, unsere Ötztaler-Mentalität, egal ob das jetzt der Radmarathon ist oder der Skiweldcup, man hilft zusammen, das ganze Tal hilft zusammen und das zeichnet, glaube ich, auch die Veranstaltung aus. Und da können wir sehr, sehr stolz sein, wir haben jetzt da. Und es gibt die Geschichten, die gibt es gefühlt irgendwie nicht. Einer findet immer wieder den anderen, in dem Fall findet die eine den anderen. Der Sumi findet die Dame, die er schon im Kütter interviewt hat. Hey, ihr zwei, was bannt sich da an? Ich frage dich was. Super, ganz viel Vorbereiten drauf. Und stündlich grüßt das Murmeltier, das stündlich grüßt das Murmeltier. Wir haben wieder eine, die haben wir schon gehabt, die Säcke, im Kütter. Schon wieder da, die Säcke, ja genau. Im Kütter getrunken und jetzt gibt es was? Zum Essen. Was ist das? Ein süßer Kuchen. Irgendein Kuchen, eine Sandmasse. Also ich brauche irgendwas, damit ich wieder weiterkomme, damit es mich nächstes Mal beim nächsten Berg wieder erwischt. Ich werde schauen, dass wir dich am Laufen wieder erwischen. Ich bin gespannt, ob es dann getrunken wird oder gegessen wird. Silke, wie geht es dir? Ja, mir geht es eigentlich recht gut. Jetzt wird es langsam warm. Und einfach dranbleiben. Pause machen, ganz wichtig eben, also für mich. Und ja, dann wird das schon was. Vielleicht sehen wir es im Ziel dann auch. Im Ziel sicher. Am Laufen muss ich schauen. Okay, ob ich so schnell bin wie du. Nein, das geht sich schon aus, glaube ich. Ich lasse mir Zeit für dich. Silke, alles Gute, wir sehen uns. Die Silke ist gut drauf, der Sumi sowieso auch. Ist das jetzt ein Trinkmarathon, schreibt Han Neff auf YouTube. In einer gewissen Hinsicht ja. Und da jetzt, Michi, zu dir die Frage. Kann man ein Problem bekommen, wenn man zu viel trinkt hier bei dieser Temperatur? Man kann eigentlich nicht zu viel trinken, aber man kann vielleicht das Falsche trinken. Also man muss schon schauen, was man trinkt, was man zu sich führt. Am besten ein Elektrolytgetränk. Wasser ist immer so eine Sache, geht schon nebenbei auch. Aber wenn man nur Wasser nimmt, dann schwemmt man sich irgendwann einmal aus. Dann sind die Elektrolyte, dann sind die Spurenelemente, die Mineralstoffe irgendwann einmal draußen. Man schwitzt ja auch enorm. Man wird dann wahrscheinlich irgendwie Probleme bekommen mit Krämpfe. Und das muss man vor allem dann zum Schluss raus vermeiden. Also man muss ein gutes Trinkmanagement haben, um den Ötztaler zu überstehen. Und man muss vor allem genug trinken, um eben diesen osmotischen Druck in den Zellen, ich glaube, so heißt es Medizin, ich bin keine Medizin, aber so heißt es, damit man den aufrechterhält, um nicht Wasser einzulagern, aber auch nicht zu wenig Wasser zum Rausschwitzen zu haben und vor allem das Salz im Körper zu haben, damit man dann von Krämpfen verschont bleibt. Und da wird es noch einige geben heute, die sehr stark mit Krämpfen zu kämpfen haben werden am Himmelsjoch. Unglaublich. Auf YouTube alleine und es wird ja auf vielen weiteren Streams übertragen. Momentan über 6.000 Zuseher, wo wir in Richtung zu euch allen Danke sagen. Ihr seid großartig und bestätigt vor allem auch die Motivation von Ötztal Tourismus-Stars in dieser Art und Weise. Und auch mit diesem Aufwand zu zeigen, der Stubi hat das hier geschrieben. Vorher sah man die Verfolger-Truppe rund um Jack Burke, der Titelverteidiger, Defending Champion, der letztes Jahr so spektakulär ins Ziel, im wahrsten Sinne des Wortes, könnt ihr euch erinnern, hineingefallen ist. Ich glaube, es läuft heute auch auf einen solchen Showdown raus. Wir haben zumindest mit Tommaso Electrico, dem Italiener, einen doch ambitionierten Fahrer für die Gesamtwertung vorne mit dabei. Das ist für mich schon so ein Mitfavorit, aber der Rest ist hinten und die werden natürlich dann schauen, dass sie dieser Spitzengruppe näher kommen. Und dann hat es ja den großen Showdown am Himmelsjoch gegeben. Ich glaube, dass sie sich dann auch irgendwann einmal in der Mitte des Hanges zerfleischen werden. Und dann fährt man eben das, was noch drinnen ist. Und die große Frage derzeit ist einfach, was bleibt noch drinnen und was kann man sich sparen, dass das dann noch drinnen ist. Also Kräfte sparen, haushalten, andere fahren lassen, aber den Abstand nicht zu groß werden lassen, das ist jetzt auch am Offenpass die Devise. Jede, jeder hat so seine Geschichte an diesem Tag. Und wir erzählen viele von diesen Geschichten. In Kürze geht es bei uns im Programm weiter. In Kürze geht es bei uns im Programm. Das sind also einige der Partner dieser Veranstaltung. Ötztal, Sölden, der Ötztaler, 42. Auflage. Und wir sind mit dem und mit der Kamera, wo? Vielleicht kann uns die Regie sagen, ist das momentan sogar der Führende? Wir sind am Jaufenpass. Das ist der Führende, ja, richtig. Während uns da logischerweise das Bild immer wieder auf dieser Position ein wenig einfriert. Das ist übrigens unser Studio hier, wo wir uns befinden. Michi Nussbaumer, Bartek Grüner, beide ausgesprochene Radsport- und das meine ich positiv-Freaks-Canada-Szene, unterwegs selber auch. Viele Rennen schon mitgefahren. Ein anderer, der ist draußen, ist auch schon ein paar Rennen gefahren als Langläufer, Biathlet, aber auch als Radfahrer Christoph Summann. Ich habe einen ganz speziellen Gesprächspartner, nämlich der Charlie aus dem Ötztal. Ja, servus. Du bist wie lange schon dabei? Ja, schon 30 Jahre. Über 30 Jahre machen wir das so schon, ja. Und immer an der Labestation? Immer an der Labestation, ja. Das ist so gemütlich, und das passt allem super gut. Gute Leute haben wir da, dann können wir aber auch ein Wein trinken, das ist ja ganz optimal. Ja, das gehört dazu, aber erklären wir das für den Nichtswissenden. Du, als Ötztaler, du kommst dir viel leichter und viel weniger weit ins Kühltei an der Labestation. Warum am Brenner? Ja, weil am Brenner sind wir das gewöhnt gewesen da, und da werden wir immer bleiben. Da sind die Leitgolzbeere, es ist ja eine wunderbare Gesellschaft da, da gehen wir nachher mal ein Glas trinken, nachher blassen wir nachher noch an und danach singen wir noch ein bisschen. Ah, singen tust du auch noch? Kannst du mal geschwindet ein Gestanzel singen? Ja, halt singen. Ich werde jetzt mal eine ganz super Heidi singen. Ja, passt. Da bin ich gespannt. Ja, doch, nachher machen wir das. Eins, zwei, drei, vier. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge, Heidi, Heidi, denn dort oben bist du zu Haus. Dunkle Tannen, grüne Wiesen im Sonnenschein, Heidi, Heidi, brauchst du zu glücklich sein. Und jetzt nadeln wir. Heidi, Heidi, komm doch heim, find dein Glück, komm doch wieder zurück. Dankeschön. Danke dem Charlie. Dahinter sind wir übrigens Katrin Brugger, eine der Führenden in der Tiroler Wirtschaftskammer, die verheiratet ist mit einem Söldner, mit Christoph Brugger, mehrfacher Tiefschnee-Weltmeister. Das ist sie, die Verfolgergruppe. Jack Burke, hier der Führende bzw. der Sieger des letzten Jahres aus Kanada. In 41 Jahren war er letztes Jahr der erste Kanadier, der dieses Rennen für sich entscheiden konnte. Ja, wir sehen jetzt hier wieder die Spitzengruppe. Die sind jetzt schon aus dem Wald heraus. Die sind jetzt auf die letzten Kilometer zur Passhöhe des Jaufenpass. Die werden gleich mal, ich schätze mal, in fünf bis sieben Minuten oben sein. Enormes Tempo wird jetzt gerade vorgemacht. Also das ist schon, ja, es geht jetzt richtig zur Sache. Wir haben zuerst den Hans-Jörg Leopold gesehen mit dem Jack Burke, die zwei zusammen. Und ja, die Spitzengruppe. Ja, die Spitzengruppe ist möglicherweise total dezimiert. Da ist einer, glaube ich, da sieht man ihn vom restlichen Feld, also von den restlichen Leuten in der Spitzengruppe davon gefahren. Für uns natürlich immer wieder schwierig herauszufinden, wer ist es, aber spätestens am Jaufenpass werden wir das dann erklären können. Übrigens, Siegerzeit so rund um sieben Stunden. Ganz wichtig für all jene, die momentan am Livestream dabei sind, weil viele schreiben, wann ist die Zielankunft. Super Übertragung schreiben da auch viele, ja, ganz genau. Und diese Übertragung, die wird dann vor allem auch über das Himmelsjoch herunter eben nach Sölden großartig sein. Da wird es kein Funkloch geben. Da wird vor allem natürlich auch der Hubschrauber wieder im Einsatz sein. Und viele, viele weitere Kameras. Also es zahlt sich aus. Und ein anderer schreibt zum Beispiel, zuerst schaue ich mir den Ötztaler an. Und danach die Tour und apropos Tour de France. Wir erwarten um, ich glaube, circa 12.30 Uhr wird es soweit sein, Doni Balza. Auf den freue ich mich ganz besonders. Der kann uns dann auch ein bisschen was erzählen von Hindli, der ja im gelben Trikot einen Tag war, von Emo Buchmann und Co. vom Team Borahansgrohe. Jetzt gehen wir aber rein in diese Verfolgergruppe. Ja, und er spielt das Ganze natürlich jetzt in die Hände, wenn das da vorne zerfällt. Die sind jetzt einzeln unterwegs. Hinten arbeiten wir sichtlich zusammen. Also Heli Trett war da ganz vorne, macht das Tempo und versucht hier diese Gruppe heranzuführen. Also es schaut ganz danach aus, als würden die da schön langsam näher kommen. Und da sehen wir jetzt von oben, vom Jaufenbas hinunter auf den Führenden hier. Und ich glaube, das ist... Eletrico. Tommaso Eletrico, der Italiener, der sich hier absetzen hat können. Er ist der Führende des Ötztaler Radmarathons hier am Jaufenpass. Und da geht es jetzt, glaube ich, noch gute zwei Kehren rauf. Das schaut sehr gut aus, was der fährt. Nicht nur vom Tempo, sondern auch vom Spin, den er hat. Also tolle Trittfrequenz, sehr, sehr stark. Genau, du sagst es mich. Extrem stark. Also das, was wir jetzt hier da sehen, der hat jetzt richtig Power am Pedal. Und zum Eletrico Tommaso kann man schon sagen, er war einmal schon Zehnter, letztes Jahr war er Siebzehnter. Also das ist schon ein ausgewogener Bergfahrer, der weiß genau, was auf ihn zukommt beim Ötzi. Und ja, wenn man das schaut, extrem schnell unterwegs. Also das ist jetzt natürlich schon eine gefährliche Situation. Und da muss jetzt hinten die Gruppe natürlich schon zusammenarbeiten, wie du es gesagt hast, dass sie den wieder einholen. Der Lieder, Dommaso Eletrico. Lässiger Name, Elektrico. Aber das Italienisch, da muss ich noch ein bisschen üben für das nächste Mal. Ja, alle, alle. Aber auch das ist geplant für die kommenden Jahre, was gestern schon unglaublich funktioniert hat. Also zum Beispiel beim Riders Meeting gab es Simultanübersetzung in Italienisch und in Englisch. Und auch das ist angedacht, dass es in den kommenden Jahren vielleicht sogar einen eigenen Stream auf Englisch und auf Italienisch geben wird. Da sind sie Vorreiter, die Ötztaler. Das muss man ganz eindeutig sagen. Und das ist nicht irgendwie Honig um den Mund, sondern das ist, man kann das, glaube ich, unterstreichen, Fakt. Du als jemand, der bei so vielen Events dabei ist. Das Schöne beim Ötztaler Radmarathon ist, man äußert Wünsche auch aus der Produktion. Und man findet ein offenes Ohr in der Organisation, im Tourismusverband. Und ja, er ist, glaube ich, oben. Das ist die Zeitmessmatte hier am Jaufenpass. Und der Abstand ist groß. 4,620, da wurde sie jetzt ganz langsam, die Stimme von Michi Nussbaumer. Und ein wunderschöner Punkt da oben, der Blick auf die eine, auf die in dem Fall linkgesehene Seite nach, Richtung Tirol, runter Richtung Sterzing und der andere Richtung Basaiatal. Ja, vom Jaufen geht es dann wirklich runter nach Sankt-Lehrenhardt. Das ist dann auch ein bisschen eine sehr lange Abfahrt, aber auch eine sehr gefährliche Abfahrt. Da sind die Kurven, die was extrem zumachen. Und wenn man da schon ein bisschen müde ist und einmal vergisst, das Fahrrad richtig zu bremsen, kann es natürlich sehr eng werden oder auch gefährlich zu stürzen kommen. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen in der Abfahrt. Und ja, die Athleten haben jetzt schon sehr viel hinter sich von der Strecke. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Da ist der Führende. Und er ist wenige Meter unter der Passhöhe. Taktisch kann man sagen, der hat alles richtig gemacht. Die Spitzengruppe war ihm anscheinend am Pass hier ein wenig zu langsam. Und er hat das Tempo angezogen. Das ist das, was er eigentlich in der Situation machen muss. Bei GAP werden sie ihm nicht viel näher kommen. Und der muss jetzt versuchen, mit diesem Vorsprung, den er hat, nach Moos zu kommen und im Timmel mit dem ganzen Haus zu halten. Du, übrigens, da ist eine Frage reingekommen, beziehungsweise bitte in Richtung unserer Regie, Daniela Mayer. Servus in die Runde. Bitte einmal ein Bild oder eine Video-Einblendung von der Startnummer 1312. Broom. Ich bin extra aus Deutschland mit meinem Bruder mitgereist und möchte sein abgekämpftes Gesicht sehen. Schwierig natürlich, jeden Einzelnen da ins Bild zurück. Aber wir probieren unser Bestes. Man muss sich das vorstellen. Inzwischen sind knapp 20 Kameras auf der gesamten Strecke verteilt, inklusive Hubschrauber, inklusive Drohne und inklusive dieses Auto, was wir hier sehen, wo eine eigens montierte Kamera am Dach dabei ist. Eine 360-Grad-Kamera, mit der wir tolle Bilder einfangen können, vor allem auch jetzt und auch später noch am Timmelsjoch. Wir werden immer wieder mit diesem Fahrzeug auf- und abfahren, um eben diese Bilder der Masse ihnen zu Hause näher zu bringen. Das, was den Ötztaler dann eigentlich ausmacht. Wir versuchen jetzt natürlich, das Rennen zu bringen, das Rennen zu liefern, den Kampf um den Sieg zu bringen. Aber es ist dann lange noch nicht dabei und wir sind nicht nach acht Stunden weg, sondern wir tragen heute 15 Stunden lang. Und die letzten Stunden, die gehören der Masse, die gehören all denen, die diesen Ötztaler Radmarathon finishen und hier in Sölden wieder ankommen. Das ist, glaube ich, das, was diesen Marathon ausmacht. Das ist das, was wir transportieren möchten und ist das, was auch den Radmarathonsport ausmacht. Masse jeder Männer, viele, viele Teilnehmer, die dann zufrieden bei uns wieder hoffentlich ankommen. Das ist ein Teil der Verfolger. Und zwar verfolgen Sie genau diesen Mann. Der bekommt momentan diese fantastische Stimmung am höchsten Punkt des Jaufenpasses mit. Er führt also aus Italien, Domaso Electrico. Ist das möglicherweise auch der Siegername beim 42. Ötztaler Radmarathon? Noch hat er einige Kilometer zu bewältigen. Vor allem hat er noch die Rampe, die Wand vor sich namens Dimmelsjoch. Genau so ist es. Dimmelsjoch, 29 Kilometer, über 1000 Höhemeter. Also da geht es nochmal richtig steil berghoch, bis über 2500. Also da ist jetzt schon einiges noch zu bewältigen. Der Führende ist jetzt in der Abfahrt hinunter. Wir haben auch schon die Zwischenzeiten. Zweit- und Drittplatzierter, die sind zusammen. Riccardo Barbieri und der Slowene Tim Potloga. Die waren zusammen mit circa 1,10, 1,15 Rückstand hinter dem Führenden. Und da sehen wir jetzt die nächste Verfolgergruppe mit Johnny Hogorland, Alman Lacata, Hans-Jörg Leopold. Also da sind jetzt wirklich die Crème de la Crème da jetzt drinnen. Schlägt das italienische Imperium heute zurück. Seit 2017 gab es keinen italienischen vollen Erfolg mehr hier beim Ötztaler. Und momentan auf 1 und 3, zwei Italiener an der zweiten Stelle, ein Slowene. Es schaut ganz danach aus, dass diese nicht-italienische Siegesserie heute bricht und Italien möglicherweise wieder einen Sieg einfährt hier beim Ötztaler Radmarathon. Zweimal hat Nodegger gewonnen, das war 18 und 19. Johnny Hogorland hat gewonnen 2021 und 2022 außer Kanada. Jack Burke. Ja, und da hinten hat man jetzt auch die Situation erkannt. Und man drückt ja aufs Tempo. Und diese Verfolgergruppe, weil vom Hauptfeld ist nicht mehr recht viel übrig, aber diese Verfolgergruppe mit allen Favoriten, mit den eigentlichen Favoriten, die da drinnen sind, mit Jack Burke, mit Johnny Hogorland, die müssen jetzt fahren. Und die haben jetzt hier das Tempo angezogen und machen sich jetzt auf die Verfolgung von Tommaso Elettrico, dem Italiener, der jetzt voran ist, der sich bereits in der Abfahrt befindet, in Richtung St. Leon hat. Und das sind schon einige Minuten, die hier aufgegangen sind. Der Timmel, der ist lang, aber der Abstand, der ist mittlerweile auch durchaus groß. Und es läuft alles auf hier einen großartigen Showdown hinauf. Und wir freuen uns, glaube ich, dass wir das übertragen dürfen. Und da geht man sogar noch einmal aus dem Sattel, um hier noch Sekunden gut zu machen, hier auf dem Anstieg. Bei den Damen Janine Mayer vor Samantha Arnaudou, Ilse van der Möhren aus Belgien und an der vierten Stelle die Titelverteidigerin Katharine Rossmann. Rückstand 12,52. Das war bei der Zeitnehmung Gassteig und am Jaufenpass also bei den Herren in Führung. Und Dommaso Elettrico an der zweiten Stelle dann Barvieri, 1,10 zurück auf 3. Tim Bodoglader, Slowene 1,14. Und Stefano Bonanomi hat einen Rückstand als Vierter von 1,57. Und dazwischen als Fünfter ist der Helmut Rettwan noch unterwegs. Und der Johnny Hogaland ist auch jetzt gerade drüber. Und die Verfolgergruppe, die hat jetzt genau drei Minuten Rückstand auf den Führenden. Und da will ich jetzt nachfragen und nachhacken. Was bedeuten diese drei Minuten? Vor allem sprechen wir mal, wie lange ist das Rennen noch? Nicht nur in der Zeit, sondern auch an Kilometern, Männer. Das Rennen ist noch einen Timmelsjoch lang und diesen Anstieg dann zur Maut drauf. Das ist das, was der Ötztaler bei denen noch hergibt. Und wir wissen, wie der Timmel zu fahren ist. Der schmiert sich mal nach Moos rein. Dann stellt er sich auf bis zum Speckmichel, bis zur Labe. Und dann kommen diese wilden Kernen hinauf in Richtung Passhöhe. Da sehen wir übrigens Flo Neuschwand, der hier sein erstes Radrennen fährt. Flo macht dir dein Trikot zu. Da verbrennst du noch mehr Kalorien hier hinauf. Ich bin gespannt, was er sagt nach dem Ötztaler. Wie es ihm geht, wie es ihm gegangen ist. Weil er ja, ich glaube, mit der Ausdauer überhaupt kein Problem hat. Mit der Ausdauer hat der Flo kein Problem. Und mental hat er auch kein Problem. Aber es ist natürlich extrem hart. Wobei für mich hat er das Härteste schon heute überstanden. Am Anfang, wenn man noch nie ein Rennen gefahren ist. Das ist das erste Radrennen in der Geschichte von diesem Laufgenie, von diesem Ultramarathonläufer. Und dann fährt er mit einem Grubetto von 4.400 Teilnehmern da von Sölden Richtung Längenfeld. Ich würde es mir nie trauen. Ja, auf der anderen Seite ist der Flo ja auch ein Spitzenathlet. Er ist ein Wettkampftyp. Natürlich muss man es unterscheiden zwischen Radfahren und Laufen und so weiter. Aber ich glaube, da hat er, glaube ich, weniger Probleme. Wie ich sage jetzt einmal, ein Hobbysportler, der wirklich zum ersten Mal in so einer großen Masse unterwegs ist als Sportler. Ja, also ich glaube, das hat ihn jetzt, glaube ich, nicht so schlimm beeinflusst. Okay, und vom Flo zum Sumi. Ja, ich habe ein super Bild für euch. Ich habe einen Fahrer, der unterstützt wird. Das wird nie mehr an, das wird der Moritz sein. Ja, dann habe ich... Nein, Moritz ist mein Bruder gelöst. Alles klar, okay. Okay. Eine eigene Geschichte, aber für ihn fahrt es hier. Für den fährst du. Du bist die Freundin. Das ist die Schwester. Das ist der Papa. Und das ist die Mama. Und du bist der? Laurin. Und wie geht es dem Laurin? Heute nicht so gut, gell? Aber schönes Wetter und ja. Aber du willst auf jeden Fall ins Ziel fahren? Auf jeden Fall, ja. Und die ganze Familie ist dabei. Wie wichtig ist dir das? Das ist sehr wichtig, doch. Hilft auch. Und ja, das ist gut. Deswegen lassen wir dir jetzt noch ein bisschen Zeit mit der Familie. Dann steigst du das Radl und kommst gesund nach Sölden. Und dort sehen wir uns vielleicht, gell? Alles klar. Das ist auch eine der Schüssten hier bei diesem Ötztaler. Die Familie fährt also da für den Moritz alles Gute. Und ja, viel Kraft der Familie. Vor allem auch gar viel Zusammenhalt. Vor wir jetzt zu den Highlights schalten. Zu den Highlights der letzten Stunde. Nochmals zu Patrick Gröner. Ja, ich habe gerade ein bisschen wieder die Ergebnisslichen angeschaut. Daniel Federspiel ist noch in der Gruppe von Jonny Hagerland. Aber was sehr interessant ist, Jack Burke ist circa 15 Sekunden hinter Jonny Hagerland der Gruppe. Also er hat abreißen lassen müssen. Also ist auch sehr interessant, ob es der Jack jetzt in der Abfahrt aufholen kann, wieder aufschließt und dann Richtung Moos mit den Favoriten mitfährt. Also Jack Burke hat da scheinbar so seine liebe Not. Was heißt das vor allem auch in mentaler Hinsicht? Er weiß, da ist Elektrico Domaso knapp drei Minuten vor ihm. Und er verliert momentan auf diese Verfolgergruppe 15 Sekunden. Könnte das der Anfang des Endes sein, seines Traumes hier den Titel beim Ötztaler zu verteidigen. Und während wir hier diese Bilder von der Abfahrt sehen, dürfen wir hinein schalten auf die Highlight-Bilder der vergangenen Stunde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Gruß von unserem gesamten Team an alle, die momentan beim Livestream dabei sind. Und das sind Tausende und Abertausende auch ein Gruß hinaus nach Sölden, wo drei Videoleinwände aufgestellt worden sind und hunderte Menschen überall vor den Videoleinwänden versammelt sind. Und jetzt eingetroffen derjenige, der das alles seit vielen Jahren inszeniert. Martin Böckle, lieber Martin Böckle, der ist so nebenbei auch Freund. Just wow. Ja, mega. Also mehr kann man nicht mehr sagen, ich inszeniere es nicht. Wir haben ein Konzept gemacht zu dritt. Oder mit dem Dominik Kuhn gemeinsam. Peter Hertramf war da mit dabei. Aber die, die das inszenieren, die sitzen eigentlich ganz unten im Bus. Das sind zwei Personen, die haben ihre Freude. Ich wollte noch was zum Jack sagen. Zum Berg. Wir haben heute schon geredet. Der Jack, der ist aus dem Team gefallen im vergangenen Jahr bei Felbermaier. Dem wurde der Vertrag nicht mehr verlängert. Er selber schuldet ein bisschen. Er hat gepokert. Und deshalb hat er heuer ganz wenige Rennen. Also der, das könnte wirklich genau der Punkt sein, wo der Jack wahrscheinlich seine Probleme haben wird. Und dieser Electrico Tommaso, der ist richtig heiß. Der hat zwei Helfer dabei gehabt. Die haben ihn hinaufgezogen. Die haben das Tempo gemacht. Er ist zum richtigen Zeitpunkt weggegangen. Und drei Minuten, wenn er da in den Anstieg kommt, Timmelsjoch, das ist sehr, sehr viel, Stefan. Von dir, Martin. Ganz kurz, während wir hier den Red Bull-Bogen sehen, wo eben auch die Zeit ausgelöst wird, zu Christoph Suman. Ganz schnell und kurz. Das willst du nicht wissen. Ich bin am Ende. Aber ich muss noch warten bis zum Ende. Dann brauchst du ein bisschen Zeit. Du brauchst die Zeit. Nimm dir die Zeit. Jetzt habe ich gerade die Verbindung verpasst. Du bist die Anke. Ja. Du bist die Anke. Und du sagst, du bist? Fertig. Aber das Rennen ist noch nicht fertig. Nein. Das ist nicht einmal die Halbzeit noch. Ja, übel. Aber ich schaffe es. Ich bin guter Dinge, dass ich es schaffe. Du sagst, du bist fertig. Du schaust aber nicht so aus. Du schaust nämlich großartig aus. Nein, aber bist du goldig. Nein, ich war eigentlich nach der Güte schon kaputt. Ich sage dir, jetzt geht es leicht bergab bis Sterzing. Und dann kommt nur mehr der Jaufen. Und dann nur mehr das Nimmersjag. Also, bitte. Ja, schaffe ich. Wird geil. Danke. All the best. Du schaffst es. Ich schupf dich jetzt an, okay? Ich schaffst es. Servus. Können Sie da auch da auch. Eine sympathische Art hat der Christoph Zuhmann. Sportlich war er sowieso eine Ikone. Menschlich, wie wir da immer wieder erleben auch. Ja, herrlich. Was wir da sehen, wie Sie herauffahren. Ich meine, das sind die ersten 100. Das sind die allerbesten, die da heraufziehen. Es wird jetzt dann bald in wenigen Minuten auch die Janine Maier bereits hier im Anstieg Richtung Jaufenpass heraufkommen, während die anderen in der Abfahrt drin sind. Und ja, es ist sehr spannend. Ich habe ja heute schon oft darüber geredet. Ich sehe da in dieser Gruppe der ersten zehn, sind wir mal gespannt, wie Hogerlein es angelegt hat, was er noch zulegen kann. Dann für mich der Tim Bodlogar. Den habe ich vor zwei Wochen begleitet, eben bei der Dolomiten Radrundfahr beim Superdolomiti. Der war zeitlang bis hinauf ganz, ganz stark, aber dann ist er auch abgehängt worden. Also momentan sehe ich den Italiener ganz weit vorne. Und ja, unbekannte Hogerland, wie kann Federspiel möglicherweise noch einmal zulegen. Du hast es eh hier genau im Ergebnis. Du sagst, Martin, es ist in der Gruppe von Jonny Hogerland der Hansjörg Leopold, Anton Schiffer, Alban Lakata, Manuel Senni, Alessandro Fangioni, René Bama, Daniel Federspiel, Peinlich Moritz, also die sind alle in der gleichen Gruppe unterwegs. Also die Favoriten sind da wirklich beisammen. Und der Jack Berg hat einen leichten Rückstand, wo er aber immer sagt, er könnte es auch in der Abfahrt, wenn er ein guter Abfahrer ist, wieder aufholen. Absolut, also man kann natürlich da bei der Abfahrt einiges aufholen, aber da sehen wir ihn schon wieder, er ist schon unten Richtung Barseillertal, er ist in den letzten Kehren drin, er kommt dann nach St. Da ist sicher auch viel los, also da wird eine Riesenstimmung unten sein. Jetzt sind wir so richtig drin, Stefan. Da geht es dann rechts weg und da ist dann eine eigene Kamera von uns auch positioniert. Ich glaube, Marvin Smith ist da erhöht dann und da werden wir fantastische Bilder bekommen. Also, Electrico Domaso, der beherrscht sein Gerät, das sieht man, also das ist ein Könner seines Faches und bin gespannt, ob er möglicherweise sogar seinen Vorsprung ausbauen kann. Nachteil natürlich hat es niemanden, wo er in den Windschatten kann. Genau, wir müssen vielleicht auch dazu sagen, es ist eine Rad-Marathon-Veranstaltung, ist kein UCI-Rennen, das heißt, dort gelten natürlich verschiedene Regeln, zum Beispiel eben auf den Lenker hinaufliegen ist verboten und so verschiedene Sachen. Das gilt hier nicht, gibt im Grunde genommen keine besonderen Regeln, es gilt halt die Straßenverkehrsordnung. Vorne ist aber natürlich abgesperrt alles und deshalb sieht man halt im Rad-Marathon-Sport oft einmal ein bisschen anderes, wie dann bei den absoluten Profis. Ich suche meinen Papa Wout van Güle, er wurde zuletzt im Interview an der Lab-Station gesehen, aber wir sehen hier die führende Dame und das ist Janine Mayer aus Köln, die Deutsche, die doch mit einem beträchtlichen Vorsprung bisher das Feld angeführt hat, also die ist sehr, sehr stark unterwegs. Ja, die hatte vorher acht Minuten, jetzt bin ich dann gespannt, welchen Vorsprung sie dann oben am Jaufenpass hat. Ist das möglicherweise dann schon die Titel-Vorentscheidung bei den Damen? Ja oder nein? Aber da wartet noch das Dimmelsjoch, da wartet dann vor allem auch vor der Mautstation ein weiterer Anstieg und da warten viele Kilometer an Abfahrt. Ja, Janine Mayer habe ich über viele Jahre begleiten dürfen bei den Rennen. Sie hat den Highlander Radmarathon dominiert, sie hat den Kitzbühler Radmarathon in souveränster Weise gewonnen. Sie kann es wirklich in einer ganz starken Männergruppe zum Beispiel unterwegs sein und die Männergruppe auch anführen. Also die fährt vor, die macht da das Tempo und das ist eine Sportlerin, die sich in diesem Jahr ausschließlich auf diese Veranstaltung, auf den Ötztaler Radmarathon fokussiert hat. Ralf Denk schreibt gerade. Oh, super Ralf, schöne Grüße von dir. Das ist noch Radsport, wie er sein sollte. Er, der große Chef. Übrigens Ralf, dein Buch ist großartig. Ralf Denk hat ein Buch geschrieben und das müsst ihr euch unbedingt kaufen als all jene, die Radsport begeistert sind. Ganz, ganz lässiges Buch. Ja und er schaut uns hier von der Tour de France aus zu. Jay Hinley an der tollen dritten Position momentan, also es läuft super für das Team von Bora Hansgrohe. Ja und der Ralf, das wäre einmal für ihn so eine Herausforderung wie, der könnte mit dem Carsten Mikkels, kann er da die Runde drehen, mit dem Obmann-Bruckmüller, also die würden da schon herauffahren. Ja, Emo Buchmann ja auch großartig unterwegs bei der Tour de France. Also schöne Grüße nach Frankreich, von Frankreich zurück wieder über das Studio hier im Ötztal auf die Strecke zum Jaufenpass zur Führenden. Janine ist da oben angekommen, das ist sie oben am Pass, gewaltig. Sensationell. Also jetzt haben wir auf dem Pass viele Zuschauer auch oben. Also die fährt da wirklich ein super, super Rennen bis jetzt. Da bin ich echt gespannt, wie dann der Zeitrückstand der zweiten und drittplatzierten ist. Also schaut super aus und ja, ihren Wegbegleiter, dann hat sie schon wieder mal abgehängt. Ja, hat sie abgehängt. Besonderer Moment auch für die Janine. Sie hat damit den dritten Anstieg hervorragend genommen, nach dem Küthei in Führung gelegen, am Brenner in Führung gelegen und jetzt am Jaufenpass in Führung ist sie und nimmt jetzt die Abfahrt in Kürze in Angriff. Ich muss jetzt ganz kurz in Richtung der Regie nochmals fragen, habt ihr es jetzt vorher nicht verstanden, was mir Daniela Mayer gesagt hat. Jetzt habe ich es gehört zum Christoph Sumer, bitte. So, jetzt sind wir. Hey, ich habe den Moritz aus Frankfurt und der hat mir gerade gesagt, seine Mama wird sich freuen, wenn sie ihn live im Stream sehen wird. Stimmt das? Auf jeden Fall. Hallo Maria. Du, bist dufrieden? Ja, bis jetzt auf jeden Fall. Also ich hätte es mir vielleicht noch ein bisschen schneller vorgestellt für mich, aber ich sage mal, die Höhe und die Temperatur merkt man schon. Aber ist okay. Okay. GoPro dabei, Handy dabei, top ausgerüstet. Es wird ein Aftershow-Movie oder nur für dich privat? Ja, nur für mich privat. Ich muss ja die tollen Ausblicke hier festhalten und das Erlebnis. Genau. Dann halte fest. Wir halten an dir fest und wir sehen uns in Sölden. Moritz, alles Gute. Danke. So, Philipp Falkner ist jetzt bei uns eingetroffen von der Bergbahn in Sölden. Auch begeistert von diesen Bildern. Ja, Philipp, der Radsport bei euch spielt natürlich eine gewaltige Rolle, was sich da auch bei den Gondeln, ich war da selber dabei bei der Firma Doppelmayr und habe mir das angeschaut, was sich da bei den Gondeln auch in den vergangenen Jahren getan hat. Das ist das erste Sahne. Ich grüße euch auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, bei euch im Studio zu sein. Wir haben so einen tollen Tag, was wir da wieder haben, wo wir uns jetzt toll blenden, präsentieren. Und auch deine Frage, ja, bei den Gondeln geht immer sehr viel ab. Heute natürlich ein bisschen ruhiger, weil alle auf dem Straßenradl-Trips sind. Aber sonst sind sie natürlich alle immer sehr, sehr viel bei uns beim Downhill, was uns sehr freut. Das ist ja der Prokurist, also der Bergbahner hier in Sölden, Philipp Falkner. Ja, Philipp, der Ötztaler natürlich eine Leuchtturm-Veranstaltung für euch, aber da gibt es auch andere Veranstaltungen. Wir haben heute schon mal ganz kurz über den Skiweltcup gesprochen, der Ende Oktober dann wieder mit dem Opening zu Gast sein wird bei euch. Wie laufen da die Vorbereitungen? Ich habe gerade einmal gesehen, da gibt es schon die ersten Organisationssitzungen. Genau. Also wie schon gesagt, der Weltcup findet heuer zum 30. Mal bei uns statt. 1993 das erste Mal, 2023 jetzt das 30. Mal. Ja, die Startvorbereitungen im kleinen Kreis, besonders um ein Easy-Grüner. Und unser OK-Team ist natürlich schon gestartet. Wir werden uns auch überlegen, was wir zusätzliche Sachen machen können, um eben ein würdiges 30-Jahre-Jubiläum zu feiern. Was ist geplant? Ihr seid ja immer auch da Vorreiter mit Konzerten, mit DJs, mit Live-Übertragungen. Ihr wart die ersten, die zum Beispiel seinerzeit auch das Fan-TV eingesetzt haben. Gibt es da Ideen für das 30-jährige Jubiläum? Ja, es gibt Ideen, die sind noch nicht ganz konkret. Wir haben nächste Woche die finale Sitzung im kleinen OK-Team rund um Jack Falkner und mir und ein Easy-Grüner und ein Ernst Lorenzi. Und dann werden wir da das ganz genau besprechen und eintüten, was wir mehr machen als sonst. Aber es wird qualitativ hochladig. Martin, du hast heute schon mal erwähnt, auch dir in der Übertragung ist wichtig, dass zum Beispiel viele Damen bei der Übertragung dabei sind, was mir jetzt zum Beispiel da auffällt. Sölden setzt auf junge Kräfte. Auch das, glaube ich, ist wichtig, dass also da auch ein junger Geist mit einwirken kann. Absolut. Ich glaube, unsere Jugend und die Erfahrenen ergänzen sich in Sölden absolut gut. Und somit kann man einfach auch immer im Lied bleiben, was teammäßig wichtig ist und dass wir immer am Fortschritt und am Laufpass bleiben. Die Chefin der BR-Abteilung der Tirol-Werbung hat heute auch das Rennen in Obergurgel angesprochen. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, hat sie ganz kurz von einem Damenrennen gesprochen. Ist natürlich nicht so, sondern es wird der Herrenslalom stattfinden. Genau, also das möchte ich auch noch korrigieren. Und wir sind danach auch von Sölden aus sehr stolz, dass wir auch in Gurgel heuer ein Rennen haben, weil das einfach im Hinternetzteil die Schneekompetenz und die Schneesicherheit widerspiegelt. Und wir hoffen, dass da ganz, ganz viele Rennläufer und auch Fans die ganze Zeit in Sölden immer wieder vorbeischauen und auch in Gurgel. Elektrico, Domaso, der Führer. Schön gesagt. Schön langsam nähern wir uns den Namen richtig an. Oliver Schwarz hat uns geschrieben, er hat nur einen Elektromotor, der Elektrico, der also hier führt. Ja, in souveräner Manier, bevor ihr zwei wieder weiterredet, in souveräner Manier ist er unterwegs. Und das, muss man sagen, das bedeutet schon sehr viel, wenn der da nach wie vor hier so schnell und so gut unterwegs ist. Genau, Martin. Also er ist jetzt in St. Klenhardt, er hat reine Fahrzeit, 4 Stunden 50 ist er unterwegs. Und vielleicht noch eine kurze Daten zum Dimmelsjoch. Wir haben jetzt eine Distanz von 29 Kilometern. Wir machen 1724 Höhemeter im Finale. Und wir haben eine maximale Steigung von 14 Prozent. Also das geht jetzt nochmal richtig ins Eingemachte für die Jungs. Keine Gnade für die Wade. So ist das. Und jetzt wird auch spannend, was ist der Rückstand von der Verfolgergruppe auf den Führenden in St. Klenhardt. Übrigens, vom obersten Punkt am Dimmelsjoch kann man etwas auch erkennen, während wir hier diese Kurve sehen, Richtung eben dann Abzweigung Dimmelsjoch. Genau, da sehen wir auch die Verfolger, da ist gerade Daniel Federspiel vorbeigehuscht, da ist Hans-Jagg Leopold, haben wir gesehen. Das ist genau, wo man runterkommt vom Jaufenpass und dann geht es ins Baseiatal hinein. Und da Erhard mindestens noch, da waren wir schon oft beim Naturbahnrodeln, also drei Minuten dürfte da der Vorsprung bei ihm doch noch da sein. Also die hinten müssen sich sputen, vor allem Hoogerland muss sich schön langsam doch irgendwie Gedanken machen. Vorteil für die Gruppe, sie sind zusammen. Nachteil für die Gruppe, sie haben drei Minuten und da sehen wir einen Sturz. Das ist eben genau das. Man darf keine Unachtsamkeit haben. Natürlich, man wird müde, da schwindet dann auch die Konzentration. Und das ist hier scheinbar passiert bei der 2133, der übrigens, glaube ich, lange Zeit sogar geführt hat. Er war vorne in dieser Fünf-Mann-Spitzengruppe mit dabei. Und das ist eben das Problem. Also das sehen wir ja oft bei den verschiedenen Rennen. Er hat sich hier ein bisschen verschätzt, auch mit dem Terrain, wo er heruntergekommen ist. Und vielleicht gehen wir aber wieder zum Führenden vor. Da haben wir ihn, den Elektrikot, der Simone. Das war der Gestürzte. Ja genau, Zanni war es, du hast es gesagt, Chef, der war lange an der Spitze vorne dabei. Kurz vielleicht nochmals zum Philipp Falkner, er ist bei uns also zu Gast. Immer wieder Gäste hier natürlich auch bei uns im Studio. Philipp Falkner ist der Prokurist der Bergbahnen hier in Sölden. Neben Radsport, neben Wintersport, neben Rodeln, was inzwischen auch eine wichtige Rolle spielt, spielt natürlich Mr. 007 James Bond. Und Böcki, da meine ich jetzt nicht dich, sondern den wahren James Bond. Aber ich war schon oben bei ihm. Eine Rolle. Ja, da sind wir natürlich sehr stolz, dass wir das 007 Elements bei uns haben. Ich meine, das zahlt unmäßig viel Geld natürlich in die Marke Sölden ein. Ist eine qualitativ hohe Marke und wo uns einfach ganz, ganz viele Gäste international nach Sölden begleiten. Er hat zu uns gekommen, so muss ich sagen. Und ja, es ist Sommer wie Winter geöffnet. Jederzeit eingeladen, dass wir uns besuchen. Und ich hoffe, dass wir heuer wieder sehr, sehr viele Besucher weiterhin bei uns haben. Ja, wir durften ja oben auch einen sensationellen Film eben mit Doppelmänner, mit Insights, für Insights produzieren. Es war eine gewaltige Geschichte da oben. Wo wir eben auch diese Radgondeln näher betrachten konnten. Electric Mountain Konzert. Nächste Reihe. Festival. Ja, da bin ich und der Benni Kneissl in der DVB-Obmann der Präsident von diesem Fest. Da haben wir jetzt schon die junge Generation in die Führungsrolle eingebracht. Und heuer auch dort, das Zehnjährige. Und wir werden da wieder ein Highlight-Festival im April, Anfang April bei uns feiern. Du bist ganz hinten gestanden, Steini. Bei dem Konzert oder bei der Konzertreihe bin ich immer wieder gerne vor Ort. Übrigens InStyle. Der DJ-InStyle von uns erzählt man auch immer wieder von diesem Konzert. Wann ist es soweit? Gibt es das Datum? Ja, ich glaube, das darf ich mich nicht ganz feststellen. Ich glaube, am 8. April umheu ich dann die Mainstage und in dieser ganzen Woche rennt es ab. Ja, wir haben aktuelle Zwischenstände. Die kann uns jetzt hier, Patrick Grüner, hier ein Uhrwerk herunterfetzen. Ganz kurz, der Toni Balzer schreibt gerade, Toni, bitte mach dich auf zu uns. Er schreibt nämlich da noch auf YouTube, Servus miteinander, wird bald auch wieder mal die Ötze-Strecke radeln. Du wirst vor allem in Kürze informieren, was abgeht, wie du den Ötztaler heuer siehst. Und vor allem auch, wie du die Tour de France siehst. Jawohl. Wir haben jetzt die ersten Durchgangszeiten von St. Leonhard. Riccardo Barbieri ist zweiter, Daniel Federspiel ist dritter, Johnny Hogerland vierter, Manuel Francesco Pongiano fünfter, Hans-Jörg Leopold sechster, Manuel Zenny siebter, Helmut Retter achter. Also die sind alle in der gleichen Zeit mit drei Minuten und acht Sekunden Rückstand auf dem Führenden. Also, Tommaso hat da eine Führung und dann eine sieben Mann starke Verfolger-Truppe. Rückstand knapp drei Minuten. Was wird das heute? Kommen die nochmals zusammen? Oder wird das eine Machtdemonstration genau von diesem Italiener, der uns hier von den Kameras gezeigt wird? Besser war die Übertragung vom Ötztaler noch nie, das muss man eindeutig sagen. Unglaubliche Bilder, auch die Motorradfahrer, das ist ja mitunter das Beste seines Faches. Da ist zum Beispiel Ewald Haller mit dabei. Emilian Haller, der Papa von Marco Haller, der heute einen halben Tag vor sich hat, der muss nämlich bei der Tour de France, heute ist Bergetapel der Arme. Und der Papa, der Emilian, ist unser Nummer-Eins-Fahrer mit dem Motorrad, gemeinsam mit Christian und Norbert Kostl bei allen Radrennen unterwegs. Und ich muss mich jetzt fast schon ein bisschen korrigieren, der hat noch nicht gewonnen. Drei Minuten, die kommen noch. Darf ich euch nochmals unterbrechen? Es gibt momentan auf YouTube ein Gespräch zwischen Toni Balzer und, man hört einen Staunen, Jan Ulrich. Also Jan Ulrich, wir grüßen dich. Jan, wir benötigen dich irgendwann mal wieder hier beim Ötztaler, entweder in der Moderation oder beim Mitfahren. Du weißt, wir alle sind Fans von dir. Und schau auf dich, bleib vor allem fit, fahr viel Rad, das tut dir gut. Einer der größten seines Faches, schöne Grüße aus dem Ötztal, wo immer du bist, der großartige Jan Ulrich. Vor allem du weißt, das ist ja ein großer Ötztal-Fan. Und Jan, natürlich bist du auch bei uns wieder im Hotel Zentral immer willkommen, warst ja schon oft da, also liebend gern. Und Philipp, ich sage danke fürs Vorbeischauen. Die Daniela Mayer ruft mir aufs Ohr und ich wiederhole das gerne. Heute großes Thema natürlich, die Hitze, die Temperatur, Wasserzufuhr. Aber wie gehen denn die Teilnehmer mit dieser Thematik um? Das Wetter soll ziemlich heiß werden und da bin ich schon sehr gespannt, wie das wird. Darauf vorbereitet, aufs Wetter jetzt nicht konkret. So wenig wie möglich, Kleidung tragen, Helm, einen gut belüfteten Helm. Dann vielleicht so Lebensmittel, die was eher kühlen, also Bananen und so und viel Wasser. Viel trinken, viel Wasser rein, auch wenn das vielleicht manchmal nicht geht, aber immer trinken und dann kommst du schon gut durch. Wir haben auf jeden Fall vor, an jeder Labestation anzuhalten, immer wieder die Flaschen voll zu machen. Wir haben Salztabletten dabei. Ja, spätestens in St. Leonhard wird es ja richtig heiß dann, über 30 Grad wird es sicher wohl werden. Und da landet dann bestimmt auch die eine oder andere Flasche pures Wasser über dem Kopf. Radmarathon, das ist der Mann an der Spitze und einer hat sich möglicherweise von der Spitze verabschiedet. Jack Burke, wir haben von Jack Burke folgende Information. Jack Burke ist auch in St. Leonhard unten mit sechs Minuten Rückstand auf dem Führenden. Auch Stefano Cecchini wäre eigentlich normalerweise auch einer der Favoriten, hat schon sieben Minuten Rückstand. Also für einige Fahrer hat sich das, glaube ich, schon erledigt. Ja, der Stefano, der letzte italienische Sieger, das war, glaube ich, 2017. Dann kam eben diese Siegesserie von Matthias Norddecker. Matthias Norddecker, ja. Du grüßt mal ganz kurz. Gewinnen können viele, ja, nach Versailles. Ja, Versailles, Hans-Bersailles da, in St. Leonhard. Auch schöne Urlaubsregion, darf man, glaube ich, schon ansprechen auch. Wunderbar, sind ja hier mit dabei, auch in der Veranstaltung, seit allen Jahren, da fährt man das Versailles-Tal. Aber der Kampf um den Sieg wird natürlich noch ganz, ganz spannend. Also ich möchte, drei Minuten ist im Grunde genommen, kann man aufholen und da sind Sie, Stefan. Ja, das ist die Verfolger-Truppe und das ist ein elitäres Feld. Da ist mitunter das Beste dabei, was dieser Ötztaler Radmarathon heuer zu bieten hat. Oder eben spielt da Tommaso eine ganz andere Rolle, Elektrico Tommaso, der also knapp drei Minuten Vorsprung hat. Jungs, ihr schaut euch ganz genau die Mimik, die Gestik, die Körpersprache der Jungs an. Vor allem vor dem Herrn hier fährt unter anderem der Hans-Jagg Leopold. Der ist da mittendrin, Protestfahrer vor zwei Jahren, da haben wir ihn, oder vor drei Jahren. Der ist dann da. Und wer ist der hintere, wenn wir gerade gesehen haben? Schiffer Anton, mit der Startnummer 56. Starker, starker Mann ebenfalls in dieser Verfolger-Gruppe. Da ist Johnny Hogaland. Unverkennbar, dieses Adress RH77. Und da sind Sie unterwegs. Und sowohl Leopold wie auch Hogaland, die haben damals, als Hogaland gewonnen hat, eben vor zwei Jahren war es, genau auch so zusammengearbeitet, Stefan. Er war der Zweiter, Hogaland Erster. Letztes Jahr Hogaland mit keiner Chance. Heute schaut er richtig stark aus, richtig gut aus. Johnny Hogaland, auch öfters die Tour de France gefahren. Dieses Bild, als er damals zerfleischt worden ist von einem Zaun, ging um die Welt. Aber Radfahrer sind harte Kämpfer. Am nächsten Tag stand er schon wieder am Start der nächsten Etappe bei der Tour de France. Das Hogaland lebt ja inzwischen in Österreich, und zwar in Kärnten am Wörthersee in Felden. Das ist ein schönes Hotel, er und seine Frau. Und viele Radgeschichten. Die Nummer 53 ist mit dabei, die Nummer 2597. Ich glaube, einer aus der italienischen Mannschaft auch. Wen haben wir da, Patrick? Der Italiener ist der Manuel Francesco Bongiorno. Das ist der mit der Startnummer 2597. Und den haben wir noch 53 mit dabei. Die 53? Ja, dürfte er auch noch da sein. Das ist Manuel Senni. Ah, genau. Den haben wir natürlich auf der Rennung gehabt. Der ist immer Senni unter den Top Ten vom Anfang an gewesen. Also das ist schon eine gute Gruppe. Und für mich, wenn ich jetzt so blicke, ich glaube schon, dass Hogaland hier, da haben wir Hobbyfahrer vorne. Die werden jetzt mal gleich schön grüßen, wenn man bei vorbeifährt. Rein von der Körperstatur her. Hogaland natürlich fit ohne Ende, aber schon extreme Kilos, die er da auf das Rad bringt. Also Oberschenkel-Hogaland, Hansjörg Leopold, Manuel Senni. Genau, der Luki Kaufmann ist jetzt da nicht mit drin, den wir da eingeblendet gesehen haben. Der ist im grünen, grün-schwarzen Trikot unterwegs. Der Mountainbiker. Der Mountainbiker. Genau, wird er da unterstützt und das sieht man schon. Ich meine, das ist eine extreme Pace, die drücken da hinein. Die Wartzahl geht natürlich da hinauf. Natürlich, die Wartzahl geht da hinauf. Was mir auch noch sehr positiv für die Gruppe stimmt, ist, sie wechseln sich ab, sie harmonieren. Es ist wirklich, jeder fährt seine Pace vorne für die Gruppe. Und das, schätze ich mal, ist positiv für die Gruppe, negativ natürlich für unseren Führenden ganz vorne. Ich habe letztes Jahr den Ötzi gefinisht. Einige, die am Brenner die Suppe rein gepumpt haben, haben sie dann am Jaufen bei der Strecke wieder verloren. Ja, ganz, ganz wichtig, dass man da natürlich das zu sich nimmt, was für einen gut ist. Aber da hat jeder natürlich so seine Rituale. Und so ein Tag, der so viele Stunden dauert, man muss sich das vorstellen, für die letzten Finisher wird der Tag knapp 13, 14 Stunden dauern. Wahnsinn. Das sind die Helden. Und das ist auch der Ötztaler. Jetzt zeigt man natürlich die Spitze bis zum Schluss, bis sie finishen. Aber dann wird der ganze Fokus, die gesamte Konzentration auf das Feld, auf alle Finisher sein. Weil, und das bekommen wir auch immer wieder vom Ötztaler Tourismus gesagt, das sind die Allerwichtigsten für alle. Das ist übrigens St. Leonhard. Die Fans in St. Leonhard, die uns da gezeigt werden, haben es sich gemütlich gemacht, stehen und sitzen da im Schatten, während die Sportler Weltklasseleistungen zeigen. Hier der Führende, dahinter, glaube ich, ist ein Hobbyradfahrer. Das ist auch schön, Stefan. Auch schön, da mal ins Bild gerückt zu werden. Fahren ja hinauf, hier möchte natürlich auch aus Dimmelsjoch da hinauf, aber ist noch ein weiter Weg. Ja, er ist gut unterwegs, also nach wie vor, wohlwissend wahrscheinlich, oder kann sich das ja auch denken, da kommen dann schon ein paar von hinten her. Wir sind jetzt an dieser Abzweigung, glaube ich, von St. Leonhard, der Rhein und Passaia hinunter. Jetzt geht es rauf, jetzt kommen dann die Kehren. Jetzt, glaube ich, kommen wir dann auch Richtung Moos, wo es dann links nach Pfelders reingeht. Autofreie Zone im Pfelders. Skigebiet. Und wir haben momentan, lass mich mal schnell schauen, Steffen, 7200. Könnt ihr wieder eure Kolleginnen und Kollegen aktivieren? Wir würden gerne die Achttausender-Grenze knacken. Hans-Jörg Leopold. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Schaut richtig gut aus, habe ich mir auch in dem Moment gedacht. Während Jan Ulrich da nochmal schreibt, schön einen Fahrer von der Deutschen Mannschaft Bike Aid zu sehen. Ihm drücke ich die Daumen und natürlich auch allen anderen. Leopold hat einen guten Tritt. Aber eigentlich arbeitet momentan diese gesamte Truppe sehr, sehr gut zusammen. Und das ist der Angesprochene von Jan Ulrich. Starten auch immer wieder beim Alberg Giro Bike Aid. Das ist auch so ein ganz klasse Team. Die haben viele gute Fahrer und sind bei vielen dieser Radmarathons vertreten. Klasse Team. Da schreibt der Jürgen Schädler, sind auch Fahrerinnen aus Liechtenstein dabei? Wir werden das recherchieren. Auf alle Fälle sind weit mehr als 30 Nationen heute am Start bei diesem Klassiker, bei dem Mythos. 36 sind es ganz genau. Die seit 5 Stunden und 6 Minuten hier am Sattel sitzen. Tolle Leistung von den Damen. Fantastische Leistung auch von den Herren. Und immer wieder auch die Einblendung. Der hat meine Cola mit. Ja, das ist ein Zusatzgewicht, was der einen mit draufschleppt. Die würde sie trinken. Ja, das ist eine Kampfmaschine. Der Hans-Jag Leopold, der da unterwegs ist. Und vorne haben wir den Elektrico Tomasso. Vöcke, wir zwei. So, beim Jaufenpass. Damen, Janine Mayer führt nach 4 Stunden 42 Minuten 10,14 Minuten vor Samantha Arnaudo. Und jetzt Katharine Rossmann nach vorkatapultiert von 6 auf 3. Rückstand für die Katharine. Momentan 18 Minuten, ob sich das für die Titelverteidigung ausgeht, sei dahingestellt. Aber momentan ist die Dame vom Team Garmin, die ja in Frankfurt, glaube ich, für das Goethe-Institut arbeitet, unterwegs Richtung Podium. Du bist unglaublich. Weil? Weil du einfach alles weißt. Nein, nein, nein. Das ist übrigens hier die Heimat von Evelin Landthaler, die allerbeste Naturbahn-Rodlerin, die derzeit alles gewinnt. Die hat, glaube ich, drei Jahre kein Rennen mehr verloren. Susanna Arnaudo. Forza Samantha, das könnte die Mama oder die Schwester sein. Forza. Se informa, sie ist in Form. In Boca Alupo. Wir kreuzen natürlich die Finger in dem Fall auch für die Samantha. Und wir für dich, lieber Steini. Ja, da haben wir die Verfolgergruppe. Da befinden sich darunter ein Österreicher, ein Wahlösterreicher. Dann haben wir mit dabei zwei Italiener. Nein, ein Italiener. Anton Schiffer. Genau. Der im orangenen Trikot. Und wir hören, die Differenz wird knapper und knapper. Abstand. Jetzt waren es vorher mehr als drei Minuten, so sind es jetzt knapp zwei Minuten und dreißig. Und das bekommt er natürlich auch mit. Ja, es wird ihm natürlich wahrscheinlich mitgeteilt hier. Wir sehen auch das Betreuerfahrmotorrad, das hier mit dabei ist. Nicht sein Persönliches, sondern da hat man eben Getränke auch mit für die Athleten, wenn sie was brauchen. Und da werden sie auch mit Wasser hier beliefert. Du, ich glaube, ich darf das fragen, oder? Immer. Da schreibt jemand, wie wird das mit dem Urinieren gemacht, wenn man da zehn Stunden, zwölf Stunden auf der Strecke ist und so viel Wasser zu sich nimmt. Haben wir schon gesehen heute. Wir haben sie heute live gesehen bei Jack Burke. Der hat das Weilenfahren gemacht. Das ist halt nicht auch jedermanns Sache. Im schlimmsten Fall musst du einfach rechts ranfahren und dein Geschäft erledigen und dann wieder schauen, in die Gruppe zurückzukommen. Genau, wir sehen sie immer wieder bei den Rumpfahrten, das war auch bei der Tourer Forst, die fahren dann halt zur Seite, aber rollen weiter und dann wird gebieselt. Genau. Anders geht es leider nicht. Da ist eher die Challenge, eher bei den Frauen die große Frage. Da sieht man, dass diese Gruppe super stark unterwegs ist. Wenn man vorblickt zum Elektriko, zum Führenden, hat man das Gefühl, dass er mittlerweile doch zu kämpfen hat. Und ob er es richtig eingeteilt hat. Große Frage, Steini. Fünf Stunden und zehn Minuten. Wir hören immer mehr Menschen auch hier im Ötztal, in Sölden, schauen sich diese Geschichte vor den Videoleinwänden an. Tausende an den Streams und auch im Fernsehen. Wird ja diese Veranstaltung heute live übertragen. Ja, 1,4 Millionen Haushalte werden beliefert über Magenta, über A1 und Simpli TV. VK19 ist ja mittlerweile der Radsport-Sender. Da gibt es das Ganze. Und nicht zu vergessen, überall in den verschiedenen Kalälen gibt es Berichte. Der ORF wird Sondermagazin bringen und natürlich die vielen Online-Plattformen. Eurosport.de mit dem Live-Ticker und auch mit unserer Übertragung. Genau. Martin Rosen, das sei auch mal erwähnt. Großartiger Pressemann, was auch den Radsport betrifft. Und nebenbei auch der Pressemann von Felix Gall, der uns Österreicher bisher so viel Freude in dieser Saison bereitet. Hat ja einen Tag sogar jetzt das Trikot getragen, das Punkt der besten, das Bergtrikot bei der Tour de France. Ja, und wir grüßen mittlerweile Philipp Keider. Hat gerade den neuen Rekord aufgestellt. Ist ja von Feldkirch im Vorarlberg nach Nickelsdorf geradelt. Und hat einen neuen Rekord vor zwei Wochen aufgestellt. Und ja, es blickt uns zu, der Direktor der Tour of Austria. Nämlich? Thomas Kofler wird das dann wohl sein in Vorarlberg. Tom, gratuliere dir für die großartige Organisation der Tour of Austria. Ja, und gemeinsam mit Tom Pupp und allen hat er da eine super Geschichte gemacht. Spannender könnte dieses Duell hier nicht sein um den Sieg bei dieser 42. Auflage des Ötztaler Radmarathons. Wir haben einen führenden, Patrick, und der kommt aus Italien. Tommaso Elettrico. Wie du das sagst, dann mit einem Rückstand von 2 Minuten 30. Fünf Mann Verfolger. Genau, Johnny Hogorland, Manuel Francesco Bongiorno, Hansjörg Leopold, Senni Manuel und Schiffer Anton. Jetzt sagst du es. Auswendig gelernt. Die hier unterwegs sind, entschieden ist noch gar nichts. Nein. Entschieden ist noch gar nichts, vor allem wenn sie weiter an Tourer aufholen können. Drei Minuten waren es sogar mehr, jetzt also knapp 2 Minuten 30. Letztes Jahr waren die Tiroler so stark mit La Cata auf 3, mit Salcha auf 2, mit dem Mann aus dem Brixental. Ja, mit Patrick Hagenhals, er ist leider krank, kann nicht mit dabei sein. Übrigens, Senni ist auch ein Südtiroler, also ein normaler Italiener haben wir da vorne in dieser Gruppe. Und der Eletrico Tommaso ist der Grand Fondo Europameister von 2022. Da gibt es hier die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft. Und einziges UCI Grand Fondo Rennen in Österreich übrigens ist der Neusiedlersee Radmarathon. Die haben den Status, das hier möchte der Öztaler Radmarathon gar nicht, man will die Breite haben. Patrick, du als jahrelanger Radprofi, vor allem einer, der so viele Kilometer immer wieder tagtäglich abgespult hat. Die Körpersprache, was sagst du? Ja, natürlich, er ist immer noch sehr gut drauf. Natürlich, man wird jetzt müde, wir sind jetzt im Grand Finale, im letzten Anstieg zum Timmelsjoch. Und er ist allein unterwegs, also er muss sich jetzt wirklich für sich alleine den Rhythmus super finden. Er schaut noch relativ gut aus und das bleibt ihm spannend, was hinten passiert, die Verfolgergruppe. Noch ist die Sache noch nicht gegessen. Kaum sitzt du hier, grüßen alle. Jens Vogt. Wahnsinn. Jens Vogt. Jens, wir grüßen dich, bitte mach Werbung auch für den Öztaler heute bei der Übertragung der Tour de France. Er ist so authentisch, Jens Vogt. Jens, the icon. Eisel. Es wäre mal ein guter in den Jens da starten würde. So, wie die Typen hernimmt. Jens Vogt. Bruni Eisel. Alle werden sie hier auch beim Öztaler fahren. So, wir konzentrieren uns aber jetzt. Es wird wohl und gut noch eine Stunde, 45 Minuten knapp dauern, während der Electrico Domaso hier an den E-Bikes vorbeifährt. Also, knapp 300 Watt wird er wohl fahren. In diesem Bereich wird er sein. Hatte eine gewisse Ähnlichkeit der mit dem Elektro-Mountainbike mit dir. Schau, jetzt kommst du ins Bild. Ja, das könnte ich sein. Allerdings viele kehren weiter unten. Ja, das ist auch genau dieser Radsport, den man präsentiert. Man möchte ja für jede Art des Radfahrens es auch präsentieren. Das heißt, egal ob mit dem E-Bike man hier unterwegs ist oder eben mit dem Mountainbike oder in der Verfolgergruppe, in einer sehr schnellen Verfolgergruppe. Die Dach doch tatsächlich jetzt immer näher kommen. Jetzt wollen sie natürlich Wasser, die brauen, was zum Trinken. Es ist schon sehr, sehr heiß. Und, wenn ich mich nicht ganz täuscht, ein Mann abgerissen. Und das müsste der Manuel Francesco Bongiorno sein. Also, wir haben vorne Hoogerland. Wir sehen Leopold an der zweiten Position. Senni an der vierten Position und vom Bike Aid. Anton Schiffer auf der dritten Position und die Startnummer 2597. Der Italiener Manuel Francesco Bongiorno ist zurückgefallen. Ich würde sagen, wir sprechen kürze nochmals über die Topografie des Dimmels Jocher, Patrick Grüner, Martin Böckle. Schauen uns aber vor allem für all jene, die vielleicht jetzt erst eingeschalten haben, nochmals die Highlights der vergangenen Stunde an. Flo Obermoser hat die für uns zusammengefasst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Risky was on there, lost that outside-ski streng. 100 Sekunden! What a final few turns that was for Radimus! Immer wieder kommt die Frage, wo ist La Carta? Die werden wir in einer Kürze dann beantworten. Jetzt ist mal die Frage beantwortet, wo ist die führende Dame? Hier groß auf den Videoleinwänden bzw. auf den Streams und am TV zu sehen. Ja, man muss sagen, die befindet sich auch im Anstieg. Patrick, sag du was. Die hat nicht viele Minuten Rückstand. Das ist sensationell. Und was sehen wir? Die ist alleine unterwegs. Die hat die Männer, die Gruppe stehen gelassen. Die ist weggefahren, weil ja das Ganze zu langsam war in dieser Gruppe. Richtig. Und fährt alleine hoch. Die fährt jetzt den Dimmelsioch alleine hoch, fährt ihren Rhythmus. Schaut immer ein bisschen, als ob sie müde wäre aus. Das haben wir mit Michi Nussbaumer auch schon besprochen am Jahr offen. Aber das ist eigentlich genau das Gegenteil. Die hat wirklich noch einen super Tritt. Sehr kraftvoll unterwegs. Und da sind wir schon wieder an der Spitze des Rennens. Bei Tommaso Elettrico. Vielleicht kannst du nochmal erklären, auch diese Daten jetzt genau. Wie viele Höhenmeter sind es? Wie viele Kilometer sind es? Weil der hat noch weit. Also bis St. Leonhard haben wir insgesamt 175 Kilometer schon absolviert. Und der Dimmelsioch selber haben jetzt 29 Kilometer, 1724 Höhenmeter zu absolvieren. Und eine maximale Steigung von 14 Prozent. Und das alles in der heißen, bratenen Sonne. Ich muss gerne ein bisschen lächeln. Da ist Alban Lakata. Wir haben ihn gesucht. Elfter Platz momentan für den Mann vom Team Bulls. Der 44-jährige Osttiroler, Paradeathlet, Vorzeigeathlet. Ist gemeinsam unterwegs hier mit Johnny Hogarland. Da schau an. Er ist vorgefahren in die Verfolgergruppe. Und Federspiel. Der Feder ist zurück. Letztes Jahr an der fünften Stelle. Daniel Federspiel. Und wir grüßen natürlich auch mal alle Italiener hier am Stream. Saluti a tutti. Coloro gianno navigato dal Italia. Weil eben Dommaso Eletrico hier momentan in Führung liegt. Aber er spürt möglicherweise den Atem dieser Verfolger-Truppe. Absolut. Und Alban Lakata hat sich das Ganze hervorragend eingeteilt. Und auch der Feder. Mit Federspiel. Mit Federspiel. Die Biker. Der Junge. Was der für Schmerzen hat jetzt. Ich meine, ein Daniel Federspiel hält wieder mit am Berg. Letztes Jahr, du hast es gesagt, Chef, er hat reißen lassen müssen. Aber hallo. Er ist letztes Jahr genau bei sechs Stunden. Das habe ich mir gestern nochmals angeschaut. Bei sechs Stunden und neun Minuten ist er explodiert. Und trotzdem Fünfter geworden. Und Martin, bitte sag du das nochmals, was Daniel Federspiel in dieser Woche ja schon geleistet hat. Er hat nämlich ein ganz anderes Training gehabt, als viele, die heute hier momentan auf der Strecke unterwegs sind. Nämlich? Ja, er hat die Tour of Austria absolviert. Und der Daniel Federspiel, ganz wichtiger Mann in diesem Team. Weil die haben für Riccardo Zeudl hacklen müssen. Zeudl hacklen müssen ohne Ende. Der ist ja zweitbeste Österreicher geworden. Aber jetzt ist er richtig aufgewärmt. Wie auch Dominik Kuhn, der OK-Leiter, ist jetzt zu uns gekommen. Dominik, allerwichtigste Frage. Wie läuft es? Was hört man von den verschiedensten Positionen? Vor allem, wie schwer tun sich heute alle auch mit der Hitze? Ja, ich glaube, die Hitze, den Peak haben wir noch nicht erreicht. Aber momentan haben wir alles gut im Griff. Die Laben sind gut bestückt, gut versorgt. Und schaut doch gut aus. Die Leute, nein, could be worse. Could be worse. Du, die Bilder. Du glänzt, deine Augen glänzen. Das war Wahnsinn. Heute in Kütte war ich selber oben. Also das soll ich nicht sagen, die Stimmung. Also das beste Team, okay. Aber dass wir jetzt schon die besten Fans, da haben wir jetzt mindestens nachgezogen. Also mega. Das ist er übrigens. Dominik Kuhn, der junge OK-Leiter, der da hinein winkt Richtung Kamera. Das ist der etwas ältere Herr, der hier gezeigt wird. Das war nämlich ich nicht, du Böcki. Das wisst ihr mir. Jetzt kannst du ihn fragen wegen dem Behörden. Ja, genau. Weil auch die Frage kam, wie geht man mit dem Müll um? Bei uns auf YouTube wurde diese Frage gestellt. Du hast gestern das schon mal erklärt. Vielleicht jetzt auch für alle Fans am Stream. Ja, wir haben ja 20.000 Mehrwegbecher im Einsatz. Die werden jetzt direkt vom Kütte retour kommen. Die werden durchgewaschen für die Zielhabe. Dass wir da auch Ressourcen schonen. Dass wir so oft wie möglich im Einsatz haben. Und ja, ich war am Kütte oben. Einmal eine Tanne ist besser getrennt, einmal eine Tanne schlechter. Aber das macht unsere Crew dann. Es kommt kein Becher in die Müll natürlich. Übrigens, Kuhn, wir danken dir. Kuhn, wir lieben dich. Das momentan wird hier geschrieben. Ja, danke, sagt er. So, Ötztaler, wir lieben dich. Grüezi an alle. Und Lakata, immer wieder wird Alban Lakata hier auch auf YouTube geschrieben. Und der Alban ist da vor Johnny Hoageland an der momentan zweiten Stelle beim 42. Ötztaler. Ich würde ihn gerne einmal sehen, ob der Daniel noch dabei ist. Ob Daniel Federspiel, den haben wir wirklich gesehen in der Gruppe. Aber für ihn muss es ja unglaublich schwierig sein, mit Spezialisten da hinaufzufahren. Ich meine, er ist der Sprinter, er ist der Prolog-Spezialist. Aber so eine Distanz zu bewältigen, das ist schon sehr, sehr hart. Wenn er dranbleiben würde bis zum obersten Punkt am Timmelsjoch, dann hat er eine Chance, da vielleicht sogar auf das Podest zu fahren. Und deshalb jetzt bitte, Patrick, ganz kurz nochmals die Topografie. Wo befinden wir uns? Wie lange ist der Anstieg aufs Timmelsjoch? Wo ist der höchste Punkt am Timmelsjoch? Was ist das maximale Gefälle, beziehungsweise die maximale Prozent der Ansteigung? Also von St. Leonhard hinauf aufs Timmelsjoch, da fahren wir über 2.500 Meter hoch. Wir sind 29 Kilometer, 1.724 Höhenmeter zu absolvieren. Und wir haben eine maximale Steigung von 14 Prozent. Daniel Federspiel war mal Hausmeister an meiner Volksschule. Absolut cooler Typ, ja. Das hat er viele, viele Jahre lang gemacht. Und ein strahlender OK-Leiter Dominik Kuhn sagt gerade, das ist sie doch. Und das ist sie wirklich, während wir hier, glaube ich, Daniel Federspiel sehen. Ist er das? Müsste es sein. Ja, ist Daniel Federspiel, natürlich, ja. Der hat dann doch jetzt einen ziemlichen Rückstand, glaube ich. Ja, glaube ich schon. Also die anderen sind da schon ein bisschen weiter vor. Du wolltest einhacken, wo? Bei Schanimei, ja? Ja, bei Schanimei. Schau, da vorne sind sie. Ja, das ist schon für ihn natürlich extrem hart. Weil der muss jetzt wieder schauen, dass er drankommt. Alleine, alleine. Ja, aber der Daniel ist ein Kämpfer. Er hat ja gesagt All-In, habe ihn stark gefragt. Und ja, er hat sicher gepokert, vielleicht zu hoch. Und ich wünsche es, dass er nachkommt. Übrigens, die ersten Tippen jetzt auf Haugerland. Dankes, Ospreau. Haugerland gewinnt, ja, in unsere Community. Was glaubt ihr, wer gewinnt? Das ist Federspiel. Der probiert wieder ranzukommen. Es ist unfassbar. Hat er mich gehört? Da fährt er knapp 1000 Kilometer bei der Tour of Austria. Gewinnt vor zwei Tagen hier den Prolog. Der ist nicht vom Rad runter zu bekommen. Daniel Federspiel, der ja vor zwei Jahren ein extrem schweres, mentales Jahr hinter sich gebracht hat. Und zum Glück wieder auch die Lebensfreude gefunden hat. Und da war einfach auch der Sport sehr, sehr wichtig. 19 Sekunden Vorsprung hat er gehabt beim Prolog. Ja, gewaltig. Und da haben wir ja Verbindungen mit Daniel. Vor zwei Jahren haben wir auch eine schwere Zeit gehabt. Aber da sind wir wieder da und kämpfen für Volle. Und er kämpft für sich. Na, cool. Da augen wir Volle. Wo ist Helmut Drettwer, wird gefragt. Ja, der Heli befindet sich, glaube ich, in der hinteren Gruppe. Das heißt, wir haben also mittlerweile eine Verfolgergruppe eben. Und dahinter ist jetzt der Daniel Federspiel. Und dahinter ist die Gruppe mit Drettwer und noch drei, vier anderen. Anton Schiffer und so weiter. Die ehemalige Verfolgergruppe. Hans-Jörg Leobold for the win. Und da schreibt einer genau das, was unser Motto ist. Alle sind sie Gewinner und Federspiel. Das ist in diesem Moment mal the man of the race, weil er hier eingefangen wird. Und jetzt, glaube ich, ist er dann wieder rangekommen an die Truppe. Möglicherweise hatte er vielleicht irgendeinen kurzen Defekt. Weil ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Vor ein paar Minuten war er ran an der Truppe. Jetzt Weg und jetzt wieder ran. Daniel Wisslumann, das ist kein Bergfahrer. Für ihn ist das die fünffache Qual, dass er da nachfahren muss. Die anderen, das muss man schon sagen, an Hogerlend, auch an Alban Lakata. Der kann extreme Distanzen aufwärts fahren. Und Daniel muss da immer so schaffen. Ich sehe das, der Kämpfer. Ja, das ist echt eine gewaltige Leistung. Und das ist jetzt auch ein kleiner Streckenabschnitt, wo es jetzt nicht so steil ist. Es wird dann spannend, wenn es wieder steiler wird, ob er wieder reißen lassen muss oder ob er jetzt die Gruppe halten kann. Jetzt darf ich eine Frage stellen. Das ist deine Veranstaltung. Ich bin jetzt seit meinen ersten fünf Minuten vom Livestream. Jetzt wahrscheinlich beim ersten Highlight oder beim fünften Highlight, wo ich dabei war. Das waren eure Highlights. Fünfeinhalb Stunden Livestream. Ich war jetzt noch nicht so live dabei. Mein Highlight war, als ich den Start gesehen habe und dann wusste ich, ich kann noch eine Stunde schlafen. Du, wir können, magst du ein paar Highlights anschauen? Weil wir haben ja jede Stunde Highlights, die wir machen. Und vielleicht, da bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vielleicht ist es sogar möglich für alle Besucher, die jetzt dabei waren, nochmals das Highlight der ersten Stunde uns anzuschauen. Wo eben auch der gesamte Startbereich natürlich dabei war. Und ich glaube, die Regie hat es. Danke also an das gesamte Team, auch im Hintergrund. Ihr seid Weltklasse. Und das sind die Highlights aus der ersten Stunde. Start war um 06.30 Uhr hier bei perfektem Wetter in Sölden im Ötztal. Spitze, spitze. Was? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 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 und ein hundertprozentiger Fan vom Ötztaler. Besonders an diesen fünf Autos, an der Skoda Enyaq ist, dass sie voll elektrisch sind, dass wir auch da in Sachen Nachhaltigkeit um nichts nachstehen, sondern auch hier ein positives Beispiel abgeben. Ja, was wir hier sehen, ist ja nur die Kooperation mit den Enyaq, nur die Spitze des Eisbergs. Dass eine ganze Region die DNA vom Ötztaler in sich trägt. Über 1000 Freiwillige für jung bis alt, jeder mit dabei ist. Dass der Letzte mindestens gleich so gefeiert wird wie der Erste, das zeichnet den Ötztaler aus, das sind Emotionen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal mit keinem anderen Marathon zu vergleichen. Wenn ich darüber rede, kriege ich Gänsehaut. Emotionen pur. So, danke also für diese Bilder. Das ist der Führende und damit die Frage in Richtung Patrick Grüner. Wo ist die Spitze jetzt ganz genau? Diese Frage kommt nämlich auch herein via YouTube. Das war wieder mal zu schnell für mich, lieber Steini. Ich schaue da gerade nach, wo er aktuell umgeht. Ich sehe es gleich im Trekking-System. Also er ist zwischen Moos und der Labestation Speck-Michel-Schönau. Genau. Das haben wir ja gesehen unten, als er abgezweigt ist. Da sind verschiedene Kehren hier rauf von Moos. Du weißt es ganz genau, Dominik, dass der den Trecker war, wo man momentan ungefähr unterwegs ist. Zumindest der Rennleiter ist bei der Labestation Schönau. Also ist die Spitze nicht weit davon. Oh, da hat sich glaube ich, das werden wir jetzt gleich sehen, wann dann ist das Hans-Jörg Leopold. Ja, das ist Hans-Jörg Leopold, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er vielleicht, er hat den Anschluss verloren. Und nur noch Hogaland, nur noch Senni und der… La Carta. La Carta, genau. Die haben dieses Tempo erhöht, wie wir gesagt haben. Irgendwann wird es noch schneller und dann wird einer nach dem anderen abreißen. Der Vierfache, glaube ich, Mountainbike-Marathon-Weltmeister, La Carta, der Tour de France-Etappensieger Johnny Hogaland und der Südtiroler Senni hier noch mit dabei. Genau. Und die sind, glaube ich, ganz knapp von… Wir haben schon noch ein paar Meter bis zur Labestation Schönau. Aber die drei sind zusammen und sind auf der Jagd auf den Führenden. Ja, vor allem ist es bitter, wenn du allein bist, jetzt wird es schnell flach. Und darüber natürlich ist es nochmal ein größerer Unterschied, ob du zu dritt oder alleine bist. Darum ist er zu falschem Zeitpunkt abgerissen, weil dort machen sicher Tempo zur Label. Jetzt bald, wenn es flach wird, dahinter der Kehre. Also ja, sicher schwierig. Vielen Dank. Ja. 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 Ich meine sogar, dass der Johnny Hogaland UCI-Weltmeister geworden ist. In Banja Luca, glaube ich, war das. Im Jahr vom Mötztal oder nach dem Mötztal oder was? Genau, im September. Ja, da hat er sich die Power geholt und dann ist er Weltmeister geworden. Liebe Kommentatoren, könnt ihr bitte meinen Papa den Öcher Steiß grüßen, der fährt heute auch mit. Machen wir natürlich. Schöne Grüße. Alles Gute. Toi, toi, toi dem Papa und allen anderen. 4.399 Starter. Du, von der Quote. Es sind, glaube ich, heute so viel am Start, wie selten zuvor. Weil Nona und Nid gibt es einige, die krank werden. Es sind der paar natürlich geworden. Wir haben es schon erwähnt. Dominik Landerdinger ist einer dieser bekannten Namen, der aufgrund eines Fieberschubes heute nicht starten konnte. Ja, du als Fieberbrunner natürlich bist bestens vernetzt. Da warst du mehr wie ich zum Beispiel. Aber wir haben in Innsbruck 4.261 immerhin durch Innsbruck gebracht, durch die Landeshauptstadt. Es ist heute einmal momentan kein großer Schwund. Und ja, bestens, bestens. Es läuft, es läuft. Ein bisschen, wie wir das aussteigen. 4.300 auf die Frage zurück. Wir haben immer zwischen 4.2 und 4.3 in der Richtung. Bei dem Wetter würde die Chance auch nützen. Vor anderthalb, zwei Jahren natürlich. Bei Regen und Schneeprognosen ist die Sehnsucht nicht so groß. Da bleibt mehr im Wetter. Aber bei dem Wetter ärgert es uns umso mehr. Und des Weiteren kommt auch immer die Frage herein. Termin für das kommende Jahr, lieber Dominik? 1. September 2024. Also, man hätte von heute mehr als ein Jahr Zeit sich vorzubereiten. Nützt diese Gelegenheit. Seit 1. September, also 2024. Sie kommen da hinten. Da hinten sieht man die drei. La Carta führt da die Truppe heran an Elettrico Domaso. Der Vorsprung schmilzt. Sekunde um Sekunde wird er weniger. Und das wird sich zusammenschieben. Und das wird ein Finale furioso geben. In knapp 1 Stunde und 20 Minuten werden wir wissen, wer ist der neue Sieger beim Ötztaler 2023? Ja, da wird er wahrscheinlich nicht mehr mitkommen. Also, der hat sein Pulver verschossen, hat es probiert. Aber so ist es halt beim Ötztaler. Abgerechnet wird dann, wenn man unten hereinfährt unter dem Applaus der tausenden Zuschauerinnen. Oh, du sagst jetzt schon, der wird da überholt werden. Also, naja. Aus seiner Sicht würde ich ihm das natürlich nicht wünschen. Aus Ihrer Sicht wäre das natürlich der Idealfall. Und auch extrem hohes Tempo von den dreien jetzt hier. Von Senni, John Hogaland und La Carta. Also, da bin ich jetzt wirklich gespannt, wenn Sie dann vorne sind, wie das taktisch weitergeht. Auf die letzten knapp sieben Kilometer in das berüchtigte Loch hinauf. Also, sehr spannend. Einer der besten Skibergsteiger, Armin Höfel, schreibt, wo ist Pauli Werbeniak? Ja, Armin, der war am Anfang zu sehen. Er ist aber dann nach hinten gerutscht. Er hat ja selber gesagt, ich habe mich zwar in den vergangenen Wochen gut vorbereitet, aber nach der langen Wintersaison hatte er am Anfang ja einfach mal eine Pause nötig. Deshalb spielt er momentan zumindest um die allerbesten Plätze keine Rolle. Schöne Grüße aber in Richtung Armin Höfel. Jetzt weiß ich mal mehr wie es, weil ich so einen E-Knopf mache. In der Moderatorengruppe habe ich gerade mitgehört auf WhatsApp. Der Herr Senni ist aus dem Cesenatico. Wunderbar. Dann hast du uns hier korrigiert vor der ganzen Community. Vor allem nicht korrigiert, Martin. Ich habe es gelesen und habe nicht mehr gewusst, wie es aussprechen muss. Aber ich dachte, ich sage es dir in Südtirol. Alles gut. Nein, wir sind ja quasi ein Tiroler, aber dann hast du ein Österreicher, ein Holländer, halb Kärntner, halb Österreicher gegen zwei Italiener, oder? Ja. So schaut es aus. Wird das super Duell diese da? Wo ist Lampard? Da schreibt Kevin Grüner. Der Jo war bis in Innsbruck noch ganz vorne. Ist super mitgefahren und am Brenner hat er dann ein wenig verloren. Aber Patrick Grüner? Der Johannes Lampard ist 70. Und ist eigentlich, in Anführungszeichen, nur 20 Minuten in St. Leon hat hinter den Führern gekommen. Und hast du Pauli Werbeniak auch heraussuchen können, weil eben da der Armin Hofl gefragt hat. Während hier jetzt sich die Spitze zusammenschließt und in Kürze ist es eine Vier-Mann-Spitzengruppe. Der Ausreißversuch von Tommaso Eletrico ist exakt nach fünf Stunden und 43 Minuten beendet und es führt weiterhin jetzt. Alban Lakata diese Truppe an. Wie wird jetzt gearbeitet? Wie schaut jetzt vor allem die Taktik aus? Und bleibt Eletrico Tommaso dran? Vor allem der Alban kennt's vom letzten Jahr, der Johnny vom vorletzten Jahr. Die wissen ganz genau, was da jetzt abgeht. Der letztjährige Dritte, der vorletzter Sieger. Also da sehr, sehr spannend. Und immer wieder schreiben alle, Haugerland gewinnt, Haugerland gewinnt, Haugerland gewinnt. Hat übrigens auch Patrick Grüner, unser Fachanalytiker, unser Herbert Prohaska, Bastian Schweinsteiger des Ötztalers hier heute in der Früh schon gesagt. Gute Nacht! Den Alban hier überhaupt nicht unterschätzen. Ja, ist richtig. Der hat das absolut mit seinen 44 Jahren drauf und vor allem der will das einfach gewinnen irgendwann einmal. Man, ich wünsche es an jeden, aber da halten wir mal die Fahne hoch. Rot-Weiß-Rot und Top und sonst alles recht. Da schreibt einer, der Elektriker, der hat jetzt Feierabend. Ich glaube das noch nicht. Erstens wird er sowieso ins Ziel fahren, also Feierabend hat er erst in gut anderthalb Stunden. Aber ich bin schon gespannt auf den wahren Sieger zur Primetime, der Letzte. Wir freuen uns, da haben wir auch wieder richtig was vorbereitet. Jaja, Gänsehaut oder was haben wir vorbereitet? Genau das meine... Die Gänsehaut ist geschnitten. Der letzte Sieger wird wiederum von oben herunter begleitet und wir bleiben bis alle im Ziel sind Stefan. Und Alban La Carta. Labe Schönau. Ja, Labe Schönau. Super Kulisse. Ganz kurz vielleicht zu den Lab-Stationen. Es ist, wie du immer sagst, Dominik, eine Gourmet-Rund- und Ausfahrt. Erklär, warum Gourmet? Ja, das geht dahin mit die... Wir haben es eh schon öfter erwähnt, aber trotzdem immer wieder. Die Kuchenbäckerinnen, die Damen und die Herren im Ötztal, die sind sehr fleißig, die stellen das zur Verfügung. Die sind dann auch eingeladen mit einem T-Shirt. Die haben wir riesen geaudert und die Community wird gestärkt. Und wir waren ja übrigens gestern bei der Lkw-Beladung dabei. Und ja, da haben wir so ein bisschen was mitbekommen über die Lab-Stationen. Wir sind das Team Brenner Lab-Station. Zusammengewürfelt aus verschiedenen Ecken aus Tirol, ins Helfen Wildschönauer, ins Helfen Ötztaler, ins Helfen Leute aus dem Wipptal. An der Stelle noch einmal danke. Ja, wir haben jetzt den Rekw-Beladen. Wir haben jetzt mal alles aufgeladen, was wir morgen an der Lab-Station brauchen. Wasserleitungen, Wasserschläuche zu trinken, zum Essen, Biertische, Bierbänke, die Zelte. Und haben schon die Brote verführt, wo jetzt gerade fleißige Hände dabei sind, 4000 Butterbrote und Käsebrote zu streichen. Und so sind halt jetzt die Vorbereitungsarbeiten, damit morgen alles reibungslos läuft. Und wenn es so warm wird, damit die Leute nicht verdursten und verhungern. Das ist jetzt eigentlich schon jahrelang, dass wir da den Tag vor dem Rennen, hat man uns irgendwann einmal gefragt, ob wir bereit sind. Da die Brote für die Lab-Station, für den Lab-Station Brennerl machen wir es quasi. Circa 4000 Brote. Und jetzt hast du ja schon gesehen, unsere Omas helfen und dann noch einmal ein paar jungen Leute, die da gerne bereit sind. Und das tun wir jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren und werden wir so weit behalten. Ja, wir sind in der Hühnersteine und streichen die Brote für den Öztaler Rad Marathon, dass die auch was zum Essen kriegen. Und wenn wir gesund bleiben und so fähig sind, noch wieder Brote zu streichen, soll uns die Wirtin im nächsten Jahr wieder fragen. Oder einladen. Ja, viele hilfsbereite Hände, Dominik. Ja, gewaltig. Alle Generationen. Man hat jetzt gesehen, von dreijährigen bis zu wahrscheinlich fast 90-jährigen ist alles dabei. Mich ehrt das, mich macht das stolz. Aber auch die Hotels, ich muss sagen, es sind ja die Hotels, die betreiben, dass jede Lab-Station wird von ein bis zwei Hotels in der Region betrieben. Das sind zwei Fünf-Sterne-Hotels, einige Vier-Sterne-Hotels. Die Chefkochs, der Michi Kowler vom Gourmet-Restaurant, vom Hauben-Restaurant Zentral, der steht selber in der Küche an der Front. Und ich finde das einfach gewaltig, wenn die Küchenchefs, die Haubenchefs, wenn das keine Gourmet-Küche ist, dann weiß ich nicht mehr. Christoph Suman hat da heute eh mit dem Chef himself von der Küche Zentral ein Interview geführt. Du, der Sumi hat sich eh lange nicht mehr gemeldet. Ich bin mir nicht sicher, ob der bei Ottmar Bär geblieben ist und Cappuccino um Cappuccino und Wein um Wein trinkt. Lieber Sumi, melde dich irgendwann mal wieder. Achtung, es setzen sich hier zwei, glaube ich, ab, während der Alban nur jetzt noch schnell Wasser oder halt irgendwas aufnimmt. Aber Senni und Hogaland haben jetzt schon einmal wieder hier die Pace erhöht. Und ja, es wird jetzt schon langsam spannend. Jetzt geht es immer weiter rauf dann. Der emotionale Favorit für mich, darf ich das sagen, ist Alban Lakata, wenn der mit 44 Jahren sich den Traum erfüllen würde. Aber jetzt geht Hogaland und Senni, Lakata bleibt dabei und jetzt ist es soweit. Ich glaube, der Tank ist leer, es ist aus, es ist vorbei, möglicherweise bei Eletrico Tommaso oder straft er uns mich Lügen? Unglaublich, also jetzt geht es wirklich ins Grande Finale. Steini, jetzt müssen die Karten aufgedeckt werden auf die letzten paar Kilometer hinauf zum Dimmelsjoch. Und jetzt, glaube ich, ist vorbei mit Gemütlichkeit, denn jetzt werden die Wattzahlen richtig hochgetrieben. Senni, der seit vielen Kilometern schönes Gesicht wirklich verzieht, aber der hält voller dran. Also sehr, sehr starke Vorstellung von Manuel Senni, aber auch natürlich von den anderen drei. In einer Stunde und ungefähr zehn Minuten, Männer, wird also die Zielankunft sein. Und deshalb schalten wir jetzt ganz kurz erstmals ins Ziel hinunter, wo dann tausende von Menschen alle, alle abfeiern werden. Alle 4.300, die noch auf der Strecke unterwegs sind. Und deshalb schalten wir runter zu Günter Laikgeb. Jawohl, tatsächlich, tausende sind es noch nicht hier in der Ziel-Arena hier in Sölden, aber die wird sich gleich füllen. Vielleicht zeigen wir mal ganz kurz, diese Tribünen hier, die werden sich gleich füllen und es wird eine tolle Stimmung sein. Aber einige sitzen schon seit längerer Zeit hier und fiebern mit und verfolgen, und zwar der Matteo. Und der Louis, woher kommen Sie jetzt? Von Eltsdorf an der Hube. Also Einheimische und das seid da Radsportfans ganz eingefleischte? Ah ja, seien wir wohl. Super, davor haben Sie mir gesagt, dass Sie das damit verfolgen, dass Sie Ihnen alle die Daumen erdrucken und dass Sie bis zum Ende den Superplatz, den sich die Jungs da ergattert haben, gar nicht mehr loslassen werden. Und wir suchen uns gleich die nächsten Gesprächspartner. In der Zwischenzeit gehen wir zu euch zurück ins Studio. Danke, Günter Leitgeber. Der Mann aus Antolz, der unter anderem auch für den Biathlon-Weltcup mitverantwortlich ist im Antolzer Dahl. Hier also mit einem ersten Stimmungs-Check vom Ziel. Und apropos Stimmung. Die Stimmung wird besser und besser. Und der Grund hat einen Namen. Toni Beichtse. Der Legend sitzt bei uns. Toni, servus. Ja, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Toni, du warst heute da ist. Toni, wink mal hinein in Richtung des Livestreams. In Richtung von zigtausenden Menschen, die sich momentan den Stream anschauen. Du warst heute in der Früh schon beim Start. War ein cooles Gefühl. Du hast jeden angefeuert und du wolltest eigentlich am Start schon Attacken sehen. Ja, das wollte ich mir natürlich nähen gehen lassen. Ich bin ja seit zwei Wochen im Ölster für ein Höhentraining und wenn schon mal sicher ein Spektakel direkt vor der Haustür ist, mag ich natürlich dabei sein. Also, mein Weg ist auch um fünf Uhr runtergefahren und war mega cool zu sehen. 4.000 Radsportbegeisterte. Alle mit einem großen Traum. Alle top motiviert. Superschönes Wetter. Auch die Temperaturen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat es mich ein bisschen gejuckt, dass ich nicht selber dabei bin. Du, jetzt schreiben in der gleichen Sekunde ca. hunderte Leute Goschen polieren. Jawohl. Das ist mein drittes Standbein. Das ist echt ein drittes Standbein geworden, oder? Ja. Das ist ja mit dem Lukas Pöstlberger, mit einem guten Freund von mir, zustande gekommen vor zwei, drei Jahren. Genau. Gefreut mich, dass das viele Leute immer wieder einmal in den Mund nehmen. Genau. Die Lena Daler schreibt, bitte grüßt mir die Mama, die Birgit Südner. Die sitzt nämlich am Rad. Machen wir aufs Herzlichste. Birgit, alles Gute. Toi, toi, toi. So, Toni. Was sagst du bisher zu diesem heutigen Rennverlauf? Elektrico Tommaso hat viele Stunden geführt. Jetzt eine Drei-Mann-Spitzengruppe. Wo mit dabei ist unter anderem der führende momentan, Alban Lakata. Ja, ich bin ein riesen Alban-Fan. Ich habe das Privileg gehabt, dass ich mit ihm ein paar Mal einen Dolomitenmann zusammen gemacht habe im Team. Und ja, der Alban Lakata ist, wenn man auf seine Erfolge schaut, dreifacher Mountainbike-Weltmeister. Der hat Klasse. Der ist gerade auf die langen Sachen extrem gut. Und ja, ich glaube, es wird jetzt spannend. Der härteste Teil vom Timmelsjoch steht jetzt eigentlich bevor. Die letzten 600, 650 Kilometer bis zum Tunnel, die sind richtig schwer. Der Faktor Höhe kommt dazu. Timmelsjoch, 2500 Meter. Das gespannt mich. Und ja, ich glaube, dass sich das jetzt die drei da untereinander ausmachen. In der Hoffnung, dass vielleicht die Vorentscheidung schon vor dem Timmelsjoch passiert. Weil natürlich dann auch die Abfahrt bei Leuten nicht so gefährlich ist, wenn Abstände sind. Kurz nochmals zu den Damen. Wie schaut da der Zwischenstand aus? Und vor allem, lieber Patrick Grüner, der Abstand? Also, ich habe jetzt aktuell von St. Leonhard, die bis über die Matte gefahren sind. Und die Schalini-Meyer ist dort eigentlich ein Wahnsinn. Man muss sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die war unten in St. Leonhard nur 19 Minuten hinter der Spitze Herren. Als Gesamt 64. Die führt, da haben wir es jetzt im Bild, mit ca. 8-10 Minuten Vorsprung auf die Zweit- und Drittplatzierten. Nähere Infos habe ich dann auch leider nicht gekriegt. So, 12 Uhr und 24 Minuten. Michi Nussbaumer jetzt auch wieder hier. Patrick Grüner hier in der Mitte von den beiden. Der großartige Toni Balzer, der unter anderem in den letzten Monaten auch Skifahren war hier am Gletscher mit Benni Reich. Fehlt hier die Entscheidung genau jetzt? Angriff von Manuel Senni. Also, er verschärft wieder mal das Tempo. Und jetzt wird es halt interessant, was der Alban und der Johnny noch dagegen setzen können. Der Alban hat natürlich einfach einen richtig, richtig schweren Dieselmotor. Ich glaube, dass es für ihn hart ist, dass er auch Tacken mitgeht. Aber es ist natürlich auch noch ein richtig langer Weg bis zum Tümmelsjocher Auffehre. Von dem her, glaube ich, muss man jetzt mal schauen, wie sich der Alban verholt. Jetzt geht auch die Lücke nach hinten. Ja, wahnsinnig spannend, oder? Carsten Miggel schreibt gerade, mit Bernie Eisel hat er WhatsApp geschickt. Auch dabei beim Livestream. Schöne Grüße. Er natürlich ein Fan der führenden Dame, mit der er auch am Rad schon mehrfach gesessen ist. Jetzt dezimiert sich hier diese Drei-Mann-Spitzengruppe. Das könnte vielleicht die Vorentscheidung sein beim 42. Ötztaler. Johnny Hoageland verliert jetzt Meter um Meter, Sekunde um Sekunde. Ja, jetzt ist es ein Bergeinzelzeitfahren geworden. Und das ist immer das Interessante, wenn einer anzupft, was passiert mit dem Rest? Bleiben die zusammen und halten die das Tempo gemeinsam? Nein, das ist in dem Fall nicht so. Und Johnny Hoageland muss da richtig büßen. Alban Lakata kann noch ein bisschen ein schnelleres Tempo gehen. Aber der vorne, der hat wirklich ein ordentliches Loch aufgerissen und hat die Spitzengruppe jetzt völlig zersprengt. Und jetzt wird es ein Kampf Mann gegen Mann. Hammerrennen, Hammerrennen hier beim Ötztaler, Toni. Ja, mega cool. Jetzt sind noch mal ein paar richtig schwere Serpentinen. Dann ist eine kurze Flachphase vor dem finalen Part am Himmelsjoch, wo man noch mal durchschnaufen kann, wo es vielleicht auch noch mal Zeit ist, dass man ein bisschen Energie zum Körper zuführt. Und ja, im Endeffekt, glaube ich, haben wir 20 Minuten ungefähr vor dem Himmelsjoch. Die Lücke ist da. Ja, spannend auf alle Fälle. Du bist zur Trainingszwecke momentan hier. Wie oft bist du jetzt diese Strecke im Ötztal abgefahren? Du schaust jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Träumst du schon vom Berg? Ja... Nein, das nicht. Ich tue bei Switchen. Ich fahre aber einen Tag Richtung Finchgau. Und einen Tag bleibe ich im Ötztal, einfach, dass ich ein bisschen Abwechslung habe. Aber gestern habe ich mir noch mal die Strecke angeschaut, bin mit dem Radl nach Sterzing und wieder retour, also über den Jaufenpass und ja, es ist ja wahnsinnig cool zum Fahren. Du, jetzt sehe ich gerade, weil ich dir ganz genau anschaue, welche braune Birne du aufhast, weil das wurde halt eh oft geschrieben und zwar Sonnencreme. Wie wichtig ist das, Doni? Das ist ein Zeichen von Schwäche. Das mache ich nicht. Keine Sonnencreme? Nein, das mache ich nicht. Okay, das ist Donis Meinung, ganz wichtig. Andere haben ganz kleine andere Meinung. Es ist ganz wichtig, dass Sonnencreme hernimmt. Ich bin da ein bisschen lachs, auch als, wo ich noch auf die Ski gestanden bin. Das ist übrigens Toni Balzer, gerade den wir da am Bildschirm gesehen haben mit dem E-Bike. Eingetroffen bei uns ein weiterer Studiogast, der lieber kein Studiogast wäre, nämlich, Barty Stenlin, du vor. Ja, den Local Hero aus dem Ötztal, den Jonas Holzknecht. Den habe ich jetzt relativ auf der großen Favoritenliste hatte, aber leider habe ich gehört, im Kühtau war Schluss, aber da glaube ich kann er dann selber was dazu sagen. Jonas, was war los heute bei dir? Ja, leider bin ich. Durch das Ötztal raus ist es eigentlich super gegangen, weil ich habe am Donnerstag Lehrabschlussprüfung gehabt, habe als Tischler eine Kastel runtergelupft. Danach hat es mich da im Muskeltrakt, in den Knie, überspannt. Leider und es war eine 50-50-Situation, entweder ein Holtesband oder nicht. Und heute war leider das andere 50-Prozent. Das heißt, du hast sehr, sehr schnell gemerkt, da geht halt nichts. Ja, gleich einmal in Mühlau oben, wo das Tempo extrem hoch ist, hat er noch einen falschen Tritt und Knie wo aus. Jonas Holzknecht, wäre die ganz große Hoffnung natürlich auch der Ötztaler gewesen, ganz weit vorne mitzufahren vom Tirol-KTM-Team, das ja großartig auch bei der Tour of Austria dabei war. Und damit schalten wir wieder zum jetzigen Rennverlauf, auch hier vor Ort. Bora Hansgrohe, Profi, Giro d'Italia, Bitzwinger, Vuelta, Bitzwinger, ehemaliger mehrfacher Skibergsteiger, Superstar und Weltmeister. Toni Balzer, der ganz genau hinschaut und auch in Richtung der Berge, die kennt er und damit zum Führerentner. Ja, ja, wahnsinnig spannendes Rennen, gell? Wenn du mich fragst, schaut er eigentlich ziemlich gut aus, noch. Oder einen wirklich guten Tritt, klar, was man natürlich schon übersagt als Radl-Profi, dass man eine relativ hohe Frequenz fährt. Andererseits sind wir schon 1-6 Stunden im Rennen drinnen. Aber wenn es jetzt nach mir geht, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, schaut das ziemlich gut aus. Und vor allem ist einfach die Distanz bis zum Top, ist einfach überschaubar jetzt, gell? Wenn man jetzt nach hinten, wo nach hinten blickt, ist jetzt Kahl-Albern in Sichtweite. Also jetzt bei der Kehre, also sind wahrscheinlich schon so 40, 50 Sekunden Vorsprung, was schon mal ein ganz schöner Respektsabstand ist. Ja, wir bekommen da gerade eine Reihenverpflegung schöner. Da sah alles noch anders aus. Da war Lakata, Haugaland und Manuel Senni auf 1, 2 und 3. Jetzt ist es momentan a One-Man-Show bei Senni. Genau, du sagst das. Aber wir haben ja heute schon einmal, wurden wir eines Besseren belehrt vom Alvan Lakata in St. Leonhardt Richtung Moos, wo der Albinator nirgends aufgeschehen ist. Und auf einmal stand er in der Verfolgergruppe von Jonny Hogaland und Hansjörg Leopold. Also ganz abschreiben würde ich sie noch nicht. Aber wie der Ton ist schon gesagt, es schaut wirklich noch sehr gut aus. Und es sind doch noch ein paar Kilometer bis hinauf auf das Dach des Ötztalers. Questo da una vittoria italiana. Gibt es also heute möglicherweise wirklich einen italienischen Erfolg? Das letzte Mal war das 2017 der Fall. Dann eben die zwei Erfolge von Nodek, Gewinner Hoagaland und eben der Sieg letztes Jahr von Berg. Berg hat sich heute frühzeitig aus der Spitzengruppe verabschieden müssen. Ich glaube, das war bei der Auffahrt ganz am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, eh auf den Bass. Ja, genau. Und ich habe jetzt gerade noch ein Ding reingekriegt. Der Senni war Radprofi bis 2021 und war viermal beim Giro Italia. Okay. Was sagt das dann an Doni? Dass er ziemlich gut Rad fahren kann wahrscheinlich. Kennst du ihn? Nein, ich kenne ihn nicht. Nein. Ist ja auch vor meiner Zeit. Ich bin ja erst 21 zum Radl fahren gekommen. Aber das spricht natürlich dann schon für ihr. Du, während wir hier jetzt Lakata und Haugaland im Duett sehen. Was sagst du zur Tour de France? Was sagst du zum kurzzeitigen gelben Trikot von Hindley? Ja, das war ein Masterpiece. Das war, glaube ich, was Band of Brothers, was der Slogan ja vom Team Borehansgrohe ist. Ja, das hat dafür gesprochen oder die Bedeutung dafür, eine Meisterleistung von Patrick Konrad, dass die Situation zustande gekommen ist mit der Gruppe. Ein extrem starker Emanuel Buchmann, der seit der deutschen Meisterschaft unglaublich viel Selbstvertrauen hat und einfach Weltklasse ist, immer Weltklasse war. Und das habe ich jetzt einfach wieder gezeigt. Und ja, Jay Hindley ist ein wahnsinnig geiler Typ. Ich bin zweimal mit ihrem Rennen gefahren gerade, zweimal Katalonienrundfahrt. So ein erstklassiger Leader im Team, immer freundlich. Ja, der pusht richtig, da ist immer eine gute Stimmung. Und ja, wenn man den Knaben aus Australien im gelben Trikot von einem deutschen Team sieht, das war schon ziemlich emotional für das ganze Team. Und ja, klar, ich glaube, das große Ziel ist das Podest. Winnega und Pogacar sind vielleicht in einer anderen Liga momentan. Aber drei Wochen sind extrem lang, da kann brutal viel passieren. Und der Jay hat einfach in der Vergangenheit schon gesagt, dass er einfach in der dritten Woche noch seine Leistung bringen kann. Gerade letztes Jahr mit dem Giro d'Italia-Sieg. Jetzt geht La Carta. Haugelland kann das Tempo von La Carta scheinbar momentan nicht halten. Du hast mit Ralf auch telefoniert nach diesem Hussein-Ritt von Hindley, aber und eben auch Buchmann. Nein, das nicht. Nein, gut, das ist die Tour de France-Fraktion jetzt, was da unten ist. Die haben einen mächtigen Stress. Das sind wahnsinnig lange Tage für die Fahrer, aber auch für den kompletten Staff. Ja, ich habe es mir im Fernsehen angeschaut. Ich habe es richtig cool gefunden. Ich war ein bisschen verblüfft, dass die Situation überhaupt so zustande gekommen ist, dass der Jay in der Gruppe ist. Weil der Jay ist jetzt einfach einer, mit dem muss man einfach rechnen im Klassement. Aber die Situation ist, wie gesagt, zustande gekommen und es war perfekt umgesetzt. Schöne Grüße übrigens an den großartigen Wolfgang Richter. Du bist spitze, Wolfgang. Er schreibt uns nämlich gerade auf YouTube und wir grüßen ihn aufs Allerherzlichste. Die Welt ist schön und das soll man einfach nicht jammern, lieber Wolfgang Richter. So, also, wir sind im Finale. Der letzte richtige Anstieg hier rauf auf das Dimmelsjoch heute beim 42. Ötztaler. Und Jonas, wie wehtut es dir? Du wolltest heute natürlich Akzente setzen. Du wolltest heute mitgehen mit den Allerbesten. Was wäre deine Zielsetzungen gewesen? Ja, die Zielsetzung war eigentlich Top 10, Top 5 gewesen. Damals hat mich noch der Bub, hat mich letzte Woche noch angerufen und hat gesagt, wenn das Podium nicht wird, wäre es Top 5, der viel fokussiert aufs Podium. Das tut schon ein Weg wäre, wenn man die Bilder so sieht und da ins Studio hocken muss und nicht selber attackieren kann. Ja, ja. Da wird übrigens eine Frage an dich gestellt, Anton Balzer. Regeneration während einer Grand Tour, wie fühlt man sich da nach einer Woche? Ja, Grand Tour ist natürlich eine ganz spezielle Erfahrung. Und eine Ausnahmesituation für den Körper. Im Endeffekt kommt man aber in einen ziemlich guten Flow rein. Tag für Tag reißt man seine Meter runter. Tag für Tag geht man ans Limit. Ganz oft sogar ans Limit über den Tag. Ja, die Nutrition ist einfach ein Riesenfaktor, was die Regeneration bestäunigt. Wir haben natürlich auch jeden Tag physiotherapeutische Behandlungen, Masseure dabei. Also viel Schlaf ist wichtig. Was dann zum Schluss aussieht gar nicht mehr so leicht ist, dass man schläft, gerade wenn man am Limit ist. Ja, wenn man aus so einer Grand Tour gesund rauskommt, ist das auch ganz, ganz oft, dass man wirklich extrem stark rauskommt. Das ist auch der Grund, warum Vieh und Giro und die Tour de France fahren. Weil ja einfach so eine drei Wochen Belastung auch den Körper extrem abhärtet und einfach extrem stark macht. Wenn man andererseits krank wird, dann muss man ganz schön leiden. Bei mir war es so, ich bin am zweiten Ruhetag vom Giro krank geworden, bin die letzte Woche richtig krank gefahren. Und danach ist dann halt richtig bergab gefahren. Also zwei Wochen nie das Rad lang gelangt, weil ich mehr oder weniger im Bett gelegen bin. Das ist jetzt die andere Seite. Aber es kann natürlich auch so sein, wie jetzt der Patrick Conrad oder Bob Jungels, die, die im Giro leitert waren, die, die jetzt auch bei der Tour am Start sind. Um ganz kurz noch bei der Tour zu bleiben, ganz kurz vielleicht auch deine Einschätzung, Felix Gahl. Ja, wahnsinnig cool. Ist jetzt nicht in meinem Team, ist mir aber auch völlig egal. Ich finde es mega cool, dass Österreich einfach wieder so einen jungen, aufstrebenden Supersportler hat. Ich habe es cool gefunden, dass er einen Tag im Bergtrikot gefahren ist. Die Tour ist noch lang und ich würde ihm wirklich nur das Beste wünschen, dass er das Bergtrikot nochmal anziehen darf. Schon bei der Tour de Suisse hat er gezeigt, dass er jetzt einfach komplett in der Weltspitze angekommen ist. Und ja, der Felix ist auch menschlich einfach ein super Typ. Allbei gut drauf. Immer für eine Gauri zu haben beim Rennerfahren. Wir haben relativ oft das gleiche Rennprogramm. Und ja, ich finde es cool. Michael Nussbaum schreibt gerade, ich sitze knapp seit sechs Stunden am Livestream. Fühlt euch alle gegrüßt. Und zwar grüßt ihr die Ostfriesen aus Aurich. Grüßt man natürlich sehr, sehr gerne. Sechs Stunden, sieben Minuten. Alban Lakata, wieder im Fokus hier von unseren Kameras. Und damit schauen wir wieder mal zum Patrick Grüner. Wie gesagt, unser Analytiker, Analyst seit vielen, vielen Jahren. Derjenige, der alles und vor allem den Überblick über das Renn geschehen hat. Ja, einiges vielleicht, auch nicht alles. Aber Manuel Senni immer noch super vorneweg. Der Alban hat sich gelöst von Johnny Hogaland. Also der vielleicht versucht jetzt doch nochmal da ein bisschen ranzufahren. Wird jetzt nochmal richtig spannend. Wir sind schon auf die letzten Meter und letzten Höhemeter vom Timmelsjoch. Also wird jetzt ganz, ganz spannend. Also ich glaube, wenn er jetzt raufkommt und mit zwei, drei Minuten Vorsprung drüber fährt, dann wird wahrscheinlich der Sieger, wenn nichts passiert in der Abfahrt nach Sölden, Manuel Senni heißen. Weil gefühlt es eine extrem schwere Bergetappe ist, Doni. Da schreibt auch einer, darfst du irgendwann mal auf einer Bergetappe auch angreifen? Oder bleibt es dabei, dass du der Domestik bist, dass du eben immer in diese Helferoller eben auch hineingeschoben wirst von deinem Team? Ja, das wäre, glaube ich, die Zukunftssorgung. Weil ich bin jetzt ein bisschen länger als zwei Jahre in dem Geschäft drinnen. Und das ist auch, so ehrlich muss ich sein, das ist nicht so einfach. Also die Leistungen, die da in dem Profiradsport abgehen, die sind wirklich extrem hoch. Und ich bin mit der jetzigen Situation ziemlich happy, muss ich sagen. Ich probiere einfach, dass ich für die wirklichen Superstars bei uns im Team einfach eine wichtige Helferposition einnehme. Das klappt mittlerweile auch echt schon richtig gut. War ja auch der Grund, warum sie mich dann zum Giro im Endeffekt mitgenommen haben. Aber klar, ich bin einfach Sportler aus Leidenschaft. Und das Siegen, das ist, glaube ich, in einem Sportler schon verankert. Von dem her ist mein Traum einfach, dass ich schon... Ich habe aber mal zu meinem Trainer, zum Helmut Dollinger gesagt, ich herrschte wieder zum Radlfahren, auch wenn ich mal ein Radlrenner wieder gewonnen habe. Also das ist mein großes Ziel, das ist meine Motivation für das stundenlange Training, dass ich viel aufopfern muss für den Traum, für den Sport. Aber ja, also werdet ihr mich noch eine Zeit haben. Das hoffen wir, jetzt hoffen wir, dass du noch nicht so gleich gewinnst, dass du es dann nicht sofort sein lässt. Aber er ist ein unfassbar populärer. Also bei allen Rennen, ich habe mir das gerade wieder bei der Tour auf die Alps gedacht, überall am Boden, Toni Balzer und die Fans rufen und schreien, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich war heuer beim Giro zuschauen im Trento unten bei der Bergetappe. Und der Pötzi und auch der Toni, wie sie vorbeigefahren sind, natürlich der Hashtag von Toni, komm schon polieren. Und der Toni ist auch einer, der grinst und winkt und Servus, grüß euch. Und bergauf, also die sind ja noch voll im Rennmodus. Und das sind einfach so coole Typen neben der Strecke, wenn wir so neben der Strecke stehen und uns das anschauen. Also ist einfach lästig, dabei zu sein beim Giro oder bei der Tour. Und ja, der Toni ist eine sehr große Bereicherung für den Radsport. Mir bedeutet das extrem viel. Ja, das beflügelt mich extrem, dass da einfach so viele Leute meinen Weg verfolgen. Und ich glaube, es ist halt einfach auch, mein Weg zorgt halt, dass man mit Mut und mit Fleiß und mit einer gewissen Leidenschaft und Passion, glaube ich, auch viel machen kann. Egal, was für einen Hintergrund, das man hat. Und der Schritt zum Profiradsport, das war für mich ein extrem großer Schritt. Aber ich glaube auch, ich zeige die Leid, dass jeder sowas schaffen kann. Und ja, ist cool. Weil wir, und dann kommen wir auch wieder mal zum Jonas. Aber Toni, weil wir da gerade auch finnische Shirts gesehen haben. Was sagst du zum Herzblut der Ötztaler, wie dieser Event nach draußen getragen wird, aber auch von den Ötztalern gelebt wird? Ja, riesig, riesig. Ich glaube, der erste Schritt zu dem ist einfach einmal die Tatsache, dass 4.000 Leute am Start stehen. Und wie viele Anmeldungen sind? Registriert sind zwischen 16.000 und 18.000 jährlich. Dann weiß man mal, was für Aufmerksamkeit die Radsportveranstaltung hat. Und ich habe auch dann gleich um 7 Uhr in der frühen Livestream angeschaut und 1200 Helfer dabei. Ich finde das so cool, wenn da die Leute die Brote schmieren, die Kuchen backen. Einfach, ja, da steht, glaube ich, das ganze Teil zu 100% hinter der Veranstaltung. Und ich glaube aber auch, dass es nur so geht. Am Ende werden genau diese Veranstaltungen übrig bleiben, wo es eben einen Zusammenhalt gibt. Jonas, weil du neben Toni Balzer sitzt, wäre es momentan so dein Vorbild im Radsjargon? Ich verlegst dir gut was. Ja, ja. Der Toni hat den rechten Muskel schon Oberarm angezogen. Nein, nein, richtiges Vorbild. Boah, schwierig. Eher momentan sicher Winnegard. Aber auch bei der Toni, also ein Quereinsteiger, wie ich eigentlich höp bin. Ich komme eigentlich vom Langlauf. Ich verfolge eigentlich schon seinen Weg und er ist schon ein bisschen ein Vorbild. Jonas Holzknecht, also bei uns der Local Hero aus dem Ötztal, der sich viel vorgenommen hat, leider aber vor ein paar Tagen bei der Lehrabschlussprüfung. Das ist in Österreich die Lehrzeit, die dann beendet ist nach drei Jahren, wo man dann also Geselle ist und da hat er sich verletzt. Trotzdem heute gestartet, aber er musste frühzeitig erkennen, es geht nicht. Aber, Beuys, es geht bei diesem Mann. Da geht es zur Sache noch. Das wäre relativ interessant, oder mit der Siegerzeit dann? Jetzt bist du an der Reihe, jetzt werden wir analysieren. Kann es interessant werden, was ist denn die Rekordzeit? Hast du es im Kopf? Ja, genau, 6,47 und ein paar Zeit quetscht er von Matthias Nordecker. 6,47, also jetzt bin ich mir sicher, Matthias Nordecker, der zittert jetzt, weil der will diesen Rekord behalten. Ja, wer will das nicht, wenn man Rekordmann ist, aber es könnte heute wirklich sein, obwohl heiße Temperaturen, aber windtechnisch nahezu ein perfekter Tag, auch wenn da unten die T-Shirts natürlich flattern. Aber das meine ich eben, manche Träume enden nie, aber dieser Traum könnte heute in Erfüllung gehen, hier einmal zu gewinnen und vielleicht, vielleicht sogar den Rekord zu schaffen. Ja, im Endeffekt ist der Führende jetzt, glaube ich, 5 Minuten ungefähr vor dem Timmelsjoch, dann muss man rechnen, ungefähr 8, 9 Minuten bis zur Mautstelle. Der Gegenanstieg sind ungefähr 5 Minuten, 3, 4 Minuten vielleicht runter, oder? Genau. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wie lange das man von der Maut wieder nach Sölden braucht. Zwischen 10 und 15 Minuten, halt jetzt so im Schnitt, je nach Wind. Es ist auch, man muss dazu sagen, von Obergurgel nach Sölden runter ist auch ab und zu ein Windloch drinnen, das kommt aus dem Timmelstal heraus. Und wenn du da Pech hast, hast du halt extrem den Gegenwind. Und wenn du richtig Glück hast, dann hast du einen Rückenwind. Man muss dazu sagen, heute glaube ich, bis jetzt war das Rennen fast zu 100% Windstill. Wir haben ja die Infos in der Früh gekriegt, es war durch Star was Windstill, es war ein Brennerwindstill. Also bis jetzt war es eigentlich alles ideal. Das hängt jetzt natürlich noch ein bisschen ab vom Wind, was passieren könnte. Und ich glaube, dass er schon im Hinterkopf vielleicht auch den Streckenrekord hat. Alban Lakata ist so stark in seinem Kopf, der gibt nicht auf und gibt nicht auf. Kann er möglicherweise seinen letztjährigen dritten Platz sogar verbessern. Lakata-Fan Sonja Ledl-Rossmann übrigens schreibt gerade, dass sie am Stream zuschaut. Und unter anderem Alban Lakata auch die Daumen drückt, schickt uns da gerade vom Garten von zu Hause ein Foto. Also schöne Grüße in Richtung Sonja Ledl-Rossmann. Watt, Laktat und so weiter. Auch das sind Themen, die wir unbedingt nochmals mit Toni Balz und auch mit Jonas ansprechen wollen und müssen. Ja, was sagst du dazu, zu den Wattwerten da hinauf, Toni? Schwierig, oder? Weil es natürlich von Sportler zu Sportler unterschiedlich ist. Ja, das ist schwer zum Sagen. Und was halt einfach wirklich dazukommt, ist die Höhe. Wir sind da auf über 2000 Meter und da wird es halt dann interessant, wie viel Sauerstoff, das man nur in den Körper bringt. Und wie schnell, dass man dann effektiv noch fahren kann. Ich weiß jetzt nicht, ob der Alban oder die drei, die vorhin ein Höhentraining gemacht haben davor. Das war natürlich in dem Fall klar, zum einen, zur Verbesserung der Leistung schon mal gut. Aber halt auch für die Höhenanpassung, dass man dann auch in den gewissen Höhen seine Leistung abrufen kann. Schwierig zum Sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass er sich an der Schwelle bewegt, was der Alban für Schwelle hat. Das weiß ich auch nicht, wie viel wird. Aber im Endeffekt ist es dann auch egal. Das ist jetzt einfach ein Kampf Mann gegen Mann. Und der, was am meisten Schmerzen aushält, der ist als Erster im Ziel dann. Das ist jetzt dann der Übergang von Südtirol eben nach Tirol, nach Nordtirol. Rupert Steger schreibt vom österreichischen Skiverband. Schöne Grüße an das gesamte Ötztal in Richtung an das Team von Dominik Kuhn. Sensationelle Leistung von euch allen als Sorge. Der ÖSV ist heute dran und wünscht alles Gute und freut sich auch schon auf den Weltcup dann Ende Oktober. Und hier die beste Dame mit der 1.320. Das wird möglicherweise, wenn da nichts mehr schief geht, vielleicht die Siegernummer sein. Frage an dich in dem Fall, Patrick Grüner. Ja, die Janine Mayer hat die Verpflegungsstation Schönau, also die letzte Lerberstation, erreicht. Sechs Stunden, neun Minuten. Zweitplatzierte, Dreitplatzierte sind noch nicht an diesem Punkt vorbeigefahren. Und somit wird sie immer noch so zwischen acht bis zehn Minuten Vorsprung auf die Zweiplatzierte haben. Und Katharina Rossmann, die hat schon einen relativ betrachtlichen Rückstand. Also die hat schon circa 15 Minuten. Hier sehen wir Johannes Lamparder mit dem dritten Motorrad, die Kamera auf den zweifachen Weltmeister gerichtet. Toni, du lächelst. Ich habe ihn heute in der Früh getroffen. Ich bin mit dem Auto von Hochgurgl runtergefahren und dann von Zwieselstor die leichte Kuppe da Richtung Sölden. Dann habe ich mir schon gedacht, der ist Dress, das kenne ich, das habe ich glaube ich auch daheim lieb. Und fahre ganz langsam vorbei. Ja, dann war sie auch ein bisschen geredet. Er war mega motiviert, hat sich viel gefreut, dass es endlich losgeht. Ja, cool zum sehen. Erfüllt sich heute einen Lebenstraum. Jo Lamparder, der Gesamt-Weltcup-Sieger, der zweifache Weltmeister, einer der Stars im österreichischen Skiverband Nordischer Kombinierer, die im kommenden Jahr kein großes Ereignis haben, sprich keine Weltmeisterschaft, aber das Nordic Triple wird wieder in Seefeld stattfinden. Und weil wir Pauli Werbeniak nicht gefunden haben. Er hat mir soeben eine WhatsApp geschickt. Hi Stefan, habe leider aussteigen müssen. Wieder einen Patschen am Hinterrad nach 10 Kilometer auf der Felge und ohne Material zum Wechseln aufgegeben. Er ist traurig, sauer, aber schreibt auch, ich werde es nächstes Jahr dann wieder versuchen. Dann schreibt zum Beispiel Gitti Köck, die Olympia, ich glaube, Bronzmedaillengewinnerin. Super Übertragung, großartige Geschichte. Auch Snowboarder sind dabei, haben wir ja schon mehrfach erwähnt. Andi Brommegger, der amtierende Weltmeister, fährt hier heute mit der Startnummer 29 und war auch schon des Öfteren zu sehen und war auch schon im Gespräch bei Christoph Sumann. Du, wie würde dich das motivieren, Toni, wenn der Sumi während dem Rennen zu dir geht und fragt nach dem dritten Pass, wie geht es dir und gib endlich mal Gas? Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde ihm einen hier reinhauen. Ich wollte genau diese Antwort. Genau das wollten wir hören. Ich wollte genau diese Antwort. So, wo sind wir, Männer? Ganz oben in Kürze. Das Dach des Ötztaler, es ist erreicht, Michi. Der Manuel Senni fährt jetzt durch den Repulbogen und hat eigentlich das Schlimmste hinter sich. Es kommt jetzt nochmal der Gegeneinstieg zur Mautstation. Das Schlimmste kommt noch, die Mautstation kommt noch. Aber ich glaube, das beflügelt ihn jetzt schon, weil er weiß, wenn er den Vorsprung hat und dass er eigentlich ganz knapp vor dem Sieg steht des Ötztaler Radmarathons, wird er den auch noch drüber fahren. Natürlich tut es weh, aber ich glaube, das dürfte ihm jetzt kein Problem sein. In der gleichen Millisekunde, über 10.000 im Stream, das sind auch Rekordwerte und da freuen wir uns natürlich. Knapp 20 Kameras, unzählige Helfer, knapp 180 Mann stark ist alleine dieses Team für den Medien, für den gesamten Entertainment-Bereich. Und wir werden belohnt mit diesen Bildern, mit diesen Wettern und mit einem Kampfgeist von Alban Lakata. Sensationell. Also der Alban, der drückt da jetzt richtig nochmal hinauf. Der wird jetzt versuchen, den zweiten Platz wahrscheinlich nach Hause zu fahren. Wir sehen jetzt leider nicht den Rückstand von Johnny Hogaland, aber ich glaube, er hat sich ziemlich groß, also relativ einen großen Vorsprung rausfahren können. Also ich glaube, dass da Alban heute den zweiten macht. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Und das vor allem auch in Richtung der Zuschauer, während wir wieder die Führende sehen. Großartige Radmarathonfahrerin Martin Böckle hat es heute auch schon mehrfach erwähnt, wo sie überall vorne dabei war, was sie schon alles gewonnen hat. Eine der größten ihres Faches. Schnaufen wir nochmals kurz aus, gehen nochmals in die Highlights der vergangenen Stunde und dann der gesamte Fokus auf die nächsten letzten 30, 40 Minuten für die Spitze. Aber, und das wollen wir auch noch erwähnen, die Übertragung, die dauert heute noch viele Stunden, weil wir begleiten jede und jeden ins Ziel, vor allem auch all jene, die ganz am Schluss des Feldes sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir dürfen Sie alle recht herzlich begrüßen. Wir sind zurück beim Ötztaler in der entscheidenden Phase. Und während wir gerade die Highlights und die Werbung gesehen haben, haben diese drei Herren gerade philosophiert, vor allem aber diskutiert, ob sich da heute eine Rekordzeit ausgeht. Da haben wir Patrick Gröner, Toni Balzer, Michi Nussbaumer. Wer beginnt, geht es sich aus? Du sagst, nein, der Toni sagt, ja, der Michi hat sich noch gar nicht so wirklich geäußert. Gehen wir rein in die Diskussion, Männer. Ja, ich bin jetzt mit meinen Wetten ein bisschen, gehe ich zurück, weil ich habe eigentlich heute auf den Johnny Hogoland getippt. Also ich habe da schon mal verloren. Also ich bin jetzt auch ein bisschen vorsichtig, aber ich glaube, es geht sich nicht aus. Weil es ist auch in Untergoogle eine Baustelle mit dem Dundel. Da muss er abbremsen, also da muss er, da verliert er wieder ein paar Sekunden, wenn es sich jetzt ganz knapp hergeht. Aber ich glaube, es geht sich ganz knapp nicht aus. Toni, du sagst, es geht sich aus. Ja, also ganz sicher bin ich mir nicht da. Ja gut, der Faktor mit der Baustelle kommt jetzt noch dazu. Es kommt jetzt wirklich drauf an. Ich glaube, es sind 16 Kilometer von der Maut aber ins Ziel, nach Sölden. Ja, wird spannend. Auch was für einen Wind, das er hat. Da Richtung Zwieselsteuer, ob er Gegenwind hat. Oder Rückenwind. Michi, deine Einschätzung? Wir waren gestern am Timmelsioch oben. Wir sind genau die Sektion auch gefahren, Toni, unabhängig von mir. Und da war extremer Rückenwind. Also da hat man nicht einmal gespürt, dass man über 100 kmh fährt. Da geht es jetzt in die Senke rein. Das kann natürlich von hinten einmal extrem anschieben. Aber dann sind die Talwinde rausgekommen. Und dann ist er wieder einmal von vorne gekommen. Aber wenn der Wind einigermaßen sitzt, dann kann man sich da schon einmal 3, 4, 5 Minuten rausholen. Und das wäre dann entscheidend. Aber das ist sicher die schnellste Sektion des Ötztaler Radmarathons, wo er hier gerade unterwegs ist. Schauen wir mal, 91, 90, da geht es richtig runter. Und das ist jetzt eine Frage, wie kann er den Schwung mitnehmen? Jetzt kommt eigentlich ein schlimmer Anstieg. Er hat das Timmelsioch sicher vorgenommen. Und jetzt muss er da noch diese, was sind es, 200 Höhenmeter rauf. Die tun richtig weh. 150 Höhenmeter sind das Teil. Und ich glaube, das Travacom liegt bei ein bisschen unter 5 Minuten. Ja, das ist Alban Lakata. Wir warten auf die Bilder des Führenden. Alban Lakata versucht alles, probiert alles, um vielleicht es doch zu schaffen, erstmals diesen Klassiker, diesen Mythos zu gewinnen. Den Ötztaler, der dreifache Weltmeister. Mit weit mehr als 90 kmh ist er hier runtergefahren. Ich finde das ja jetzt unabhängig, was der Alban jetzt wäre, ob er jetzt gewinnt oder Zweiter wird. Man muss, ich finde das so beeindruckend zum Sägen von ihm, mit was für einer Leidenschaft, der den Sport immer noch betreibt, mit seinem Alter. Der Alban ist 44. 44, glaube ich, oder 43, ja. Und so unglaublich professionell. Und ich glaube einfach, der muss ja das nicht mehr machen. Aber ich glaube, der tut das einfach wahnsinnig gern Radl fahren. Und ich finde das total cool. Und wenn er jetzt da, wenn der Erste wirklich eine Firma in Giro d'Italia gefahren ist, als Profi war, was in Italien was heißt und da Zweiter wird, dann kann man da wirklich, egal was für Resultate dann ausschaut, nur ein Hut ziehen. Eine wunderschöne und auch richtige Hommage von Toni Balz, einer der beliebtesten Sportler im deutschsprachigen Raum in Richtung eines großartigen Alban Lakatas. Die beiden haben sich unter anderem kennengelernt beim Red Bull Dolomiten. Wir waren da auch gemeinsam im Team. Habt ihr, glaube ich, sogar gemeinsam gewonnen auch? Ja, wir waren, glaube ich, dreimal am Potest und einmal haben wir es auch gewonnen. Da reden Sie wahrscheinlich in Lieren selber noch davon, von der Sieger heran. Das stimmt allerdings. Vom Sprühen und Spritzen und von der Party danach. Apropos Party danach. Wenn man da heute im Ziel ist, völlig egal, als La Carta oder vielleicht auch als Viertausendster, dann ist bei einigen der Tank wirklich leer. und das Bett ruft. Ja, mit Sicherheit. Ich kann mir vorstellen, dass der Alban in der nächsten Zukunft bald einmal gleich wieder Rennen fahren wird. Also der Alban wird einmal alles drasetzen, dass er so schnell wie möglich regeneriert gut ist, früher schlafen geht. Aber ich glaube, bei den anderen, klar, Bier ist mit Sicherheit nicht die beste Regeneration. Aber wenn man die Runde überstanden hat, glaube ich, dürfen Sie auch ein Bier gönnen. Ja, der Käse ist noch nicht gegessen. Also der Abstand, was wäre das dann? Eineinhalb, zwei Minuten hätte ich jetzt einmal so etwas geschätzt. Nachlassen wird der Alban La Carta sicher nicht, weil das ist ein Lebenstraum, diesen Ötztaler zu gewinnen von ihm. Also er möchte das unbedingt noch einmal. Und eins muss man auch sagen, du hast das Alter angesprochen, 44 Jahre ist er alt. Und diese 44 Jahre, der hat halt nicht mehr zehn Jahre die Möglichkeit, den Ötztaler zu gewinnen. Der ist nicht mehr 22 oder 26, wo man sich nur zehnmal an den Start stellen kann. Und der ist so ein Vollblutsportler, als ich hätte es ihm irrsinnig vergrönt, auch wenn es jetzt gerade nicht danach ausschaut. Aber seine Devise ist auf alle Fälle dranbleiben. Da kann noch ganz, ganz viel passieren. Da kann ein Sturz passieren, da kann ein Defekt passieren. Ich glaube, der ist soweit, dass er auch für den zweiten Platz noch einmal alles gibt. Und dass er einen Johnny Hogaland abgehängt hat, das sagt er alles aus über seine Form gerade. Und Senni hat übrigens seine Karriere eben wegen Verletzungen beenden müssen. Aber wie gesagt, mehrfacher Girod Italia-Sieger. Und wir haben nochmals die Zeiten, die wir erwähnen wollen. Was eben die Differenz zwischen 1, 2, 3, 4 und 5 ist. Wer ist dritter, wer ist vierter, wer ist fünfter, Patrick Grüner? Also ich habe jetzt am Checkpoint-Timmelsjoch den Manuel Senni mit 1,30 Vorsprung auf den Allwand. Also das haben wir relativ gut geschätzt. Dritter ist der Hogaland, so Johnny mit 3 Minuten rückstammt. Vierter, Hans-Jörg Leopold, 5 Minuten 19 auf die Spitze. Daniel Federspiel, fünfter mit 8 Minuten 18. Anton Schiffer, sechster. Eletrico Tommaso, der ehemalige Spitzenreiter, neun Minuten. Und der Rene Bammer, derzeit aktuell 8er. Also es sind 8 Herren über den Dimmelsjoch drüber. Und bei den Damen schaut es einfach so aus. In Schönau ist die Janine Meier knapp 15 Minuten hat der Vorsprung auf die zwei Platzierter. Das also der momentane Zwischenstand. Und Daniel Federspiel, er gibt und gibt nicht auf und er hält damit. Man höre und staune und das nach der Tour of Austria, nach seinem Sieg vor zwei Tagen im Prolog. dieselbe Platzierung wie im vergangenen Jahr, Platz 5. Michi Nussbaum, du warst ja gerade bei der Tour of Austria dabei, zuständig auch für die gesamten Kameras. Was sagst du zur Leistung von Daniel Federspiel? Der ist so solide mitgefahren. Das ist eine 2.1-Veranstaltung, das ist ein 2.1-Rennen. Da sind World Tour Teams dabei, vier World Tour Teams, die dieses Rennen natürlich dominiert. Und da ist man als Kontinentalmannschaft, als Österreichschen natürlich ein wenig im Nachteil. Aber den Daniel, den hat man immer gesehen, vor allem bei den Flachetappen, das was ihm liegt, dort wo es zum Sprint kommt, war er immer gut vorne mit dabei, gut vorne platiert. Ja, also er ist auch nicht mehr der jüngste Radsportler und hält sich da immer noch sehr, sehr gut, wenn es da um Elite-Rennen geht. Also richtig cool. Und auch er hat gesagt, boah, der Ötztaler, weil das ist jetzt so ein Mythos, den möchte er auch unbedingt einmal ganz vorne beenden. Wobei er natürlich nicht dieser Bergfahrer ist. Er hat natürlich ein paar Kilo mehr auf den Rippen wie Toni Balzer. Und tut sich dann natürlich um etliche schwerer. Aber trotzdem, der hat so einen Mythos und als Impster als Tiroler da vorne mit dabei zu sein, das ist natürlich was. Du, Senni, ist ja auch einige Male gestürzt. Wenn ihr da auf seine Abfahrtstechnik schaut, riskiert er da alles? Kopf und Kragen, Toni, wie siehst du das? Na gut, jetzt der Part war jetzt noch nicht wirklich besonders steil. Da bei der Unterführung, wo die Skipisten drüber geht, da wird es dann steiler. Da kommen wir dann auch in die Serpentinen rein. Und ja, da wäre ein Sparer bremst oder ist wieder ein Schneller. Schnell. Wer später bremst, ist schnell, oder? Ja, fix. Weißt du, weil du kommst schnell aus der Kurve raus. Aber ich glaube auch, er weiß seinen Abstand. Die Frage ist, ob er spekuliert, dass er auf Rekord geht oder nicht. Genau. Du, Frage an Toni, die kam gerade rein. Wie schafft man es, sein Sitzfleisch bei so einem Event beziehungsweise bei einer Grand Tour zu pflegen und hegen? Der Toni steht schon die ganze Zeit. Ist das der Grund? Wie schaut das aus, Toni? Na ja, gut, wenn man wirklich Probleme hat mit dem Sitzen, muss man sich mal Gedanken machen, ob man vielleicht einmal seine Position am Rad verändert, ob man vielleicht einen anderen Sattel nimmt. Ja, einfach einmal da ein anständiges Bikefitting macht. Und ja, aber auch Sitzball ist das extrem wichtig. Ist eigentlich so, bei uns nicht gang und gäbe, dass man jetzt sagt, man tut wirklich Cremien, Cremien verwenden. im Idealfall passt einfach die Position so gut, dass man vorne Probleme kriegt. Um den 10.522 Zusehern, die exakt zur selben Zeit drin sind, auf YouTube zu erklären, wann die Entscheidung fällt, wie viele Minuten noch bis zur Zielankunft. Wir haben es gerade, der Toni und ich haben es ganz kurz noch einmal abgeredet. Also wir glauben jetzt nicht ganz, dass es ausgeht. Es wird geschnappt nicht ausgeht. Ich sage mal, so bei den 6.50, 6.52 werden wir uns bewegen. Das ist aber, wenn wir ganz ehrlich sind, ist ja eine Wahnsinnszeit. Alles, was unter sieben Stunden ist, den Schnitt, glaube ich, den können wir auch ausrechnen. Da sind wir bei 34, 35 Schnitt, oder? Ja, und man muss natürlich sagen, die Lekordzeit ist ja nicht mit der Zusatzschleife in Stärzinger. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Umweg das ist. Ganz wichtig, das haben wir wahrscheinlich. Das sind die 800 Meter, aber die 800 Meter haben wir eine Durchschnittssteigung von 12, 13 Prozent. Also da verlierst du auch wieder ein paar Minuten. Wie der Toni sagt, das muss man auch berücksichtigen. Wir sehen übrigens letzte Woche noch ein Siebter beim Dolomiten Marathon. Also auch da hat er seine Klasse gezeigt. Und hat sich eingefahren für vielleicht einen seiner größten Erfolge jetzt in seiner Hobbykarriere, weil er, wie gesagt, viermal den Giro d'Italia gefahren ist und Italien und Radsport, Toni, das hast du heuer drei Wochen erlebt, das ist ganz was Besonderes, ganz was Schönes, ganz was Einzigartiges, ganz was Großartiges. Ja, so wie der Skisport in Österreich beliebt ist, so ist der Radsport in Italien. Ja, war wahnsinnig cool. Die ganzen Städte pink geschmückt. Schulklassen an der Straße, ich glaube, die haben sich gefreut, weil sie keine Schule gehabt haben, wenn wir da durchgerattert sind. Ja, war eine coole Erfahrung. Ich werde irgendwann mal meine Kinder erzählen. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wiederfahren kann. mit hoffentlich besserem Wetter, was heuer schon extrem hart war, für, gerade auf der mentalen Ebene, wenn man einfach 16 Tage im Regen fährt und man weiß, okay, heute früher wieder fünf, sechs Stunden am Radl, das ist dann schon, geht schon ganz schön an die Substanz, aber irgendwann war Rom da und das hat dann auch wirklich für alles entschädigt. Damit jetzt zu Michi Nussbaum. Wir sind mit dem Spitzenmann im Bereich Obergurgel, direkt rechts da vorne die Dahlstation und dann geht es runter nach Zwieselstein. Michi, eine Frage zu dir, weil du, glaube ich, auch einsteigen möchtest. Mindestalter hier beim Ötztaler. Wie alt muss man sein, dass man mitfahren darf? Auch muss ich weitergeben, ich glaube, 16 mit Einverständnis der Eltern. Ist grundsätzlich jetzt auch nicht das Ziel, dass man ganz junge Athleten zum Ötztaler bringt. Das mag ein Traum von vielen sein, aber ist eigentlich etwas, was man in einem Alter machen sollte, wo es eher darum geht, dass man Ausdauer schon hat und nicht die Schnelligkeit zerstört. Ich glaube, da würde jeder Sportwissenschaftler zustimmen. Ähnliches gilt natürlich auch für die Athleten, die was in der World unterwegs sind und dann vielleicht auf diese langen Distanzen gehen, weil da ist auch die Spritze gerade noch ein viel größeres Thema, wie hier einen 230 Kilometer langen Marathon zu fahren beziehungsweise darauf zu trainieren, weil da macht man die Muskeln eher langsam, aber ausdauernd. Ich weiß es bei mir selber, ich wollte mit 16, 17, habe ich zu meinem Trainer gesagt, ich fahre in den Ötztaler, dann hat er gleich gesagt, wenn du in Ötzi fährst, dann trainiere ich dich nicht mehr. Ja, die Diskussion gleich beendet gewesen und ich habe es eigentlich nie verstanden, wieso er mich in Ötztaler nicht fahren lässt, aber in den Jahren später habe ich dann gewusst, wieso der Ötzi einfach mit 16, 17, einfach die Strapazen, auch die Regeneration und auch die Ausdauer, das muss man alles berücksichtigen. Also der Ötzi finde ich, ist einfach mit 16, 17 schon sehr, sehr anstrengend für die körperliche Verfassung. Und Senni ist übrigens jetzt Guide in einem Hotel in der Cesenatico, schreibt die Esther Willem und der Falco Grissmeier, der ehemalige, großartige nordische Kombinierer und auch Trainer der Finnen zum Beispiel. Danke dir Esther für diese Information und Gratulation auch der Esther nochmals zu ihrer Arbeit bei der Tour of Austria. Toni, ganz kurz noch, vor wir jetzt wirklich nur noch den Fokus haben auf dieses große Finale. Wie war es für dich, die Tour of Austria? Hast du reingeschaut manchmal in den Stream von ServusTV on oder von K19 und wir hätten dich gern und euer Team vor allem auch dabei gehabt? Ja, ich habe die noch klar die Österreicher Rundfahrt verfolgt. Ich habe auch live zugeschaut auf den Innsbruck-Etappen, wo die drei Runden AXAMS gefahren worden sind. Ja, mega cool, dass es wieder stattgefunden hat. Ich glaube, es war ganz, ganz wichtig, gerade für die ganzen heimischen oder österreichischen Kontinental-Teams, dass sie eine Plattform haben, dass sie sich präsentieren können und war natürlich auch cool zu sehen, dass wirklich starke Teams mit Ineos geredet ist, mit Cheiko, Alpecin super Teams am Start waren und ja, ist mit Sicherheit auch so ein kleiner Traum von mir, dass ich da mal starten darf bei der Ö-Tour, gerade die Etappe über den Glockner. Das macht ja wahnsinnig Spaß. Martin Böckle, unser Chef von der Übertragung, telefoniert jetzt sofort mit Bub, Kofler und Co und ich glaube, du hast den Startplatz sicher. Also die Vertragungen, die Verträge sind da schon fast unterschrieben. Start die für den Skiglub Romsauer. Übrigens, sollte er gewinnen, sollte Zenny heute hier gewinnen, was glaubt ihr? Der wievielte italienische Erfolg wäre, ich gebe euch drei Möglichkeiten, 13, 15, 19. Was glaubst du, Patrick? Goldene Mitte, 15. 15, du, Doni? 19, auch 15. Ja, richtig. Es wäre der 15. italienische Erfolg, der letzte war ja eben Stefano Cecchini im Jahre 2017. Gibt es also heute den 15. Erfolg für ihn, es wäre großartig. Er hat übrigens auch für BMC, glaube ich, ist er gefahren, wenn mich nicht alles täuscht seinerzeit. Doni, und jetzt hör genau hin, die Colorado Classics gewonnen und wenn ich Colorado und Ötztal irgendwie verbinde, dann sage ich ähnliche Topografie auch, oder? Puh, ich war noch nie in Colorado. Okay. Ja, anscheinend funktioniert es, wenn man anschaut, wie schnell der da jetzt über das Timmelshoch aufgefahren ist. Und, ja, ganz ehrlich, ich glaube, dass das noch nie so ausgeregt ist mit der Rekordzeit. Der hat jetzt noch fünf Minuten, ungefähr sechs, fünf Minuten Zeit. Jetzt ist er gleich, er hat den kurzen Gegenanstieg geschafft, Abfahrt auf Zwieselstor, dann nochmal ein kurzer Gegenanstieg. Wird spannend. Wird richtig spannend. Nach Goschen polieren gibt es den nächsten Hashtag von Toni Balzer, im Duden, wird mehrfach geschrieben, wer später bremst, ist länger schnell. Hat der Walzer Rörl gesagt, oder? Er hat ja gesagt, wenn die Fliegen an der Seitenschein kleben, weißt du, dass du schnell in der Kurve warst. Unser Precht des Radsports, Toni Balzer. So, Sen in der Abfahrt. Er hat wirklich nur noch wenige Kilometer bis ins Ziel, zu uns hier nach Sölden. Wie es der Toni gerade gesagt hat, wir sind gleich in Zwieselstein unten, da sind jetzt zwei, drei Serpentinen, dann sieht man in Zwieselstein, dann kommt ein kurzer Gegenanstieg hoch Richtung Sölden und dann geht es nur noch bergab hier ins Dorf rein und dann hat er es eigentlich geschafft. Das ist halt schon so, wenn man jetzt das Rennen Revue passieren lässt, dann stellt man sich die Frage, wieso ist man hier am Brenner ein bisschen schneller gefahren. Aber das sind halt Rennentscheidungen, die währenddessen getroffen werden. Von sowas lebt ja auch Rennen. Aber wenn es jetzt glaube ich ganz, ganz knapp hergeht, werde ich es vielleicht schon denken. Die Intuition. Intuitiv wird im Sport natürlich gehandelt und das ist meistens auch die richtige Entscheidung. Aber das hast du auch gesagt, Toni, nochmals, sollte La Carta nicht gewinnen, dann ist er definitiv nicht der erste Verlierer, sondern ein großartiger Zweiter, ein großartiger Gewinner. Übrigens erstmals über 11.000, die zur gleichen Zeit drin sind. Wir sagen wieder Danke. Und die Entscheidung fällt, das ist Zwischelstein. Links unten war der Sportplatz, der Fußballplatz, zwar nicht zu sehen, aber das wissen wir und das ist die womögliche Triumphfahrt von ihm. Aber ich muss sagen, jetzt wollen wir gerade wegen Rekorderreden und Sieger, wo hätte ich, könnte ich die Minuten rausfahren. Wenn ich in Ötztaler gewinne, dann ehrlich gesagt ist mir der Rekord wurscht, weil ein Sieg beim Ötzi, das hat schon einen riesengroßen Stellenwert in der Szene und man sieht Manuel Senni, der fährt wirklich seit der Attacke wirklich Vollgas und er lässt nicht locker. Absolut wahnsinnig cool zum Anschauen. Wie gesagt, Rekorde, klar sind es da, dass sie gebrochen werden, aber im Endeffekt bei dem Monsterteil, da muss man wirklich einen Instinkt haben. Er hat den richtigen Instinkt gehabt, dass er da attackiert hat am Timmelsjuch, dass er wegkommt, dass die Lücken aufgeht. Im Endeffekt zu 100% die richtige Entscheidung werden und ja, den Sieg werden wir jetzt keiner mehr nehmen können. Wie war das? Eletrico war also in Führung, dann kam eben diese Drei-Mann- Verfolgergruppe ran mit La Carta, mit Johnny Haugerland, eben mit ihm und er hat dann am aggressivsten gewirkt, was das Sportliche eben betrifft und hat sich in Führung gesetzt und damit wird er nach 2017 also sich wieder in die Siegerliste einschreiben für Italien, für ihn ist es dann der erste volle und Traumtriumph beim Ötztaler. Hoffen wir, dass da nichts passiert, aber da muss und da wird alles gut gehen. Ja, die Attacke, die war sicherlich rein entscheidend am Timmelsjuch und das ist eigentlich alles aufgegangen, was man sich wünscht bei einer Attacke. Er ist nicht nur weggefahren, sondern er hat die Spitzengruppe völlig gesprengt, keiner hat mehr mithalten können und hinten sind sie auch auseinander gedröselt. Jetzt haben die nicht mehr zusammenarbeiten können und jetzt sind alle alleine unterwegs. Das hat er richtig gut gemacht. Da merkt man einfach, dass er durch eine italienische Fahrradschule gegangen ist. Der Mann ist drei Jahre lang bei Badiani gefahren. Das ist eine extrem starke Pro-Kontinental-Mannschaft in Italien unten und vor dieser Mannschaft fürchten sich eigentlich alle, wenn man zu irgendeiner Rundfahrt geht, weil die einfach so gut Radfahren in einer für sie eher unteren Klasse und wenn man dort einen Fixstadtplatz über drei Jahre hat, dann weiß man schon, dass der richtig gut Radfahren kann. Du wirst gefragt, ob du nächstes Jahr beim Ötzi am Start stehst mit Ulle. Das wurde nämlich scheinbar in einem Chat angekündigt. Der Seppi Mayer hat das jetzt glaube ich 30.000 Mal geschrieben. Jetzt muss ich das fragen. Also ich? Ja du. Um Gottes Willen. Völlig im entspannten Modus ist er da, der Toni. Boah, gute Frage. Ja, wird schwierig werden, glaube ich. Wir haben ja auch, mein Rennkalender ist voll. Ich habe bereits 50 Renn-Tage die Zeit da. Da steht jetzt einfach das Training im Vorhergrund für die zweite Saisonhälfte. Aber reden wir nicht von mir, reden wir lieber vom Sieger. Ja, was jetzt dann gleich die Ziellinie überquert. Letzte Abfahrt. Und um die Kurve schießt er. Letzte Abfahrt. In Kürze sehen wir dann links rauf die Gletscherstraße, wo also dann der Weltcup-Auftakt wieder Ende Oktober stattfindet. Damen und Herren zu Gast in Sölden. Und dann Mitte November erstmals Obergurgel, Hochgurgel dann mit dem Ski-Weltcup der Herren. Das wird ein Slalom, da freuen sich Marco Schwarz, Manuel Feller, Michi Matt und Co. Gewaltig drauf. Auch Broten hat schon geschrieben, das wird mega spektakulär werden, wenn er dann auch in Obergurgel, im Gurgeltal einen Slalom fahren darf. So, vom Ski jetzt voll und ganz einzig und alleine die Triumphfahrt, der Start Nummer 53. Es wird heute die italienische Hymne gespielt. Der Lorbeerkranz, der wartet schon auf diesen Mann. Ich darf zu euch abgeben, Männer. Ja, da blieb ich noch mal zurück, aber ganz sicher ist, dass der Alba nicht mehr kommt, aber ich glaube, das weiß er jetzt schon, dass ihn eigentlich das nicht mehr zu nehmen ist, außer, das hoffen wir jetzt natürlich nicht, dass er da stürzt noch auf die letzten 1.300 Meter ins Ziel. Wenn er jetzt dann hier runterkommt, ins Flache, ein paar Meter weiter kommt dann die Flamme Rouge, der Teufelslappen und dann haben wir den italienischen Sieger 2023 im Ziel. Es war die und ist die pure Entschlossenheit. Es ist herausragend, was er heute da auf den letzten Metern rauf zum Timmelsjoch gemacht hat. Er ist energiegeladen, er hat einfach den Rest des Feldes sowas von verbrennt und deshalb holt er sich heute bei dieser 42. Auflage den Titel, diesen prestigereichen Titel, diesen Titel, den er sich auch zu Hause einrahmen wird, eines Ötztal Marathon-Siegers. Wie auf Bestellung für die italienischen Fans also dieser großartige Erfolg für ihn. Sensationell. Sehr starke Leistung. Also Hut ab. Wie es der Michi schon gesagt hat, zum richtigen Zeitpunkt die Attacke gesetzt. Das war wahrscheinlich sein Plan auch am Timmelsjoch. Und ja, seitdem zieht er wirklich voll am Lenker und wir hören schon die Sirenen der Rennleitung der Polizei. Die letzten 500 Meter, Steini, und dann haben wir ihn hier. Manuel Senni, unten Markus Ernstberger und Lukas Ebenbichler, die da Stimmung machen vor tausenden Fans und er wird jetzt bejubelt und in Kürze gibt es dann natürlich auch bei uns das erste Statement von Manuel Senni, der immer die gesamte Zeit heute in der Spitzengruppe war. Er war es auch, der Tempo gemeinsam mit Lakato, mit Johnny Hoageland gemacht haben, um Electrico Tommaso hier noch anzugreifen. Das haben sie schlussendlich geschafft. Da haben sie in den Stecker gezogen und durch den Ötztal-Banner durch. Jetzt ist es noch diese 180-Grad-Kurve. Einfach nichts mehr riskieren, sondern hinein in das volle Glück über die Ziellinie. Der Sieger 2023 in einer Zeit von 6 Stunden 49 Minuten und der Batza zerquetschte Sekunden heißt also aus Italien Manuel Senni. Wow! Großartige Gratulation vom gesamten Team. Super! Kann man nur gratulieren. Und er ist schon mit einem Grinsern, mit einem Lachen auf den letzten 500 Meter unterwegs gewesen. Ich glaube, er kann sein Glück jetzt kaum fassen, dass er das jetzt geschafft hat. Das ist einfach ein Ritterschlag in der Amateur-Radsport-Szene beim Ötztaler Radmarathon ganz oben zu stehen. Und richtig ankennen tut man ihm die Anstrengung in dem Moment nicht. Ich glaube, jetzt schießen ihm so die Endorphine ein, dass man das gar nicht wahrnimmt, dass man da eigentlich Schmerzen hat. Ja, und ich glaube, man hat einfach die Klasse gesehen, was der mitgebracht hat, auch in der Abfahrt. Irgendwie, wenn man es jetzt im Fernsehen angeschaut hat, war nie so ein Moment, wo er vielleicht mal gekudert hat, wo es mal knapp hergegangen ist in die Kurven. Der hat da seine ganze Klasse ausgespielt und verdient der Sieger. Schön zum Anschauen. Weil man da auch die Infrastruktur im Hintergrund sieht mit der Videoleinwand. Alleine drei Videoleinwände sind hier in Sölden aufgebaut. Also auch von der Logistik her großartig. Und ich habe glaube ich da schon unseren Reporter Günther Leikapp gesehen. Der wird möglicherweise jetzt dann das Interview machen. Oder warten wir vielleicht auch noch auf Alban Lakata. Das ist übrigens da mit dem Shakehands Markus Ernstberger. Hier ist Alban Lakata. Und von uns allen, die wir hier im Studio sind, und das sind gut und gerne 20, 25 Leute, alle starren sie momentan auf die Monitore, auf die Bildschirme hin und alle haben sie auch ein Lacher auf der Lippe. Der Alban hat wieder gezeigt, dass er ein ganz, ganz, ganz großartiger Sportler und großer des Radsports ist. Und in einer Wahnsinnszeit. Sechs Stunden, 51 Minuten für die Runde. Das ist Alban Lakata ein Klassiker. Nie umsonst hat er die Erfolge eingefahren, was er auf seiner Liste stehen hat. Freut mich wahnsinnig für ihn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nachts der Wieder Kemmer wird und dann gewinnt. Vor allem, das ist eine Serie, oder? Letztes Jahr dritter, heuer zweiter und nochmals, er muss nicht den Ötztaler gewinnen, um ein ganz großer zu sein. Er ist ein ganz großer. Er ist einer der größten Radsportler in Österreich mit all seinen Erfolgen, mit seiner Ausdauer, vor allem auch mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Fairness, mit all diesem Paket, ist er also in die Geschichtsbücher schon mehrfach gefahren und Gratulation, Platz Nummer zwei, Alban La Carta und die Hand ging auch nach oben, der ist glücklich, Männer. Gratulation, super cool, gratuliere. Ich freue mich sowas für einen Alban. Voll geil. Und man muss auch dazu sagen, der hat auch im Rennen ganz, ganz viel gearbeitet, der ist oft vorne gefahren, den haben wir oft im Bild gesehen, der hat am Spitzengruppe am Timmelsjoch gezogen, der ist ganz, ganz viel im Wind gefahren und hat ordentlich Arbeit verrichtet, der hat sich diesen zweiten Platz mehr als verdient heute. Hier der Mann aus Cesanatico, Manuel Senny auf eins und auf zwei Alban La Carta. Dann warten wir also auf den dritten und der dritte ist Johnny, oder? Ja. Johnny Haugeland. Johnny Haugeland, guter Freund von Marco Holler, die Kärntner Partie. Du übrigens Lise Buschern, eine Kärntnerin, wird sich heute auch melden. Carina Dott wird dann natürlich auch hier noch einige Stunden durch das Programm führen und mit dem OK Leiter Dominik Kuhn also das Foto und wir warten also jetzt auf das Zeichen und schalten rein zu Günther Laik während es hier eine super Stimmung vom Publikum gibt. Manuel Nächster Studium konzentriert mit die Schuhe vor von zwei Jahre John Haugeland. Zwei Rimo Bosco Sensationell Wahnsinn für Johnny Hogelein Hohgeland Hohgeland Ja noch der gratulierte Malban zu seiner Leistung Und jetzt gehen wir raus Was war das jetzt für was war das jetzt für ein spannender Moment hier in Sölden Wir haben sie erst alle drei in Zielen Johnny Hohgeland in diesem Augenblick auch angekommen und damit der dritte im Ziel den Sieger den Sieger Öztaler Radmarathon 20 23 haben wir bei mir Manuel Manuel Senni Vincitore dell'Öztaler Radmarathon Come suona? Bene Ci tenevo in modo particolare a fare bene Conosco tanti ragazzi qui in Austria quindi ho tanti amici e ci tenevo in modo particolare a fare bene davanti a loro Portaci un po' sul tuo viaggio qua da quando diciamo hai preso la fuga come è stato per te quali sono i pensieri e qual è l'emozione adesso per te Ma sì è andata via la fuga sul Brennero però sapevo che era molto difficile arrivare all'arrivo perché il rombo è molto lungo e si pedala molto in quota poi tra l'altro è rimasto subito un ragazzo da solo e quindi era ancora più difficile noi siamo rimasti compatti dietro poi gli ultimi 7-8 km mi sentivo bene e ho allungato Ed è riuscita complimenti grazie mille l'anopost motore raiper che sei il detentore del titolo l'anopost 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 Nächstes Jahr. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem zweiten Platz. Ich habe jetzt zwei Monate Rennpause gehabt und habe nicht gewusst, wie ich jetzt drauf bin im Vergleich zu den anderen. Aber die Beine sind immer besser geworden durchs Rennen. Ich habe eigentlich ein technisches Problem gehabt heute. Und das war eigentlich das Hauptproblem, glaube ich, heute, dass ich viel Energie verbraucht habe. Von mir auf und runter habe ich einen Schleicher gehabt. Und auch jetzt nochmal von Timmels runter. Aber die Tubeless-Milch hat es gedichtet, aber es hat immer wieder gespritzt und das hat mich sehr nervös gemacht. Bei den Schnellkurven. Auf jeden Fall war das ein bisschen blöd. Von St. Leonard habe ich müssen so fast eine Minute zufahren. Und das hat viel gekostet, aber ich bin echt froh, wie ich heute durchgekommen bin. Also absolut zufrieden mit dem zweiten Platz. Natürlich mit einem super starken zweiten Platz und Richtung auf den nächstjährigen ersten Platz. Alban Lakata, der mehrfache Mountainbike-Weltmeister aus Osttirol. Ja, Gratulation auch von hier nochmals in Richtung Alban Lakata. Der Toni muss sich jetzt kurzzeitig verabschieden, wird dann vielleicht später nochmals zu uns kommen, weil der Toni natürlich auch jetzt den Burschen gratulieren möchte. Toni, danke fürs Vorbeischauen. Und ganz kurz, wie geht es denn bei dir weiter in den kommenden Wochen? Ja, ich sage erst einmal Danke für die Einladung. Jetzt schon mal Gratulation an alle Teilnehmer, die das heute beendet haben. Auch an die drei Sieger. Ich bin jetzt noch bis zum 18. da im Özt im Höhentraining. Und dann fahre ich die Tschechen-Rundfahrt, Deutschland-Tour und die Kanarischen Rennen. Dann drücken wir da ganz fest die Daumen. Bleib so, wie es bist. Nämlich einer der allerlässigsten überhaupt. Toni Balzer vom Team, Bora Hans Grohe heute also bei uns zu Gast. Und jetzt dann in Kürze auch unten. Und wir kommen zu den nächsten Zielankünften. Und wir erwarten natürlich vor allem auch die schnellsten Damen. Und die Janine, die rockt heute diesen Ötztaler. Warum? Weshalb? Wir hören in Kürze, wo sie sich befindet. Michi. Ja, schau mal, wer da kommt. Daniel Fäherspiel ist es. Daniel Fäherspiel, großartig. Der ist auch schon da. Also super heute. Also großartig, diese Zielenläufe. Und der freut sich natürlich auch einen runter, dass er jetzt hier im Ziel ist. Natürlich will er auch einmal viel weiter vorne sein. Aber der ist, glaube ich, von der Zeit her, muss er unbedingt zufrieden sein. Schauen wir auf die Uhr. 6.59 Uhr. Immer noch unter sieben Stunden derzeit. Das hätte man sich vor ein paar Jahren nicht erträumen lassen. Da haben wir Hans-Jörg Leopold. Er ist, glaube ich, Daniel Fäherspiel an der sechsten Stelle. Weil fünfter ist... Anton Schiffer. Ja, Anton Schiffer. Anton Schiffer auf 5. Daniel Fäherspiel einen Platz. Ich will nicht sagen schlechter, weil alles, was er erreicht, hier immer wieder großartig ist. Fäherspiel seit nunmehr acht Tagen sitzt der Tag und Nacht fast am Sattel Tour of Austria. Den Prolog hier gefahren und heute also wieder großartiger Sechster. Daniel Fäherspiel, großer Sportler, großes Kino. Respekt. Die Damen, genau. Das wäre gerade mein Stichwort gewesen. Schau, wo die schon ist. Also die ist schon gleich im Gegenanstieg hinauf zu der Mautstation. Ich wollte das eben noch ganz kurz in die Labestation Schönau, wo wir auch eine Zwischenzeit hatten. Da war die Maja-Shanin vor Arnaudo Samanta mit 14 Minuten 48. Katharina Rossmann war Dritter mit 25 Minuten Rückstand. Also da geht es richtig zur Sache. Und am Timmelsioch bis jetzt ist die führende Janine Mayer. Die ist schon wieder im Gegenanstieg zur Mautstation und die anderen Mädels sind noch nicht dort angekommen. Ja, also da warten wir noch, bis wir diese Zeiten bekommen von den Damen. Aber welch hervorragende sportliche Figur macht hier Janine Mayer. Großartig, was die hier zeigt. Das ist auch eine weltklasse Leistung. Genauso wie die Übertragung eigentlich weltklasse ist. Man darf eigentlich sich normal, sprich das Team nie selber loben. Aber wir machen das und zwar deshalb, weil wir hier diese geniale Aufnahme gerade sehen. Und weil der Boss neben uns sitzt, einer der Chefs dieser Übertragung, Martina Böckle, der natürlich seine Fühler und seine Ohren rechts, links, überall hat, wegen der Produktion. Martin, wie läuft alles? Mein Boss sitzt zu Hause, hat mir freigegeben, das Wochenende. Die Edith. Dass ich dabei sein darf. Schöne Grüße zur Edith. Ja, es läuft genial, muss man sagen. Also es läuft nie genial, aber man ist zufrieden. Es war eine super Übertragung. Jeder ist da mit vollem Einsatz unterwegs und toll, dass man so alle Bilder liefern können. Haben gerade noch die 12.000 der Spitze erreicht. 12.187. Mega. Und nochmals, weil wir immer über diese 11, 10, 12.000, das sind nur diese Menschen, die zur gleichen Zeit auf YouTube sind. Aber da gibt es Fernsehsender, da gibt es unterschiedliche andere Streams noch, die den Ötztaler heute übertragen. Ja, wir werden ja bis zum letzten Finisher oder Finisherin dabei bleiben. Das heißt, wir werden an die 200.000 hier im Livestream haben und dann auch die vielen 100.000, die sonst dabei sind bei uns im Fernsehen, über Eurosport.de und so weiter. Also das wird schon wieder feine Quote werden. Und dann die vielen Berichte. Die führende ist beim letzten Anstieg quasi und dann geht es runter. Christine Rausch, ist sie, glaube ich, wenn ich mich richtig eingelesen habe, die Rekordhalterin. Patrick, Zeit von der Christine, was war es? 2.19. 7 Stunden 45 Minuten. Und ich glaube, der wird auf jeden Fall heute gebrochen. Von Christina Rausch, die ja auch heute natürlich mitverpulgert hat. Also nochmal, 7 Stunden 45 Minuten. Aus dem Jahre 2019 von der Christina Rausch. Und wir sehen Sie gerade bei der Scharni Maier, die ist schon im Gegenanstieg zum Outstation. Und ich würde mal sagen, 7.30. Da lehnt er sich weit hinaus, der Patrick Grüner. Ein Mann der klaren Worte. Michi, Martin. Ich stimme ihm zu. Also wir haben jetzt gerade hier im Studio Gemauschel und gesagt, es ist mit Rekordbad schon so weit. Also das könnte sich ausgehen. Wetter gut, gute Beine. Jetzt eigentlich schon fast bei der Mautstelle oben. Nur mal ein kleiner Gegenanstieg. Und wenn man jetzt auf die Uhr schaut, kurz nach 7 Stunden, 7 Stunden 3, da ist noch irrsinnig viel Luft bis 7.45. Bei den Herren haben wir gesagt, gute halbe Stunde ins Ziel von ganz oben. Also spricht nichts dagegen. Was eine interessante Geschichte ist, sie hätte müssen im Block 2 starten eigentlich. Weil, glaube ich, noch nie dabei gewesen. Da wurde dann ausgelost. Jetzt hat sie aber den Prolog gewonnen. Und durch das, dass sie den Prolog gewonnen hat, hat sie vorne starten dürfen. Und das war natürlich für sie dann schon eine wichtige Sache auch. Weil wenn hinten dementsprechend aufgehalten wirst, ist sie eher schwierig. Dann hätte sie möglicherweise keine Chance gehabt, hier den Titel zu gewinnen. Aber, und das ist auch gut, sie hat sich diesen Block 1 eben erfahren müssen. Nur dadurch ist sie nach vorne gekommen. Genau, das ist ja ein super Service, das man macht, weil dieser Bike for Health Prolog, da geht es ja um die gute Sache. Da sind wir viele mitgemacht. Es waren auch dieses Mal weit über 100 Starterinnen und Starter. Ja, und sie ist da angetreten. Und eine Kärntnerin steht neben einem Wahlkärntner. Sprich, Lise Buschern steht neben Mr. Johnny Hoagaland. Johnny Hoagaland bei mir. Nach 2021 Ötztal-Sieg heute am dritten Platz. Lieber Johnny, wie geht es dir jetzt im Ziel? Du hast schon ein bisschen durchschnaufen können. Nimm uns ein bisschen mit auf diesen Ötztaler Rad Marathon 2023. Wie immer natürlich eine extrem geile Veranstaltung hier in Züllen. Ich habe mich extrem gut gefühlt eigentlich, den ganzen Tag. Echt super Beine gehabt. Und dann am Jaufen haben wir schon ein bisschen raufgedrückt. Es waren natürlich sechs weg mit ein paar guten Fahrern. Und dann sind wir immer mit wenig gekommen, weil wir den Elektriker eingeholt. So mit dem Timor-Sieg. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss man attackieren. Aber dann der zweite Teil Timor-Sieg habe ich gefühlt, nicht gut. Bei einem nicht mehr so gut. Und dann habe ich ein bisschen gepaukelt. Ich habe gehofft, dass die anderen auch, die anderen zwei Albern und Senni auch fertig waren. Aber leider, ich habe da mein eigenes Tempo fahren müssen. Und dritte war für mich heute das höchste, höchstmöglich. Aber ich bin ganz glücklich. Du bist ganz glücklich mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Wir gratulieren noch einmal recht herzlich. Du hast gesagt, ihr habt ein Hotel auch in Kärnten. Man muss für die Snötslala hart trainieren. Wie viel hast du denn wirklich Zeit gehabt, für die Snötslala hinzutrainieren? Ja, es ist halt 240 Kilometer über 5000 Euro. Das geht nicht ohne Training. Ich habe Gott sei Dank Talent. Aber ohne Training geht nichts. Ich habe schon die letzten Monate richtig gut trainiert. Und da merke ich schon, ich habe gerade mit Leo, Hans-Jeré Leopold geredet. Wir sind beide 83 Baujahre. Langsam merkt man schon, dass man alt wird. Die Regeneration und alles, es dauert alles ein bisschen länger. Ihr arbeitet voll Gas. Ich muss auch manchmal richtig hacken. Und ja, wir sind fit, aber wir merken schon, dass wir fit sind. Danke dir für diesen Einblick. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Regenerieren und somit zurück ins Studio. Ich muss schon manchmal richtig hacken, Johnny Haukeland. Weil da jemand schreibt nochmals Gratulation an Anton Schiffer zu seiner Platzierung, zu seiner Leistung. Es geben wir nochmals die weiteren Platzierten durch, die schon ins Ziel gekommen sind. Bitte mich in Usboma. Also, gehen wir das Podium nochmal durch. Das haben wir eh gesehen. Erster Manuel Senni, zweiter Albert Lacata und dritter Johnny Haukeland. Dann auf der vier, Hans-Jörg Leopold. Fünf, Anton Schiffer. Sechs, der Tiroler Daniel Federspiel. Sieben, der, der lange geführt hat. Tommaso Elettrico. Und auf der acht, der letzte, der jetzt ins Ziel gekommen ist. Und das freut mich als Oberösterreicher ganz besonders. René Palmer, der nach hinten raus ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren ist. Sonst wäre er da nicht noch vor. Viele Gefahren, die eigentlich in der Spitzengruppe drinnen gewesen sind. Und der hat ein sehr, sehr gut durchgeplantes Rennen hier abgeliefert. Ja, René Palmer, wir haben es heute schon mehrfach gesagt. Der österreichische Radmarathon-Meister auch. Also, ein super Fahrer. Und, okay, der hat ein mega Finale hingelegt, oder? Ja, extrem. Also, ich habe den heute auch ein bisschen auf der Rechnung gehabt für die Top 10. Ich war ja auch letztes Jahr noch bei der Gramp-Fondo-Weltmeisterschaft in Trentino dabei. Also, der mehrfacher österreichische Meister, der Amateure im Straßenbereich. Also, der kann richtig schnell Radfahren. Und das hat er heute auch gezeigt. Ja, grüße also nochmals nach Italien. Salute in Italien. Vittoria Italiana Occi. Also, Sieg heute für Italien durch Senny. Er, der also in Colorado seinerzeit gewonnen hat. Der mehrfach auch beim Giro d'Italia gewonnen hat. Und das ist sein Bondon bei den Damen. Ja, das wird einer der beeindruckendsten Erfolge überhaupt bisher beim Ötztaler Radmarathon ganz vorne. Sie wird wohl, wie du es sagst, um die 7 Stunden 30 hier erreichen. Janine Mayer ganz, ganz perfekt die Vorstellung von heute von ihr. Seit Beginn dieses Rennens bei den Damen ist sie vorne an der Spitze und hat ihren Vorsprung immer und immer wieder ausgebaut, Stefan. Und es ist so schön auch zu sehen, wie die Menschen auf YouTube schreiben, die einen wollen Zieleinfahrten sehen, die anderen wollen natürlich die Damen sehen, die anderen wollen ihre eigene Person sehen, den Papa, die Mama, den Freund, den Bruder, die Schwester. Wir werden das in den kommenden Jahren noch mehr versuchen, aber mehr geht eigentlich fast nicht. Der Ball, sagt Martin Böckle, flach halten. All das kostet natürlich auch Geld und nicht umsonst sind viele, viele Kameras verteilt auf der gesamten Strecke. Und ganz wichtig, weil sie es sich auch verdient hat, ist momentan genau diese Aufnahme. Ja, sie ist einfach eine perfekte Fahrerin, die sich für den Rad Marathonsport entschieden hat. Also ganz bewusst eben diese Rennen, wo man auf sich selber gestellt ist, da ist sie unterwegs. Heute konnte sie nicht mal begleitet werden von ihrem Nihel. Wir haben es ja schon erwähnt, er ist verletzt. Und so ist sie hier unterwegs gewesen, lange in einer sehr starken Männergruppe. Und dann ist sie ja zu langsam gegangen und hat sie es einfach stehen gelassen. Ja, mittlerweile ist sie ganz alleine unterwegs, hat niemanden mehr, der sie begleitet. Und sie wird auch alleine dem Ziel ins Gegen fahren. Ziel, gutes Stichwort, die nächsten beiden sind im Ziel. Wir gratulieren wieder zwei Italiener, Stefano Cecchini und Riccardo Barbieri. Kommen wir auch aus der Spitzengruppe, die jetzt mit einer Zeit von 7.07 ins Ziel gekommen sind. Mittlerweile sind wir bei 7.10, schon langsam tröpfeln die nächsten hier herein. Und da haben wir das nächste Finish. Schauen wir gleich, wer das hier ist. Ja, da haben wir den Namen sofort. Das ist die Startnummer, wenn ich es richtig gesehen habe. 119. Stefano Zanikelle müsste es sein. Und ich glaube, er ist es auch. Er also jetzt gefinisht. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir schalten jetzt zum Jaufenpass und schauen uns mal an, wie es da oben zur Sache geht. Während die einen ins Ziel kommen, ist das eine momentane Live-Aufnahme vom Jaufenpass. Von all jenen, die also noch die Abfahrt, noch die Anfahrt zum Dimmelsjoch, noch das Dimmelsjoch und die Abfahrt herunter nach Sölden vor sich haben. Und damit wisst ihr auch alle, dass das heute noch ein langer Arbeitstag werden wird für all jene, die da momentan bei der Labstation am Jaufenpass unterwegs sind. Und da ist zum Beispiel unser Anzehfollern aus dem Team von Miel, Nusspaumer. Miel, der ist ja gestern hinauf. Der hat oben übernachtet und liefert uns diese Bilder. Ja, die Nächsten kommen ins Ziel, dürfen wir auch schon sein. Heli Trettwa kommt gerade rein, haben wir gerade gesehen. Also der dürfte jetzt auch das Ziel erreicht haben. Martin Zehnle ist mit herinnen und ein starkes Italiener-Paket mit Stefano Bonanomi und Stefano Zanicelli. Die sind jetzt auch herinnen, aber wir fokussieren uns glaube ich auf die schnellste Dame und schauen natürlich auf eins, auf die Zeit. Darf ich einmal ganz kurz reingretschen? Hannes Fankhauser, der Tuxer, ist im Ziel. Gute Leistung, seine Zeit. Sieben Stunden, zwölf Minuten. Und weil du Helmut Trettwa angesprochen hast, der ja letztes Jahr lange geführt hat, fährt jetzt für die Maloyer Buschbikers. Wer war der sportliche Leiter bei der Maloyer Buschbikers und arbeitet jetzt großartig im Team Felbermaier? Rupi Röbelmoser. Also der ist da lange drin gewesen und dem taugt es natürlich auch, wenn seine ehemaligen Jungs da vorne sind. Also von dem her, da tut sie schon sehr viel. Bei Günter Leike steht Mr. Oberschenkel himself. Daniel Federspiel. Federspiel. Ja, tatsächlich, jetzt haben wir hier stehen mit einem breiten Lächeln der Daniel Federspiel, der eigentlich ja im Sprint zu Hause ist oder in den schnelleren, in den kurzen Distanzen. Und dann fährt er hier heute auf den sechsten Platz. Erzähl mal, was ist mit dir los? Also Wahnsinn. Nein, war eigentlich ganz okay. Ich meine, ich bin die Woche in die Österreicher Rundfahrt gefahren. Der ist bis Donnerstag gegangen, am Freitag da im Prologos und heute in Ötztaler. Ich meine, ich war heute nicht mehr ganz so frisch. Das habe ich schon im Krütei gemerkt, dass ich mich eher schwer tue. Aber ja, ich habe einfach gekämpft bis zum Schluss. Und jetzt ist, glaube ich, der sechste Platz und unter sieben Stunden. Also ich bin mehr wie zufrieden für die Woche. Also so fährt man den Ötztaler, wenn man nicht ganz so frisch ist. Das noch einmal zur Zusammenfassung. Dann will ich auch nicht wissen, wie er fährt, wenn er frisch ist. Daniel Federspiel. Gratulation und nächstes Jahr wieder Attacke. Ja, also ich bin natürlich wieder gerne dabei. Super. Und mit diesem Testimonial Local hier aus Imst gehen wir zurück zu euch ins Studio. Ja, er ist einfach gewaltig. Feder ist, wie er ist. Den muss man nicht mehr ändern. Er ist einfach authentisch und super stark gefahren. Und die Dame ist jetzt in Zwieselstein. Wo ist sie genau? In Untergurgl. Untergurgl und wird jetzt dann bald bei uns herrunden eintreffen. Kann sie feiern lassen. Wird dann mega Zeit. Hat erst sieben Stunden, 14 Minuten. Es geht sich locker aus. Die Frage ist nur, ob 7.30 Uhr sich auch ausgehen, wie unser Experte gemeint hat. Oder ob es doch einen Minuten länger dauert. Völlig egal. Die hat das in einer Bravour heruntergefahren. Und die ist es auch taktisch sehr gut gefahren. Weil, wenn man das Güte auch schnell fährt, kann man mit einer tollen Männergruppe über den Brenner fahren. Und da spart man extrem viel Zeit, weil man einfach, unter Anführungszeichen, besser mitrollen kann. Er hört sich so leicht an, ist sicher nicht so leicht, hilft aber. Und das hat er sicherlich auch genutzt, um ganz viel Abstand zwischen sich und ihren Konkurrentinnen zu bringen. Kathi Rossmann, die Vorjahresiegerin, hat ja angekündigt, zwischen Stunde 6 und Stunde 8 möchte sie angreifen. Und dem hat sie vorgebracht. Muss man wirklich Gratulation sagen. Die hat einen tollen Job gemacht heute. Und nicht zuletzt hat sie die Männer stehen gelassen. Absolut, absolut. Genau, das wollte ich gerade sagen, weil in der großen Männergruppe, wo sie war, hat sie eigentlich alle abgehängt. Und die Samantha Arnaudo, die Zweitplatzierte der Damen, ist jetzt auch am Timmelsjoch oben und hat einen Rückstand von 17 Minuten. Also zwei Damen am Timmelsjoch und das ist schon mal sehr gut. Und wir warten jetzt natürlich auf die Dritt- und Vierteplatzierte, Kathrin Rossmann und so weiter. Ja, während hier Stefan Unterturner ins Ziel kommt und ein nächstes Paket mit Luki Kaufmann hier gerade über die Ziellinie gefallen ist. Gratulation, da haben wir ihn ganz kurz durchs Bild huschen sehen. Auch er ist da, Gratulation, er ist auch ein sehr, sehr gutes Rennen gefallen. Er ist ein Tausendsasser. Luki Kaufmann ist ein Tausendsasser mit der 82. Carlo Moaro ist im Ziel und eh schon angesprochen, Stefan Oettl. Ja, der Stefan ja auch immer, wenn es um Top-15-Platzierungen geht, nach wie vor ist er eher immer wieder ganz vorne einzureihen und bringt die Leistung, die man einfach vom Stefan Oettl auch kennt. Mirjana, da kommt schon der Nächste. Moritz Beinlich, der Geheimfavorit von unserer Liz Busch an Team Straßacker. Gratulation in einer Zeit von 7 Stunden, 16 Minuten und 16 Sekunden. Immer noch Top-Zeiten hier. Also wer da reinkommt, der weiß man, die können richtig schnell Radfahren über ganz, ganz hohe Berge. Südtiroler kommt als nächster. Der Damm-Geschnitzer, den haben wir heute auch sehr oft an der Spitze gesehen. Und auch mit einer super Zeit, 7 Stunden, 16, ich glaube, kann er sehr zufrieden sein. Ja, bringen super Leistungen hier. Das sind ja alles absolute Top-Zeiten von den Allerbesten. Und das war genau die Gruppe, die wir ja gesehen haben. Da waren sie ja zeitlang 35, 40 und die Dame ist ganz alleine unterwegs Richtung Ziel kommt aus Deutschland, kommt, glaube ich, ganz genau aus Köln. Janine Meier auf dem Weg zu ihrem nächsten großen Triumph. Sie hat eigentlich in der Radmarathon-Szene rundherum alles schon gewonnen, was man gewinnen kann. Genau, es ist jetzt diese lange Gerade. Da geht es jetzt gleich ganz kurz runter nach Zwieselstein. Und dann kommt noch der Gegeneinstieg hinauf Richtung Sölden. Und dann ist die Janine auch im Ziel. 37 hast du gesagt, 7,17 haben wir gerade. Ich bin mittlerweile sogar skeptisch, dass ich dir da entgegenspreche, weil das könnte sich in diesen 13 Minuten auch ausgehen. Also sehr, sehr gut geschätzt, glaube ich, mittlerweile von, ja. Ich habe übrigens gerade ein WhatsApp bekommen von der Gemeinde in Ruhm. Also alle schreiben sie. Da schreibt der René Meix. Wie geht es unserem Jo Lamparter? Ja, der war, vielleicht können wir das nochmals berichten, ganz am Anfang unter die Topper 70. Also da war er sogar im Bestenfeld. Und er ist momentan, glaube ich, auch auf Platz 70 so einzementiert. Wir schauen gerade nach. Ja, der war ganz vorne in der Spitzengruppe. Lange bis Kühtei und dann zum Rennen rauf. Also da war er ganz vorne dabei. Und eben jetzt schauen wir mal, wo er liegt, während wir hier diese imposanten Bilder zeigen können. Aufgrund des Hubschraubers, der bei uns mit dabei ist. Hast du ihn gefunden? Natürlich. Johannes hat sogar einen Platz gut gemacht. Er ist 69. Am Timmelsjoch nach sieben Stunden sieben. Also der befindet sich auch schon auf dem Weg Richtung Mautstation, beziehungsweise Richtung Mautstation von Obergurgel runter nach Sölden. Bei 4.400 Starter bei seinem ersten Ötztaler. Letztes Jahr war er übrigens hier vor Ort als Zuschauer. Hat sich das Rennen angesehen. Sein großer Traum war es, mitzufahren. Und bei seiner großen Ehrung in Ruhm, wo alles, was Rang und Namen hat, vertreten war, hat er auch gesagt. Mein großes Ziel im Sommer 2023 ist der Ötztal. Und das hat man eh mehrfach gelesen. Und es wird sich wahrscheinlich sogar, weil er vorm Start gesagt hat, zwischen 8 und 9 Stunden, es wird sich, wenn die Rechnerin richtig passt, wird es sich sogar unter 8 Stunden ausgehen. Siehst du, Tag der Rekorde bei uns im Ötztal. Übrigens, über 320 Frauen sind heute an den Start gegangen. Auch das zeigt der Rad Marathonsport. Der boomt. Wir sehen Sie auch bei vielen Veranstaltungen, Michael, oder? Sehr viele Frauen, die den Rad Marathonsport wirklich entdeckt haben. Ja, man hat vor einigen Jahren, hat man eigentlich mit den Damen überhaupt nicht gerechnet, dass die irgendwie eine Zielgruppe werden könnten. Und mittlerweile ist das eine nicht mehr wegzudenkende, ich sage es ganz salopp, ein nicht mehr wegzudenkendes Klientel, das hier dabei ist. Und noch dazu muss man sagen, die werten diese Veranstaltung in extrem auch. Leistungsmäßig, alleine vom Dabeisein, vom Enthusiasmus. Also der Damen-Radsport wäre aus dem Gesamtradsport unmöglich mehr wegzudenken. Ja, apropos Damen, Daniela Mayer, unsere Main-Regisseurin, der Krebs da im Hintergrund. Danke auch euch mal für eure Arbeiter. Flo Overmoser, Berna Gaber. Aber Martin, da weißt du noch viel, viel mehr Namen, wer so extrem wichtig da im Hintergrund ist. Ja, wenn wir jetzt den Grabs auch gesagt haben, aber neben der Daniela sitzt seit Stunden, Alex Kuleiter, Felix Scharnagel, Ieva, unser Sonnenschein. Ja, wir haben so ein großes Team, da sind wir ja draußen, da sind über 20 Leute draußen im Einsatz. Der Mo, der permanent an den Mikrofonen dreht. Und mich immer im Ohr hat. Der wird träumen, und zwar Albträume wird er von uns möglicherweise haben. So, jetzt müssen wir aber nochmals schauen, wer die Nächsten sind, und dann schauen wir nochmals die Abstände bei den Damen. Johannes Fiegler aus Lengenfeld ist im Ziel. Wir gratulieren, und damit ist er wohl der Beste aus dem Ötztal. Genau, das wird so sein. Dadurch, dass der Jonas ja leider ausgeschieden ist, ist der Johannes jetzt der beste Ötztaler. Ja, dann haben wir den besten Fahlberger, der ist auch schon ins Ziel gekommen. Marcel Sommer haben wir ja am Anfang gesehen. Genau, mit Defekt. Dominik Schranz kommt herein. Ja, da ist er, Schuppi. Ja, da ist er. Der den weißen Rausch gewonnen hat, unter anderem im Winter, der das Race Across the Alps vor zwei Jahren für sich entschieden hat. Der hat alles gewonnen, und hier ist er ja auch schon einmal mitgefahren. Ist nicht das erste Mal für einen Dominik. Ja, sind schon tolle Sportler. Bitte einen Gruß an Nicole Gramer, an die Nummer 3911. Die schaut sich scheinbar den Stream während ihrer Fahrt an, von der ganzen Familie. Niki, du packst es. Das ist der Gruß von der Familie in Richtung, also Nicole Gramer. Ja, und diese Dame hier hat den ganzen Tag geprägt, vom Bild her. Wir haben natürlich nicht die Zweite, die Dritte, die unterwegs sind, du hast es gesagt. Also, das sind schon sehr starke Radfahrerinnen, die Vorjahressiegerin, die liegt derzeit... Ich bin noch nicht einmal am Timmelsjoch. Okay, noch nicht am Timmelsjoch. Heute ein anderer Stern, der hier noch einmal aufgeht, für Janine Mayer. Janine Mayer, ja, dann Arnaud. Im Gegenanstieg. Und elf Minuten war der Rückstand in St. Leonhard von Katharina Rossmann. Der wird wohl größer geworden sein, oder der ist sogar sicherlich größer geworden. Sie fährt heute in einer eigenen Liga. Sie ist die Allerbeste und damit wird sie hier im Ziel als auch die Allergrößte gefeiert werden. Und die Größten, die bekommen den Lorbeerkranz. Der Sieger, Senni, hat ihn schon, der hat ihn schon verstaut. Und zwar deshalb, weil, ich kann mich erinnern, Matthias Nodegger wurde einmal dieser Lorbeerkranz entwendet, sagen wir bewusst entwendet, das hat ihn jemand mit nach Hause genommen. Und das Jahr darauf hat Nodegger dann jede einzelne Sekunde auf diesen Kranz aufgepasst. Ja, so werden Heldengeschichten geschrieben. Eine Heldin, stellvertretend für über 320 Heldinnen, die wir heute dabei haben, ist jetzt dann aber gleich in der letzten Abfahrt. Und jetzt weiß ich nicht, soll ich zum Nussi tendieren oder dann doch zu dir 723? Es wird unter 730 ausgehen. Ja, ich glaube mittlerweile auch. Also da hat Patrick gut geschätzt und er kennt natürlich Abfahrt wie seine Westentasche und weiß, wie lange man von der Mautstelle runter braucht. Es wird eine Fabelzeit, so viel kann man sagen. Also 730, bitte liebe Männer, versucht das mal zu Hause. Da sind nicht viele vorne, die schneller sind als sie. Ich glaube, wir haben bisher, Entschuldigung, ich glaube, wir haben bisher, Andi, wir sind 40. Jack Berg ist übrigens gerade ins Ziel gekommen, also auch dem dürfen wir trotzdem gratulieren. Der Vorjahressieger ist mittlerweile über die Ziellinie gefahren. Ja, echt der Wahnsinn, wenn jetzt 40, vielleicht kommen jetzt noch 15 Fahrer oder noch ein bisschen. Sie wird in die Top 60 fahren mit dieser Zeit. Also eine Dominanz, sondergleichen Unfall, Meben. Das ist die Stärke von den Frauen im Radsport mittlerweile. Mega. Ja, zwischen der Abfahrt, Entschuldigung, ich fährte gerade jetzt die letzten paar Meter runter hinein nach Söln. Alle Zeiten da momentan hier im Studio auf mich. Nein, ich schaue da nochmals Jack Berg an. Was hat es gelegen heuer? Fährt für Dornbären heuer, letztes Jahr noch für Felbermaier. Wahrscheinlich wohnt er in Dornbären. Lieber Vorarlberger. Ist das vielleicht der Grund, warum er diese Verspätung hat? Ich kann das nicht sagen, aber der Jack war ja auf ihn auch unbekannt. Er hat nicht gewusst, weil das war wirklich das, dass er einfach nicht voll im Rennmodus drin ist, wie ein Federspieler oder ein anderer, glaube ich, oder? Ja, und hat in einem Stubay-Trikot eben auf dem gesamten 39. Platz gefinisht. Ja, immer wieder kommen die Fragen, wo ist Lampard? Und der Sepp Binnen hat es für uns jetzt perfekt gemacht. Er ist an der 69. Stelle. So, wir kommen jetzt zum großen Finale bei den Damen. Und das wird jetzt sowas von gefeiert, weil das ist Weltklasse. Nochmals zur Erinnerung. Bisherige Rekordzeit 7,45. Und das wird eine unfassbare Rekordzeit. Wird das möglicherweise sogar der Rekord für die Geschichtsbücher? Unter 7 Stunden 30 wird es sich ausgehen. Hat nur noch wenige Meter, kommt jetzt auch dann auf die Gerade. Und dann geht es schon herein hier Richtung Ziel. Janine Mayer aus Deutschland wird hier mit einer sensationellen Zeit ins Ziel hereinfahren. Da wird sie schon gefeiert, angefeiert. Da sehen wir, Stefan, die ganzen Fans, die da rechts und links dann stehen. Sie hat nicht mehr lange, ja, und jetzt wird es richtig laut. Body Language ist immer noch großartig. Logischerweise, jetzt hat sie das Wissen. I did it my way. Ich habe es geschafft. Und zwar von der ersten Minute war sie heute tonangebend. Von der ersten Minute war sie die Dominatorin schlechthin. Sie hat den Fedehandschuh hingeworfen. Sie hat von Anfang an gezeigt, das ist heute mein Tag. Und sie hat bis zur letzten Sekunde durchgehalten. 7 Stunden und 27 Minuten. Und es wird sowas von gefeiert hier in Sölden. Und da geht die Post ab auch schon im Ziel. Ja, wir hören es hier im Studio herinnen. Es ist draußen im Ziel, kaum auszuhalten. Mega Stimmung für diese Dame, die jetzt 7 Stunden, 26 und 40 unterwegs ist. Sie wird wohl mit 7, 28 hier reinfahren. Fette Zeit. Ja, volle geil, volle geil. Unter 7, 30. Ich glaube, das ist ein Rekord. Sicherlich auch für die Geschichtsbücher. Die hat das Wetter perfekt ausgenutzt. Die sitzt aerodynamisch am Rad. Die hat eine perfekte Kleidung. Die hat einen Aero-Helm. Die fährt Unterlenker. Die hat nie den Druck abgelassen. Wir haben am Jaufen was einmal kurz gemeint. Die hat einen schweren Tritt. Aber das war überhaupt nicht so. Die ist die Pässe einfach mit einem schweren Gang gefahren. Hat ein super Aero-Rad. Hat das super ausgenutzt. Die ist perfekt betreut worden. Und hat, glaube ich, alles abgeliefert, was man bei diesem Rennen hier abliefern kann. Gratulation, Janine Maier. Chapeau, Chapeau. Ja, nur Respekt vor Janine Maier. Das ist sie, die großartige Siegerin. Da wird sie unter die besten 50 hineinfahren. Vom gesamten Starterfeld. Das ist sowas Unfassbares. So eine großartige Leistung. Und ihr gebührt der Applaus von Tausenden von Menschen. Natürlich von der gesamten Organisation. Von uns sowieso. Hand nach oben. Gratulation, Chapeau, Janine. Er ist wirklich als 47. hier hereingefahren. Was für eine fantastische Zeit. Sieben Stunden, Nussi. 27 Minuten und 47 Sekunden. Also deutlich unter 37. Und der Sieger, der steht bereit mit dem Kranz. Manuel Senni da mit der Übergabe an Janine Maier. So viele Fans haben heute von der Janine zugeschaut. Und diese Fans sind jetzt zum einen glücklich, weil sie heil und gesund im Ziel ist. Zum anderen, weil sie eben die Beste der Besten heute war. Wow. Und Toni Balzer sind wir da. Und ich glaube, man hat auch ganz kurz, da sehen wir ihn, Isidor Grüner, den Biesten-Chef auch beim Ski-Weltcup. Aber der Isi, der macht so viel im Hintergrund. Und auch Isi, auch dir mal Dankeschön. Ja, er ist ja bei uns im Zielbereich zuständig und auch bei den Siegerungen. Und auch die anderen hier mit der Trophäe. Ja, was für eine Mega-Leistung der Janine Maier. Ich glaube, da sind große Emotionen da mit dabei. Man sieht sie an. Wahnsinn. Janine Pircher, die hat uns auch mit Informationen immer wieder unterstützt, was eben den Ötztaler und die Geschichte. Und da ist er, der stolze, stolze Mann von der Janine. Manchmal muss man einfach Bilder wirken lassen. Und wer könnte es anders sein? Schau an, ich bin's, dein Rosl. Martin Rosenheader, willst du meine Nummer möglicherweise? Nein, Martin Rosenheader ist der Pressechef. Martin Rosenheader ist der Pressechef. Martin hat, glaube ich, den Text schon vorbereitet, hat dir gezeigt. Hey, neue Rekordzeit, sieben Stunden, siebenundzwanzig Minuten. Wir haben noch was gehört, muss ich noch schnell, oben, dritter Platz. Genau, Katharina Rossmann ist oben am Dimmelsioch angekommen, hat 30 Minuten Rückstand auf die jetzt Siegerin Janine Maier. Und während hier die Nächsten reinkommen, wo wir in Kürze dann natürlich auch noch die Namen durchgeben, dürfen wir ganz kurz mal, aber vor allem machen wir das auch gerne zu unseren Partnern schalten. Und während hier die Nächsten reinkommen, wo wir in Kürze dann noch die Nächsten reinkommen haben. Und während hier die Nächsten reinkommen haben, wo wir in Kürze dann noch die Nächsten reinkommen haben. Kugelschreiber gleich weggeben. Und da ist die Kamera, wir sind also hier im Studio des Tourismusverbandes im Ötztal. Das war ein richtig heißes Finale bisher. Ja, muss man sagen, sowohl bei den Herren, was wir gesehen haben, mega Leistung von Zenio, aber auch bei den Damen Janine Maier, also sind die Besten der Besten. Und die steht jetzt auch bei Liz Buschern und deshalb wollen wir natürlich sofort runterschalten. Bitte Liz. Ja, danke lieber Steff. Die Besten der Besten, ihr habt es angesprochen. Demonstration deiner Größe, deiner Leistung von der ersten Minute an. Liebe Janine, wie geht es dir jetzt? Fass es kurz in Worte. Was war dieser Ötztaler Radmarathon mit einer neuen Streckenzeit für dich? Das ist das Größte, was ich wirklich erlebt habe jetzt, radtechnisch. Also Wahnsinn. Ich bin unfassbar happy bei dem Wetter. Meine Eltern sind hier, mein Mann ist hier. Und das ist wahnsinnig schön. Du bist mit deiner Zeit unter die Besten 47 in der Gesamtwertung. Das ist einfach eine Unterstreichung deines Könnens, deiner Leistung. Wir verneigen uns vor dir. Was war das Härteste an dem Rennen? Schlussstück, Timmelsjoch. Das oben war schon echt hart. Was war das Schönste? Die Zieleinfahrt. Und jetzt die Regeneration? Genau, feiern. Jetzt feiern und wir geben zurück ins Studio. Das ist die Siegerin des heurigen Ötztaler Radmaras 2023. Ja, da kommen sie heraus, die Emotionen bei Janine Mayer. Die Familie ist also hier vor Ort. Der Gatte, den sahen wir eh ganz kurz auch im Bild. Und das ist jetzt die Masse, die wir sehen, während Michi Nussbaumer die nächsten Finisher-Namen hat. Michi, bitteschön. Ja, ganz interessante Namen sind mittlerweile ins Ziel gekommen. Nach Janine Mayer ist Martin Ludwitschek reingefahren. Den haben wir ganz am Anfang ganz vorne gesehen. Der hat das Tempo rausgemacht Richtung Ötz. André Rheinlein ist da. Philipp Handl ist ebenfalls ins Ziel gekommen. Manuel Schreiber, Gratulation. Christian Willeider und Lukas Tomasek, Gratulation für das Finish hier beim Ötztaler Radmarathon. Ja, ich höre, dass wir zu dem schalten, der sich seit Stunden nicht mehr gemeldet hat. Am Anfang fast minütlich. Jetzt ist er aber dann wieder an der Reihe, nämlich Österreichs ehemaliger Weltklasse-Biathlet. Und der Mann, der immer einen Schmäh hat, nämlich der Sumi. Christoph Schumann, wo bist du? Was machst du? Wir sitzen schon da, der David und ich, gell? David, was ist denn los? Was ist los? Ja, der David und ich sitzen da ein bisschen im Schatten. David, was ist passiert? Ich habe einen Ploppen von Jauf nachgehoben. Und ja, dann hat man ihn repariert. Und zwei Minuten drauf, wieder. Also, das war am Lampotschen. Ist nicht cool, oder? Nein, das sagt man immer. Und jetzt ist gar keine Lust mehr zum Weiterfahren. Wie bist du dann Oberkunft von Jauf? Wo ist das denn genau passiert? Ich sage, bei der Hälfte von der Strecke bin ich auf der 40 Minuten zur Fürstau eingegangen. Bis zum Kreisverkehr. Der Mann hat noch eine zusätzliche Medaille verdient. Aber jetzt hast du die Nerven weggeschmissen. Radlein gepockt. Nein, sie haben uns Radlein aufgeladen. Und ja, das fuhren wir haben. Sehr enttäuscht. Nein, passt schon nicht. Das nächste Mal wieder. So ist es. Nächstes Jahr ist nämlich die 43. Auflage. Und da wird der David kein Potschen haben. Und da wird er durchfahren. Und großartige Leistung bringen. Trotzdem Chapeau. Komm gut heim. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt ist es übrigens auch so, dass wir wissen, ob sie einen Rekord geschafft hat oder nicht. Die Janine 7,42 war der bisherige Rekord. Batti 7,42 war der bisherige Rekord. Und zwar von Orenos. Und das war 2016 von der Rekordsiegerin. Und bei uns ist ein ganz Spezieller, der jetzt eingetroffen ist. Dazu etwas später mehr. Eine Minute noch. Schauen wir uns die momentane Geschichte an. Und dann melden wir uns mit einem wahren Champion. Yen. Das acht Kilometer. Ja. Und dann gehst du da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Manuel, first of all a big hand from the whole team What a performance from you How happy are you at the moment? How tired are you at the moment? How is your feeling? A lot, tired a lot and also very happy about today Manuel, how tough was it in the heat of the Öztala? It's a really beautiful Grandfondo I think we have a problem with the microphone We repeat the whole thing Once again this is the winner Manuel Senni from this year's Öztala First of all a big hand from all of us How happy, but also how tired are you? Very happy and very tired about today And how tough was it at the end? How is your feeling at the moment? Now I'm happy that everything, all the pain is finished Because from the beginning of the teamer joke To the finish is only pain Tommaso was in the lead You, Alban and Jonny Hogelland Second, third and fourth After the middle of this whole day When was the moment where you recognized Okay, I can win this race? Yeah, after the pass to Jovo I know that Tommaso was alone So I did this Grandfondo last year And I know how hard is the teamer joke 29 kilometers, especially in the final And with the altitude So alone is a big effort to arrive to the finish And we went four guys at the beginning And then three And we catch Tommaso in the middle of the climb And in the last seven kilometers I had good legs and they tried to attack And they went alone to the finish Manuel, you took part a few times at the Giro d'Italia You won some really cool and great races What does this win here mean to you? For me it's something different Because I had, after three years of good career as a pro I had a lot of injuries I broke a femur during a Giro d'Italia So I had two nails in the wrist And then four surgeries, two arteries So I had after the last surgery Two years recovery So for me the bike was far So I didn't know also if I had the chance to come back But the best recovery The doctor said it was the bike So I came back And I started again in 2022 with some Grandfondo And now I'm here Big hand and we love your smile That's great after your problems You are one of the greatest amazing times Maybe a question from Patrick or from you Michi Just one question about the situation in this group As you were three with Johnny and with Alban And you attacked and it was really great to see They can't follow you How was this feeling right for you That you looked back and they can't follow each other? Yeah, it's in my skills to be a climber And not a steady climber But I usually attack And yeah, after the first attack I saw that I was alone And I tried to keep the pace Because the top was still far So that was good I did a good climb And then I went to the finish Manuel just arrived here in the finish One of our sport idols in Austria Nämlich Lampard hat gefinished Manuel, so once again big hand to you We are super happy that you are the new winner That you are the new man That you are the Öztal Winner 2023 Manuel, big hand to you Thank you I want to say also hello to all the guests of the hotel Where I work as bike manager So we have a lot of guests from Austria So today a lot were in the road So since the finish So I had the chance to see them again And yeah, for me Austria is something really beautiful Esther Wilhelm said greetings Or wrote me I shall say greetings to you Yeah, yeah, we have a lot of I know a lot of Austria cyclists That come to our hotel on holidays And so I have the chance to know a lot of them And this is good when you come to Austria And they can see you on TV Maybe also a few words in your language In Italian language you can say also some words to your fans and colleagues and to the hotel guests Bye everyone We'll see you in the next vacation at our hotel Ok, and so we are going to look at the live-builder Joe Lampard It will show us there What a premiere of Joe Lampard The two-fache world champion The ten-fache world cup The whole world cup In the Nordic combination Patrick, what do you say about Joe Lampard Erste Teilnahme 7 Stunden 41 Minuten Also Ich ziehe den Hut Vom Joe Also sensationell, was er da geleistet hat Und Ja, man kann ihn nur gratulieren Ich bin dann auch gespannt, was er Zu sagen hat Wenn er bei uns hier im Studio ist, wie es ihm gegangen ist Also Gratulation auch von meiner Seite Ja, vielleicht kann uns Andi Klingler dann auch Jo Lampard heraufbringen Während wir da die Nächsten Damen sehen Eine Entscheidung ist also beim Damen schon gefallen Die Siegerin ist immer Ziel Und das Rennen ist jetzt alt Sieben Stunden und 43 Minuten Und Michi Nussbaumer schaut immer wieder auf die Finisher Und hat dadurch natürlich wiederum einige Namen Davide Tugnoli ist im Ziel aus Italien Kommt aus Bologna Maximilian Huber Michael Ecker ist über die Ziellinie gefahren In 7'41 Markus Feierer aus Barucca und Amur Dürfen wir gratulieren David Gerstmeier Alessandro Nanni Francesco Vigoreni Und Ramon Gentilini Dürfen Aus Italien Einen Teilnehmer Schonmal aus dem Studio auch Gratulation natürlich auch Meinerseits Wir haben heute Morgen gesprochen Am Start Ganz kurz Da hast du gesagt Nein, nein Auch wenn ich schon viele Rennen habe Zum ersten Mal beim Ötztaler Es grudelt schon Ich bin schon ein bisschen nervös Du hast jetzt zwar die ersten Eindrücke Unverarbeitet sozusagen War ein total Tag Also jeder der was da heute ins Ziel kam Höchster Respekt Also Ich habe es so gemerkt Einfach Jaufen Und immer Ich habe nicht mehr viel Druck am Pedal gehabt Aber ja Richtig eine geile Stimmung Danke, danke Dass so viele Leute da sind Und ja Ich genieße den Tag jetzt noch Die lassen wir den Tag genießen Genieße es wirklich Gratulation noch einmal Für dich geht es jetzt Ganz kurz Zum Stefan Steinhocher Ins Studio Johannes Lampater Nicht mehr ganz so viel Druck Auf den Pedalen Für uns ist er Trotzdem wie alle anderen Ein Sieger Und nochmals Jo Lampater Bei seiner ersten Teilnahme Und das eigentlich auch Als Leichtgewicht Das muss man auch sagen Mit dieser Fabelzeit Mit dieser großartigen Platzierung Er hat wieder gezeigt Dass er Patrick Echt Ein richtig guter Sportler ist Auf jeden Fall Und wir wissen ja auch Die ganzen Wintersportler Die Grundlage holen sich Die Wintersportler Im Sommer Beim Radlfahren Und Das war wirklich sensationell Was der heute geleistet hat Erste Teilnahme In 7.41 Also Wie gesagt Ich habe es zuerst schon gesagt Hut ab Und gratuliere den Show Sensationell Es ist brutal heiß Es ist brutal heiß Man sieht es an diesen Bildern Und heiß ist seit vielen Stunden Auch gelaufen Christoph Summann Ja ich sitze da Mit zwei Damen Nämlich mit der Alexandra Und mit der Hundedame Anouk Und Alexandra Warum bist du eigentlich da Im Hintergrund sieht man Deinen Bus Wieso bist du da? Ja weil ich meine Freundin Die Monika Titl Unterstützen und supporten wollte Vor der nächsten Labelstelle Und dann habe ich mir gedacht Stell mich da hin Und dann sehe ich es Wenigstens kurz an Im heutigen Tag Und die Monika Titl Ist ja keine Unbekannte Die hat nämlich den Marathon Da schon gewonnen Nämlich 2014 Heute ist sie auch gut Glaub ich unterwegs gewesen Oder? Ein bisschen krampfig war sie Wie hast du gesagt Aber du hast gesagt Also Top 10 Sollte sich ausgehen Oder? Schauen wir Mal nachfangen Ob sie schon ein Ziel ist Sie ist eine Sache Eine Sache bist du Weil du hast da nämlich geschlafen Also nicht da am Parkplatz Sondern unten in Moos Genau Dass ich auch pünktlich da bin Bevor die Sperre kommt Ähm Du bist auch eine Sache Braut Gell? Du? Bist eigentlich kein Radlfahrer Sondern kommst vom? Triathlon Extrem Triathlon Also ich mache so Norseman und Kelpman Und solche Sachen Also mit Schwimmen Radfahren gehört natürlich auch dazu Und laufen halt dann Offroad Bist du ein wilder Hummel? Fahrst du denn als toller Name Oder warst du das? Äh Das war's glaube ich Ich bin retired Ich bin jetzt im Ruhestand Ich genieße jetzt das Leben Und fahre ja nur noch an Dann genieße weiter Und ich glaube die Anouk Werden wir wieder in den Bus Eine verpflanzen Weil sonst Ist eher Nordrund Sonst Wird dir ein Problem kriegen Mit der Hitze Und die Hitze ist sehr groß Da hinten ist die Die Wasserstation Und da ist Großbetrieb Danke dir Sumi Und derweil ist die Zweitbeste Glaub ich Ins Ziel gekommen Michi Nussbaum Ja sie ist gerade aufgeploppt Bei uns Samantha Arnaudo Die Italienerin Kommt in einer Zeit von 7 Stunden 47 und 18 Sekunden Ins Ziel Da hat man auch schon Ötztaler gehabt Wo man in dieser Zeit gewonnen hat Ja da hat man wirklich schon gewonnen Oder Patrick? Katharina Rossmann Oder ist letzte 57 Oder korrigiert es mich? Ich glaube ich 57 gefahren Also das wäre Mit der Zeit letzter Wäre sich das auch ausgegangen Also auch wieder die Dame Die zweite Dame Unter 8 Stunden Sensationell Stefan Ja Armin Holzknecht Kommt herein in Kürze Du kennst ihn Erzähl ein bisschen was Über den Ummausnah Der Armin Genau Mit dem Armin habe ich auch Sehr sehr viele Stunden Im Training verbracht Also auch ein super Radlfahrer Fährt normalerweise Fürs Radteam Tirol Auf der Straße Also ein Elitefahrer Und Ja Die Steam wurde leider heuer Zu der Öto nicht eingeladen Und Dann hat er sich eben Auf den Ötztal ein bisschen Vorbereitet Und Glaub ich Mit 7, 48 Kann er auch sehr zufrieden sein Und Neben ihm war gerade der Philipp Handl Auch einer Einer der Tiroler Garde Also starke Leistung Auch von Armin Und Gratulation von meiner Seite 36 verschiedene Nationen Sind hier am Start Aus aller Herren Länder 52 Prozent Kommen aus Deutschland Das also logischerweise Die größte Teilnehmerzahl An Damen und Herren Und Knapp 400 Damen Sind also heute hier In der Früh Um 06.30 gestartet Carina Dott Hat um 06.15 Diese Übertragung eröffnet Und begonnen Wird auch in Kürze In ein paar Stunden Wieder hier vor Ort sein Um durch das Programm Zu führen Im Ziel Jetzt dann Auch der Lorenz Röckl Der Johannes Zabel Und auch Daniel Seppi Und es kommt Glaub ich Der Manfred Zöger Ja Manfred Zöger Starker Mann Dann Auch im Ultra-Bereich Kennen wir den Vom Mountain-Bereich Vom Mountainbike Club Knapp nach 14 Uhr sein Um ca. 20 Uhr 20.30 Uhr 21 Uhr Oder Wird es wohl soweit sein Wenn der oder die Letzte Ins Ziel kommt Und das Besondere Völlig egal Ob Dame oder Herr Der Letzte Wird als der große Sieger Gefeiert werden Wie der Erste Wie der Erste Wird auch der Letzte Gefeiert Wie alle anderen Teilnehmer Ich schätze mal so Zwischen 20.30 Uhr 20.45 Uhr Wird die Letzte Der oder die Letzte Ins Ziel kommen Und was heuer Sicherlich auch Super ist Heuer wird es Definitiv hell sein Ja Das ist heuer Einfach Es ist eineinhalb Monate früher Wir haben Hochsommer Wir haben einfach Bis 21.30 Uhr 21.45 Uhr Hell Also es wird sich heuer Auch nicht Es wird sich ausgehen Als es nicht dunkel sein wird Der Markus Herbst schreibt Und auf das möchte ich Jetzt eingehen Schade dass die Frauen Vernachlässigt werden Markus Man muss das jetzt Auf eine andere Weise Betrachten Und zwar wie gesagt Es sind die Kameras Verteilt Und am Anfang Ist man natürlich Auf der Spitzengruppe drauf Und das ist auch Der Grund Warum Natürlich Etwas öfters Noch die Herren Gezeigt werden Aber man probiert So gut wie möglich Natürlich auch die Damen Zu zeigen Du kannst dir sicher sein Wir respektieren die Damen Zu 100 Prozent Wir sind unglaublich stolz Auf die Leistungen Welche die Damen hier zeigen Und wir werden hoffentlich Von der Regie Noch viele viele großartige Damen Heute gezeigt bekommen Aber auf der anderen Seite Muss man auch sagen Es sind halt knapp 4.000 Herren Am Start Und knapp 350 Damen Und deshalb überwiegen Natürlich zum Großteil Auch die Männergesichter Michi Ja genau so ist es Und wir haben auch eine Kamera extra Für die Damen abgestellt Die immer bei der Siegerin war Leider ist es eben so Dass die Felder der Damen Noch nicht so groß sind Wie du gerade gesagt hast Und wir ein Rennen Im Rennen haben Wir würden natürlich gerne mehr bringen Aber das wird auch dann Den Rahmen dieser Übertragung Sprengen Ich glaube wir setzen So gut als möglich In Szene Und versuchen hier Unser Bestes zu geben Aber es ist in diesem Großen Feld Der Herren oft auch nicht Leicht die Damen raus zu fischen Da hilft auch oft Ein Hubschrauber nicht Da braucht man oft Drohnen Und das ist eben Nicht so leicht Aber wie gesagt Ich kann mich noch erinnern Und dann war es das auch Glaube ich ganz kurz Mit dem Thema Letztes Jahr Ist als letztes Ein Mann ins Ziel gekommen Und alle haben gesagt Warum ist man nicht Bei einer Dame drauf Eben weil Der letzte Letztes Jahr ein Mann war Sollte heute Als letztes In Ziel Eine Dame kommen Dann wird sie Mega gefeiert werden Dann wird sie Abgefeiert werden Dann wird sie natürlich Auch von allen Kameras Eingefangen werden Und nochmals Wir hoffen Dass wir noch viele Viele Ladies heute Zu sehen bekommen So 7 Stunden 53 Wo ist Das Feld Momentan zu sehen Patrick Grüner Das ist Der Anstieg Richtung Timmelsjoch Wir sind Da jetzt Von St. Leonhard Geht es da wieder Hinauf Richtung Moos Und dann Weiter Auf den Timmelsjoch Und dann wieder Zu uns Nach Sölden Da sehen wir Auch wieder Eine Dame Die hier Unterwegs ist Also Sehr sehr viele Athleten Jetzt ist natürlich Das große Peloton Oder große Hauptfeld Unterwegs Zwischen Jaufenpass Und Dimmelsjoch Was Was habe ich da Vorher gesehen Ich Warte auf meine Schwester Selina Mink Ja Alles Gute Der Selina Schreibt in dem Fall Domenico Schumacher Der heute glaube ich Auch schon sehr sehr viel Und lang Im Livestream Unterwegs ist Und der Markus Weber schreibt Auf geht's Mr. Fink Alles Gute Und das sind Bilder hier Aus dem Zielbereich Hier In Sölden Im Ötztal Heute also Zu Beginn der Ferienzeit Ene Tirol Volles Haus Großartige Stimmung Wenn man am Freitag Hier reingefahren ist In das Ötztal Was war das schon Für eine Atmosphäre Du als Ötztaler Wie spürt man Dieses Ötzi Fieber? Das merkst du eigentlich schon Tage vorher Was los geht Die Anreise Die ganzen Radfahrer Was schon auf der Straße Unterwegs sind Speziell sage ich jetzt mal Hier auch in Sölden Die ganzen Sportgeschäfte Die Hotels Die bereiten sich alle vor Für den Ötzi Man versucht den Teilnehmern Das Bestmögliche zu bieten Und ich kann auch selber Aus Erfahrung reden Ich bin ja jetzt In der Sporthütte Fiegl Im Radverkauf Und Radverleih Und wir haben da wirklich Jeden Teilnehmer Was reingekommen ist Noch geholfen Ob das eine Kassette tauschen Eine Schaltung richten Alles mögliche Wir haben noch ein Service gemacht Bis heute in der Früh Um 5 Uhr Also Man lebt hier im Ötztal Wirklich diese Woche Vorm Ötztaler Richtig aus Wir helfen alle zusammen Und einfach die Atmosphäre Das Ambiente Das ist einfach toll Und heuer natürlich Mit dem Wetter Ist nochmal Schöner Nächstes Jahr Von den Bergen des Piemonts In Ötztal Nicht zum ersten Mal im Übrigen Dalle montagne del Piemonte Qui a Lüttztal Congratulations Samantha Bellissimo Secondo posto Portaci un po' Nächstes Jahr Nächstes Jahr War ja schon zweite Hier gewesen Viel zu schnell losgegangen Für ihre Verhältnisse Aber sie wusste Sie kann da mithalten Tolles Rennen Natürlich Ich habe sie gefragt Wenn wir dir am Morgen Angeboten hätten Zweiter Platz Auch heuer Unter Schreibplatz Hat sie gesagt Na heuer wollte ich gewinnen So wie sie vor einer Woche Im Übrigen auch die Marathon des Klubemittes Gewonnen hat Samantha Arnaudo Danke euch beiden Und Gratulation an die Samantha Danke Günter Leicke Und ich glaube Patrick Dass die Katharina In Kürze hereinkommen wird Ich rechne so in 3, 4, 5 Minuten Also ganz wichtig Dass unsere Regie drauf bleibt Weil es sollte nicht mehr Allzu lange andauern Dann wissen wir Ob sie heute Nach dem letztjährigen Sieg Heute also wieder Am Podium steht Genauso ist es Stefan Ich glaube auch Dass sie in ein paar Minuten Eintreffen wird Hier in Sölden Und wird knappe Zeit Bisschen über 8 Stunden Wird sich für die Katharina ausgehen Und dann haben wir Eigentlich das Podium Der Damen Auch schon im Ziel Hier die Bilder Von der Drohne Neben Hubschrauber Auch Drohnen im Einsatz Ein eigenes Auto Mit einer 360-Grad-Kamera Knapp 18 Kameras Weiter Aber es ist natürlich Ein unglaubliches Unterfangen hier Über diese Vier Alpenpässe Die Kameras zu verteilen Ja, ich glaube mittlerweile Ist schon Wahnsinn Wie hier Der Ötztal Radmarathon Präsentiert wird Im Fernsehen Mit so vielen Kameras Und mit Drohnen Und Hubschrauber Ich glaube es sind zwei Hubschrauber Auch hier vor Ort Also sensationelle Aufnahmen Wir haben heuer nie Kann man sagen Bildausfall Oder was gehabt Also man muss wirklich sagen Danke für die Richtig geile Übertragung Und für die Touristiker Hier aus dem Ötztal Sag ich etwas Was hier auch geschrieben wird Sölden ist gleich Radmecker Weil natürlich nicht nur Auf der Straße gefahren wird Sondern und vor allem auch Im Downhill-Bereich werden Während wir hier Wasser für alle sehen Die Bike Republic Ja Vielleicht kannst du ganz kurz Darüber etwas erzählen Und erklären Ja die Bike Republic Ist hier oben Im Skigebiet von Sölden Mit jede Menge Mit knapp glaube ich 100 Kilometer Trails Für Anfänger Bis vorgeschritten Bis zum Profi Du kannst von 8.30 Uhr Bis 17.00 Uhr Oder 16.30 Uhr Kannst du hier Mit der Gondel hochfahren Und dann die Trails runterfahren Es sind die Hütten offen Und es ist wirklich Für Jung und Alt Alles was dabei Und ja Den Leuten fällt Da ist sie glaube ich Die Titelverteidigerin Ja das war sie Katharine Rossmann Kommt hier ins Ziel herein Und schafft es wiederum Auf das Podium Da geht die rechte Hand Nach oben Für diejenige Die gestern schon bei Carina Dort zu Gast war Im Studio Und die gesagt hat Es ist kein Wunschkonzert Es wäre schön Wenn ich meinen Titel Verteidigen kann Aber es muss nicht sein Es ist ein großartiger Dritter Platz geworden Und gefühlt Schaut sie Immer gleich aus Also da sieht man Null Anstrengung Bei Katharina Rossmann Ja und immer Ein lächelndes Gesicht Also ja Jetzt schnauft sie Mal ein bisschen durch Ich glaube schon Dass sie müde ist Und auch glücklich Jetzt im Ziel zu sein Und ja Gratulation auch Von uns Platz 3 Ja Sensationelle Leistung Auch bei den Damen Ja und weil wir die Carina Dort angesprochen haben Die hat heute bis 10 Uhr Kommentiert Ist dann schlafen gegangen Der Wecker wird in Kürze abgehen Und sie wird dann um 15 Uhr Möglicherweise wieder hier vor Ort sein Auch das ist der Ötztaler Also da sieht man die Länge Dieser Veranstaltung Und viele von den Teilnehmern Die starten um 6.30 Uhr Der Tag beginnt teilweise mit dem Frühstück Um 4, Viertel nach 4 Spätestens 4.30 Uhr in der Früh Geht bis 21 Uhr Eigentlich für all jene Die sowas noch nie gemacht haben Oder nur ansatzweise gemacht haben Nicht vorstellbar Da sehen wir wieder Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Am Weg zum Timmelsioch hoch Immer noch gute Laune Und jetzt wird es dann auch interessant Auch mit der Temperatur Stefan Die Temperatur wird natürlich immer wärmer Also wir werden hier speziell in St. Kleinhard An die 35, 36 Grad haben Und jetzt ist halt auch sehr wichtig Sich viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen Essen Und vielleicht so einen Gartenschlauch Mal zu erwischen Und auch ein bisschen über den Kopf drüber zu lernen So eine kleine Abkühlung Das wäre jetzt schon sehr wichtig Boah, das muss mental so schwer sein Wenn die Temperaturen immer mehr nach oben gehen Man natürlich auch weiß Okay, die Besten sind schon im Ziel Und wir fahren da noch Richtung Ja, Jaufenpass teilweise nach oben Und bei Liss Buschan Bei unserer fliegenden Reporterin steht Die heutige dritte Und wir gratulieren herzlichst Ja, die Kathi ist bei mir Letztes Jahr den Titel gewonnen Hier beim Ötztaler Heuer das zweite Mal dabei Und wieder einen großen Smile Herzliche Gratulation zum dritten Platz Wie war es heute? Heute war es echt ein anstrengender Tag Es war sehr, sehr heiß Und ich muss sagen Ich war bei den Abfahrten heute nicht so risikobereit Und war aber trotzdem happy Dass ich am Jauf und am Timmelsjog noch mal Ordentlich Gas gehen konnte Und dritter Platz ist einfach super cool Weil es ist immer tagesformabhängig Und man muss immer gucken, was an dem Tag möglich ist Und einfach dritter Platz ist top Mega happy bin ich trotzdem Das heißt, war es doch ein bisschen ein Wunschkonzert Gestern im Interview hast du gesagt Der Ötztaler ist kein Wunschkonzert Und heute aber trotzdem wieder dieser Erfolg Genau, also ich komme gerne wieder Es ist einfach ein phänomenal geiles Rennen Und macht super Spaß hier zu racen Danke dir, genieße es Und damit zurück zu Stefan ins Studio Danke euch beiden Ja, Sport ist kein Wunschkonzert Aber sie hat wieder alles abgerufen Hat sensationelles erreicht Und ich glaube, Patrick Grüner Es gibt nicht allzu viele Menschen, die sagen können Du, einmal habe ich den Ötztaler gewonnen Einmal bin ich dritter geworden Also die kann sowas von stolz sein Auf jeden Fall Also die hat da wieder sensationelle Leistung gebracht Die verfolgt Katharina Rossmann auch auf Instagram Also die trainiert wirklich beinhart jeden Tag Und die trainiert auch zum Teil wirklich schon in der Früh Vor der Arbeit, die startet um 5 Uhr los Und von nix kann man nix Das ist der Spruch Der stimmt auch Und ja, immer ein Lächeln im Gesicht Und ich traue auch wirklich nochmals schon an Sieg zu Bei uns übrigens eingetroffen Ich nenne ihn immer gerne Albinator Und er ist wahrlich ein Schwarzenegger des Radsports Albin Albin Da ist gerade noch an Kuchen und trinkt was Albin Du kannst jederzeit, wenn du willst, wenn du möchtest Zu uns kommen Und wir ziehen Sämtliche Hüte Danke Stefan Und dann, wann hat heute der Wecker geläutet 4,15 4,15 Was gab es dann zum Frühstück Drei Semmeln Mit Marmelade Drei Semmeln Ich habe gerade einmal ein bisschen vorgerollt Ich bin zum Auto vorgerollt, weil wir es vorgeparkt haben Und dann habe ich nochmal Luft eingebaut Im Reifen Gerade noch eine kleine Ehrenrunde gedreht Und ja, aufwärmen muss man sich jetzt da nicht unbedingt Erstens ist es relativ früh Zweitens wird es dann eh relativ kalt dann runter bis jetzt Und man kann da auch schon relativ gut, kommt da schon ganz gut in Schwung Also aufwärmen ist da eben zwei Stunden davor frühstücken Ist eigentlich normales auch relativ knapp Aber wie gesagt, es ist ein bisschen ein humanerer Start als normal im Marathon Und deswegen kann man das vielleicht ein bisschen anders angehen Du zuerst war ja eine große Spitzengruppe mit knapp 70 Leuten Da war übrigens auch Jo Lambater dabei, der in Kürze auch zu uns kommen wird Dann hat sich das Feld ein wenig dezimiert Dann kam eben der Turbo von Massimo Eletrico Dass wir das richtig aussprechen Der hatte dann schon einen Vorsprung von mehr als drei Minuten War da bei euch eine Unsicherheit da? Oder habt ihr immer gewusst, den schnappen wir uns noch? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wo der weggefahren ist Okay Das war im Bereich glaube ich Am Jaufenpass Am Jaufenpass Nein, Jaufen sicher nicht Nein, das war früher schon, oder? Da muss man am Brenner irgendwo gewesen sein, ja Aber da war das Tempo relativ verschleppt Ich bin da zweimal Pipi gegangen Und habe dann irgendwo das vielleicht einmal verabsehnt Aber im Großen und Ganzen Ja, ist da immer ein bisschen schwierig zu taktieren Also es ist relativ langsam hochgefahren worden am Brenner Aber man weiß halt, es kommt Es erwartet uns ein heißer Tag noch Die zweite Rennhälfte Wenn der Brenner langsam gefahren wird, wird er ja auf dem richtig schnell gefahren Das ist halt so Aber wie gesagt, die Beine sind bei mir immer besser geworden Am Jaufen habe ich mich richtig gut gefühlt Eigentlich das ganze Rennen habe ich mich gut gefühlt Und das einzige Verunsicherung, was bei mir heute war War eben beim Jaufen ganz oben habe ich mir irgendwas eingefahren Im Vorderreifen Und die ganze Abfahrt runter hat der Vorderreifen gespritzt Also ich habe jubel es Und dann mit dem Überdruck, mit der Höhe und der Temperatur Hat der immer so rausgepfiffen Und das war... Dann habe ich eben die Lücke gehabt Am St. Leonhard Die war 30 Sekunden oder 40 Die habe ich dann auch ein bisschen zugefahren Und das hat schon gekostet Also war nicht optimal Das war genau der Punkt, Patrick, wo wir ein bisschen verwundert waren Eben, der Alvan war nicht mehr dabei Also in St. Leonhard unten beim Johnny und so Und dann auf einmal haben wir halt umgeschaltet mit den Bildern Und wie wir wieder zurückgekommen zum Hans-Jag Leopold und zum Johnny Hogaland Auf einmal warst du da Und dann haben wir jetzt nicht gewusst Hast du auch in der Abfahrt ein Problem gehabt? War er defekt oder was? Und dann bist du aber relativ schnell, hast du das Loch zugefahren Und dann haben wir schon gewusst Okay, Alvan ist da Der Feder muss bei dir gewesen sein Oder war der auch noch ein bisschen weiter hinten Weil der ist dann auch noch in die Gruppe reingefahren Der ist mit mir dann wieder in die Gruppe reingefahren Der hat glaube ich Der ist sicher mit der Gruppe runter gefahren Also das weiß ich Aber ich habe, wie gesagt, dann oben Schon von der ersten Kurve hat es dann rausgepfiffen Und war dann echt unsicher Ich habe das Erlebnis noch Letztes Jahr mit dem Paul Werbernerk Der hat einen Reifenplatz auch gehabt Auch in der ersten Kehre da runter Ich habe das im Kopf gehabt Der hat es gerade und gerade noch rausgelenkt Und ich habe gedacht Das brauche ich jetzt nicht da runter aufs Maul legen Und es war dann eigentlich ein ständiger Begleiter Das hat mich dann ein bisschen Eben, wie gesagt Irgendwie von den Schmerzen abgelenkt Und alles was da in den vergangenen Wochen passiert ist Spielt da wahrscheinlich im Kopf natürlich auch eine Rolle Da fragt übrigens eh Der Dr. Kung Frage an Alban Wann wusstest du, dass du den ersten nicht mehr bekommst Und das Risiko in der Abfahrt bist du jetzt eh Hast du eh erklärt Wann war das Wissen da Okay, es wird der hervorragende zweite Platz Aber es geht sich für den Sieg nicht aus Ja, irgendwie aufstecken tut man ja nicht gern Du sowieso nie Nein, eigentlich jetzt Also, wie gesagt Die Beine waren top Und ich habe mich super verpflegt Also das erste Mal eigentlich In der Hinsicht war alles ideal Die anderen Jahre hatte ich immer irgendwie so Energieprobleme Aber jetzt habe ich super trainiert Ich glaube, ich habe einen richtigen Weg gefunden Und auch so die Verpflegung Entschuldigung Die Verpflegung alles richtig gemacht Ich habe jetzt eigentlich auch zwei Betreuer gehabt Von mir selber am Laufen Weil letztes Jahr habe ich da noch zwei Flaschen hochgeschleppt Dass ich da über die Runden komme Und das musst du eigentlich überall feilen Und ich glaube, wie gesagt Step by step mache ich es jedes Jahr ein bisschen besser Und ich hoffe, dass es dann eben schon nächstes Jahr dann dazu reicht Alban, wir gratulieren dir Bleibst du heute über Nacht noch hier Logisch Wird ein bisschen gefeiert Ich glaube schon, ja Also wie gesagt Ich habe jetzt eine echt schwere Zeit hinter mir Ich habe jetzt zwei Monate Rennpause gehabt Wegen der Gürtelrose Ja, ich habe Gürtelrose gehabt Und habe auch einige, zwei Wochen Kaum, oder gar nichts trainiert eigentlich Und dann erst wieder anfangen müssen War zwar auf einem super Weg bis dorthin Und hat mich ein bisschen zurückgeworfen Aber das Hauptproblem war irgendwie am Anfang Gerade am Kühteraufen war ich verunsichert Kann ich das Tempo durch mitgehen Und kann ich das durchziehen Weil es war relativ flott Schneller als letztes Jahr Und dann habe ich aber gesehen Das geht eigentlich Und am Brenner war es dann eh nicht so schnell Und dann auf einmal Ja, eigentlich habe ich alles richtig gemacht Ich habe mich super gekühlt Weil es war schon warm Und bin jetzt nicht so der Hitzefahrer Ja, wie gesagt Das hat schon alles gepasst eigentlich Und ich glaube nächstes Jahr Ja, probieren wir es wieder Alban, weil wir da gerade eine Dame auf dem Bildschirm sehen Was sagst du zu den Damen, zu ihren Leistungen Heute bei diesen Temperaturen Eben über die Bässe Auch großer Sport, großes Kino Ja, ich war ja noch im Zielbereich Wo die erste Dame ins Ziel kam Die ist unter den besten 50 Ja, das heißt ja Dass er nicht weit hinten sein kann Ich habe ein paar Interviews gegeben Und das war es dann eigentlich Und dann ist er schon hergekommen Und ich dachte Das gibt es ja jetzt wirklich nicht Aber ja, Hut ab Das muss ich nicht sagen Ich meine, das schaut schon richtig sportlich aus Also die werden die Berge hochgeflitzt sein Und ja, das ist faszinierend eigentlich Über die lange Distanz Sind die Damen eigentlich viel näher dran Als wir jetzt Umso kürzer werden Umso höher Und eine letzte Frage Die ich noch an dich habe Und zwar du hast jetzt die Gürtelrose angesprochen Ganz viele Menschen haben irgendwie gefühlt Wenn man so spricht Und das hört man immer wieder momentan Mit der Gürtelrose zu kämpfen Wie hast du das mental verkraftet? Du natürlich auch als Sportler Was kannst du da vielleicht An unsere Community Die vielleicht mit dieser Geschichte Momentan zu kämpfen hat Für einen positiven Tipp geben? Ja, heutzutage ist ja eh Alles so brutal getrimmt Und meiner Auszeit schadet ja nie Es war halt Für mich war es halt irgendwie blöd Weil ich war auf einem super Weg Meistens ist es eh so Und dann kommt sowas Haut ja ein bisschen zurück Aber bei mir war das immer Ich habe die Achilles immer gekriegt Und da hat es euch heißen Meine Karriere ist Kann vielleicht vorbei sein Habe ich aber nie so gesehen Ich habe mir noch Zwei-Weltmeister-Titel geholt Also ich glaube das Hat mich eher stärker gemacht Also das Das ist jetzt glaube ich Nicht das Problem Und bei der Gürtelrose Habe ich das ähnlich gesehen Also ich habe das Gelegenheit gesehen Ich bin ja viel Das ganze Jahr unterwegs So habe ich Zeit mit der Familie verbringen können Ich habe dann Blöderweise Meine zwei Kinder angesteckt Also beziehungsweise Nicht mit Gürtelrose Aber mit Windbocken Oder Schafblattern Die kriegen das ja dann Da haben wir dann Zusätzlich zu meinen Ein paar Wochen Noch ein paar Wochen Dann ja fast schon Quarantäne gehabt Albert dann wünscht mir Alles Gute Gratulieren nochmals Weil wir schalten nämlich Raus zu Christoph Suman Der hat nämlich Tommi Rohrecker Und den Starwinzer Beziehungsweise Star Sommelier Aus Amerika New York Aldo Som am Mikrofon Bitte Sumi Ja und die zwei Jungs Beide gleich Gleich Hand sagen Jetzt die Frage Wer macht für wen Den Windschatten Tommi Momentan ist es ja noch so Dass ich Windschatten mache Aber so gut wie der Aldo drauf ist Glaube ich jetzt Auf die letzten Kilometer Werde ich jetzt an all in gehen Nach und holt der alles raus Also echt gewaltig Was er heute leistet Also ich bin positiv überrascht Aldo Ich bin auch positiv überrascht Hast du dir das so schlimm vorgestellt Oder ist das eigentlich passabel? Nicht so heiß habe ich mir das vorgestellt Also da unten war ich ja wie in der Hölle Also durchs Wegefeuer sind wir ja durchgegangen Du bist ja schon ewig weg von daheim Du bist ja Tirol aus Inzing Genau Ewig schon in New York Ja Wo hast du dich vorbereitet? In New York oder in Tirol? In New York Im flachen New York Deswegen Der Tommi hat gesagt Letztes Jahr sagt er Nein das musst du keine Sorgen machen Das machen wir schon Dann sag ich wenn der Armer sagt zu mir Er muss dir keine Sorgen für nichts Oder machen Dann mache ich mir Sorgen über den Du eine Frage Aldo Im Ziel gibt es dann ein kaltes Bier oder einen Wein? Nein zuerst brauchst du ein Bier Zum das ablöschen Der Wein ist ja auch schon hergerichtet Da musst du keine Sorgen Tommi hast du einen Wein mit? Irgendwo im Beton Oder ist in der Trinkflasche sowieso nur Wein drin? Ja wir trinken heute keinen Gipfelschnaps Aber einen Gipfelwein Also ich habe da schon was vorbereitet Und wir werden oben nachher kurz auf den Gipfelsieg nachher anstoßen Das gehört sich so Ja Und beim Wein habe ich das letzte Wort Jungs Jungs Alles Gute Ihr schaut super aus Ihr macht das Und du wirst diese Zeit schaffen Die der Tommi vorgibt Perfekt Let's go Let's go boys Tommi Rorek und Aldo Sohm Da muss ich jetzt noch eine Geschichte erzählen Aldo Sohm Also Star-Sommelier in Amerika Da gehen Leonardo DiCaprio und Stars ein und aus Zum Beispiel war der Tommi Rorek gerade mit Aldo Sohm bei einem Konzert von Coldplay Und 10 Minuten vor Konzertbeginn hat Chris Martin noch mit Aldo Sohm und mit Tommi Rorek geplaudert Also das ist ein ganz großer, ein Superstar in Amerika Und den erwarten wir heute natürlich nicht nur im Ziel Sondern dann vielleicht auch bei der Carina Dotzer oder eben bei mir noch zum Interview Und apropos Superstar Für mich ist der Nächste auch einer dieser Superstars Weil sportlich eine Rakete Weil menschlich ein Traum Ich rede von Jo Lampata Wobei Jo, sei mir nicht böse wenn ich sage Du hast schon mal munterer ausgesehen Wie geht's dir? Ah ja, das wäre gut wenn ich jetzt einfach noch fit wäre War ein richtiger cooler Tag Ich hab das probiert so gut wie möglich eigentlich zu genießen Ich hab schon gemerkt einfach, dass im Jahraufwandfach ist mir nicht so gut gegangen dann Im Dimmels ist dann eigentlich ganz okay gewesen und nein Ja, ich hab das riskiert, dass ich mitfahre mit den ersten War vielleicht ein bisschen schnell genug Aber ja, die Erfahrung muss man machen Aber es war ein richtiger Kreisrennen Das ist eh dein Charakter, oder? Das machst du bei den Langlaufrennen ja bei euch bei der Kombination auch immer Du gehst vorneweg, du gehst dein Tempo Du riskierst natürlich auch Wer nicht riskiert auch nicht gewinnt Was nimmst du mit von diesem heutigen Tag? Du hast ja immer gesagt, das ist ein Lebenstraum, den du dir erfüllen möchtest Jetzt haben wir einen Haken drunter Aber wird es diesen Lebenstraum noch öfters geben? Ah ja, jetzt hab ich das hinter mir Ich muss echt sagen, richtig geil Was da eigentlich heute alles abgegangen ist Vom Startweg bis ins Ziel Und ich kann nur von jedem den Hut ziehen Der was da heute ins Ziel kommt Also unglaublich, wie anstrengend das ist Also alle, die da jetzt nicht mitfahren Ich kann es euch sagen, das wird richtig, richtig weh Und, äh, schauen wir Also, leider ist ja das Der nächste Ölsteller wieder im September Das heißt, das wird sich wahrscheinlich bei mir nicht bilden Aber, ja, mal schauen Also ich möchte sicher nach der Karriere Ganz sicher noch einmal ein, zwei Mal fahren Aber jetzt Hat er gut reingepasst eigentlich so im Juli Und, ja, hab das Haken jetzt Lebenstraum, Kindheitstraum hinter mir Und das passt auch Du, äh, viele haben immer geschrieben Wo liegt der Jogu Dann haben wir am Anfang geschrieben Du bist in der Spitzengruppe Irgendwann haben wir geschrieben Ich glaube, der Patrick hat es dann gefunden Du bist auf 70 Dann bist du sogar noch nach vorgekommen Auf 69 Aber es kam auch die Frage Wo ist der Papa? Wann hast du den Papa verloren? Gleich zu Beginn? Ja, wir haben eigentlich Wir sind vom Hotel hergefahren Und die haben am Start schon nicht mehr gesehen Also, ähm, der sollte jetzt irgendwo am Weg sein Ja, ich schaue dann ins Ziel Schauen wir mal, was er für Zeit hat Aber, ja, viel trainiert eigentlich mit ihm Der sollte eigentlich ganz gut drauf sein Und, ja, schauen wir Wer sind reingekommen momentan? Florian Baumann, Erwin Farnberger Paul Sauter Dann Philipp Göschl Gianni Ugolini Pascal Arabi Stefano Bizzari Thomas Oberholzener Thomas Oberholenzer Ja, eh richtig Lorenzo Stefan Lied Benjamin Arendt Alles Finisher in dieser jetzigen Sekunde Jo, vor wir dich entlassen Noch eine Frage Und zwar Dieses Startprozedere Wenn da 4400 gleichzeitig losrollen Wie ist das Gefühl für dich? Das bist du jetzt auch nicht unbedingt gewohnt? Ah, ja, genau Also, bei uns gibt's das eigentlich Maximal bei einem Masterstart Wo halt 50 Leute gleichzeitig loslafen Und da bist du 2 Minuten vorne und da rüber Nein, es ist echt Man muss einfach aufpassen Kontrolliert Einfach bei der Sache sein Für mich war es das erste Radrennen überhaupt Deswegen war ich schon froh, dass ich dann in den Özt war irgendwie Weil es doch ein bisschen stressig war Mit Bremsen, da hin und her, Positionskämpfe Aber, ja, es gehört auch dazu Also, es gibt dann immer wieder Leute, die in der Gruppe schreien Hey, was soll das? Aber, ja, wir sind aber am Radlrennen Wenn das nicht passiert Das gehört auch dazu Das sieht man bei der Tour de France genauso Das sind die Profis Und wir sind da sozusagen Habetten, die da mitfahren Und das passiert da auch Deswegen passt das gut so Dann, Gratulation Ich hab vorher an Alban gefragt, ob er hier bleibt Bleibst du hier oder geht's nach Hause? Nein, wir werden jetzt etwas essen gemeinsam mit der Familie Und dann, glaube ich, werde die Heimreise an gehen Wo steht auf deiner Wunschliste heute, essenstechnisch? Ein Weißbier und ein Diavolo Ein Weißbier und ein Diavolo Patrick, hast du vielleicht noch eine Frage in Richtung Jo? Ja, eine Frage hätte noch, wie ist es da gegangen? Temperatur in St. Leonhardt Ich glaube, das ist sicher das heißeste Pflaster von der ganzen Runde Wie war es, war es extrem heiß oder ging es noch von der Temperatur her? Wie war es für dich dort unten? Mir ist es eigentlich relativ gut gegangen Ich bin jetzt nicht so hitzeempfindlich Mir war das Problem eigentlich ja auf der Einfahrt Da habe ich einfach keinen Druck mehr im Pedal gehabt Das war für mich einfach eine Katastrophe da Da habe ich einfach sofort Aperler reißen lassen müssen Und St. Leonhardt habe ich mich dann verpflegt, habe Cola getrunken Und das ist dann eigentlich ganz gut gegangen Natürlich war es heiß und man hat geschwitzt Und es sind immer wieder auch eine Leiter gestanden, was sie mit Wasser angespritzt haben Also das war richtig cool, was dir da geboten wird Aber natürlich hat man dann ein bisschen gelitten, aber das war es gut Ein bisschen leiden muss man ja Und jetzt noch eine letzte Sache Organisationstechnisch, wie hast du das heute empfunden, diesen Tag? Ja mega, also 230 Kilometer so fahren können Ohne dass ich irgendwie aufpassen muss, dass man da entgegen kann Oder dass der Unfall passiert, sondern eigentlich alles Meine selber schuld, wenn irgendwas ist Ja Da sehen wir einen mit Ja, Schmerzen glaube ich Im Körper und auch im Kopf 2913 Da drücken wir alle die Daumen Dass er sich diesen Traum vom Ötztaler heute noch erfüllt Jo, ich sage danke Gratulation Wir schalten kurz in die Werbung Und dann kommt die Siegerin zu uns Und ich glaube auch die Carina ist dann soweit Und wird mit einsteigen in dieses Interview Der neuen Ötztaler Siegerin 2023 Ich komme aus meiner Bildhauer Familie Schon seit Generationen arbeiten wir mit Holz Mir ist es wichtig den Blick auf die kleinen Dinge des Lebens zu lenken Deswegen mache ich große Skulpturen daraus Mein Getränk? Organics Black Orange Die Organics von Red Bull Natürlich und erfrischend leicht Einzigartig in Geschmack und Stil Talent comes naturally Wie Organics bei Red Bull Ja, bei uns hier im Studio Da geben sich jetzt die Stars die Klinke in die Hand Und der größte Star bei den Damen ist diejenige die jetzt Platz genommen hat Nämlich die großartige Janine Meyer Was war das heute für eine super Show von dir Gratulation von unserem gesamten Team Auch die Carina ist reingekommen und hat gejubelt mit dir Jetzt sind ein paar Minuten vergangen Du schaust gefühlt eh schon wieder fit aus Du hast doch gleich gesagt jetzt Mir geht es eh ganz gut Wie ist so das Wertewohlbefinden? Ja, mir geht es richtig super Also ja, ich habe das geschafft was ich mir erhofft habe Und mir geht es richtig gut Das heißt du bist schon damit angetreten heute hier auch zu gewinnen Das war deine ganz klare Ansetzung deines Ziels Das war schon ein Ziel ja Es war ein Traum sagen wir mal so Und ich habe also es hat alles super funktioniert heute Von vorne bis hinten und es ist ausgegangen Da spricht viel Selbstvertrauen heraus Aber natürlich auch das Wissen gut trainiert zu haben Erzähl uns ein bisschen so deine Trainingsgeschichte Von heuer bis zu diesem Öztaler Ja, also ich trainiere strukturiert Mein Mann ist auch mein Trainer Und wir machen das zusammen Also hobbymäßig natürlich Und bei mir fing es an mit dem Glockner König mit Streckenrekord Das war mein erstes Rennen Dann die Tour Transalp Und jetzt letzte Woche der Engadiner den ich gewonnen habe Dann bin ich direkt hier nach Sölden gefahren Und habe mich ein bisschen an die Höhe gewöhnt Und habe jetzt wirklich alles auf eine Karte gesetzt Und ja, ich werde halt nicht jünger Und das war jetzt einfach ein Traum hier mal zu gewinnen Und dass das jetzt alles von vorne bis hinten perfekt funktioniert hat Ist natürlich Wahnsinn Janine, auch von mir natürlich herzliche Gratulation Ein unglaubliches Rennen Vor allem in einer unglaublichen Zeit Mit 7 Stunden 27 Du warst ja auch bei den besten Männern quasi dabei In den Top 50 der Männer Das muss man sich mal vorstellen Ich habe heute gehört Und du musst das jetzt bitte für mich bestätigen Dass du dieses Jahr bei jedem Radmarathon Wo du angetreten bist auch gewonnen hast Ja, das ist richtig Könnte schlechter sein Wie war es denn eigentlich mit den Männern zu fahren? Wir haben dann gesehen Du hast einige dann wieder hinter dir gelassen Und hast dich immer wieder reingehängt Wie bist du taktisch vorgegangen? Du hast dich ein bisschen auch bei den Männern nach vorne gehandelt Ja, also es ist ja auch ein gutes Miteinander Und man hilft sich ja teilweise auch gegenseitig Und klar, wenn man dann auch ein paar überholen kann Das ist schon schön Aber es ist auch ein schönes Miteinander einfach Man kennt ja auch viele Jana Giegele ist übrigens ins Ziel gekommen Die kennt man bei uns auch sehr, sehr gut Laura Dippitanzl ebenfalls im Ziel Da ist die Jana Giegele Ja, Alban Lakata, der heute Zweiter geworden ist Das hat auch geschwärmt von dir, von deiner Leistung Und wenn man dich so ganz genau ansieht Dann sieht man, wie du den Radsport lebst Und ich glaube auch liebst sogar die Ohrringe Die hat mir mein Mann mal geschenkt, ja, vor Jahren Es ist ein spezielles Rad Wie ist es so mit dem eigenen Garten zu trainieren? Ist er hart? Nein, hart ist er eigentlich nicht Aber er versucht das Beste aus mir rauszuholen, sagen wir mal so Und er hat jetzt eine Zeit geschätzt gehabt heute, die ich fast wirklich erreicht habe Also er hat die letzten Rennen fast immer auf den Punkt getroffen, was ich so fahren kann Er kennt mich ja Und auch, wenn man nicht überpaced Ich gucke halt, dass ich nicht überpace in den Anstiegen Und dann geht das eigentlich immer ganz gut Eckhard Dörrschlag, eine Legende ins Ziel gekommen im Radsport Vorher die Carina, glaube ich, noch ein paar Fragen hat Eine Frage noch Warst du mit deinem Mann dann heute auch in Kontakt während des Rennens? Nein Wenn das alles so minutiös geplant war? Nein, also ich war während des Rennens nicht in Kontakt mit ihm, nein Aber er konnte mich orten, wo ich gerade bin Und das ist dann für die ganze Familie beruhigend Meine Eltern sind auch hier Das freut mich ganz besonders Und... Janine, wie schaut das eigentlich aus? Deine Eltern sind da Hast du gerade gesagt, dein Mann ist natürlich da Wird heute nochmal gefeiert? Oder gehst du dann relativ schnell schon wieder in die Regeneration? Und wie schauen auch die nächsten Tage dann bei dir aus körperlich? Ja, also das wird jetzt erstmal schon gefeiert, weil es ist wirklich das Größte, was ich jemals radtechnisch erreicht habe Und ich habe eigentlich schon viele Rennens gewonnen, aber das ist wirklich der absolute Höhepunkt Und das wird auf jeden Fall gefeiert Und dann die nächsten Tage steigst du wieder aufs Rad Was sind denn die nächsten Events, bei denen du dann mit dabei bist? Ja, also ich werde den Schau ins Land König fahren Dann, also ich werde dann die Odrut Alpen fahren Ende August Das ist ein 7-Tages-Rennen Dann noch und ein paar Bergzeit fahren Carsten Miegels hat extra geschrieben Hat Martin Böckle, glaube ich, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben Ich glaube, er ist mit dir gefahren Was verbindet dich mit dem großen Superstar der Kommentatoren im Radsport? Ja, er wohnt ja bei uns in der Gegend Und wir sind auch früher ab und zu mal mit der Trainingsgruppe, Samstagsgruppe sind wir ab und zu mal Rad gefahren Also wir kennen uns schon Wie fährt er? Gut Gut Fährt er so gut, wie er redet? Ja Oder er ist noch besser als Kommentator, oder? Länger nicht mehr mit ihm gefahren, aber das war schon immer sehr nett Wir sollen dich auf alle Fälle schön grüßen Ins Ziel kommt, glaube ich, jetzt Michael Scheidt aus Deutschland und Simon Bartl ist ebenfalls schon im Ziel Und Michelle Scheidt müsste das sein Und Michelle Scheidt in einer Zeit von 8 Stunden 25,24 Voll fertig Ja, dann gratulieren wir Wir sehen uns dann später bei der Siegerehrung Wenn die Letzten dann so richtig noch abgefeiert werden und ins Ziel geholt werden Janine Du hast sämtliche Hochachtung von uns allen Aber das hast du dir auch mehr als nur verdient Dankeschön Vielen Dank Gratulation Und ich darf jetzt das Wort dann an die Carina überreichen Die wird jetzt dann im Programm weitermachen Wir haben auch viele, viele Zielankünfte Carina, du hast dich jetzt ganz kurz aufs Ohr gelegt Weil du eben auch sehr, sehr früh heute aufgestanden bist Aber genau das ist eben auch, wo man dann auch sieht, wie hart, wie knallhart dieser Ötztaler ist, oder? Während wir Pause machen können, während wir uns auch verpflegen können, während wir essen gehen können Während ich später aufstehe, du dann dazwischen wieder mal schlafen gehen kannst Fahren die teilweise 13, 14 Stunden Es ist eine Tortur Ja, und vor allem ist es ja der Kampf mit sich selber auch Jetzt gar nicht mit der Strecke, sondern mit sich selbst Und das macht auch diesen Ötztaler Radmarathon aus und die Geschichten, die da geschrieben werden Und das werden wir dann vielleicht zu späterer Stunde auch sehen Mit Liz Puschern und Günter Leitgeb im Ziel Die Menschen, die da ankommen, die haben echt einen harten Kampf hinter sich Und die erzählen die buntesten Geschichten und sind sehr, sehr emotional Also ich glaube, da dürfen wir uns auf viele, viele tolle, berührende Geschichten freuen Und ich hoffe natürlich, dass ganz viele davon bei uns im Studio vorbeischauen Und Stefan, du bist auf dem Sprung, du darfst jetzt noch einmal in eine kurze, wohlverdiente Pause gehen Und du bist aber gleich wieder zurück dann mit dem Endspurt Ich freue mich jetzt einfach auf etwas zum Essen Noch nicht gegessen Und jetzt werde ich mir Was hat der Jo gesagt? Was ist der? Ein Diavolo, oder? Ein Diavolo und ein Weißbier Ein Weißbier habe ich mir noch nicht verdient, ein Diavolo auch nicht Also es wird wahrscheinlich ein weißes Joghurt werden Und damit gehen wir in die Highlights der letzten Stunde Und dann freut sich also unsere großartige Carina Dott Letzte Woche noch bei der Formel 1 Lewis Hamilton und Co interviewt Jetzt dann in Kürze also beim Ötztaler wieder an der Reihe Weißbier Fleißbier 2 2 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nachher in die wohlverdiente Mittagspause. Wie gesagt, um 17 Uhr ist er dann wieder hier bei uns. Patrick, wir sind seit fast neun Stunden auf Sendung. Und ich glaube, seit neun Stunden bist du auch hier im Studio. Jawohl, ich bin jetzt auch schon seit Beginn dabei und gehe dann auch in eine kleine Pause. Ich glaube, ich komme dann der Martin oder der Michi zu mir. Und ja, bis jetzt wirklich sensationelle Bilder. Super Rennen. Wirklich Emotionen. Ein richtig, richtig perfekter Tag bis jetzt. Und ich hoffe, dass es weiter so geht für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was jetzt noch zu uns hier nach Sölden wieder zurückkommen. Und wir dürfen uns jetzt schon auf den nächsten Gast bei uns im Studio freuen. Der dritte Platz ist es heute für ihn geworden mit einem Rückstand von nur drei Minuten 55 Sekunden. Und das ist Johnny Hogerland. Johnny ist schon bei uns im Studio. Du darfst dich gerne an unsere Seite setzen, beziehungsweise in die Mitte. Herzlich willkommen, herzliche Gratulation wieder am Podest hier am Ötztaler Radmarathon. Vorletztes Jahr der Sieg. Du bist perfekt schon gekleidet mit den LA Lakers. Wie geht's dir denn jetzt? Für mich geht's gut. Ich habe mich sehr gut gefühlt heute. Und wir waren im Endeffekt dann zu dritt am Timmelsjoch. Und dann habe ich irgendwo gespürt, boah, jetzt geht's nicht. Und dann bin ich in mein eigenes Tempo gefahren. Die anderen zwei waren halt starker. Ich habe es gerade gesagt, viel hat nicht gefehlt. Drei Minuten 55, also bis wenige Kilometer vorher war die eigentlich relativ eng zusammen. Und interessanterweise hat Patrick Grüner heute in der Früh gesagt, Johnny Hogerland gewinnt das Ding heute. Viel hat ja nicht gefehlt heute. Nein, ich war gut beinahmt, aber ich bin vor zwei Wochen mein erstes Etapperennen mit dem Motorbike gefahren. Alpentour-Trophy. Und da war ich so fertig nach vier Tagen, dass ich krank geworden bin. Und dann habe ich noch gedacht, boah, ich schaffe das in Ötztal gar nicht. Aber dann habe ich wirklich rausgenommen. Und eigentlich war ich sehr ausgerastet und habe mich extrem gut gefühlt. Am Jaufen haben wir dann ein bisschen attackiert am Ende. Und ich habe Elektrico, weil natürlich vorne ist schon ein guter Fahrer, sehr guter Fahrer. Eigentlich fährt viele gute Platzierungen nach Italien bei den Grand Fundos. Aber alleine gegen, wie waren wir mit drei, hast du normal keine Chance. Und ich habe selber gedacht, wenn du das Flachstück hast und dann die letzten 500 Heimits, habe ich gedacht, dumm, muss ich angreifen. Aber ich habe halt nicht die Füße gehabt, leider. Wie war es denn heute mit den Temperaturen? Es war schon ein sehr, sehr heißer Tag. Wie war es in St. Leonhard und Co? Hat dich das ein bisschen mitgenommen, auch die Hitze? Ich denke, wenn du die einstellst auf die Temperaturen und ich habe auf jedem Berg Verpflegung gehabt, für mich war es kein Problem. Natürlich war es heiß, aber wir sind natürlich um 6.30 Uhr gestartet. Bis 10 Uhr ist es überhaupt kein Problem. Ja, die letzten paar Stunden waren es schon heiß, aber es war alles okay. Ja, wir sehen auch immer wieder Damen, die hier bei uns ins Ziel kommen. Ja, über 300, Carina sind ja gestartet, wir haben es gesehen, mega Leistung. Streckenrekord von Janine Mayer bei den Damen, eine gewaltige Leistung. Ja, sie ist sehr gut gefahren, aber ja, sie ist natürlich eher ein Profi eigentlich. Sie tut alles für den Radsport und ja, das ist halt eine sehr gute Radfahrer. Heute haben wir bei dir gesehen, ein schickes Outfit hat dir René Haselbacher wieder mitgegeben. Du hast gut geleuchtet im Rennen. Ja, ich habe die Woche mit René mal telefoniert, habe gesagt, René, ich fahre Ötzi wieder am Sonntag, was soll ich anziehen? Und dann hat sie gesagt, ja, das Wichtigste, Johnny, ist, dass du immer geil ausschaust. Das ist dir gelungen. Absolut. Und das passt immer. Und das passt immer. René hat sehr geile Wäsche und ja, ist ein sehr guter Freund von mir und ich bin immer super ausgestattet. Der dritte Platz heute, es ist schon ein Grund zum Feiern. Wie ist denn der restliche Abendverlauf? Was habt ihr geplant? Ja, ich bin natürlich schon ein bisschen ansaufen, weil ja, es ist, für mich ist Radsport jetzt, es ist ein super schönes Wochenende für mich. Ich bin mit ein paar Freunden hier und ich habe schon gesagt, wenn ich Podium fahre, fahre ich nicht heim, dann muss ich mich heimführen. Und natürlich, wir sind ein bisschen fein am Abend, weil es ist, es ist eine super, super geile Veranstaltung, den ganzen Ötztaler Radmarathon. Aber es ist im Endeffekt alles Hobby. Und ich geniesse die Zeit mit Freunden und natürlich trinkt man heute noch... Ein Bier. Nein, wie trinkst du jetzt ein Bier? Aber vor allem trink jetzt noch, weil nächste Woche musst du ja wieder hacken. Jetzt ist Urlaubszeit, die Bude ist voll zu Hause. Wir haben ein volles Haus, das stimmt. Ich habe aber eine extrem liebe Frau. Die Woche, weil manche denken, ich bin locker und das ist sehr wichtig, weil ich muss nicht, ich muss nicht, ich bin natürlich fünf Jahre Profi-Rennen gefahren und ich muss nicht wie irgendwo verbissene Rennen fahren. Ich genieße es, ich liebe den Radsport, aber es ist Hobby. Und wir haben natürlich unser Hotel am Wörtersee und das ist viel wichtig, aber meine Frau sagt immer, fahrst du? Und sie, ohne meine Frau war das alles nicht möglich. Schöne Worte. Die perfekten Abschlussworte, nochmal herzliche Gratulation, viel Spaß heute Abend, liebe Grüße an die Frau und natürlich einen schönen Sommer am Wörtersee. Ich bin mir ganz sicher, wir sehen uns nächstes Jahr genau hier in diesen Stühlen wieder. Danke. Ja, ich habe aber zu meiner Frau die Woche gesagt, weil ich war um sechs Tage immer auf, dann machen wir Frühstück natürlich für die Gäste und dann so um eins sind wir immer fertig mit alles. Und dann bin ich, ich bin trainieren gegangen und dann den Rest vom Tag habe ich gar nichts gemacht. Ich bin am Sofa gelegen, ich habe ein bisschen relaxed vom Ötzi. Ich würde nächstes Jahr sehr gerne zurückkommen, aber vielleicht würde ich mich mal anmelden als Spacemaker. Ja. Dass ich nicht mehr um das Ergebnis fahre, aber halt mit anderen Hobbyfahrern halt einen sehr geilen Tag habe. Ich komme sicher zurück, aber ich weiß nicht, ob ich zurückkomme, um wirklich für eine Platzierung zu fahren. Hauptsache, du kommst zurück, lieber Johnny, it's nice to be Johnny Hogaland, merke ich gerade, hoffentlich auch für die Frau zu Hause. Das ist ein Highlight, man muss auch dazu sagen, er ist unter anderem auch UC Radmarathon-Weltmeister geworden. Er hat eigentlich alles im Radsport erreicht, also der darf das schon einmal ein bisschen locker nehmen, wenn er nächstes Jahr Pacemaker, also um die zwölf Stunden, wird er unterwegs sein, kommt er auf keine dummen Gedanken bei den Labestationen. Also auf das freuen wir uns schon. Nein, ich überlege mir das wirklich. Ja, wäre eine coole Sache. Danke dir, Johnny, gratuliere noch einmal. Wir geben für ein paar Momente in die Werbung und sind dann natürlich mit den Live-Bildern wieder zurück. Wir geben für ein paar Momente in die Werbung. Wir geben für ein paar Momente in die Werbung. Ja, da sind wir zurück auf der Strecke. Da sind viele, viele noch im Anstieg drin. Wir sehen es jetzt ja, die kämpfen sich da herauf. Das hat ein anderer schon längst geschafft. Und ich soll noch einmal einer sagen, dass Journalisten nur im Büro hocken, Live-Stream schauen und dann den Bericht herunter tippen. Michi Ecker, schnellster Journalist, nicht nur am heutigen Tag, weil es sind ja einige unterwegs. Auch sonst bist du wie immer im Einsatz. Kleine Zeitung, da ist dein Metier, Ressort? Regional, also Osttirol. In Osttirol? Genau, alles durch die Bank, Sport, Politik. Gibt ja nicht nur den Öztaler Radmarathon, sondern vor allem die Dolomiten-Rumpfahrt. Auch da hat man dich zu sehen. Genau, das Richtige zur Vorbereitung. Sensationell. Heute gefahren unter den besten 70 ins Ziel gekommen. Wahnsinnsleistung. Unter den besten 80 ist es wirklich gut gegangen, muss ich sagen. Ich habe am Küter ein bisschen hintergekippt und dann am Jahrhaufen habe ich mir schon gedacht, ich probiere heute was. Weil ich vor zwei Wochen bin die Runde abgefahren. Und da habe ich auch am Jahrhaufen Gas gegeben und das ist gut gegangen. Und ich habe mir gedacht, ich probiere es heute wieder. Also der 74. Platz war es mit nur 52 Minuten Rückstand auf den Sieger. Das ist eigentlich unglaublich. Was mich immer so ein bisschen interessiert, wie macht man denn das mit einem Fulltime-Job, mit dem Training? Kannst du sagen, wie viele Kilometer du heute schon im Sattel gesessen bist? Also heuer habe ich 9.000 Kilometer gemacht und 170.000 Höhenmeter. Spätdienst. Nein, der Vorteil ist tatsächlich, dass Journalisten relativ spät zum Arbeiten anfangen. Also wir fangen um halb neun bis zehn an, gleichzeitig kommt natürlich dem Sport zugute. Und von daher war es eigentlich super. Ich habe viel in der Früh trainiert, am Abend und natürlich im Winter ein bisschen mit den Tourenschen. Und dann geht das schon. Ja, was mich natürlich interessiert als Journalist, der Öztaler Radmarathon. Man sagt nicht nur, das ist das Rennen, die Breitensportveranstaltung für Radsportler im Alpenraum. Deine Eindrücke, sag du mal als Journalist vielleicht aus deiner Sicht. Ich war als Journalist im Herbst da, als Bora Hansgrohe da im Herbst, die Off-Season gehabt hat. Die haben sich ein bisschen getroffen zum Teambuilding und die waren eben auch dabei. Und ich habe damals lange mit dem Toni Balzer geredet, mit dem Jay Hindli, der jetzt wieder bei der Tour de France wahnsinnig gut dabei ist. Und man spürt einfach in Sölden den Spirit vom Radl fahren. Also ich spüre den nirgends anders so extrem. Und Öztaler Radmarathon ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist im Grunde der Traum eines jeden Radsportlers. Es gibt schnelle und ganz schnelle. Es gibt auch diejenigen, die sich einen Traum erfüllen, einen persönlichen Traum. Wenn wir da auf die Strecke blicken, da fährt jeder sein Tempo hinauf für seine Leistung, für seinen großen Traum. Es sind über 4000 heute gestartet. Persönliche Bestleistungen, Geschichten werden geschrieben. Mega Sache. Wahnsinn, ja. Und vor allem, ich kenne das nirgends, also ich war jetzt schon bei vielen Radmarathons mit dabei. Und ich kenne nirgends wo auch der Hobbysportler, der vielleicht nicht unter die besten 1000, 2000 ist, so hochgelebt wird. Und das ist eigentlich der Wahnsinn da. Also das macht es ganz speziell. Ja, jetzt ist Hans Grotter auch noch herinnen. Dann haben wir fast 50% Osttiroler hier in diesem Raum. Dann ist auch dieser besondere Spirit hier. Tust du es dir wieder an? Auf alle Fälle. Ich wäre im Winter, glaube ich, bei der Rolle ein bisschen aufgerüsten. Und ich wäre auf alle Fälle wieder hintergekommen in Setztal. Michael, wird heute noch ein bisschen gefeiert? Oder setzt du dich gleich an den Computer und schreibst einen glühenden Artikel über den Estelleratmarathon? Ich glaube, das mit dem Schreiben überlasse ich heute den Kollegen. Ich habe schon eine halbe Flasche Sekt in Tust. Ich glaube, der Martin Rosenet hat ja den Bericht schon geschrieben. Ich glaube auch. Wir brauchen nur noch die Fotos vom Hans Grotter. Richtig. Und ich glaube, aus Osttiroler Sicht ist es vor allem die wahnsinnige Leistung vom Albern hervorzuheben, der gibt einfach nicht auf. Der ist ein Wahnsinn. Also der Typ ist einfach gewaltig. Ja, und wir sehen einfach auch diese herrlichen Bilder, die Landschaften. Da waren sie gerade am Heulen dran. Das Heu muss rein, bevor es wieder zum Regnen kommt. Und wenn man da natürlich rauf fährt, wenn man vom Moos hinauf kommt. Tatsächlich. Tatsächlich. Der Geruch vom Heu motiviert einen. Ohne Schmäh. Ja, also ich mag das wahnsinnig gern. Ich glaube, die sind aber schon ein Stück weiter beim Mann als wir in Osttirol. Da haben die meisten Bauern das erste Mal noch nicht im Stadl. Und da sind sie, glaube ich, schon das zweite Mal dabei. Vollgas für den Papa. Der wird da reinkommen, wenn die Jüngsten warten im Ziel. Alles zusammen ist einfach ein riesengroßes Radfest. Richtig. Also das ist echt. Man muss das feiern. Und ich glaube, heute den Tag noch genießen und doch noch ein, zwei Glas und trinken. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten recht viel verzichtet auf Alkohol und Wiener Schnitzel. Und das wäre ich wahrscheinlich heute noch mal. Wir hätten da hinten für dich noch einen Spieß als Grundlage. Dann könntest du es noch wegputzen, dann könntest du die zweite Flasche secken. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Der Morgen hat sich noch nicht so ganz erholt. Noch einmal herzliche Gratulation, Michi. Unglaubliche Leistung. Der schnellste Journalist also heute beim Ötztaler Radmarathon. Viel Spaß beim Feiern und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Herzlichen Dank auf alle Fälle. Bin wieder da. Ja, Martin, wir sehen es. Also unglaubliche Live-Bilder. Alle sind heute draußen unterwegs an der Strecke, auf den Feldern. Und natürlich unten im Ziel haben wir gesehen ganz, ganz viele Fans, die natürlich auf die nächsten Ankömmlinge warten. Und die sind schon alle auf der Zieh geraten. Wenn wir runterschauen, Ole Salman aus Magdeburg ist gerade reingekommen. Bernd Bertolli, Giacomo Cerruti aus Italien. Also es geht wirklich Schlag auf Schlag. Was ist eigentlich mit dir, Martin? Bist du schon mal mitgefahren beim Ötzi? Nein, ich bin ja kein Radfahrer. Also das muss ich sagen. Ich liebe den Radfahrer. Ich bin seit über 20 Jahren jetzt mittlerweile dabei in dieser Szene. Ich habe alles da miterlebt. Aber beim Ötztaler Radmarathon war ich lange an der Position von Markus Ehrensberger mit dem Stefan Steinacher gemeinsam. Also wir waren die Platzbeaker. Wir haben echt alles schon gemacht. Aber eben, das muss man können. Da muss man viel trainieren, dass man überhaupt so eine Leistung bringen kann. Und da bin ich zu wenig drauf. Aber jetzt hast du ein Ziel für die Pension. Ja, jetzt werde ich dann in die Pension gehen. Ja, genau. Wäre es eher noch was, ja. Wer muss man überlegen dann. Super Kulisse. Wenn man den Zieleinlauf da hernimmt, das ist echt wie bei ganz großen Rennen. Und das ist auch das Schöne. Und vor allem jetzt kommen ja immer mehr, weil es warten ja noch viele auf ihre Liebsten oder auf ihren Freund, was auch immer. Und die Bude füllt sich bis zum Letzten oder der Letzten. So ist es. Und der oder die Letzte wird dann vom Timmelsjoch runter begleitet mit relativ vielen Fahrzeugen, die hinterher fahren. Natürlich ist auch unser Außenreporter Christoph Zuman dann mit dabei. Der fährt dann weiter unten ein Stück vor und nimmt dann den oder die Letzte in die Arme und bringt ein Bier. Und dann wird richtig gefeiert. Dominik Kuhn wird dabei sein, der OK-Chef. Genau. Und was immer bemerkenswert ist, er hat sich doch noch aufgerafft. Der letzte Teilnehmer wird begleitet vom Geschäftsführer des Tourismusverbandes, vom Tal hier. Auch das ist eine Wertschätzung. Und das ist so echt ein ausgeklügeltes Konzept, was hier im Öztau auch gelebt wird. Nicht nur gesagt oder geschrieben, sondern die leben das voll. Schön. Schöne Worte. Darauf freuen wir uns natürlich. Das wird allerdings noch ein wenig dauern. In der Zwischenzeit liefern wir Ihnen weiterhin die schönen Live-Bilder von der Strecke. Und wir werden natürlich noch ganz, ganz viele spannende Interviewgäste bei uns haben. Ich habe Jack Berg draußen getroffen, den Vorjahressieger. Der war sichtlich zerstört. Er hat gesagt, es war ihm heute viel zu heiß. Er hat dann ein bisschen overpaced. Florian Neuschwander, wie gesagt, nicht 100% windschnittig unterwegs, aber trotzdem sehr, sehr schnell. Er kriegt drei Brote. Von Katharin Rossmann, glaube ich. Ja, genau. Ja, im Ziel natürlich auch. Es füllt sich immer mehr ein großes Sportfest. Unsere Partner sind auch gleich mit den kühlen Getränken da. Er ist ja von oben bis unten gebrandet. Viel mehr geht nicht mehr. Hat auch die richtige Dose in der Hand und ein Aufruf natürlich an unsere Reporter unten im Ziel, an die Liss. Und den Günther, schnappt euch doch den Florian, solltet ihr ihn irgendwo sehen. Würde mich interessieren, was er zu sagen hat über den Radsport. Er ist ja ein Extremläufer. 100 Kilometer sind für ihn eigentlich gar nichts. Einer der Besten. Da haben wir heute zwei Megaläufer mit dabei. Markus Kröll auch. Dolomitenmann-Sieger unter anderem. Einer der besten Trailrunner, die es in Österreich wirklich bisher gegeben hat. Und der fährt heute auch mit. Andi Goldberg auch noch nicht im Ziel? Ich glaube nicht. Ich habe ihn noch nicht auf der Liste gesehen. Letztes Jahr hat er ein bisschen Pech gehabt, denn einen technischen Defekt am Timmelsjoch. Da hat er sich dann nochmal kurz massieren lassen, eine halbe Stunde. Da waren wir mit den Kameras mit dabei. Man musste Andreas Goldberg aber zugute halten, dass er letztes Jahr am Vortag beim Red Bull 400 mitgelaufen ist. Da habe ich ihn nämlich auch gesehen. Und da ist er zweimal die Schanze raufgelaufen. Ich habe ihn dann interviewt und ich habe gesagt, Goldi, wie machst du das genau? Weil wir sehen uns in ungefähr zwölf Stunden am Start vom Ötztaler Radmarathon. Und er hat gesagt, kein Problem, ich bin dabei. Und so war es dann auch, wie gesagt, technischer Defekt dann etwas später. Aber er war dann wieder bestens ausgeruht bei uns im Studio. Und hoffentlich kommt er heute auch wieder vorbei. Acht Stunden um 50 Minuten. Also wir nähern uns den neun Stunden. Heute um 6.30 Uhr. Sie haben ihn eingestartet in diese Auflage des Ötztaler Radmarathons. Während viele noch auf der Strecke unterwegs sind, sind jetzt mittlerweile doch dann schon Hunderte im Ziel. Wir haben mittlerweile an die 500 Finisherinnen und Finisher, die angekommen sind. Ja und da gibt es noch viele, die sich raufkämpfen. Die haben noch die letzten Kehren bis zum Glück vor sich. Wir werden dann natürlich auch unseren rasenden Reporter, den Sumi, der eben mit dem Geschäftsführer von Ötztal Tourismus, mit Oliver Schwarz unterwegs ist, anhalten. Dass er natürlich viele von diesen Fahrern, die sich dann später noch aufs Himmelsjoch hinaufkämpfen, interviewt. Und ich glaube, er ist auch der perfekte Reporter, die richtig anzufeuern. Wie er es auch beim Biathlon, beim Langlauf sehr, sehr häufig macht. Und da sehen wir es, der Traum lebt. Und der Traum lebt für über 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Heute bringt mich auch zu unseren Träumern, die wir natürlich auch im Studio haben werden. Wie gesagt, da konnte man sich per Video anmelden bzw. bewerben, damit man seinen Traum vom Ötztaler Radmarathon dieses Jahr erfüllen kann. Ja und neben den Träumern haben wir ja auch die zwei Athletinnen, eine Athletin und einen Athlet, der mit Heli Dollinger, von Heli Dollinger gecoacht wurde. Und den Sportler Leiter bei Bora Hans Grohe und die werden dann auch noch ins Ziel kommen. Und Günther Leitgeb ist unserem Aufruf gefolgt und bei ihm Florian Neuschwander. Ja tatsächlich und wir haben einen der vielen Helden des heutigen Tages da. Wir haben ihn in der Früh schon vorgestellt, auch wenn man ihn nicht wirklich vorstellen muss. Denn Flo Neuschwander Flo, Gratulation. Gefinisht von den langen Strecken der zwei Beine jetzt auf die lange Strecke der zwei Räder. Ja, also das kam halt, ich hatte einen Kreuzweinermüdungsbruch und war dann nur auf dem Radl unterwegs die letzten zehn Wochen, elf Wochen. Bin dann 5000 Kilometer Rad gefahren, vorwiegend im Keller auf Zwift. Und dann dachte ich mir, so als schöner Abschluss mache ich hier mal beim Ötztaler mit. Ein cool Abschluss. Und in Zukunft werden wir dich nur mehr auf dem Rad zählen und du laust nicht mehr, oder wie? Nein, nein, ich werde schon weiter Rad fahren, aber eigentlich bin ich ja Läufer und es war für mich auch komplettes Neuland hier heute in so einem Rennen zu starten. Und ja, aber ab nächster, übernächster Woche will ich schon nochmal voll ins Laufen einsteigen. Super, dann genießt den Abend, schön, dass du mit dabei warst und damit auf der Suche nach den nächsten Testimonien, den nächsten Stimmen zu euch zurück ins Studio. Ja, da haben wir den Günther Leitgeb draußen und auch die Liz, der taugt es auch. Da haben wir immer schöne Interviews, aber eben das Imposante, wir sind da mit der Drohne unterwegs, wir werden auch mit unserem anderen Kameraauge weiter unterwegs sein. Die nächsten Stunden bis um 20.10 Uhr circa der letzte oder die letzte Finisherin oder der letzte Finisher bei uns eintreffen wird. Ja, und dann zur Siegerehrung gebracht wird. Das ist die Labestelle Schönau, da sind viele Räder, die warten, dass man sie wieder abholt. Genau, da wird nochmal ordentlich Wasser getankt und natürlich Kuchen und was es da so alles gibt. Wir haben schon gesehen, unglaublich viele freiwillige Helfer an den Labestationen unterwegs und da sehen wir jetzt diesen Kampf bergauf. Ja, und Christoph Suhrmann hat mir schon gesagt, er wird zuerst etwas beißen gehen mit Molli, hat er vorhin gesagt. Aber dann wird er ins Massagezelt liegen. Bei der Labestation Schönau, glaube ich, da gibt es nämlich Massage. Da kann man sich massieren lassen, dass man mit guten Kräften wieder weiterfahren kann. Und so, was ich gehört habe, braucht das. Also, sehr hungrige Außenreporter. Und da sehen wir jetzt Jo Lampater, der ist unten im Ziel und der wartet ja auf seinen Papa. Ich glaube, das Ziel vom Papa war unter neun Stunden, da sind wir jetzt knapp dran, mit 8, 54, 37. Also, wenn er es die nächsten 5, 6 Minuten schafft, dann sollte sich das ausgehen. Wir schauen natürlich auch auf die Zwischenzeiten, denn wir bekommen ja von einer Trackingzone, die vor dem Ziel liegt, die Zwischenzeit. Und wenn wir ihn da sehen, dann schauen wir natürlich runter ins Ziel. Markus, bring's heim. Das ist sicher. Also, da haben wir viele lässige Typen, die dabei sind. Peter Deppner ist eingetroffen. Peter Mühlbacher hat es gerade vor kurzem geschafft. Gratulation. Marian Raffel unter anderem. Dann haben wir natürlich auch etliche Niederländer mit dabei. So wie auch der Johnny Hogaland. Der Reihenweise kommen sie jetzt ins Ziel. Es ist ein bunter Mix im Teilnehmerfeld. Eben sehr, sehr viele Frauen mit am Start und Athletinnen und Athleten aus den verschiedensten Nationen. Wie gesagt, 52 Prozent sind aus Deutschland. Aber eben viele Italiener, Schweizer sind mit dabei. Natürlich auch Österreicher, Niederländer, Schweden habe ich gesehen. Also, es sind viele mit dabei und jeder will natürlich auch diesen Traum leben. Denn, ich glaube, das kann man schon sagen, es ist einer der bekanntesten Radmarathons der Welt. Ja, es gibt einige, aber eben gehört dazu. Also, der Östeller Radmarathon, sicherlich auch Grund der vielen Jahre auch. Und vor allem dieser perfekten Organisation war, schaut ihr das an. New Band kommt man hier herein. Der Traum ist in Erfüllung gegangen. Wer war das jetzt gerade unter anderem? Ja, das war, glaube ich, Arno Rupp und der ist mohnhaft in Long Island, also den USA. Ja, dann haben wir den Hannes Plattner im Ziel, Wilma Gersgasser auch hier. Ja, und eben, dieser Traum geht in Erfüllung. Da warten wir noch auf etliche, die sich den Traum erfüllen. Aus Monaco, wahrscheinlich. Wir hören leider nicht, was er sagt, aber das schaut noch relativ locker aus bei den beiden Kollegen. Noch ein Lächeln auf den Lippen. Und so soll es natürlich sein an einem wunderschönen Sonntagnachmittag, was wir auch heute sehr oft gehört haben, vor allem von den Einheimischen. Der Wettergott ist ein Edstaller und ich glaube, das können wir bestätigen. Ja, das Hoch-Efi, hat er gesagt, der Dominik Guren gestern. Wer seinen Rad liebt, der schiebt. Und das sehen wir auch haufenweise, wenn es mal nicht so geht beim Aufwärtsfahren, wenn die Kräfte schon ein bisschen laggelassen haben, dann haben wir genau das. Und dann steigt man dann oben, ein bisschen weiter oben, wenn es vielleicht wieder flacher ist, steigt man wieder auf, fährt weiter. Und wir schalten jetzt wieder hinunter ins Ziel zu unserer Kollegin Lisi Puschern, denn die hat die nächste Dame vom Mikrofon. Bei mir ist Belinda Holzer aus Reitbay Seefeld. Belinda, du hast einen Smile auf den Lippen. Es scheint dir gut zu gehen. Zweites Mal Edstaller, wie war es? Genau, heute war es ein Wahnsinn. Es war zwar Timmelsuch auch brutal heiß, aber es ist einfach ein wahnsinnig tolles Rennen. Krütei, überall stehen so viele Leute. Es ist einfach lässig, das motiviert und einfach geil. Ich bin in dich hineingelaufen, kurz nach der Zieldurchfahrt, und du hast gesagt, na, der Traum ist wahr geworden. Um was ging es? Ja genau, also eigentlich mein inoffizielles Ziel war immer unter Zähne. Für mich selber habe ich immer gedacht, unter Neine war geil und heute habe ich es geschafft. Dann genießt deinen Traum. Danke. Und zurück zu dir, Carina. Also die beiden Damen, die strahlen heute mit der Sonne um die Wetter. Eine herzliche Gratulation unter neun Stunden, eine unglaubliche Zeit. Und wir haben den nächsten Studiogast bei uns, und das ist niemand geringerer als der Vorjahressieger Jack Burke. Jack, thanks for making the time once again. We just met outside briefly. You said it was really hot today. Take us through the race. How was it for you? Yeah, that's the one thing I'm disappointed with, because I was actually at a pretty, I mean, I only had really three good weeks of training before the race, and you do the best you can with that. But the last week or so, it was going actually pretty well. I'm like, okay, this can go well. But the one thing I didn't prepare for at all was the heat, and that's always been a weakness of mine, but today was the worst I've ever had it for that. And so up until, like, I could start to feel it, even going over Brenner Pass, we weren't going very fast at all, and I could just see my heart rate was so high, and you're like, oh, this is not going to be good. And then Jaufen, I was still just trying to enjoy it and have some fun, and everything was good, but then, yeah, once the lights go out and you overheat like that, it's then you're done. Like, I didn't even know if I'd make it over Timmelsjörg at that point. I've never done this before in my life, but I stopped twice to just take a cold shower with some of the guys with hoses there, but, yeah, it is disappointing, but it's still such a great event to be a part of, and just everybody's cheering no matter what. It is, and I mean, I understand the problem with the heat. You're Canadian, I'm Austrian. We're not used to the very, very hot weather. Nevertheless, 39th place and 7 hours 23. It's not a bad result at all, actually, and you weren't that far away looking back. When I left at 10 o'clock, you were still within the top group. When was the point where you knew, okay, I have to just let go and not struggle anymore? One kilometer from the top of Jaufen Pass. That's when I was like, I can't do this anymore. Your body's just starting to shut down at that point, and then it's, yeah, once the lights go out, they don't come back on. And we were talking about it yesterday. You did have a streak of bad luck this year with some crashes as well. Yeah, you know, I've been racing since I was like 15 or 16 years old, and up until like a year ago, I always said, like, I've been so lucky. I've had no crashes, or, yeah, when I've had crashes, it's just been road rash, like you just lose some skin, but I was always like, wow, I'm so lucky. I don't have all these broken bones and everything, but I've really made the last year count where it's like the last year, it was like last year I broke my pelvis, and that kind of just ruined it. Basically, that was right in the middle of the season. That hurt. And then this winter, I had the worst one of my life where I broke my back and smashed up my face. And I was like, okay. But that actually, that was the worst one, but I came back from that really quickly, and the rehab just went fine for it. And then, but the one that scared me the most was I got a concussion when I was racing in the U.S., and then it was not good because I knew the damage that I had in January. It was like two concussions right away. That's not good. And then as soon as I got back on the bike, I didn't tell anybody about it because I was really ashamed of it, but I got back on the bike because I didn't have any symptoms. Everything was fine. And then I just made a really stupid mistake, and because my hands and everything were all cut up, I think I didn't protect my head the way you normally would with your hands, and I smacked my head again. And then I didn't tell anybody, but I was really afraid at that point because I got back to Austria, and then you're having a lot of post-concussion symptoms, and then you're freaking out because you're like, okay, when I'm 40 years old, I don't want to have long-lasting problems. But I'm glad that I actually took the break to stop, and now everything's fine, so now everything's good. That's good, and you probably also had really good health care here in Austria with the most amazing doctors that we have in Austria. so they took care of you, and we could see you're on your way back. So what is the goal for the upcoming month, and of course next year at the Oetztaler Radmarathon? Time for a comeback check. For sure. I'll be back for the Oetztaler. I'll absolutely do that. I actually don't know. I kind of said this was like a fun goal to keep me going. Like, I tried to, yeah, I didn't end up with a team this year, and that was hard, and I wanted to still give it a shot to try to make it to the pros, and I was just forcing it so hard that you're just trying to manage everything on your own, and it wasn't working, yeah, with the crash I had in the U.S. and then coming back too soon, and I had to stop the Tour of Upper Austria just because I was having problems. Yeah, I just came back too soon after that, and then I just used the Oetztaler here as like just a fun goal. Okay, just do that to keep me going, and maybe an opportunity comes up, something like that. It's a good thing to keep me in shape while I figure out whatever comes next. I don't know. My dream has always been to try to make it to the top in the sport, and I haven't, and I want to keep trying, but I don't really know what the next opportunity would be. I've got to figure out what that'll be. I don't know right now. Well, all the best for the upcoming months, and of course, we really, really hope that you're back next year on this couch here with us in the studio. All the best. Keep on going, Jack, and you'll be back next year. Thank you so much, yeah. Wir schalten jetzt ein paar Momente zu unseren Partnern in die Werbung und sind dann zurück mit diesen wunderschönen Live-Bildern vom Oetztaler Radmarathon. So long. I've got a missing lift. Strange천리얼 I've got to talk We gotta go on to superigg call I've got to talk Das war also der Vorjahressieger Jack Burke aus Kanada. Wie gesagt, ein paar Stürze gehabt dieses Jahr, nicht ganz 100% zurückgekommen, aber ist auf dem Weg bergauf, hat er gesagt, hatte eben mit Gehirnerschütterungen bzw. 2-3 Gehirnerschütterungen ein wenig Pech, trotzdem ist er immer noch auf der Suche nach einem neuen Team und wir hoffen natürlich, dass er nächstes Jahr dann wieder hier ist im Studio und mit uns plaudert. Da sehen wir jetzt diese wunderschönen Bilder aus dem Ziel und die Erleichterung ist groß, wenn man drüber ist, über der Ziellinie beim Ötztaler Radmarathon nach knapp 230 Kilometern und 5.500 Höhenmetern. Und auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Anstieg sind richtig gut drauf, winke und lache und das schaut mir eigentlich, Martin, nach sehr viel Spaß aus. Ja, Spaß auf der einen Seite, das ist eben, sie erfüllen sich den Traum und Andi Goldberger ist eingetroffen. Da ist er zum nächsten Male, hat er hier den Ötztaler Radmarathon finishen können. Sportler durch und durch, 50 Jahre alt geworden in diesem Jahr, eine lebende Legende. Der Andi Goldberger ist schon Ausnahme Persönlichkeit. In einer Zeit von 9 Stunden 04, er ist einfach eine absolute Maschine. Hoffentlich kriegen wir ihn vor das Mikrofon entweder im Ziel oder dann eben Herr Roden bei uns im Studio. Wie gesagt, bei solchen Veranstaltungen ist er immer gerne mit am Start, sei es der Wings for Life, World Show, an der Ötztaler Radmarathon, beim Red Bull 400 ist er immer dabei. Also überall, wo es um Ausdauer geht, Andreas Goldberger mit einem Lachen im Gesicht mit dabei. Ja, wir sehen auch die Mitglieder des UAC Ötztal, die sind in den hellblau-weißen Trikots unterwegs. Da haben wir ja letztendlich in der Sendung einmal die Obfrau hier dabei gehabt. Und wir freuen uns noch auf die Annalena Rimmel, die Amtsleiterin der Gemeinde Sölden. Ja, die wird heute noch als eine der zwei Coaching-Teilnehmerinnen von Heli Dollinger hier bei uns eintreffen. Genau, für Annalena Rimmel aus Sölden und für den Fabian Rauleder gab es eben diese großartige Möglichkeit, die letzten Wochen und Monate mit dem sportlichen Leiter von Team Bora Hansgrohe gemeinsam zu trainieren. Die waren dann auch in Spanien auf Trainingslager und haben gesagt, das war unglaublich anstrengend. Aber sie werden auf jeden Fall einige Watt mehr auf die Pedale bringen. Und bin gespannt, was sie dann erzählen, wenn sie hier bei uns im Studio sind. Ja, sicher, super interessant. Auch die Träumer, da freuen wir uns drauf. Ihre Träumergeschichten, die haben wir ja begleitet auch und die werden dann aneinander kommen bei uns. Ja, und viele andere leben ihren Traum. Es geht noch weit, viele müssen stehen bleiben, viele fahren weiter. Es wird erst dann eng, wenn man den Besenwagen hinten zieht. Dann ist die Zeit abgelaufen. Apropos Besenwagen auf der Strecke unterwegs, auch unser Außenreporter Christoph Sumann gemeinsam mit Oliver Schwarz. Und ich glaube, der Christoph hat wieder jemanden vor dem Mikrofon. Nichts Besenwagen, Christina. Wir sagen mal weit weg. Der Lukas aus St. Peter im Mostviertel. Richtig, St. Peter in der Aua. Wie geht's Ihnen, Lukas? Jetzt muss ich mich zusammenrechnen, hast mich da interviewst, aber schön gelungen, weil es geht's. Wo fällt es am meisten? Raxal. Ich glaube, ich habe dreimal gestorben jetzt drauf, aber es muss gehen. Was denkst du, wenn du jetzt da rauf schaust? Ja, mich können nicht, würde ich weh. Nicht zum ersten Mal? Nein, das letzte Mal. Das heißt, du weißt, wie weit es da rauf geht? Ja, aber so heiß weiß ich noch nicht. Normalerweise Schnee. Schnee normal, oder? Ja, genau. Das ist richtig. Aber bei der Verpflegung, da würde ich gar schön. Ja, ich glaube, die machen einen guten Job. Und deswegen machst du deinen Job auch und fährst bis Sölden und finischt dort. Dann kaufen wir sich ein Bier. Also, ich habe jetzt ein Mann hat nichts tragen und das ist das erste Bier dann im Zühl. Also, auf das gefreut mich jetzt wirklich schon. Du musst ja ins Zühl fahren, das hilft dir nichts. Aber ein Mostviertel ist sowieso nicht zum Mund bringen, oder? Nein, nichts. Heut nicht. Bockst dann im Berg. Bockst dann. Komm, auf geht's, Hockers. Mach's gut. Ja. Ja, sag noch Christina zu mir, lieber Franz. Das Hühnchen werden wir dann später im Zielbereich rupfen, lieber Sumi. Wir schalten jetzt allerdings wieder runter ins Ziel, denn Andreas Goldberger ist bereit für ein Interview mit Günter Leitgib. Grande. Bravo. Totschrift geben, mein Gefühl. 5.000 Lager. Nein. Massage. Schau mal. Anni Goldberger. Die Station, Finisher. Ötztaler macht süchtig. Ach. Ja, schon irgendwas. Er hat schon was Spezielles. Die Anstrengung braucht man nicht, überhaupt mal öfter einmal im Jahr reicht vollkommen. Aber natürlich die Stimmung rundum und die Organisation und die Labestation, wie das aufgebaut ist, also das macht's schon süchtig, weil das finden wir selten eigentlich, oder gar nichts. Also einmal im Jahr möcht's da halt. Der größte Wunsch, den Andi Goldberger in diesem Moment hat? Ah, ein kaltes Bier. Super, das wünschen wir noch zum Wohl und nachher geht's noch ins Studio und gleich schicken wir ihn euch rüber noch ins Studio. Könnt ihr ausführlicher mit ihm sprechen. Bis gleich. Also bei den Temperaturen ist es kein Wunder, wenn man sich ein kühles, blondes wünscht, so wie auch Johnny Hogerland, der wahrscheinlich schon mit seinen Freunden unterwegs ist und heute seinen dritten Platz feiert. Auch Andreas Goldberger hat sich das redlich verdient und er wird dann sicher später hier bei uns im Studio sitzen. Ja, ist noch jedes Jahr zu uns gekommen, der Andi Goldberger. Es sind immer noch einige tausend gleichzeitig im Stream mit dabei. Also viele warten auf Kollegen, dass sie es vielleicht einmal sehen. Wir haben auch schon viele Frauen gesehen, die mittlerweile auch ins Ziel gekommen sind, gefinisht haben bei uns. Unter anderem? Lampater Hannes, da sehe ich ihn, den Vater von Johannes Lampater in neun Stunden und acht Minuten. Also ganz, ganz knapp hat er sein Ziel mit den unter neun Stunden nicht erreicht. Trotzdem herzliche Gratulation von uns an Hannes Lampater und der wurde jetzt wahrscheinlich vom Jo in die Arme genommen. Ist auch mal schön, wenn das andersrum ist, oder? Genau. Umgekehrt wird gratuliert. Das ist cool. Und nach wie vor diese Zuschauermenge, diese Kulisse, die hier einfach ist. Jetzt habe ich schon gemeint, der Johnny Hogerlund steht da oben mittendrin mit seinem T-Shirt. Na, hat er anderes angehabt. War auch Geld. Ja, Riesenstimmung im Ziel immer. Und das geht jetzt bis in die Abendstunden. Genau, und da sind natürlich ganz viele Freunde und Verwandte mit dabei, da im letzten Streckenbereich und im Ziel. Und die wollen natürlich den Fahrer und die Fahrerin dann in die Arme nehmen und gratulieren. Es ist einfach, man sieht auch, wie die Fahrer die Hände in die Luft reißen. Es ist einfach ein ganz besonderer Moment. Anna Tröbinger, gerade hereingefahren. Gratulation der Athletin aus Tscherns im Bezirk Bozen in Südtirol. Da ist sie. Ja, da wird sie gleich gedrückt. Und darf stolz sein. Darf stolz sein. Da sehen wir jetzt auch diese neuen Mehrwegbecher, die es dieses Jahr gibt. Also 20.000 Becher gibt es. Die werden dann natürlich in einem Aufwandbecken wieder gesammelt und nächstes Jahr wiederverwendet. Und ich würde sagen, die Anna hat sich da einen großen Schluck Wasser und dann später natürlich ein Getränk redlich verdient. Und jetzt sieht man auch im Zielbereich, es kommen ganz, ganz viele Leute rein. Christoph Halbrucker aus Zierl hat es gerade geschafft. Sebastian Helbig aus Neunkirchen. Lukas Kubrian aus Lengenfeld, also ein einheimischer Christoph Hindermann. Marino Valgonio aus Italien. Matthias Bursthaus, Karlsruhe und viele, viele mehr. Manuel Senni ist der neue Sieger des Ötztaler Radmarathon. Jahrgangs 2023 und bei den Damen gewinnt aus Deutschland Janine Mayer. Wir schalten jetzt allerdings wieder rauf auf die Strecke und zwar kurz vorm Timmelsjoch beziehungsweise im Anstieg. Da befindet sich Christoph Suman und hat die nächste Dame vor dem Mikrofon. Und neben mir steht die Julia aus Mainz und die schaut aus wie das blühende Leben. Also dir kannst du nicht schlecht gehen. Es hält sich noch in Grenzen, würde ich sagen. Also scheint noch gut zu sein. Ja, du bist eine gesunde Gesichtsfarbe, das ist schon mal nicht schlecht. Keine Krämpfe. Hast du noch mal aufgetankt, zum ersten Mal? Ja, zum ersten Mal. Sehr unvorbereitet, aber scheint trotzdem irgendwie zu gehen. Und du bist dir 100% sicher, dass du das ins Ziel schaffst? Ja. Ich mir auch. Schön. Na dann kann das doch noch gut werden. Mein Freund, glaube ich, hat mir schon ein bisschen Druck gemacht. Ja. Weil er gesagt hat, wir sollen da jetzt nicht so lange quatschen. Also spute dich. Und dann macht ihr es gemeinsam. Das Abenteuer Öztaler Radmarathon zum 42. Mal. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß über das Timmelsjoch. Dankeschön. Also da hat der Sumi seinen Match vor dem Mikrofon gefunden, würde ich sagen. Und redet mehr als die Interviewte. Kurz und knapp. Zack, ich schaffe das. Also voller Fokus auf die letzten Kilometer beim Ötzi. Das sind die besonderen Aufnahmen. Das kennen wir aus dem Film, den man letztes Jahr auch gemacht hat. Mit diesen Impressionen dahin, in dieser Kurve. Ja, und da sehen wir, da sind nicht nur hunderte, sondern tausende noch draußen, insgesamt auf der Strecke. Ja, Martin, wir haben schon darüber gesprochen. Es gab auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, sich als Träumer zu bewerben. Vier Personen wurden dann ausgewählt. Eben ein Brüderpaar, dann Robert Moser aus Innsbruck. Und eine Dame, Nicole Schmidt, Familienmama, selbst berufstätig. Und ja, was sie geleistet hat und wie ihr Weg war zum Öztaler Radmarathon, das können wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Psst, die anderen schlafen noch alle. Während die Jungs sich noch einmal umdrehen und ein Röntgen schlummern, habe ich meine erste Runde auf der Trainingsrolle schon absolviert. Es ist schon wahnsinnig viel zu tun. Den Haushalt schmeißen, mit Wäsche waschen, Staubsaugen, kochen, die Arbeit und dazu das ganze Training. Für Pausen bleibt mir eigentlich keine Zeit. Im Tagesverlauf sieht es so aus, dass ich sehr, sehr früh aufstehe, 4.30 Uhr, 4.50 Uhr circa, und auf meine Rolle gehe im Wohnzimmer. Und da die ersten anderthalb, zwei Stunden auf der Rolle verbringe, meine Mittagspause verbringe ich mit Training, entweder noch mal eine Runde auf der Rolle oder ich gehe laufen. Und am Abend, wenn der Kleine im Bett ist, gibt es die dritte Runde, damit ich möglichst viel Zeit im Sattel verbringe und es irgendwie mit meinem doch stressigen Alltag in Einklang bringen kann. Motivieren muss ich mich dazu eigentlich gar nicht. Das ist so in meinem Alltag drin, seit Jahren, dass ich viel trainiere. Und ich werde immer wieder gefragt, woher nimmst du die Motivation? Aber das ist für mich einfach wie morgens aufstehen und einen Kaffee trinken. Ja, natürlich gibt es hier in Westerwald bei uns nicht so schöne Berge wie Mütztal. Und damit ich doch irgendwie auf meine Höhenmeter komme, gibt es auch ganz oft Trainingsfahrten, die zu einem etwas längeren Berg führen. Und den fahre ich runter und wieder rauf und wieder runter und wieder rauf, bis ich möglichst viele Höhenmeter gesammelt habe. Neben meinen Trainingseinheiten fahre ich auch einfach gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das hat viele Vorteile. Zum einen spare ich den Sprit und zum anderen habe ich eine Trainingseinheit von ca. einer Stunde für meine ca. 30 Kilometer zur Arbeit direkt am Morgen integriert. Es macht einfach Spaß, schon energiegeladen auf der Arbeit anzukommen und ich habe einfach einen wunderbaren Start in den Tag. So, Essen ist fertig. Familie bedeutet mir alles. Lachen, Freude, Zeit zusammen, alles. Den Öztaler bin ich bisher noch nie gefahren. Was mich da erwartet, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe ganz viele Vorstellungen von dem, was es sein kann. Aber ich glaube, es wird mich an Grenzen bringen, die ich bisher noch nicht kannte. Ich persönlich bin, glaube ich, eher der Kämpfertyp. Das liegt mir in der Natur, dass ich mir immer wieder neue, noch größere Herausforderungen suche, wo viele mich fragen, warum machst du das eigentlich, warum tust du dir das eigentlich an. Weil ich persönlich diesen Kampf mit mir gerne mag und mir einfach gerne beweise, dass ich Grenzen überschreiten kann und dass ich viel, viel mehr kann, als man sich eigentlich zutraut. Und genau in diesem Bereich sollte Nicole Schmidt irgendwo unterwegs sein, auf dem Weg zum Timmelsjoch, also eine unserer Träumerinnen. Martin, es ist einfach was ganz Besonderes, wenn du als Familienmama, als vollberufstätige Frau dann auch noch das unterbringst, dass du dich auf so ein Rennen vorbereitest. Tausende von Höhenmetern, Tausende von Kilometern. Es braucht einiges. Ja, genau. Und vor allem, dass man dann überhaupt noch durchkommt. Um das geht es ja auch bei diesem Traum, den man sich erfüllen möchte. Da musst du sehr viel oder eine gute Planung haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und es ist ja nicht nur sie, sondern da sind eben noch sicherlich viele oder etliche Mamas unterwegs auch, denen es ähnlich geht. Genauso ist es. Das ist also ein riesengroßes Kompliment an dieser Stelle an alle Frauen, die sich da gerade raufkämpfen. Natürlich auch an die Männer aufs Timmelsjoch. Und wir schauen jetzt wieder hinunter ins Ziel, den Günter Leitgeb hat bereits den nächsten Finisher vor dem Mikro. Kleines technisches Problem bei der Leitung ins Ziel. Im Hintergrund haben wir gehört Markus Ernstberger und Luki Ebenbichler, unsere beiden Zielmoderatoren, die das Live-Publikum bei Laune halten und sich natürlich anspornen, ganz laut zu sein, wenn die nächsten Finisher ins Ziel kommen. Da ist unsere Drohne gerade unterwegs und liefert uns unglaublich schöne Bilder auf dem Weg hinauf zum Timmelsjoch. Dieses Jahr kein Schnee, sondern richtig, richtig hohe Temperaturen. Ja, neben mir hat es einen fliegenden Wechsel gegeben, Martin Böckle hat sich verabschiedet und bei mir jetzt Michael Nussbaumer. Michael, da zieht er die Schuhe aus. Da zieht er die Schuhe aus, die Schuhe hat er in der Hand und mit den weißen Socken geht es da hinauf. Ja, wir haben in der Produktion lange darüber gerätselt, wie wir das machen, dass wir da noch Kameras am Timmelsjoch haben, weil man muss ja das auch technisch verstehen. Die Kameras, die durchfahren, die sind auf der Strecke weg. Wir begleiten den Sieger, wir begleiten die erstplatzierte Dame und wir sind in den Bergen und haben eigentlich keine Möglichkeit mehr eine Kamera zurückzubringen und haben aber dann doch gesagt, genau diese Bilder braucht es. Das macht den Ötztaler Radmarathon aus. Das ist das, was man daheim sehen will und das ist der unter Anführungszeichen Otto Normalverbraucher, der sich jetzt nach drei Pässen auch noch dieses Gewaltstier Timmelsjoch hinaufquälen muss, darf, kann, möchte. Und da entstehen genau diese Bilder und auch unsere Kameramotorradfahrer und unsere Kameraleute, die ins Ziel gefahren sind und haben gesagt, eigentlich müsste man jetzt wieder am Timmelsjoch sein, weil dort spielt sich sie jetzt ab und das müssen wir unbedingt zeigen. Da sind die Emotionen drinnen, da sind die Träume drinnen, da gehen Träume auf. Der hat einen großen Wandertag vor sich, dann gibt es dieses Zeitlimit, das irgendwie bei 20 Uhr liegt, wo man dann über die Mauts drüber sein muss. Und das wird noch ein sehr, sehr langer Wandertag für den Herrn da unten. Und ja, unglaublich. Also ich weiß jetzt nicht, wo das jetzt genau ist, aber der wird noch ein ordentliches Stück hier haben rauf. Und ja, der Hitze sei es geschuldet, der Steigung sei es geschuldet, das ist Öztalapur. Das soll der guten Laune aber überhaupt keinen Abbruch tun. Aufgeben tut man nur einen Brief, denkt sich auch der Herr in den Socken auf dem Weg zum Timmelsjoch. Und da wird er ja relativ bald ankommen, wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen. Sehen wir, es ist doch schon relativ weit oben Richtung Timmelsjoch, eben wo es dann um 20 Uhr, wo dann zugemacht wird. Und der, die Letzte, der oben es noch durch schafft, begleitet wird von Christoph Sumann und natürlich dem Geschäftsführer von Öztal Tourismus, von Oliver Schwarz. Und da sehen wir nochmal, die Motivation ist groß. Sie wissen, bald haben sie es geschafft nach oben und dann geht es eigentlich nur noch bergab Richtung Sölden. Bis auf ein paar kleine Ausnahmen, einmal die Maut noch hoch und einmal da bei Zwieselstein geht es noch einmal nach oben. Aber das ist alles überschaubar, das ist alles machbar. Ja, das sind einfach großartige Bilder, ich meine, schauen wir uns das an. Das ist einfach Wahnsinn, das ist Natur pur, das sind Straßen, die... Ich verstehe es mittlerweile, warum Halbdeutschland hier ins Öztal kommt und genau diese Landschaft genießen möchte. Und dann im Rahmen auch noch eines Radmarathons das abzufahren, ist einfach ganz genial. Ich war gestern oben am Timmelsjoch, bin auch auf die italienische Seite rübergefahren, da war extrem viel Verkehr. Heute Wahnsinn, wenn man sich das anschaut. Chapeau an unsere Piloten, Chapeau an unsere Regie. Ich glaube, das ist Werbung pur, hier ins Öztal zu kommen und das zu genießen. Man kann es ja mal anders sehen, wenn man von Öztal nicht die ganze Runde fahren möchte, sondern von hier einfach aufs Timmelsjoch, naja, in gut zwei, zweieinhalb Stunden ist man oben und hat einen super Radstag gehabt, vorzugsweise um die Zeit, irgendwie drei, vier, fünf Nachmittag. Das ist auch vom Verkehr absolut erträglich, dass man da hochfährt. Und es ist immer wieder ein Highlight, auf 2500 Meter Rad zu fahren und dieses Panorama hier zu erleben, großartig. Und wir genießen diese wunderschönen Drohnenaufnahmen, also besser könnte so ein Tag, glaube ich, nicht sein. Wunderbar, also da muss man die Bilder sprechen lassen, wie Stefan Steinacher ganz oft sagt, da lassen wir die Bilder einfach stehen, schauen wir mal, was die Natur und diese Landschaft hier zu bieten hat. Da quälen sie sich rauf, da haben sie Spaß dabei, die Teilnehmer des Öztal-Rat-Marathons und das sind die Bilder, die wir, und das dürfen wir, glaube ich, auch sagen, in die Welt bringen dürfen, weil das ist auch für uns ein Privileg, dass wir das Vertrauen bekommen, hier diese Marathon-Veranstaltung über 15 Stunden zu übertragen. Wir haben übrigens noch, jetzt ist es knapp 16 Uhr, wir sind noch fünf Stunden drauf und wir werden natürlich bis zum letzten Finisher hier draufbleiben und den Öztaler Radmarathon vom ersten bis zum letzten übertragen. Ja, und wenn Sie uns zuschauen, dann können Sie natürlich gerne immer Fragen stellen, einfach in die Kommentarspalte rein und wir werden versuchen, dass wir so viele Kommentare wie möglich mit in die Sendung nehmen. Ich werde gleich mein Handy anmachen und schauen, was es denn so Neues gibt von unseren Zuseherinnen und Zusehern. Wir können in der Zwischenzeit wieder mal ein paar Namen durchgehen. Wer ist durchgekommen, wer ist im Ziel? Oliver Ginter, Mara Steinbüchler, gratulieren wir zum Finish in neun Stunden und 20 Minuten. Marco Mirko ist hier, Mavisso Bravi, Andro Winter, Anne Fischer ist durchgekommen gerade, Maximilian Lesching, Lukas Hartmann, und ich glaube jetzt, im Sekundentakt kommen hier jetzt die Teilnehmer rein, Michael Schuster, Martin Ilek, Simon Ackermann, Markus Hauer, Fabian Graf, Philipp Gschrein, Linda Fender, also es geht dahin, es geht dahin Schlag auf Schlag und wir sind immer noch bei diesem großartigen Panorama, dass hier das Ötotal und das angrenzende Italien zu bieten hat. Ja, Norbert Waldnick schreibt auf YouTube, Hallo meine Lieben, weiß jemand, wo unser Tiroler Sommelier Aldo Sohm ist? Ja, den haben wir glaube ich, ich weiß gar nicht, wo das Interview stattgefunden hat, ich glaube es war eh, Schönau, genau, Mautstelle Schönau müsste das gewesen sein, also der wird gar nicht mehr allzu lange brauchen und dann ist er hier bei uns im Ziel, wir haben auf jeden Fall ein Auge auf das Live-Tracking und sehen dann hoffentlich, wenn er unten über die Ziellinie fährt, gemeinsam mit Tommy Rohrecker. Dann schreibt noch einer, noch fünf Stunden, mein Hintern tut langsam weh, ja, da bist du nicht alleine, aber wir bleiben bis zum bitteren Ende, wir holen den letzten oder die letzte über die Ziellinie und das haben sie sich auch alle redlich verdient, denn wirklich jeder, der heute diese 227 Kilometer und 5500 Höhenmeter hinter sich bringt, da ist es wert, dass wir noch die Live-Bilder zeigen und den oder die so richtig feiern. Dann eine Frage, wann beginnt die Startplatzverlosung für 2024? Ich warte seit 6.15 Uhr, da werden wir dann gleich den Dominik Kuhn befragen, denn der wird in circa einer halben Stunde hier bei uns im Studio sein, der OK-Chef von Ötztal Tourismus. Ist sicherlich noch ein Thema heute, wann kann man sich anmelden, wie läuft die Regierungsführungsphase ab? Wie gesagt, der Termin nächstes Jahr steht ja mittlerweile fest, 1. September 2024 gibt es den Ötztaler Radmarathon 2024, 43. Auflage, es wird wieder einen Herbsttermin geben und wird auch wieder diese Vorregistrierungsphase und dann die Verlosung geben, aber wie dieses Prozedere genau funktioniert, da werden wir unseren OK-Chef, ja, Dominik Kuhn noch einmal zu Wort bitten, ja, dass er dieses Prozedere natürlich noch einmal ganz genau erklären wird. Ja, da sind wir wieder Bilder von der Labestation, nein, nicht Labestation, Entschuldigung, da sind wir im Ziel, wo die Emotionen natürlich auch hochgehen, da sind nicht die Athleten, die vor Erschöpfung hier irgendwie sich laben, sondern die sind im Ziel, die haben es geschafft, herzliche Gratulation. Michael, jetzt muss ich dich kurz unterbrechen, denn Christoph Suman meldet sich wieder zu Wort und ich bin schon gespannt, wo er gerade unterwegs ist. Sehr entspannend bin ich gerade unterwegs mit dem Armin, der Armin ist der Therapeut und sein Opfer, das ist der Lutz, der Lutz, wo ist der Lutz her? Aus Bochum, Deutschland. Aus Bochum? Sieg du dessen. Und warum liegst du da, Lutz? Krämpfe. Krämpfe wo? Uberschenkel. Und du glaubst, der Armin kann die Krämpfe beheben? Du bist wieder im Biesenwagen. Wie geht es dir sonst? Sehr gut, super. Das frage ich dich. Ganz toll. Mit der Hitze zum Kämpfen? Wunderbarer Tag, besser Hitze als Regen. Zum ersten Mal dabei, aber schon öfters gefahren? Nee, das erste Mal dabei. Das ist ja ein unglaubliches Erlebnis für dich. Du wirst auch sicher finishen, nehme ich an, oder? Das wollen wir hoffen. Jetzt lassen wir den Lutz einmal die Krämpfe loswerden und der Armin, der Armin, wie viel ist wirklich zu tun? Ja, aktuell hält es aus den Grenzen. So schön langsam beginnt es eigentlich so, Patient um Patient zu kommen. Und ja, jetzt aktuell stehen wir gerade so bei sieben, acht Patienten. In einem Radl von ungefähr 15 Minuten, muss man so machen. Das wird mehr? Ich vermute mal schon, ja. Also je weiter die Startnummern fortschreiten, desto mehr wird, glaube ich, zu tun. Wie empfindlich ist es an die Patienten bei den Oberschenkel? Ja, aktuell schon sehr. Also man muss da sehr aufpassen. Ist eher Lymphdrainage. Ja, schon fast. Also zu fest darf man jetzt nicht rein gehen. Man möchte ihnen eine komplette Muskeltonis jetzt auch nicht wegnehmen. Sie sollen ja dann auch noch arbeiten. Sondern einfach einmal ein bisschen versuchen, die Muskeln ein bisschen auf Länge zu bringen. Einfach mit Querdehnungen oder generell einfach mit Dehnungen arbeiten, dass man einfach, dass der Muskel einfach wieder die Möglichkeit kriegt, sich einfach wieder zu entspannen und kurzfristig. Danke. Also Lutz, ich bin zwar 15 gefahren, wenn ich mich da jetzt hergelegt hätte, so wie du, ich wäre sofort eingeschlafen. Und Lutz, du bist großartig. Du bist der Lutz aus Bochum. Der Lutz aus Bochum wird in Kürze schon ins Welten sein. Alles Gute. Danke euch. Alles Gute dem lieben Lutz, der sich da noch einmal massieren lässt. Und liebe Grüße natürlich an unseren Zoom mit draußen auf der Strecke. Wir haben jetzt gerade einen Kommentar bekommen, dass Mike rauscht. Er will ein kleines Rauschen in der Leitung, aber das wird in wenigen Minuten hoffentlich behoben sein. Und da sehen wir jetzt diese wunderschönen Drohnenaufnahmen, wo es eben hinaufgeht und wo sich die, da sehen wir den Kollegen, der sich kurz ausrastet an der Mauer. Wir haben ja heute auch immer oft das Thema schon gehabt, haben es auch gesehen, vor allem die Hitze. Also das darf man natürlich nicht unterschätzen, wenn man da immer nur herauffahren muss, oh, Andi Goldberger, mittlerweile bei uns eingetroffen. Das ist schön. Früh schon da gewesen heute. Ciao, Andi. In den Socken schon parat. Schon am Abchillen mittlerweile bei uns. Dann geben wir ihm vielleicht ein Mikrofon hinüber. Er lacht. Das ist schön. Wie war es draußen? Warm. Aber ich bin eher von warmem Winter Sportler. Also für mich ist es lieber zu warm, wie zu kalt. Aber sonst vor der Stimmung, muss man ehrlich sagen, Publikum oder auch vor der Organisation wieder traumhaft gewesen. Also, aber natürlich, wie immer, wenn man es jetzt im Timmel hat, ja, nach wie vor so steil und hart, wie immer. Ja, Karin hat es schon erzählt. Es hat bei dir auch schon Özelradmarathons gegeben. Da bist du am Vortag auch noch im Einsatz gewesen. Also, das gibt es bei dir. Was hast du gestern getan? Ah, gestern bin ich einmal angereist. Ich wollte eigentlich gemütlich anreisen. War nicht so gemütlich. Wir haben ein bisschen Autopanik gehabt. Aber ich habe nicht die Wochen wirklich Pause gemacht. Und einmal einfach normal vorbereitet. Und aufs Rallfahren geschaut. Und letztes Jahr war ein Red Bull 400 im Bergissel. Da wollte ich unbedingt dabei sein. Habe mir gedacht, dass so eine Fahrbelastung schaut nicht. Aber aus dem Fehler von letztem habe ich gelernt. Ich glaube, kurzer Aufruf an die Regie. Wir haben die Zielgeräusche und das Zielmikrofon auf der Leitung. Das bitte nochmal abzuschalten. Andi, du hast gerade gesagt, gestern die Autobanne. Letztes Jahr war es die Radlpanne, wenn du dich erinnern kannst. Und dann bist du oben gelegen, nämlich beim Masseur. Diesmal ganz recht, kein Mal. Letztes Jahr, da war ich gar nicht einmal so böse. So habe ich dann gemütlich in Schönau die Labestation und vor allem die Massage genießen können. Da war die Mechaniker super mal Schaltung wiederhergekriegt. Da war wirklich das Kabel von der Gangschaltung eigentlich durchtrennt. Und die haben das wieder ganz gut gepflegt. Und ich habe ins Ziel fahren können. Aber da habe ich letztes Jahr wirklich auch die Labestation, vor allem die Massage genossen. Also boten wird da schon alles. Weil letztes Jahr, ich habe die Geschichte vorher schon im Studio erzählt, haben wir uns ja am Tag vor dem Edstaller Radmarathon beim Red Bull F100 getroffen, wo du zweimal die Bergiselschanze raufgelaufen bist. Es war unglaublich warm. Ich habe mir nur gedacht, wie macht das der Mann? Und dann habe ich dich gefragt. Dann habe ich gesagt, weißt du eh, dass wir uns morgen um 36 wiedersehen. Und du hast gesagt, ja, kein Problem. Also es war offensichtlich wirklich kein Problem. Naja, im Nachhinein gesehen dann doch schon ein Problem. Aber ich habe mir gedacht, wenn die bei der Tour de France wir jetzt drei Wochen volle fahren können, dann werden wir mal zwei Tage einmal schaffen. Nein, unglaublich. Ich habe letztes Jahr eben das so gewissen müssen. Ich habe schon gemerkt, raus eigentlich bis Ötz oder dann ins Küter auf. Ich habe schon gewusst, da geht überhaupt nichts. Ich habe da schon so schwere und brennende Beine gehabt. Und da ist es erst losgegangen. Also da habe ich schon am Anfang gewusst, dass das eigentlich ein ganz, ganz langer und harter Tag wird. Ja, immer wieder kommen großartige Siegerinnen und Sieger herein. Ich bin vorhin bei uns da am Balkan draußen gestanden. Unglaublich, was da für eine Stimmung ist. Also weit hinein, nach Sölden, einfach Publikum. Die machen da eine Stimmung. Das ist unglaublich. Du hast, glaube ich, gerade auch vorhin miterlebt, was da abgeht, da herein. Ja, es ist generell auf der ganzen Strecke heute schon gewinnen. Wir haben eigentlich zeitig in der Früh schon draußen in Ötz, wo es dann rauf geht. Kühtei, Kühtei. Da ist sowieso ein Wahnsinn. Oder dann auch in Innsbruck, wo es dann Bergissel rauf geht. Das ist auch so ein Nadelhör da. Also wirklich, das ist schon cool. Und dann sowieso die Zieleinfahrt. Da steht Spalier den letzten Kilometer ein bis zum Ziel, links und rechts. Da kannst du gar nicht langsam fahren. Das geht nicht. Und dann haben wir da extra den Christoph Sumann rausgeschickt. Dass er dich motiviert. Ja, das hat er getan. Auf einmal, wir riechen sich da gar nicht. Ein Brenner war es bei der Laue Station. Auf einmal steht der Sumi da. Mit dem Mikrofon. Ohne Radl. Der Lauser. Eine Zeit von neun Stunden 04. Absolut großartig. War das die Zielsetzung unter neun Stunden? Oder bist du total happy? Ich meine... Ich bin total happy. Ich habe gewusst, wenn es gut geht. In neun Stunden kann man fahren. Oder wie auch immer, wenn es geht. Rennwegabhängig. Ich habe mir kein Zeitlimit. Ich habe gewusst, 8.46 in meiner B-Zeit. Ich werde es sicher nicht schaffen. Aber es ist heute auf einmal super krank. Und dann denkst du, neun Stunden waren schon cool. Aber ganz Schluss vom Dimmelsjoch haben wir leider warten müssen, weil eine Strassensperre wäre, weil der Helikopter gestartet ist. Aber wenn du dann siehst, dass da ein Rettungshelikopter startet ist, ist dir die Zeit völlig egal. Und dann sagen wir, nein, ich bin mit neun Stunden voll happy. Ja, da sehen wir gerade, der Armin Neurauter war früher einer der besten Skibergsteiger. Super Radfahrer. Hat viele Erfolge gefeiert. Er ist mit seinen Kollegen heute unterwegs gewesen. Und die haben jetzt hier Riesenfreude gehabt. Neun Stunden, 33 waren sie ins Zeit. Also jeden Respekt vor jedem Teilnehmer hier. Ja, absolut, muss man schon sagen, der, was sich das antwortet, weil das glaubt man nicht. Man denkt sich, wenn man das so anschaut, okay, 230 Kilometer ist noch ganz gut, 5000 Höhenmeter, glaubt man auch, schafft man. Man schaut ja alle Fernsehen, gell, und die Profispartner das öfters so in der Woche. Aber wenn man dann wirklich einmal so drüberkommt und wann in St. Leon hat da unten das Rennen vorbei war, war es eigentlich ein super Rennen. Und das Dimmelsjoch nicht mehr. Während das Dimmelsjoch, also wirklich zweieinhalb Stunden für mich und 28 Kilometer nur bergauf. Nämlich wirklich nur bergauf. Das ist echt fast 2000 Höhenmeter. Das ist so unglaublich viel. Was sagst du ganz generell zur diesjährigen Ausgabe des Österrad-Marathons? Es sind wieder so viele Freiwillige mit dabei. Über 1300. Das gesamte Organisationsteam, glaube ich, hat einen absolut großartigen Job gemacht. Das sowieso. Das Rundherum, das ist schon, muss man echt sagen, auch einzigartig. Man muss ja denken, länderübergreifend. Das ist ja alles nicht so einfach, sowas zum Organisieren. Und die Labestation, die Streckenposten. Und vor allem auch, die sind auf der Strecke alle so freundlich. Die helfen da. Und überall gibt es eben die Mechaniker, die Busse, die wir da umfahren, wenn wer eine Panne hat. Und auch, du wirst in jeder Labestation, du wirst herzlich empfangen. Du wirst da geholfen auf der Strecke. Die Leute rundum, da merkt man schon eigentlich, dass irgendwie das ganze Gebiet oder der, was da beteiligt ist, die stehen hinter dem Rad rein. Oder auch da, wenn wir in unserer Pension, wo wir da wohnen in Sölden, das ist so nett, wenn man da herkommt. Da freut man sich wirklich. Da wird man so herzlich empfangen, dass man eigentlich schon wieder nächstes Jahr kommen möchte. Du bist schon wieder auf der Liste. Nächstes Jahr ist, glaube ich, ein blödes Datum wieder, oder? Für mich halt. Ja, das stimmt. Letzte Ferienwochen, das ist normal für die Familie reserviert. Kriegst nicht frei. Ich würde sagen, du nimmst sie einfach mit nächstes Jahr, dass sie dich ordentlich anfeuern. Also Ötztaler Radmarathon ohne Andreas Goldberg. Also seit ich dabei bin, warst du auch immer dabei, Andi. Das wäre schon... Ja, ich sage heute mal noch nichts. Zumindest sage ich nicht nein, sagen wir so. Nein, mir hat es heute wieder Riesenspaß gemacht. Und heute bin ich das erste Mal so da, dass ich auch gesagt habe, unter dem Faden, wow, heute rollt es wirklich gut. Ich habe wirklich aus den Fehlern der letzten Jahre auch gelernt, dass du das ein bisschen einteilst. Und irgendwie ist es oft so, wenn man sich in der Früh oder am Fahrtag gar nicht so gut fühlt, dass man sich vielleicht dann ein bisschen gemütlicher und langsamer das angeht. Und dann kommt man rein im Tritt. Und das ist oft gar nicht schlecht, wenn man nicht so auf die Uhr und auf die Zeit schreibt am Anfang, sondern einfach auf das Körpergefühl mehr horcht. Ja, wir haben gerade gesehen, Berchtesgaden feiert. Also da ist auch wieder eine Clique hereingekommen. Großartiger Erfolg, Riesenleistung. Und jeder ist so ziemlich erleichtert, wenn er hier unten abgefeiert wird von den vielen, vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die also diesen Ötzaler Radmarathon dann am Schluss zu dem Besonderen machen, was es nicht vielerorts gibt. Das ist das große Fest. Goldi, was ist jetzt bei dir am Programm? Ich habe schon gehört, ein kühles Hopfen Malzgetränk steht ganz oben auf der Liste. Schon weg. Nein, nein, habe ich noch nicht gehabt. Nein, das wird dann heute schon sicher. Das ist auch noch sowas da, da darf man schon ein oder zwei, ist ja ein Erfrischungsgetränk, darf man schon zu sich nehmen, ist ja gut für die Regeneration. Ja, und dann fahren wir nach Hause und dann werden wir mal die Ferien mit der Familie, die erste Ferienwochen genießen. Nächste Woche, nicht leider, sondern freue ich mich schon wieder Rad fahren. Salzkammergut-Troffi, in meiner Heimat, was dem Salzkammergut, das kann ich auch noch sagen. Landschaftlich ist das schon auch super, aber das Salzkammergut kann auch was, das sage ich. Ihr habt es ja leicht, ihr zwei ja, wohnt in der Region. Jetzt hast du den Mondsee-5-See- und Radmarathon, es gibt Triathlon, das hat es dort schon gemacht, Salzkammergut-Troffi und der Happe-Kreidl wird sich auch immer was überlegen. Ja, ja, der ist aber nächste Woche und dann, glaube ich, ist einmal Radl vor Pause. Dann werde ich wieder mal irgendwas anderes auch tun. Dann geht es ab in die Ferien mit der Familie. Goldi, vielen, vielen Dank, herzliche Gratulation, super Zeit, schön, dass du immer wieder dabei bist. Ich glaube, du bist ein Sonnenschein, nicht nur für uns, sondern für alle da draußen. Ja, schön, dass du immer wieder mit dabei bist. Ja, danke. Gut, dass das ist, das macht es überhaupt. Das finde ich schon klasse, dass es die Leute so teilhaben lassen an dem, was da wirklich passiert. Vielleicht hat er motiviert, er hat motiviert und nächster nicht. Dann können wir gerade noch schnell Werbung vorgehen. Goldi Cup wird auch wieder dann gestartet. Ja, 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 freilich im Winter wieder, natürlich, anfangen wir auch gleich wieder im Jänner. Goldi Cup sind wir wieder sicher in fünf Stationen unterwegs, in Österreich. Wir wollen schon schauen, dass die Kinder wieder auch zum Sport kommen, zum Skisport kommen. Vor allem mir war wichtig zum Skispringen kommen, dass Stefan Kraft noch früher kommen. Ich hätte einen kleinen Sechsjährigen zu Hause, den lieben Jakob, und der schaut nämlich nur Skispringen und der wird unbedingt Skispringer werden. Und dementsprechend sind auch unsere Ausflüge am Berg, es wird nämlich nur gesprungen und zwar den ganzen Tag. Jetzt bist du etwa zum Anfang. Ich schicke dann vorbei, heute. Herzlich willkommen. Ja, es kommen hier etliche Damen hereingefahren. Wir haben jetzt gerade wieder eine überglückliche Finisherin hier gesehen im Ziel. Und da begleiten wir die Teilnehmer herein, wenn sie ihre Leistung vollbracht haben. Neun Stunden, neununddreißig mittlerweile. Hier die Zeiten, die Renndauer und wir bleiben bis zum letzten Finisher. Ja, wir halten durch. Logo. Bis zum bitteren Ende. So wird es bei uns sein. Andi verlässt die Bühne. Viel Spaß noch. Macht sich auf den Weg Richtung... Vergiss die Hälfte nicht. Mit kühlen Blonden, Prost, hast du dir verdient, lieber Goldi. Ja, und wir schauen wieder runter ins Ziel zu den Live-Binnen. Und da sieht man auch die Schmerzen, die man hat, wenn man da runterkommt über die Ziellinie. Sie nehmen eine super Zeiten, also wenn man den Ötztal in der Zeit vielleicht beim ersten Mal absolvieren kann. Respekt. Ja, ja, wir kommen jetzt unter die Sub-10-Mark. Also wir sind immer noch bei 9,37, 9,38. 9,40 jetzt. Das sind immer noch super Zeiten. Und es ist natürlich so ein Knackpunkt, immer man sagt, ja, ich will Sub-10, ich will Sub-11, ich will unter 12 Stunden bleiben. Das sind immer diese individuellen Ziele, die man sich eben steckt und die aufgrund des Wetters heuer ja dann auch durchaus möglich sind. Da gibt es dann wenig Ausreden. Und da werden ganz viele ihr persönliches Ziel heute auch erreichen und ihre Träume leben. Kirine, es kommen noch etliche Gäste heute zu uns. Wir haben noch die Annalena und den Fabian vor uns. Die werden auch irgendwann dann hier ins Ziel kommen. Wurden von Heli Dollinger, von Bora-Hans-Grohe gecoacht. Die Träumer sind im Anmarsch. Und der letzte oder die letzten Finisher werden auch begleitet. Gut, genau so ist es und der nächste Gast und das sollte in ungefähr einer halben Stunde sein, ist natürlich der OK-Chef Dominik Kuhn. Der muss dann später wieder los, begleitet ja dann den oder die Letzte ins Ziel, beziehungsweise überreicht dann auch ein kaltes Getränk. Und das finde ich immer total schön, wie der oder die Letzte im Ziel gefeiert wird, nämlich von allen. Das sind noch so viele Leute im Ortszentrum von Sölden und lassen den oder diejenige richtig hochleben. Ich glaube mir, die nächste Dame kommt hier bei uns ins Ziel hereingefahren. Ja, da oben sehen wir es. Keiner sehen wir da als Dame, die dürfte gerade reingekommen sein. Und das ist jetzt Simone Sanni aus Italien und Cinzia Meraldi ebenfalls aus Italien. Die beiden Damen im Ziel, gemeinsam mit Hans-Peter Poschner aus Riemsting in Deutschland. Und heute könnte man es nach vielen Jahren wieder einmal schaffen, dass wir keinen Regen haben am Schluss. Es könnte sich heute wirklich ausgehen. Man sieht es auch an den Gesichtern. Es ist immer so, es scheint die Sonne, strahlen alle, wird ein Regenspritzer kommen, dann gehen die Mundwinkel nach unten. Und das wollen wir doch heute nicht hoffen, dass das so ist. Haben wir doch in den letzten Jahren öfters gehabt, dass dann einmal reingeregnet hat und dass die Letzten dann beim Regen reingekommen sind. Nein, das ist heute nicht der Fall. Wir haben gestern die Wetterprognose ausführlich studiert. Und da hat es geheißen, ja eigentlich null Gefahr, dass hier irgendwas von oben kommt. Und daher auch strahlende Gesichter oder nicht nur deshalb strahlende Gesichter, sondern auch wegen. Tollen Leistungen, guter Organisation, einer super Veranstaltung insgesamt und einem großartigen Radtag. Der Kendler-Fanclub, den haben wir da gesehen. Bin gespannt, auf wen die warten. Vielleicht sehen wir es dann am Live-Tracking. 16 Uhr, 12 Uhr, 9 Stunden und 42 Minuten sind die jetzt schon unterwegs, die da ins Ziel kommen. Und was man nicht vergessen darf, es sind noch ganz, ganz viele unterwegs, Richtung Timmelsjoch. Wie gesagt, erst um 20 Uhr wird dann oben zugemacht und dann heißt es für den oder die letzten Mit-Eskorte runter nach Sölden. Ja, wie man sich freut. Das ist einfach das ganz Besondere. Es fühlt sich da immer mehr. Und ich glaube, das dürfen wir auch mal erwähnen. Unsere Stimmungsmacher unten. Markus Ehrensberger, Lukas Hebenbichler und dann nicht zuletzt Max Engelmayer. Die bringen ja auch einen fetten Job. So ist es, sind ja alle drei Tiroler, muss man dazu sagen, die absoluten Stimmungskanonen. Ich glaube, sie waren noch gar nicht zu Hause, weil die waren ja auch unter anderem bei der Tour of Austria, die haben das gleich mitgenommen. Die haben das gleich mitgenommen, waren glaube ich gestern noch in der Area 47 und haben da ein bisschen Turmspringen, sich beim Turmspringen versucht. Dementsprechend Ernstl Markus Ehrensberger mit leichten Verletzungen heute in der Früh um 6.30 Uhr am Start gestanden, allerdings mit dem Mikrofon. Ja, der Ernstl, der packt es schon, der hat jetzt Ferien als Lehrer. Dem geht das. Wir sind ja nach wie vor mit den Kameras draußen. Michael, wir haben die Drohne gesehen, das Auto ist unterwegs. Nochmal eine Kamera mit den Motoren. Und so kriegt man das einfach noch. Haut noch mit. Ja, wir sind voll im Rennen, also das darf man nicht vergessen. Wir haben eine Siegerszeit eben gehabt von, ich bin schon so auch im Kopf, was haben wir gehabt? Sieben Stunden irgendwas. Ja, genau. Jetzt haben wir neun Stunden 44, also das ist ja jetzt vor zwei Stunden ungefähr gewesen. Sagen wir mal so, Entschuldigung, 6.49 Uhr, wir wollen den Manuel Senni nicht schlecht reden. Aber rechnen wir mal sieben, haben wir jetzt drei Stunden drüber und da kommen ja immer noch drei Stunden lang Athleten rein. Oder vier Stunden sogar Athleten rein. Wir sind mitten in den Zieleinläufen, also jetzt kommen ganz, ganz viele Athleten hier nach Sölden. Und das dauert dann immer noch drei, dreieinhalb Stunden, bis die Letzten hier bei uns eintreffen werden. Das heißt, wir sind voll im Rennen drinnen. Da sind die Bilder vom Timmelsioch ganz oben und da sind die Dramen, die sich ja auch abspielen. Man muss halt auch einmal absteigen. Man muss vielleicht sich auch ein wenig sammeln und versuchen hier gut durchzukommen. Aber wenn man da schon mal ist, dann wird man es doch schaffen, nehme ich an. Sobald man den Red Bull-Bogen dann oben sieht, dann geht es noch einmal runter und dann noch ein Anstieg und dann ist man am Timmelsioch. Dann hat man es geschafft. Aber eben, da sind doch etliche, die erschöpft sind, die das Rad hinauf schieben. Lieber ein bisschen schieben, wie du auch gesagt hast, einmal ein bisschen kämpfen, so diese letzten Meter. Und da kann man sich noch einmal erholen, wenn es wieder dementsprechend hinunter geht. Diese Auflage, die 42. mittlerweile. 1.300 Helferinnen und Helfer haben wir gehört, die da im Einsatz sind. Dominik Kuhn ist ein Part der OK-Leitung. Heike Klotz, der andere Gegenpart von ihm, das Organisationsteam. Und dann geht es in die verschiedenen Bereiche. Manuel Ribis hat uns ja wieder geschrieben, er ist der, der hinten im Besenwagen sitzt und möglicherweise einsammelt und die Dame kämpft. Ja, die kämpfen, aber ich glaube, das ist so in Richtung Mautstelle schon, wenn ich die Mauer richtig deuten kann. Und jetzt ist der letzte Anstieg oder der vorletzte. Dann kommt dann wieder dieser kleine Schupfer nach Zwieselstein und die letzten Meter rauf. Das wird die Dame schaffen und in einer auch ansprechenden Zeit, die wird auch unter elf Stunden finishen. Also das ist immer noch eine großartige Zeit. Ja, normaler Arbeitstag dauert normalerweise acht Stunden. Die sitzen teilweise zehn, elf, zwölf Stunden am Rad und wir haben heute einen 15-Stunden-Arbeitstag. Wir haben auch Kommentare auf YouTube. Zum Beispiel schreibt Michael Antmann, liebe Grüße an die Bike-Community Ride Kiss, besonders an Max Kober. Er sitzt noch im Sattel am Timmel. Also ganz liebe Grüße an den Max. Er wird uns zwar nicht hören, aber vielleicht der ein oder andere Zuschauer an der Strecke. Wir feuern ihn an, Max Kober momentan unterwegs. Markus Herbst schreibt auch, nach dieser großartigen Übertragung werden sich die Anmeldungen für 2024 doch verdreifachen. Ich glaube, Martin, das darfst du kommentieren als Initiator. Ja, es sind ja jetzt schon 19.000, 20.000, die sich einschreiben, glaube ich, Michael, und das wird dann ja immer ausgelost. Ja, da kommt ein Brüderpaar, glaube ich, drei sind es gleich, die wir hier jetzt begrüßen können. Wir machen Platz, dann werden wir auch die Mikrofone hinlegen und dann kann sich die Carina jetzt dann gleich mitten in der Männerwelt, in der Rad-Männerwelt, hier unterhalten. Ja, es wird sicher ein unterhaltsames Gespräch werden, was wir jetzt dann gleich haben. Schauen wir wieder noch ganz kurz, bevor wir dann wechseln und vielleicht noch in eine kurze Werbepause gehen, hier diese tollen Athleten, die freuen sich noch, beim Rauffahren ist schon gut drauf, strampelt mir jetzt so Richtung Abfahrt entgegen. Ja, jeder weiß, es kommt unsere Kamera, ich wink da rein, daheim schauen alle zu und ja, das sind auch tolle Bilder. Also das ist die Lab-Station Deluxe beim Ötztaler Radmarathon, das, was das Ötztal bietet und an allen Pässen und an allen großen Verpflegungsstationen auf die Beine stellt, die nachhaltigen Plastikbächer, die jedes Jahr jetzt verwendet werden und ganz, ganz viel Enthusiasmus aller, die hier arbeiten und seit Stunden hier im Einsatz sind, um denen, die hier diese Runde bewältigen, ein optimales Umfeld zu bieten. Das ist, glaube ich, das Um und Auf, also ein Full-Service bei dieser Labe. Ich nehme mal an, das war jetzt in der schönen Arbe im Speck Michel und das ist die Mautstelle. Da sind wir, das ist man fast schon am Ziel der Träume. Wenn man da oben angelangt ist, dann geht es runter und dann nähert man sich dem Ziel hier in Sölden. Das ist also der Moment, wo man sagen kann, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann mir nichts mehr stoppen. Ja, und wir werden uns jetzt ganz kurz, wenn möglich, in eine kleine Werbepause verabschieden und dann sind wir zurück mit den ersten Träumern des Tages beim Ötztaler Radmarathon. Ja, und wir werden uns jetzt wiederholfen, wenn wir uns jetzt wiederholfen, Ja, und wir werden uns jetzt wiederholfen, wenn wir uns jetzt wiederholfen, Da sehen wir jetzt noch einmal Bilder von der Labe-Station, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch einmal stärken, und dann für die letzten Kilometer Richtung Sölden. Ich habe es schon angekündigt, die Träumer waren auch dieses Jahr mit dabei, vier insgesamt an der Zahl und die ersten sind jetzt bei uns im Studio, das ist zum einen das Brüderpaar mit Philipp und Matthias und der Kumpel der René war auch mit dabei. Herzlich willkommen euch dreien. Erzähl einmal du Philipp, wie war es heute? Ja, also ein Wechselparteiger Fühler, sagen wir es so. Also es war von Anfang bis zum Schluss eigentlich echt ein Glücksgefühl da und natürlich war es zwischen Rennen richtig hart, aber also wir sind am Anfang nur happy, dass wir unser Ziel mit der eigentlich zehn Stunden, was wir uns gesetzt haben, erreicht haben und das auch noch deutlich und ich sage, wir sind jetzt so, wie wir das eigentlich echt haben wollten, alle zusammen ins Ziel eingefahren und das war echt perfekt. Also viel besser hätte es nicht laufen können, sagen wir so. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr euch zehn Stunden als Ziel gesetzt habt, dann habt ihr das ganz locker geschafft mit den neun Stunden, 25. Matthias, hättest du dir das gedacht, dass es dann doch so locker aus dem Sattel geht? Ganz ehrlich, nein, ich habe mir echt nicht gedacht. Also wir sind eigentlich ziemlich zügig weggefahren alles, am Brenner habe ich mir gedacht, jetzt war die Hunde ja nicht normal. Entschuldige, was ich gesagt habe. Wir haben heute schon viel Schlimmeres gehört, als sie können sagen. Wir sind auch noch auf, aber dann zum Schluss beim Teammusik habe ich Gott sei Dank noch Reserven gehabt und da ist es nachher echt gut gegangen. Also na, sind wir echt zufrieden mit der Zeit. Wie war eigentlich die Geschichte, René, weil du, glaube ich, hast einen Startplatz bekommen für den Ötzi. Bei euch beiden hat es nicht geklappt und ihr habt euch dann über das Träumerprogramm angemeldet, aber du hast gewusst, du bist dabei und unterstützt die zwei. Ja genau, also wie gesagt, ich habe den Startplatz bekommen und ihnen war die letzte Möglichkeit eben, dass sie das über das Video machen. Das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Das war echt am letzten Abdrück, dass wir das Video aufgenommen haben. Bei uns in der Nähe ist da viel auf Fasching, ist vielleicht ein Begriff. Und ich habe zu meinem Bruder gesagt, schau, jetzt habe ich das Kostüm daheim, setzen wir uns aufs Radl, ramme ein Video. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Und wir hätten mir natürlich nie gedacht, dass wir da irgendwie eine Chance hätten, dass wir da einen Startplatz kriegen. Und also wie gesagt, das war echt eine spannende Reise bis zum heutigen Tag. Und es ist sicher ein Erlebnis, was uns, glaube ich, das restliche Leben verbinden wird und wo wir gerne darauf zurückdenken werden. Also die Geschichte mit Fasching, mit dem Kostüm klingt abenteuerlich. Ich hoffe, wir können das Bewerbungsvideo da noch irgendwo ausgraben. Übrigens kann man sich alle Träumer-Videos auch auf der Seite des Ötztaler Radmarathon anschauen und auch die Anmeldung für nächstes Jahr ist offen. Also wenn ihr euch bewerben wollt als Träumer, dann bitte einfach ein Video schicken. René, zurück zum Rennen. Du hast gerade gesagt, am Timmel war es dir mal nicht mehr so wurscht. Ja, ich bin eigentlich meinen Stiefel runtergefahren. Also am Brenner ist mir echt gut gegangen. Da hat der Mathe uns ein bisschen gesagt, Burschen runter vom Gas. Aber ich habe mir dann gedacht, wenn wir die Gruppen eventuell verlieren, dann wird es knapp mit den 10 Stunden. Und dann bin ich meinen Stiefel runtergefahren. Die zwei waren eine Stickerle hinter mir. Bei der Labestation haben wir uns dann wieder zusammengefunden. Und fünf Kilometer vorher habe ich mir gedacht, ach, ich leck mich. Ich kann nicht mehr. Der Mathe hat dann gesagt, komm jetzt drück, fünf Kilometer nach. Das ist scheißegal. Jetzt müssen wir es mal durch. Und dann ist es Gott sei Dank noch ausgegangen. Die letzten Reserven auch sind kalt. Perfekt. Und Matthias, vielleicht nochmal zurück zum Träumerprogramm. Es ist einfach dieser Mythos Ötztaler Radmacher. Und so viele wollen mitmachen. Natürlich gibt es nur begrenzt viele Startplätze. Wie schön ist das auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass sich die Leute bewerben und wirklich sagen, ich möchte meinen Traum verwirklichen. Ich finde das echt voller cool. Also wie wir gesagt haben, wir haben es eigentlich am letzten Drucker gemacht. Das war einfach, ja. Wir haben echt nicht damit gerechnet. Und also, es gibt nichts Besseres, dass uns das passiert ist eigentlich. Ich kann das jedem empfehlen, macht es das. Das ist echt eine richtig coole Geschichte. Und auch der Tag mit der Homestory, wo uns das Kamerateam besucht hat, das war echt ein lustiger Tag. Wir haben echt auch gerade gehabt. Und das ist einfach eine coole Erfahrung. Und wie gesagt, das ist etwas, was man das ganze Leben wahrscheinlich gern daran zurückdenken wird. Weil das ist echt eine coole Geschichte. Wenn ich mir euch drei so anschaue, dann könnte ich mir vorstellen, dass heute vielleicht noch ein bisschen gefeiert wird. Was ist denn geplant? Ich bin gefreut jetzt, glaube ich, auf das erste Bier. Lustigerweise jeder, der da war. Johnny Hoogerland, Andreas Goldberger. Jeder sagt das Gleiche. Vor allem natürlich bei den Temperaturen. Wie war es eigentlich für euch mit den Temperaturen? Also am Anfang war es schon ein bisschen zapfig in der Früh. Da hast du schon ein Westen gebraucht. Und ja, ich sage einmal, Brennerauf ist gegangen eigentlich. Der Jaufen ist auch gegangen, aber unten nachher im Timmelsjoch beim Anstieg auf. Also da hat es ziemlich reingebrannt. Da hast du die Hitze von die Wände und das alles zurückgekriegt. Da war richtig heiß. Ja, gut, da sind die Duschen unterwegs ab und zu. So einmal, dass die ein bisschen abkühlt ist. Also ja, aber Gott sei Dank schönes Wetter und kein Regen oder irgendwas. Das habe ich euch unterbrochen bei der Abendplanung, René. Was geht heute noch? Auf was dürfen sich die Fans einstellen bei euch dreien? Ja, Bier. Und ihr bleibt aber bis morgen und habt auch Zeit, das ein bisschen zu feiern. Ja, auf alle Fälle. Wir freuen uns jetzt einmal auf den Abend auf die Siegerehrung. Ich glaube, das wird sicher richtig lustig werden. Vor allem, wir freuen uns auch auf den letzten Teilnehmer, der auch dann einfahrt. Den werden wir noch einmal gebührend feiern, würde ich sagen. Also das gehört auch wirklich gemacht. Und dann hätte ich gesagt... Lass man den Abend schön ausklingen. Schön ausklingen. Ruhig und leise. Lasst ihr drei den Abend ausklingen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, wenn wir jetzt morgen doch noch fünf Stunden, fünf und halb Stunden heimfahren. Aber ein paar werden wir uns schon genehmigen, glaube ich. Eine Dame, die auch bei uns im Studio ist, die über beide Ohren grinst, ist Liss Buschern, weil ihr natürlich so wie sie aus Kärnten seid. Und sie hat euch persönlich ins Studio gebracht, weil sie sich so gefreut hat, dass sie euch in die Arme schließen darf im Zietbereich. Man muss auch dazu sagen, die Lissi ist eine gute Bekannte von meiner Frau. Und deshalb kennen sie mich eigentlich und jetzt den Matthias und den Philipp auch. Und wir haben uns bei der Tour de Kärnten schon ein bisschen darüber unterhalten, was man beim Ötzi dann macht. Es war ein großartiger Tag für euch. Neun Stunden 25. Herzliche Gratulation. Ihr habt es euch, glaube ich, verdient, dass jetzt das ein oder andere Bier getrunken wird. Und vielen Dank, den René krampft her am Stuhl. Also falls irgendjemand weiß, wo der Masseur umgeht, dann bitte bringt uns den vorbei oder tragt den René vom Stuhl hinaus. Da sehen wir es noch einmal. Jetzt bist du schön auf der Totalen. Nein, das passt. Aber das wird nicht besser. Also vielen Dank nochmal an euch, René, Matthias, Philipp. Schön, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr euch angemeldet habt beim Träumer-Programm. Und hoffentlich sehen wir uns alle nächstes Jahr wieder beim 43. Ötzi der Radmarathon. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ja, wir werden jetzt wieder ein bisschen auf die Live-Bilder auf der Strecke schauen. Denn da sehen wir es. Im Anstieg sind noch hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dabei und kämpfen sich nach oben auf die letzten Kilometer Richtung Timmelsjoch, dann Mautstelle Schönau und dann natürlich hinunter Richtung Ziellinie. Ja, Martin, also da sehen wir es, die Teilnehmer, wie sie sich da noch die letzten Kilometer hinaufquillen. Das ist schon gewaltig. Das ist schon gewaltig. Das ist schon nach zehn Stunden nicht mehr ganz so leicht. Aber das ist auch das Schöne. Da erleben wir es mit. Oft ist es dann bei einem Radmarathon, wo die Finisher, die vor allem am Schluss dann kommen oder später kommen, nicht mehr zu sehen sind. Und hier sieht man es einfach. Das ist auch das Konzept, das wir gerne so auch erleben, damit wir wirklich Masse zeigen können. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da mit dabei sind, die bei diesem Öztaler Radmarathon große Gewinnerinnen und Gewinner sind, die finischen allesamt Richtung Timmelsjoch unterwegs, haben noch viel Zeit, dass sie in der sogenannten Normzeit dann auch hier hereinkommen. Also die wissen schon, was sie machen und können noch quatschen und vor allem die Damen, die lachen. Also, die sind gut drauf. Alle lachen in die Kamera, deuten nach Hause. Ich meine, die fahren jetzt miteinander, das sieht man. Und dann haben wir die nächsten Finisher, die hier reinkommen, die ihren Traum erfüllt haben. Am Ziel deiner Träume steht am Zielbogen. Und da warten immer noch tausende Zuschauer hier in Sölden auf die Finisher. Und obwohl die ersten vor drei Stunden hier reingekommen sind, sind immer noch ganz, ganz viele da, die eben auf ihre Familienmitglieder, auf ihre Väter, auf ihre Kinder, was weiß ich, auch alles, auf die Mütter warten. Also da gibt es, glaube ich, alles, was hier noch reinkommt und auf die warten. Und wir warten natürlich auf einen, auf den Bernhard Fleckl unter anderem noch. Oder auf den letzten dann natürlich auch, bis zum Schluss drauf. Oder die, wir wissen es heute noch nicht. Die Jungs da und Damen, die jetzt kommen, zehn Stunden, ganz genau. Jetzt haben wir die Zehn-Stunden-Zeit mittlerweile erreicht. Also jetzt beginnt quasi eine neue Zeitrechnung. 16.30 Uhr ist es. Und damit geht es jetzt ab zehn Stunden weiter hier bei uns bei dieser Auflage des Ötztaler Radmarathons. Carina, du warst hier um 6.30 Uhr am Morgen voll im Einsatz. Und da sind sie alle hinausgefahren. Genau. Bis 6.15 Uhr haben sie sich gesammelt an der Startlinie. Und dann am Punkt 6.30 Uhr ging es eben los hier beim Start beim 42. Ötztaler Radmarathon. Und wir haben jetzt gerade die Mörtel-Brüder gesehen, den Philipp und den Matthias, die sich ja über das Träumer-Programm gemeldet haben per Videobotschaft. Und sie haben gerade erzählt, sie haben ja einen sehr, sehr lustigen Tag verbracht beim Videodreh mit unserem Kamerateam. Und das, meine Damen und Herren, wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Viel Spaß damit. Ich bin der Matthias, ich bin Lokführer bei der ÖPP. Dir taugt der Job voller. Du kommst viel umher drum. Das Schichtarbeiten ist natürlich auch ein Traum, weil du unter der Woche sehr viel Freizeit hast. Ich bin der Philipp, bin tätig bei der ÖPP, beim betrieblichen Wagendienst. Und ich bin dort verantwortlich, dass der Güterverkehr reibungslos runterläuft. Die Arbeit gefällt mir, weil ich da immer wieder gefordert bin. Und ich liebe Herausforderungen. Ich störe mich dann gerne. Servus. 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 Hast du denn 47 auf Sicht? Ja, meiner. Ah, der wird schon fertig. Nein, der kommt ja in den nächsten 10 Minuten. Passt. Du, hast du gemacht frei, gell? Ich muss frei, gell? Ich muss frei, gell? Wir sind das erste Mal beim Ötztaler Radmarathon dabei. Und wir sind schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Einmal ans Limit gehen. Auf alle Fälle, gell? Ja, das wird es auf alle Fälle sein. Körperlich wie mental, glaube ich. Das ist der René. Das ist der Dritte im Bunde. Wir starten gemeinsam beim Ötztaler Radmarathon. Aber trainieren tun wir meistens in größere Gruppen. Also, los geht's. Wenn man will, das echt in der Clique so gut wie möglich zusammen probieren zu machen. Und wenn natürlich einer nicht mehr kann und sagt, es geht nicht mehr vor zweiter, dann werden wir natürlich sagen, nein, reiß dich zusammen. Wir fahren das zusammen, haben das gestartet und bringen das auch zusammen zu Ende. Hau dir eine hinten im Windschotten. Aufgeben gibt's nicht. Und dann ziehen wir dich schon mit. Ich glaube, bei uns geht es beim Ötztaler Radmarathon jetzt nicht nur um die Leistung, sondern der Spaß sollte schon irgendwie im Vordergrund stehen. Und das werden wir, glaube ich, auch schauen, dass wir das alle so gut wie möglich im Hinterkopf behalten. Wenn da kein Spaß dabei wäre, bringt's, glaube ich, auch gar nichts. Dann macht man das auch nicht. Und dann finischt man das Ganze wahrscheinlich auch nicht. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, der Ötztaler ist bei uns in der Radclique eigentlich schon immer ein Thema gewesen. Also, es war immer so ein Ding, was man gesagt hat, irgendwann machen wir das einmal. Der Grund, warum wir da mitmachen, das ist irgendwie die eigenen Grenzen ausloten. Ja, echt ans Limit gehen. Also, es ist sicher so, dass man sich in gewissen Situationen richtig gewöhnen muss, dass es richtig hart wird, glaube ich. Und man muss halt mit der Situation noch irgendwie umgehen lernen. Und ich glaube, das ist irgendwo auch der Reiz dahinter, dass ich sage, ich will das. Ich will das probieren. Ich will da an meine Grenzen gehen. Und ich will das einfach ausloten. Und einfach, bis es nicht mehr geht, vielleicht auch durchziehen und durchbeißen. Sagen wir, dass wir die 10 Stunden anfallen. Ich glaube, das ist gescheiter, wenn wir das jetzt noch nicht so öffentlich sagen, weil dann wird der Ruckler her und das macht es nicht gerade einfach. Also, eine großartige Story von unseren Träumern, von Philipp und Matthias Mörtl. Also, da gehen wirklich Träume in Erfüllung. Sie haben den Startplatz nicht bekommen und dann über das Träumer-Programm haben Sie sich angemeldet. Ich bin gespannt, ob wir auch dieses Faschings-Video da auch irgendwo ausgraben können. Und das werden wir dann sehen. Ja, das ist sie hier. Das sind Helden, die hinaufradeln, die ans Ziel möchten, die wir noch vor es dunkel wird begrüßen werden. Überhaupt alle, weil um 20 Uhr, da wird es noch hell sein und auch da wird wieder... Und die zum Beispiel sind gleich mal am Glück angekommen, haben sich ihren Traum erfüllt, sind jetzt hier in der letzten Abfahrt, ehe es über die Dortmund abgebogen. Da draußen, also vor unserem Studio, da sind hunderte, die Anfall und die Stimmung machen. Wir werden es jetzt gleich sehen. Gänsehaut. Genau, also wenn man dann ins Ortszentrum reinkommt, dann ist einfach alles voll mit Fans. Großartige Stimmung. Aber auch die Stimmung vor den Bildschirmen ist eine ganz tolle. Und da haben wir wieder eine Frage bekommen. Vielleicht kannst du das beantworten, Michael. Der Dominik will nämlich wissen, kann man mit einem Team unter dem Jahr trainieren auf dem Ötztader? Mit einem Team. Was es auf alle Fälle gibt, sind Vorbereitungswochen. Verschiedene Hotels bieten Vorbereitungswochen an. Ötztaler Radsportcamp ist zu erwähnen. Die versuchen hier unter professioneller Anleitung, unter Guiding, die Pässe des Ötztaler Radmarathons abzufahren. Man fährt dann zum Beispiel auch einmal den Ötztaler Radmarathon in zwei Tagen ab, nächtigt in Sterzing, um dann die nächsten zwei Pässe am nächsten Tag zu fahren. Das ist ein unglaubliches Erlebnis, das habe ich in meiner Studentenzeit fünf Jahre lang machen dürfen. Die Teilnehmer des Ötztaler Radmarathons auf den Marathon vorzubereiten. War toll, immer in Sölden zu sein im Sommer. Und ich sehe jetzt noch von den Eindrücken natürlich von der Strecke. Und wir kennen die Pässe hin und auswendig. Ich komme immer wieder gern nach Sölden, nach ins Ötztal zurück. Der Septembertermin bietet sich im nächsten Jahr ja perfekt dazu an, dass man im Juni oder Juli oder dann im August eine solche Vorbereitungswoche absolviert und sich entsprechend auch auf die Höhe akklimatisiert und vorbereitet. Schenken wir uns noch ein Gläschen Wein ein, würde ich sagen, Carina. Ich habe leider gerade keinen Wein zur Hand. Wer wäre denn da, der vielleicht eine Flasche Wein im Gepäck hat? Das ist die große Frage. Vielleicht der Tommy Rohrecker. Der hat uns eine Flasche vom feinsten Wein versprochen, wenn er ins Ziel kommt. Da bin ich gespannt. Der ist nämlich gerade ins Studio gekommen. Also Tommy Rohrecker gleich hier bei uns live auf Sendung gemeinsam mit Aldo Son, mit dem Starwinzer Tiroler Urgestein. Das heißt, da können wir uns auf seine Erzählungen freuen. Super Leistung auf die Straße gelegt, Martin. Du warst live dabei. Der Aldo Son hat den Thomas Rohrecker heute so gezogen, wie in Tommys besten Österreich-Rumfahrtzeiten. Muss ich echt sagen, heute ist er richtig rumgefahren. Ja, kommen in Kürze, wir machen dann Platz, schauen da ganz kurz wegen der Zeit nehmen und dann ist es so weit. Also die beiden haben ja, oder haben wir öfters heute erleben dürfen, ja, Carina. Da sehen wir jetzt einmal wunderschöne Bilder von der Zieleinfahrt und jetzt möchten wir Ihnen natürlich die Highlights der letzten Stunde beim Österreicher Radmarathon nicht vorenthalten. Viel Vergnügen. Vielen Dank. 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 Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie sich Richtung Timmelsjoch hinaufkämpfen und das Ganze nach über 10 Stunden Fahrzeit. Was passiert denn da, Michael, im Körper auch? Weil spätestens jetzt merkt man wahrscheinlich schon, es ist relativ heiß. Manche trinken dann vielleicht auch zu wenig auf der Strecke. Da werden wahrscheinlich schon die ersten Krämpfe einfahren, so wie ich jetzt auch bei René bei uns im Studio. Ja, grundsätzlich kommt dann irgendwann einmal so ein Level, wo der Körper dann eigentlich nur mehr das fährt, was er fahren kann, auf Sparflamme. Und dann hat man diese Grundleistung, die man auch abrufen kann, wenn man immer genug Energie zuführen kann. Und das ist halt am Timmelsjoch sehr frustrierend, weil da geht es bergauf und da sollte man eigentlich mehr Watt fahren können und dann geht irgendwann einmal gar nichts mehr, dann reichen die Zähne nicht mehr aus, die, was man hinten drauf hat. Dann hätten wir vielleicht gern, weiß ich nicht, ein 35er, 36er-Grenzchen hinten drauf. Ich spiele es halt nicht, wenn man es nicht mit hat und dann wird es eine Quälerei, weil einfach die Trittfrequenz auch nicht mehr passt. Das ist das, was man, da malt man vielleicht den Teufel an die Wand, aber so geht es sicherlich heute einigen, die sich hier in die Startlinie gestellt haben und jetzt da drinnen hängen in diesem Berg. Nichtsdestotrotz, man muss eben schauen, dass man dann trotzdem weiter isst und nicht, weil man halt nichts mehr runterbringt, auch keine Energie mehr zuführt. Es gilt halt grundsätzlich nach sechs, sieben, acht, neun Stunden, was oben reingeht, geht auch unten wieder raus und zwar bei den Beinen raus. Und was oben nicht reingeht, geht unten auch leistungsmäßig nicht mehr raus. Darum muss man sich gut ernähren, gut trinken, sich gut hydrieren, damit man einigermaßen unbeschadet nach Sölden hier reinkommt. Und vor allem heute gilt, Salz dazunehmen, Elektrodyte dazunehmen, denn sonst wird es irgendwann einmal krampfig, die ganze Sache. Aber nach den Quallen auf 227 Kilometern und 5500 Höhenmetern kann man sich eben auf ganz, ganz viele glückliche Gesichter hinter der Ziellinie freuen. Und glückliche Gesichter, die werden auch unsere nächsten beiden Gäste haben, Domi Rohrecker und Aldo Sohm in wenigen Momenten hier bei uns auf der Couch. Wir bekommen natürlich auch viele Kommentare im Livestream. Herbert Zetzl schreibt, unser Radfreund ist mit dabei, Michael Helbig. Halte durch, Michi, heute ist die Leistung nicht zu beschreiben. Halte durch, grüße deine Mallorca-Truppe. Also der Michael irgendwo noch auf der Strecke unterwegs, werden wir dann später natürlich auch im Live-Tracking schauen. Vielleicht sehen wir ihn, wenn er über die Ziellinie fährt. Übrigens dieses Jahr neu ist auch für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden automatisiert Videos erstellt an bestimmten Punkten. Zum Beispiel auch bei der Ziellinie, wo man dann ein Video, ein zusammengestelltes Video von sich bekommt, nach dem Rennen zugeschickt bekommt. Das heißt, immer lächeln, wenn es über die Ziellinie geht. Und da sehen wir im Zielbereich ist einiges los. Viele Finisher und Finisherinnen. Und jeder, der es schafft, den Ötztaler hinter sich zu bringen, bekommt ja das Finisher-Tikro. Ja, das bekommt ja nicht mehr einen Ehrenplatz daraus, sondern mit dem kann man dann hausieren. Bei der Club-Ausfahrt, bei der Vereins-Ausfahrt, da steht die Jahreszahl drauf und das kann man dann in drei, vier, fünf Jahren auch noch anziehen. Weil da steht dann drauf, ich bin ins Ziel gekommen. Das ist nicht ein Shirt, das ich kaufen kann, sondern das kriegt man dann. Das ist eine großartige Sache. Und vor allem, es ist auch designmäßig sehr ansprechend. Also es schaut einfach auch gut aus. Ein weiterer Kommentar von der Lisa Marie. Liebes Team vom Ötztaler Radmarathon. Besteht die Möglichkeit, einen Blick auf meinen Papa Werner Buschein, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, Entschuldigung zu werfen. Nach schwerer Knie-OP im Januar kämpft er heute erneut um den Traum Ötztaler. Liebe Lisa Marie, wir werden da gleich nachschauen. Momentan ist unser Live-Tracking leider, ja, funktioniert leider momentan nicht, sollte aber in wenigen Minuten wieder da sein. Und dann werden wir schauen, wo der Papa, der Werner, unterwegs ist. Ja, stolzer Klopfer auf die Brust und da fällt, glaube ich, gerade alles ab, was irgendwie hier drinnen war. Und da gehen die Emotionen hoch. Und ganz, ganz viele überqueren jetzt die Ziellinie. Also um Nachsicht bitte, dass wir nicht mehr alle erwähnen können, denn da geht jetzt Schlag auf Schlag der Wärmer-Ergebnisdienst. Wir können verweisen auf die Seite von Datasport. Da gibt es die Live-Ergebnisse, datasport.de, den Ötztaler Radmarathon, anklicken. Und man kann dort sich durch Kategorien switchen, man kann Overall-Ergebnisse aufrufen, man hat die gesamten Zeiten hier mit dabei. Und kann natürlich auch alle Zwischenzeiten abrufen. Und so das ganze Rennen auch rekapitulieren, wie ist es gelaufen. Wo hat man Zeit liegen lassen als Athlet? Wo war man schnell? Wie schnell war meine Auffahrtszeit am Timmelsjoch? Oder wie schnell bin ich den Brenner hochgeradelt in der Gruppe? Da sind wir wieder wunderschöne Bilder vom Timmelsjoch. Und ja, steht der ganzen Geschichte, ja, Analyse dann eigentlich auch für die Athleten nichts im Wege haben. Vielen Dank an Michael Nussbaumer für den Moment. Wir freuen uns jetzt auf unsere nächsten Gäste hier im Studio. Domi Rohrecker und Aldo Sohn. Beide haben bereits ein Getränk in der Hand. Das freut mich natürlich. Ich darf euch einladen, euch hinzusetzen. Hi Domi. Hi. Setz euch her. Hallo Aldo. Die haben mir gerade das Bier abgenommen. Ich weiß gar nicht, warum. Das habe ich mich so gefreut. Wahrscheinlich der Stefan Steinacher, weil auch der ist nach seiner verdienten Mittagspause wieder zurück im Studio und hat sich das wahrscheinlich gleich geschnappt. Erst einmal herzliche Gratulation. Aldo, vielleicht erzähl du, wie war es heute mit dem Domi? Ja, das ist ganz genial. Also an so einem Tag, mit so einem Wetter. Tirol einfach die schönste Seite. Da habe ich mich wirklich ein paar Mal gefragt, was mache ich denn in Amerika? Es ist unfassbar. Also ist sowas für schön. Es war so zwischenzeitlich ein bisschen heiß, speziell auf der Südtiroler Seite. Das ist nicht unbedingt mein Ding. Aber Gott sei Dank sind die Tunnel gekommen. Und dann haben wir zurückbeißen müssen. Und dann ja, die letzten zwei Kurven oben vor dem Timosjoch. Da habe ich nur meinen Kopf runtergetan. Aber rückblickend zu dem Rennverlauf. Also du warst ja immer gut drauf. Wir haben das Interview gesehen mit Christoph Suman. Du hast eigentlich ausgeschaut, als geht es da blendend. Absolut. Gute Miene behalten. Nein, es hat schon wehtan ein paar Mal, also wie gesagt. Aber das glaube ich gehört zum Ötztaler dazu. Ja, es ist eine riesen Vorbereitung gewesen. Für mich waren ja, ich trainiere in New York, das ist ja flach. Und auch dazu, man kann auch den Ötztaler fahren im Flachen, wenn man trainiert. Oder es ist einmal ein Hügel gewesen, aber das war es. Und ja, es ist eine irre Atmosphäre. Natürlich, ich habe auch ein tolles Freundschaftsteam, die da wirklich tatfrächtig unterstützt haben. Und im Prinzip, ich habe so ein Glück in meinem Leben, ob das in Amerika ist oder auch da. Ich habe überall großartige Freunde und das ist einfach eine tolle Sache. Und einer da vorne sitzt neben dir, Domi. Wie war es denn für dich gemeinsam mit dem Aldo? Für dich war es ja wahrscheinlich eher heute eine Trainingsfahrt, nehme ich an. Naja, mit... Zum allerbesten. Nein, mit 1500 Kilometern in die Haxen, was mir gerade ein Trainingsfahrt hat. Also es ist schon mal besser gegangen, muss ich sagen. Nein, aber echt, er hat das super, super, super stark gemacht. Ich bin echt stolz auf ihn. Er hat sich ja gewissenhaft vorbereitet, über 5000 Kilometer. Und wenn man weiß, was er für einen Job hat, weil wie so viele beim Ötztaler, ja. Also diese ganzen Sacrifices, die Frau vom Aldo ist auch da, hat auch zurückstecken müssen. Es ist in jeder Familie, spielt sich die gleichen Sachen ab. Also von dem her ist das schon, ja, einfach eine tolle Sache, dass du das heute geschafft hast. Und dass wir den Tag zusammen so verbringen haben können. Und jetzt werden wir dann, glaube ich, schon noch nach dem Bier, werden wir dann wahrscheinlich noch den einen oder anderen Wein heute aufmachen. Oder irgendwas hast du ja vorbereitet, glaube ich, oder? Ich bin schon mal ihr Sponsor, ich habe alles mit. Ich wollte gerade fragen, du kommst rein. Martin sagt schon, wo ist denn eigentlich das Glas Wein? Aber ihr habt es alles vorbereitet und das wird dann natürlich ausgiebig gefeiert heute noch. Ja, ich hoffe schon. Also wenn man jetzt da nicht feiern muss, was kann man dann feiern? Ja, also alle, die da waren, inklusive Andreas Goldberger, jeder sagt, ich freue mich heute, dass wir richtig Gas geben. Wir werden das auf jeden Fall feiern. Super Wetter, toller Rennverlauf. Ich glaube, wunderschöne Bilder auch, die wir nach draußen tragen. Aldo, schauen wir nochmal zurück auf die letzten Wochen und Monate. Der Domi hat es gerade gesagt, 5000 Kilometer hast du in den Beinen. Wie ist sich das ausgegangen? Natürlich mit deinem Job. Du bist irrsinnig beschäftigt. Wie hast du das alles unter einen Hut bekommen? Und wie kann man sich so einen normalen Trainingstag auch vorstellen? Ja, ich war ja so mal eh schon wettbewerbsmäßig unterwegs. Und ich liebe dieses Mindset, wo du wirklich daran arbeiten kannst. Und mal wirklich den Kopf, alles auf eine Karte setzen und dann mal drunter. Das war natürlich mit dem Job schon schwierig, weil ich mit drei Betrieben unterwegs bin. Und das leiten musste, das ist zeitlich natürlich immer ein Dilemma. Aber ich habe natürlich jede freie Minute, die ich gehabt habe, aber auch zur Arbeit fahren, auch da meine Trainingssegmente hineingetan. Und natürlich mit der Hilfe von Helmut Dollinger, mein Trainer, der hat mir die Trainingsprogramme geschrieben. Und wir haben versucht, irgendwie das zu machen. Das waren auch Nachtfahrten im Central Park. Da hat er nur meinen Kopf geschüttelt. Unglaublich. Das Trainingsprogramm hat mir erst mal geschrieben und ich habe gesagt, da fahren wir durch. Ja, und das hat sich im Endeffekt ausgezahlt. Du bist ja jetzt richtig auf den Geschmack gekommen, Radmarathon Ötzi. Nächstes Jahr wieder dabei? Ah, ja. Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen aufwenden. Das ist eine gute Frage. Das Endorphin ist natürlich noch total hoch, aber auf das passe ich jetzt genau auf. So bin ich nämlich letztes Jahr hineingekrutschen, das Ding. Du musst aufpassen, was du bei uns im Studio sagst, denn es läuft natürlich auch das Band mit. Das heißt, wir haben das dann in Farbe, im Bewegtbild, wenn du sagst, du fährst nächstes Jahr mit. Aber jetzt könntest du wirklich ein Commitment machen und sagen, es war so schön, du bist nächstes Jahr wieder dabei. Oder? Also ich komme jetzt hier nach Österreich. Ist das übrigens, sind das Live-Bilder? Das sind die Live-Bilder. Ich bin heilfroh, dass ich da nicht mehr bin. Das sind die Live-Bilder Richtung Timmelsjoch. Also da quälen sie sich noch rauf. Ja, das werden schon bald dann, na wobei die letzten werden so nicht sein, bis 20 Uhr kann man das Timmelsjoch passieren und dann wird dort alles geschlossen und dann begleiten wir den oder die Letzte natürlich ins Ziel. Und ich gehe davon aus, ihr seid auch mit dabei, das macht ja den Ötztaler Radmarathon, Domi, mit aus, dass jeder gefeiert wird. Jeder von diesen über 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, egal ob das der Aldo ist, der relativ schnell unterwegs war oder der Letzte, der dann 13, 14 Stunden im Sattel sitzt. Ja, unbedingt. Die Stimmung, die ist so wichtig und was heute an der Strecke los war, das war sensationell. Es waren so viele Menschen, die uns da angefeiert haben. Am Berg war es dann relativ ruhig, da haben wir sogar die Vögel dann zwitschern gehört. Also da war wenig Gesprächsbedarf, aber das ist ja das Schöne, wenn man dann wirklich, wie du richtig gesagt hast, im Ziel nachher alle feiern kann und dass sie dann alle gut fühlen. Das macht einen Ötztaler irgendwie aus, weil, wie ich schon gesagt habe, es stecken da so viele Entbehrungen und Trainingsstunden und was weiß ich was. Ich verzichte auf Urlaub mit der Familie und so Sachen dahinter und deswegen ist das einfach eine schöne Sache. Wenn man nur ins Ziel schaut, wenn sich die Leute da weinend in die Arme fallen, das ist schon was Besonderes. Und Sport ist da halt einfach genial und deswegen liebe ich den Sport halt einfach so oder lieben wir ihn alle so, weil diese Emotionen halt einzigartig sind. Ja, das ist irre. Wir haben ja letztes Jahr beim Ötztaler Radmauer dann auch einen Heiratsantrag gesehen, zum Beispiel hinter der Ziellinie. Also da überkommen einen wirklich die Emotionen, was wunderschön ist. Du hast gerade gesagt, ihr habt die Vögel zwitschern gehört. Heute hat schon jemand erzählt, der Geruch von diesem frischen Heu, weil die Bauern oben beim Heun waren, der hat sich nochmal angespannt. Aldo, was war denn für dich heute das, was dir am besten gefallen hat beim Ötzi? Das kann ich so gar nicht sagen, weil ich glaube, man nagelt einem immer an, was ist das Beste. Ich glaube, der ganze Tag war das Beste, weil speziell der Start, wie man da hinausfährt und da ist einfach Adrenalin pur. Du musst aufpassen, dass ich nicht zusammenfahre, weil ich bin ja viel langsamer, als wie die Ersten gewesen sind. Aber es ist einfach dann, du brauchst ins Kühe, es ist also ein Erlebnis ums andere. Und jetzt bin ich traurig, dass es eigentlich vorbei ist, obwohl es wehgetan hat, aber jetzt macht einem gar keinen Sinn. Aber du brauchst gar nicht traurig sein, weil nächstes Jahr gibt es wieder einen Ötzi an der Radmauer von Aldo. Das ist ja so gut. Mit allen Mitteln probieren wir es jetzt und auch Stefan Steinacher ist wieder zurück bei uns im Studio. Stefan, welcome back. Was sagst du, Aldo, Domi waren unglaublich unterwegs. Du, ich weiß diese Geschichte vom Aldo eben, weil ich doch mit dem Domi befreundet bin und öfters auch telefoniere und der Domi wiederum ein großer Freund und Fan vom Aldo ist. Und die Geschichte ist sensationell, vor allem die Karriere, was der Aldo eingeschlagen hat. Ich kenne ihn noch von früher, von der Tourismusschule in St. Tehan, wo ich schon aufgeschaut habe auf seine Unterrichtsform als Sommelier und als Lehrer damals. Und jetzt macht er die Karriere schlechthin da in New York und nebenbei super sympathisch, super sportlich. Der Domi hat mir viel erzählt und Aldo, Hut ab vor all dem, was du in den letzten Jahren aufgebaut hast. Es muss immer im Leben alles Spaß machen. Domi, wie war es für dich heute? Du hast, glaube ich, echt geliebt oder so, weil das wissen ja auch wenige. Der Domi Rohrecker hat in den letzten Wochen und Monaten für ein neues Team bei der Tour de France oder für einen neuen Sponsor, nämlich für Lidl Dreck, alles mitunter in die Wege geleitet. Der ist tagtäglich von Tirol nach Stuttgart gefahren und die haben gerade eine Etappe gewonnen bei der Tour de France, oder? Ja, also es hat sich ausgezahlt. Mads Pedersen hat gestern die Etappe gewonnen, das war echt schön. Also da haben wir die ersten Erfolge jetzt verbuchen können, aber um auf die Frage zurückzukommen, war genial. Und durch das, dass wir hier reden über Ötztaler und so Commitments, ich weiß, du fährst ja auch ganz gern Radl, gell, Stefan? Das war irgendwann, weil jedes Jahr sagt man, das Radl fahren, das war schon lässig irgendwie. Also so in ein paar Jahren mal, glaube ich, das könnte echt noch was sein. Weißt du, was das Problem ist? Ich will jetzt nicht reinreiten, aber... Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das Problem ist, der Stefan ist bei so vielen Sportevents, ob es beim Skifahren, beim Biathlon, beim Laufen, beim Triathlon ist, und jedes Mal sagt er, das wäre schon schön beim Triathlon, einmal an Triathlon machen, einmal bei der Etappe fahren, einmal bei der Formel 1 im Cockpit sitzen, als der Stefan. Die große Pläne für die nächsten Jahre, oder? Der Ötztaler wird wahrscheinlich nicht auf meiner Tutulist. Wir brauchen die da im Studio. Also mir ist es einmal ergangen, das muss ich noch erzählen, der Domi hat mir einmal... Das war mein Handicap, das weißt du, gell? So leicht geht das nicht. Nein, aber der Domi hat mir einmal sein Rad geliehen, wo er damals Ödor Sieger geworden ist, mit seiner Übersetzung. Und da bin ich damals über einen Gerlospass drüber, mehr oder weniger fast schiebend, nicht fahrend, das war mir damals genug. Nein, Hut ab von der Leistung, sensationell, cool, und ich glaube, eine Story, die du so schnell auch nicht mehr vergessen wirst, den Ötztal, oder? Auf jeden Fall nett. Vielen Dank, Aldo, danke dir, Domi, schön, dass ihr da wart. Genießt den Abend, feiert schön, lasst es euch schmecken, und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Die Lasse nicht locker. Ja, wir werden jetzt noch auf ein paar schöne Live-Bilder von der Strecke schauen, und in Kürze freuen wir uns dann auf Anna-Lena Rimmel. Ah, Megastory. Unglaublich, also sie hat ja trainiert, eben mit Heli Dollinger vom Team Bora-Hansgrohe, und sie ist schon hier, sie ist schon bei uns im Studio, und in Kürze dann live bei uns beim Interview, und bin gespannt, was sie erzählt, wie sie heute ergangen ist. Übrigens, derweil kann ich ein bisschen eingehen auf die Messages, die via YouTube hereingekommen sind. Da schreibt Carina, die Alena Merz, viel Kraft an den ältesten Teilnehmer, nämlich an Helmut Greis, der ist 80 Jahre, und der müsste sich momentan auf dem Weg zum Dimmelsjoch befinden. Wäre schön, wenn wir ihn sehen könnten. Ja, vielleicht bekommen wir ihn ja noch auf, und in die Kameras, in die Bilder. Alena Merz schreibt das. Und in Kürze kommt sie also zu uns, diese Dame, mit der wir in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder geplaudert haben, und die auch letztes Jahr zu Gast bei uns hier im Studio war. Ganz ein großes Plakat hängt draußen bei der Gemeinde. Also sie ist eigentlich gefühlt irgendwie der Star in Sölden, Carina. Ja, so ist es, und wir haben uns gestern auch in der Sendung um 18.30 Uhr ein Video von ihr angeschaut. Gemeinsam mit Fabian Raul, da war sie ja in Spanien beim Trainingscamp, und es war unglaublich spannend zu sehen, wie hart da auch trainiert wird. Und ja, jetzt ist sie bei uns, Anna-Lena Rimmel. Herzliche Gratulation, schön, dass du schon bei uns im Studio bist. Wir haben leider kein Live-Tracking mehr am Computer. Erzähl uns, was war deine Zeit, und wie ist es dir heute gegangen? Ja, mir ist eigentlich völlig gut gegangen. Ziel erreicht, würde ich sagen, 9 Stunden 52. Wow, gratuliere. Also ich glaube, es hat gepasst, es war mega zack, 40 Grad in so einem Klärernhaut. Also ich habe wirklich vom Brenner weg durchbeißen müssen, bis auf hier auf den Timmel. Also es war halt wirklich ein Kampf vom Brenner weg bis eben ans Timmelsjoch. Ich glaube, ich habe mein Pulver ein bisschen zu früh verschossen, Richtung Brenner. Und ja, es war ein toller Fahrt und ja, ich bin sehr zufrieden. Wie war es denn generell mit der Hitze? Du hast gerade gesagt, fast 40 Grad in St. Leonhardt. Ich glaube, dass auch die Bewohnerinnen und Bewohner mit den Gartenschläuchen unterwegs waren und euch ein bisschen abgespritzt haben, vor allem beim Berg auffahren. Wie hast du dich ansonsten versucht zu hydrieren und auch viel zu trinken? Ja, also es waren schon viele Gartenschläuche aktiv, aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe gefühlt sieben Duschen unterwegs genommen, weil mir so heiß war. Ich habe nur noch nach Wasser und Wasserflaschen gefragt, weil ich mir das einfach über den Kopf gelernt habe, weil ich so heiß war während der Fahrt. Eingetroffen ist jetzt auch dein strenger, aber hervorragender Trainer. Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob dieses Mikrofon von dir momentan auch funktioniert. Machen wir so einen fliegenden Wechsel, dass ihr zwei direkt nebeneinander sitzt. Heli Dollinger, the one and only. Endlich sehe ich dich mal wieder live. Jetzt haben wir so oft telefoniert. Ihr habt dich so oft irgendwo im Fernsehen gesehen. Und jetzt sitzt er hier. Erste wichtigste Frage, nebst, wie geht es dir? Das machen wir dann, wie du zufrieden bist. Eins, zwei, drei. Geht? Geht. Ich glaube, die Hand ist. Total, dass sie gesund da ist. Das ist natürlich das Wichtigste. Und ja, ich glaube, Glitten hat sie ganz schön. Aber das war jetzt nicht, weil sie vielleicht nicht, also weil sie um die Spur nicht ganz so fit war, sondern einfach die Bedingungen oder halt einen gewissen Anstieg ein bisschen übertrieben. Und dann leidest du natürlich. Das ist trotzdem Schabot. Unter zehn Stunden ist schon gewaltig. Auf Zeit, Profi-Rennfahrerin, Rennfahrer zu sein und zu werden. Wie Spaß hat euch diese Aktion gemacht? Wie hart war es für dich? Wie war es für dich vor allem mal unter Anführungszeichen mit einem, ja, ich darf das schon sagen, oder mit einer Amateurin zusammenzuarbeiten? War das eine Frage an uns beide? Würdest du sagen, ja. Ja, ich glaube, der Start ist, oder? Ja, mir hat es total Spaß gemacht. Ich bin ja jetzt bei Bora Hans Gruhe Coach. Und das war ja eigentlich meine Anfangszeiten, dass ich Hobbysportler trainiert habe. Wie in Thomas Reuecker zum Beispiel. Nö, Tors Higa, Hobbysportler. Oder Alban Lakata. Nein, da habe ich querbeet eigentlich alles trainiert. Und es hat mir jetzt eigentlich wieder total Spaß gemacht, weil ich natürlich deutlich weniger Hobbysportler trainiert habe durch die Tätigkeit jetzt im Team. Aber es war viel lässig und speziell auch die Woche, was wir gemeinsam verbracht haben in Spanien, war super. Anna, Lena, bei dir? Ja, war wirklich ein spannendes Projekt, würde ich sagen. Für mich war es natürlich sehr, sehr stressig, weil der Heli hat mir ja sehr intensive und, ja, intensive Trainingspläne zusammengestellt. Also es waren wirklich wenige Tage, wo kein Training stattgefunden hat, beziehungsweise wo ich wirklich trainingsfrei gehabt habe. Ich habe natürlich nicht alles strikt eingehalten, weil... Ist mir aufgefallen. Es war dann mal nicht schaffbar für mich, mit dem Beruf zu verbinden, aber es hat super gut gepasst. Ich habe das Ziel erreicht. Danke Heli für den super Trainingsplan. Hat gut geklappt, die Zusammenarbeit. Und, ja, ich glaube, wir können beide zufrieden sein. Ja, absolut. Und mir ist halt aufgefallen, dass er die damals ein Zwei-Stünder, ein Acht-Stünder gemacht hat. Also es war jetzt nicht, ich habe Acht-Stunden-Plan und sie hat zwei gemacht, sondern es war auch hin und wieder umdreht. Was ja auch die Hobbysportler ja hin und wieder machen, dass sie einfach sagen, wow, der Ötztaler ist irgendwas rund um die neun bis zehn Stunden. Und jetzt muss ich natürlich auch so lange trainieren. Hin und wieder. Schaut euch diese gigantischen Bilder an. Übertragung heute, Bilder vom Allerfeinsten. Ihr habt hier logischerweise wenig mitbekommen. Du gar nichts, Annalena, aufgrund eben auch deiner Tätigkeit. Du warst selber im Rennen drin. Ja, Annalena, das wollte ich jetzt eh fragen, weil jetzt hast du so hart trainiert, eben mit den Trainingsplänen von Helmut Dollinger. Wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt bist du so fit, jetzt bist du deutlich unter zehn Stunden beim Ötze gefahren. Bleibst du dran? Bereitest du dich vielleicht schon auf nächstes Jahr fahren? Ich lasse mir das noch offen. Jetzt bin ich mal wirklich froh, dass ich einmal Juli, August mich wieder auf andere Sportarten konzentrieren kann, die nämlich viele Hobbys. Und ja, also Radfahren natürlich, weil ich hin und wieder Radfahren gehe. Aber ich werde mich jetzt wieder auf andere Sachen konzentrieren, weil ich, denke ich, die letzten zwei Jahre mich als Radfahren fokussiert habe. Hin und wieder. Das war letztes Jahr anders. Letztes Jahr hat es das noch anders gesagt beim Interview. Das heißt, momentan, dass das jetzt vorbei ist, ist jetzt nicht unbedingt der Wehmut da. Oder ist jetzt eher das Gefühl da, super, ich habe es durchgezogen, ich habe es geschafft und jetzt kann das unter Anführungszeichen normale Leben wieder losgehen. Ja, genau. Ich sage, boah, heute hat es mich echt brutal geschlaucht während der Runde. Also jetzt, wo ich ins Ziel gekommen bin, haben wir echt gedacht, ja, jetzt reicht es wieder einmal für längere Zeit. Das war zu viel Qual heute. Helmut, du hast ja einige Athleten heute am Start, denen du die Trainingspläne gemacht hast. Aldo Som haben wir gerade gehört, die Annalena und auch Fabian Rauleder, der ist, glaube ich, noch unterwegs. Hast du verfolgt, wo er gerade ist? Ja, ich glaube, so in der nächsten Stunde sollte er auftauchen. Ich glaube, das ist ziemlich die ähnliche Geschichte wie bei der Annalena, dass es einfach wirklich eine beinharte Prüfung ist, weil Plan hin oder her oder wer den auch macht, das ist einfach, im Wald ist man ja nicht vorbereitet auf das, was da auf sich zukommt, weder von der Hitze noch von der Distanz. Und ich glaube, beim Fabian war auch ein bisschen das Problem, dass er relativ viele Infekte gehabt hat in den letzten Wochen und Monaten. Und ich habe gesagt, es wird schon nicht so leicht für ihn, aber Hauptsache durchkommen. Und ja, zwischen zehn, elf, elf und halb Stunden, glaube ich, war auch sein gestecktes Ziel. Ja, genau. Durchkommen, hat er gestern gesagt, noch hier bei dir im Interview. Der war doch einige Male sehr, sehr geschlaucht. Du, was sagst denn du, Hele, allgemein zum Ötztal? Jetzt bist du Woche für Woche bei riesengroßen Radsport-Events dabei. Wie siehst du diese Entwicklung des Ötztalers in all diesen Jahren? Die Professionalität jetzt vor Ort, auch mit der Übertragung, auch mit den Leinwänden für die Zuschauer ist schon irrer Standard. Also ich komme gerade von der Österreich-Rumfahrt, die hat richtig einen Aufschwung gemacht. Ich bin ja selber gefahren und habe das natürlich auch immer verfolgt. Aber das ist komplett irrenbötig. Oder vielleicht schon, ja, will ich jetzt nicht beurteilen, wie oder was, aber unglaublich. Carina, du kommst ja aus Kitzbühel. Die Frau vom Heli Dollinger hat ja in Kitzbühel einen ihrer größten Erfolge gefeiert. Eva Dollinger, Platz zwei, glaube ich, damals beim Triathlon-Weltcup. Ja, genau. Und die Kids beginnen ja jetzt auch, also die zwei Mädels. Und der Kleine jetzt dann eigentlich auch schon. Und hin und wieder schauen wir halt, also wir haben ihr jetzt einmal das Video gezeigt für Kitzbühel. Puh, das war schon. Da haben sie die Mama dann mit anderen Augen gesehen. Okay, schöne Grüße auf alle Fälle in Richtung auch der Eva. Und die Annalena, glaube ich, entlassen wir jetzt. Ich glaube, die ist so froh, wenn sie jetzt Seele bommeln lassen kann. Ich komme später nochmal mit Fabian. Ja, genau, kommt später nochmal mit Fabian. Ein Bierchen, Minerale, Limonade. Ersch jetzt einmal Mineral und Limonade. Jo Lamparder hat gesagt, ein Weißbier und ein Diavolo direkt nachfeiern. Und Andreas Goldberger hat auch gesagt, er braucht jetzt ein kaltes Bier. Und das Allerlustigste, ich weiß gar nicht, ob ich das wiederholen darf, aber Johnny Hoagaland hat gesagt, ich habe ihn gefragt, er hat dritter Platz, jetzt wird wohl ein bisschen gefeiert. Und dann hat er gesagt, ja, ich werde mich auf jeden Fall ansaufen. Das war seine Antwort, ja. Das ist Hoagaland-Ansage. Ganz kurz noch Tour de France heute. Wissen wir irgendetwas? Hast du was mitbekommen? Ja, sie findet statt. Ja, okay, das hast du heute mitbekommen. Ich habe mich heute aufs Wesel konzentriert. Auf dich, Ma, oder? Der Trainer von der Vorrahan Skoll konzentriert sich und hat sich nur auf den Ölztal und da auf den Fabian und auf die Annalena konzentriert. So gehört sich das. Vielen Dank auf jeden Fall an euch bei der herzlichen Gratulation nochmal, Annalena. Coole Geschichte, coole Sache, dass du das gemacht hast. Ganz großartig. Vielen, vielen Dank. Helmut, auch vielen, vielen Dank an dich. Danke. Und wir freuen uns natürlich, wenn später dann auch Fabian Rauleder im Ziel eingetroffen ist und zu uns ins Studio kommt. Wir geben für ein paar Momente ab zu unseren Partnern in die Werbung und sind gleich wieder zurück live vom Ölztaler Radmarathon 2023. Und wir werden jetzt auf jeden Fall ein paar Mal. Oh, baby, I got everything you need. Oh, baby, I got everything you need. So fancy with a lot of time in me. Every day it's not to do, you're caught on my disease. Oh, baby, I got everything, everything you need. Oh, baby, I got everything, everything you need. Baby, let me know, we can get it, we can get it. Wir sind wieder zurück beim Ölztaler mit diesen sensationellen Aufnahmen da. Da geht's nach oben für das immer noch sehr, sehr starke, große Feld. Leider die Möglichkeit, die Teilnehmer hier, die ins Ziel kommen, zu erwähnen. Aber es wird die Arbeit. Genau, es gibt ein leichtes Netzproblem, aber das Timing wird uns wieder hergerichtet. Aber wir lassen uns flashen von diesen Drohnenbildern, die wir da haben. Unglaublich, sie immer wieder liefern können. Ja, da sind viele unterwegs vom Timmelsjoch herunter jetzt Richtung Ziel. Du hast ja die Community nach wie vor bei dir. Was spricht sie? Liebes Öztal-Team, schreibt die Beate Höflin. Was für ein mega Erlebnis. Wir ziehen den Hut vor allen Teilnehmern und helfenden Hände. Sieger sind für uns alle. Wunderschön. Danke dir. Beate schreibt es. Dann, wer schreibt? Das Markus Klein schreibt. Thanks. Carsten Seiche schreibt irgendwas mit 15 Euro. Das muss ich noch recherchieren, was er damit meint. Ah, 15 Euro Verwahrung des Rades nach der Veranstaltung. Genau, ja, das stimmt. Das wurde gestern so besprochen beim Riders-Meeting. Der Blick wieder hier im Ziel. Die großen Triumph-Vertoren. Die großen Siegerinnen und Sieger, die hier reinfahren. Und nach wie vor nicht nur hunderte, sondern wahrscheinlich tausende. Zuschauer in ganz Hölten, die hier diese Siegerinnen und Sieger feiern, die hereinkommen. Wir sind ja mittlerweile nach 17.08 Uhr. Wir haben um 6.30 Uhr gestartet. Damit haben wir wie viel? Damit haben wir 10 Stunden und 38 Minuten Zeit. 34 Sekunden, weil du unten stehst. Und wir haben noch knapp dreieinhalb Stunden. Patrick Grüner ist jetzt bei uns wieder. Mit dem Patrick können wir vielleicht über die einzelnen Zeit nicht zonen, aber Zeiten sprechen. Wo man eben drüber sein muss. Sprich, wann ist die Zeit am Dimmelsjoch? Wann ist die Zeit am Jaufenpass? Wo man sein muss, dass man noch weiterfahren darf? Auch da gibt es ja ganz genaue Richtlinien, Patrick. Ja, also ich glaube 19.30 Uhr noch 20 Uhr am Dimmelsjoch und ich glaube 15.30 Uhr Jaufenpass bei der Lave-Station. Das ist ganz knapp unter dem Passhöhe des Jaufen. Genau. Und oben, da gibt es ja so ein bisschen eine Grenze. Ich glaube heute bei dem Wetter, da wird man sich ja vielleicht noch ein bisschen nach oben schrauben, weil das Wetter ist ja gut. Man kann bei guter Sicht herunterfahren. Und das sind großartige Momente. Da wird nämlich dann irgendwann auch dein Kollege, mein Kollege, unser Kollege Bernhard Fleckl übrigens, heraufkommen. Da wird Timmelsjoch hinunterfahren. Und er wird heute seinen Ötztaler Radmarathon finischen. Es würde auch meiner Kollegin, der Daniela Mayer, unserer Kollegin gönnen, die ja am Regiepult sitzt. Also die wird da gespannt sein. David Hofer, ich will nicht verstanden werden. Die Strecke, die Organisation ist top. Jeder echte Amateur, der ihn bezwingt, ist für mich ein kleiner Held. Also perfekt, was da der David Hofer schreibt. Und die Beate Höffin schreibt noch, mein Bruder bzw. unser Patenonkel ist dabei. Und wir sitzen ganz gespannt am TV und würden uns riesig freuen, wenn wir ihn zu sehen bekommen. Start Nummer 4166, Manuel Nägele. Ganz liebe Grüße, wenn er ins Ziel fährt. Wir grüßen ihn möglicherweise. Ist er ja schon im Ziel auf alle Fälle. Schöne, schöne Grüße da von der Familie. Manuel Ribis grüßt uns. Und das heißt, dass der Schlusswagen, naja, er schreibt uns hier aus Rabenstein, kennen wir ja, dort wo die Eiskletter-Weltmeisterschaft auch schon stattgefunden hat. Das ist so der Weg nach Moos im Passaia. Da geht es dann Richtung Timmelsjoch hinauf. Also Manuel Ribis, er ist im Rennleiter-Auto 3. Das ist ganz hinten. Da wird dann schön langsam mal gegrüßt. Zuerst freundlich. Dann wird vielleicht ein bisschen strenger geblickt und am Ende des Tages, wenn die Zeit abgelaufen ist, muss man leider Gottes in den Besenwagen sitzen. So ist es. Da grüßen wir übrigens unseren Kollegen aus Vorarlberg, der da schon drin war. Sebi, oder? Er hat uns geschrieben. Heute schon einige Stunden zugesehen. Freut sich auch mit dem Christoph Suhmann. Er hat uns geschrieben. Schau, und das sind einfach nur imposante Bilder. Auch das möchte man sagen, auch wie die Radfahrerinnen und Radfahrer, sind auch unsere Kameraleute seit 6 Uhr in der Früh unterwegs, liefern Bilder. Da glüht die Kamera, da glüht der Akku, da glüht dein Lächeln. 0,430, der Wecker für alle Kameraleute. Bernhard Gaber hat da dieses Team auch großartig mit eingeteilt. Auch der Peter und Michi Nussbaum. Und wie sie da alle heißen, danke auch in diese Richtung. 0,430, dann 5 Uhr Frühstück und seit 5.30 sind die in ihrem Dundel. Also auch die haben einen wahren Ötztal-Marathon heute am Abend geschafft. Extrem starkes Teilnehmerfeld schreibt da nochmals der Manuel Ribis und der Andi Vogel schreibt da, fährt hier heute im wunderschönen Ötztal zum ersten Mal überhaupt ein Radrennen mit und ist nicht mehr weit weg vom Dimmelsjoch Wahnsinnsleistung. Das gilt also in Richtung eben Andi Vogel. Es ist eines der ganz großen Events im Alpenraum in Sachen Radmarathon, Radbreitensportveranstaltung. Wobei, Pati, das dürfen wir auch sagen, heute haben wir schon ein bisschen gemischt auch gehabt, weil mit dem Manuel Senni, dem Sieger, da haben wir ja einen Ex-Profi, der also da wirklich äußerschnell unterwegs war. Alban Lakata, ein Weltmeister und, und, und. Also das sind jetzt nicht nur Amateure, die da fahren. Genau, wie Manuel Senni, der Sieger des diesjährigen Ötztaler Radmarathons, vierfacher Teilnehmer des Giro Italia. Also da haben wir wirklich, sagen wir mal, Capazunda am Start gehabt, Alban Lakata, dreifacher Mountainbike-Weltmeister, Daniel Federspiel, Eliminator-Weltmeister, Johnny Hogaland, Grampondo-Weltmeister. Also wir haben wirklich Tour de France Teilnehmer, also wirklich super Starterfeld und ja, einfach wieder super lästige Bilder hier hinten rauf vom Dimmelsjoch. Wir begleiten jetzt so das letzte Drittel und ja, es macht einfach Spaß hier zuzusehen. Ich war jetzt gerade auch im Zielgelände, also wirklich sagenhafte Stimmung im Zielgelände und ja, wir haben sehr positive. Nein, nein, habe ich nicht. Ich habe ein bisschen Pause gemacht, habe was gegessen und sehr viele positive Feedbacks für unsere Übertragung wurde mir zugesagt. Schön. Also wirklich sind alle hellauf begeistert und mega. Ein Held kämpft sich da hinauf. Das ist einfach mit den letzten Kräften, also am letzten Zacken, aber er wird es schaffen, Steini. Ein Kämpfer wie wir zwei. 2007. Einer aus unserer Garde. Er schaut in die Kamera hinein, lächelt da und setzt in diesem Moment zum Überholmanöver an. Das ist die Motivation der Kameraleute gewesen. Ja, es wird für viele die Motivation sein, unten hier reinzufahren und eben, du warst unten, Wahnsinn, Stimmung. Wahnsinn, also ich bin, wie ich runter bin, es ist extrem warm, auch hier in Sölden noch, Gänsehaut pur und wie gesagt, die Zuschauer, es wird jeder applaudiert und ja, sensationelle Stimmung. Ja, schalten wir hinüber zu unserem Herr, der alle Grüße weiterleitet, der alles aufnimmt, dokumentiert. Nein, ich habe eine andere Information. Aktueller Stand in St. Leonhardt, 3.952 haben diese Stelle passiert. Das ist jetzt geschlossen. Verpflegung Schönau, 3.467 und beim Dimmelsjoch sind momentan durch 2.356 und wenn wir das jetzt alles hochrechnen, addieren, multiplizieren, dann wiederum dividieren und weniger, kommen wir im Ziel auf 1.762 Finisher. Ja, das sind Zahlen, das ist ja Wahnsinn. Die nur du liefern kannst und das so schnell, das ist der Wahnsinn. Also wir können hier nur allen gratulieren, die es jetzt da heroben geschafft haben, weil das ist so der Punkt, wo man so richtig abfeiern kann, dann hat man es geschafft, das ist der Punkt, wo man dann unten ist, aber der Punkt da, da ist man noch nicht oben. Genau, richtig, das sind auch doch noch ein paar Kilometer bis hinauf zum Dimmelsjoch und wie wir zuerst ja gesehen haben, zum Mautstation, zum Crosspoint, zum Motorradmuseum, wenn du dort oben bist, dann hast du sehr viel erreicht. Wir schalten zu Kollege Günther Leitgepp ins Ziel. Let's go into the show, Günther. Ja, tatsächlich haben wir hier die Traumposition gefunden und heute Morgen 100 Ötztaler und Ötztalerinnen gestarteten zwischen zwei Sitzjärzten. Die beiden bringen es gemeinsam tatsächlich auf 20 Ötztal-Marathons. Isabel von der ORC Ötztal und die Linda, ORC Ötztal, übrigens die Schriftführerin und die Obfrau von ORC Ötztal. Zehnmal mit dabei, Isabel. Was motiviert einen da zehnmal mitzufahren? Wenn man da nicht im Finish steht, bei so vielen Leuten, spätestens wenn man durch Zwieselstein fährt, da über oben man die ganzen Gefühle, das kann man mit gar nichts anderem vergleichen. Und wenn du in Ziel bist, dauert es drei, vier Tage der Nacht und sagst du eigentlich wieder, ja melden wir uns wieder an. Und die Damen scheinen endlos Bauer zu holen, als Obfrau natürlich muss einem Neujahrsherz aufgehen. Der Traum vom Ötztaler, den Traum, das seit zehn Jahren. Ja genau, wir sind 2012 das erste Mal mitgefahren, 2018 haben wir eine Pause gemacht und heute war jetzt das zehnte Jubiläum. Wir sind alle wieder froh, wir haben zehnmal gefinischt, zehnmal gesund die Runde gekommen und etwas Besseres geheißen. Wichtig ist, dass man einfach wieder gut rumkommt. So cool, so cool, vor allem auch die Locals da mit dabei zu holen. Ich glaube, ich bleibe da bei den Damen ein bisschen sitzen, mir gefällt es da extrem. In der Zwischenzeit gehen wir Mozenk zurück ins Studio. Jetzt wollen wir den Günther Klein sehen. Hast du gesehen, wenn er sitzt? Unglaublich, der zwei Meter Mann. Mittlerweile Daniele Ceraso hereingekommen, Manuel Mut hat es geschafft, Thomas Kellerhoff, naja der ist übrigens noch am Timmelsjahr oben. Silvia Ennemoser im Ziel als 44. overall bei den Damen hier gefinischt. Ja mega, Bernd Richter hat es geschafft, Hans-Günther Grün, dann Keith Griffin. Er ist übrigens bei der Verpflegung Schönau. Okay, Manuel Senni hat also heute diesen Ötztaler gewonnen in 6.49,18. Alban Lakata knapp zweieinhalb Minuten dahinter auf 2. John Holte sich den Ötztaler hier heuer im Jahre 2023. Janin Mayer in 7.27,47. Neue Rekordzeit für die Deutsche. Und mit diesen Informationen schalten wir zu Biathlon-Ikone Christoph Zouma. Schon, weil der ganze Schöpfer, Brombecker, sind jetzt alle weg. Schauen wir mal, wer da noch kommt. Daniel Ringgarteni, Jürgen Wonterberger, Brombecker. Ich habe jetzt gar nichts. Ich habe jetzt kein Funktioniert bei mir, dann bin es alle davor. Ich weiß doch nie, ob das an dem Kopfhörer liegt oder? Nein, ich weiß, ich habe auch einen Kopfhörer, aber nachdem das Ball gefällt hat. Ah, jetzt? Genau, ich glaube, der Ton von draußen, den man da gehört, haben wir jetzt genau. Also die letzte Kerre, dann ist man oben. Genau, die letzte Kerre, dann kommst du zu diesem berüchtigten Tunnel, da fährst du noch durch und dann schmiert es sich zum höchsten Punkt des Marathons und dann geht es in eine rasante Abfahrt. Stefan, da meint man, es sind gar nicht viele, aber es sind unglaublich viele, die da herauffahren. Wir haben vorher erwähnt, wir haben knapp 1700 erst im Ziel oder schon im Ziel, wie immer man es nimmt. Damit sind noch mehr wie 1700 auf der Strecke draußen. Für alle, die jetzt unterwegs sind, gilt dasselbe. Die einen wollen natürlich ihre vielleicht schon erfahrene Zeit aus vergangenen Jahren noch erreichen und für andere geht es einzig und alleine ums Durchkommen, um sich diesen gewaltigen Traum, und da verwende ich bewusst jetzt dieses Wort, diesen gewaltigen Traum des Öztalers zu erfüllen. Eben genau, der Traum, das finnische Trikot zu bekommen im Ziel hier in Sölden und auch vielleicht der eine oder andere eine persönliche Bestzeit zu verbessern, also da kommt jetzt richtig noch Bewegung rein. So Patrick und Martin Böckli, ich habe gehört, jetzt müsste es funktionieren. Wir schalten also nochmals raus zu Christopher Suman. Ja, hi, liebe Grüße ins Studio, da ist der Sumi. Ich bin in der Kurve jetzt am letzten Hemd. Man sieht es an den Trikots, die ist eh schon berühmt. Da bin ich selber schon vorbeigefahren am letzten Hemd oder mit dem letzten Hemd. Ich würde einmal sagen, es spinnt sich da noch keine Dramen ab. Ich bin ja sehr froh darüber, weil es ist ein bisschen kühler worden da jetzt und unter den Felsen ist es ein bisschen schattig. Ich glaube, jeder Fahrer und jede Fahrerin wird das auch genießen, dass es nicht mehr ganz so heiß ist, aber es ist halt schon noch weit. Und wir werden das jetzt genau beobachten und wir werden uns ein paar Opfer suchen. Opfer im positiven Sinn, die da stehen bleiben und dann werden wir einmal detailliert nachfragen, wie es ihnen geht. Also, ich meld mich gleich wieder. Was hat heute Toni Balzer gesagt auf die Frage, wenn dich der Sumi interviewen würdest, was würdest du mit ihm machen? Ich würde ihm eine Rechte geben, hat er gesagt. Übrigens, wir erwarten den Toni, glaube ich, auch nochmals bei uns im Studio. Der war ja heute schon hier, hat mit vielen Teilnehmern auch geplaudert und überall, wo man hingeht. Der Toni Balzer, Barty, musst auch du, glaube ich, bestätigen, ist einfach ein Sympathikus. Ich war ja auch in der gleichen Zeit unten im Zielgelände bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bei den Zuschauern. Der Toni war unten und eigentlich jeder oder jeder Zweite wollte mit dem Toni ein Foto machen, also auch Kinder. Und der Toni erfüllt jeden Fotowunsch. Also der Toni ist schon eine coole Socke und der macht das sensationell. Jeder Zweite, aber der andere Zweite wollte mit dir ein Foto machen. Na, mich kennt ja niemand. Patrick, erzähl mal. Martin, sag mal, wer Patrick Grüner ist. Patrick Grüner hat unter anderem Weltrekord aufgestellt. Patrick Grüner war unter anderem Langstrecken-Weltmeister. Er war unter anderem auf Megapodiumskurs beim Race Across America unterwegs. Lange an der zweiten Position gelegen. Wahnsinns-Sportler, wenn es um Ausdauergeschichten geht. Ist oft, oder ist öfter auch bei Michi Nussbaumers, Race Around Austria gestartet und und und. Reicht das? Und dafür ist er, und das ist das Allerwichtigste noch, ein super lässiger, sympathischer Kollege. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir schauen mal ganz kurz, wie das finnische Trikot, das wahrscheinlich das begehrteste finnische Trikot überhaupt auf diesem Planeten bei Radveranstaltungen ist, ausschaut. Wir sind zurück bei den nächsten Finishern. Hand geht nach oben und wir gratulieren dieser Dame und gratulieren noch nicht Dominik Kuh in den OK-Leiter, weil das will er nicht, da muss erst die gesamte Veranstaltung vorbei sein. Vor allem muss er zwei Bier in der Hand halten. Eins für den letzten Finisher und eins für sich. Und dann, die Herzen gehen nach oben. Jetzt kommt die Finisherin herein. Dominik, bitte. Ganz kurz Dominik, ich will nie, nie dich unterbrechen, aber wenn der Sumi dran ist, den hast du selber hier angestellt, dann müssen wir rausschalten. Sumi! Der Bescheid, sobald wir sind live. Du bist der? Matthias Feistl. Und du bist zum ersten Mal dabei? Ja. Und du hast den Sturz gebaut, stimmt das? Ja, das stimmt. Zeig einmal deine Wunden. Das war einmal die Leitplanke. Beim Rauffahren oder beim Runterfahren? Bei der Abfahrt. Vor mir auf? Vor mir auf den Pass, ja genau. Du bist eh noch klimpflich davon gekommen, oder? Wie ist das passiert? Ja, ich habe einen Platten bekommen auf der Abfahrt und konnte dann die Koffer nicht mehr einlenken. Ja, und dann hat die Leitplanke mich gebremst. Und ich bin zum Glück nicht über die Leitplanke rübergegangen, weil dahinter war eine Schlucht. Da war irgendwie, hat es mich zum Glück auf der Straße gehalten. Ja, also, ein bisschen zitterig, aber weitergekämpft bis hierher geht's. Schmerz vergeht, stolz bleibt. Ja, Haupttagswaffen. Ziel in Sicht. Ja, Ziel in Sicht. Und es ist nicht mehr so weit. Also Jungs, durchbeißen, durchbeißen. Ankommen Sie. Alles klar. Das machen wir. Ihr seid die Besten. Euch alles Gute. Danke. Wir sind die Besten, die Jungs. Gratulation dem Nächsten. Und Dominik Kuhn will jetzt zu Wort kommen. Aber vorher haben wir auch die Liz Buscher an der Reihe. Danke. Ja, Entschuldigung Dominik, aber von einem Christoph zum nächsten Christoph. Und zwar ist er der nächste Finisher bei mir vor dem Mikrofon. Er ist da reingekommen und hat gesagt, er kann noch nicht sprechen. Aber jetzt geht's schon. Was geht dir durch den Kopf? Nix. Einfach glücklich, dass ich wieder da bin. Dass ich es geschafft habe, hinter mich gebracht habe, weil heute war Affenhitze. Der Teamkollege hat dir das Rad gleich abgenommen. Du bist schon ein bisschen im Ziel? Ja, ein Stückchen, aber ich bin auch froh, dass ich gesund da bin. Und es ist wirklich eine lässige Veranstaltung. Es war brutal, aber echt geil. Und jetzt wird es im Team MaxU richtig gefeiert. Das kann man annehmen, ja. Das nehmen wir an und geben jetzt zurück zu dir, lieber Stefan. Danke, Christoph. Danke, Liz Buschern. So, Dominik. Und jetzt kommst du an die Reihe. Und zwar haut doch mal live einen Starplatz für 2024 raus. Ich würde ihn auch freiwillig nehmen. Der Stream läuft bei mir seit 6.15 Uhr. Also Ausdauer habe ich schon mal. Dr. Gung oder so ähnlich heißt er. Und der ist wirklich seit vielen Stunden dabei. Kommentiert sehr, sehr viel. Also, wie machen wir das mit dem Starplatz? Da haben wir jetzt ein Problem, weil jetzt haben wir 10.000. Ja, Entschuldigung. Ja, da haben wir jetzt ein Problem, weil wir haben ja 10.000 live drauf und 10.000 Schausplätze gibt es leider nicht. Einer hat heute geschrieben, er möge die 5 oder 4.400, die heute hier im Stream am Vormittag zugesehen haben. Denen soll man den Startplatz für nächstes Jahr geben und die Finisher hier sollen ins Stream gehen und schauen. Er war auch am Vorschlag. Ah, da ist eine Frau richtig glücklich, dass sie ihren Mann gesund, heil und mit einer guten Leistung zurück hat. Schöne Bilder. Das sind die berühmten Bächer auch, die man ja jetzt verwendet. Vielleicht kannst du da auch nochmal Nachhaltigkeit. Ja, der Raffi hat mir gerade aktuell ein Bild geschickt, also in der Labe schon auch funktioniert es tip top. Jeder Kübel ist nicht gleich, aber grundsätzlich wird es sehr schön getrennt. Es ist eine gute Weiterentwicklung und hat uns sehr geholfen, da einen Beitrag zu leisten. 322 Frauen haben wir heute im Rennen unterwegs und eine davon kommt jetzt gerade ins Ziel und ist eine große Siegerin. Schöner Übergang für dich, Stefan. Ja, weil wir ihr natürlich auch da alle Komplimente aussprechen. Martin, vielleicht kannst du nochmals ins Handy hineingehen, um die nächsten Finisher zu begrüßen. Bei uns ist ja das System, das Internet da momentan ein wenig abgestürzt. Ganz kurz auch diese Frage, Dominik kam heute des Öfteren. Was ist denn alles im Startsackerl dabei? Ich bin so schnell. Nein, Stefan. Ein Startsackerl dabei. Eine Trinkflasche, ein Mikrofaserhandtuch, ein Post, ob er will, ein Isoradler, ein Bauerpaar. Ich will ja niemanden vergessen. Ein Finisher- oder Teilnehmer-Clip. Ja, wir haben ja da eh einen Clip. Wir haben ja da auch einen Clip produziert. Das war ein Test. Das war ein kurzer Test. Und schauen wir rein, das ist alles drin im Startsackerl des Ötztalers. Vor allem eben in diesem heurigen Jahr. Die Athleten holen da ein Startpaket ab. Das wäre diese Tasche. Da ist eine Trinkflasche drinnen und bekommen eine Startnummer mit dem Transponder drinnen. Und dann sollen sie bei uns ab, damit sie starten können. Also, dann schauen wir mal, was da drin ist. Einmal eine Flasche. Trinken ist wichtig morgen bei den Temperaturen, glaube ich. Dann für danach. Freue mich schon drauf. Hoffentlich. Schön gekühlt im Ziel. Ein Riegel. Ich glaube, morgen braucht es ein paar mehr. Dann haben wir, was auch immer das ist. Was ist das? Ah, ein Beutel zum Depotservice. Wunderbar. Ja. Und? Klammern. Für die Startnummer. Dann haben wir ein paar Zucker für unterwegs. Das zimmelt sich auch wahrscheinlich. Und noch ein bisschen Werbung. Von Garmin. Garmin zu gewinnen. Super Sache. Das ist also alles drin im Startsackerl. Jetzt wissen wir es wieder. Wobei es war nicht der Beutel für das Depots, aber es war es wirklich. Das finde ich auch. Das Mikrofaserhandtuch. Ein großer Sieger fährt da hinauf. Und lasst uns ein paar Sieger begrüßen, lieber Stefan. Im Ziel unter anderem ist Udo Hoffmann, Frank Oswald, Ferraro Stefano, Mikel Wannetz, Lutz Kalina. Und weiter geht es unter anderem, wenn wir schauen, mit Peter Kotzer, Oliver Wohlmuth. Und dann haben wir den Bernhard Mons. Michael Dauer hat es geschafft. Lisa Maria Falkner. Der Wahnsinn. Gratulation. 42. Kennst du? Ja, glaube ich. Heimvorteil ausgenutzt. Andreas Kirchberg, Stefan Ewald, Alexander Thiel, Matthias Kellermann und Stefan Stein. Nein. Übrigens, da schreibt jemand, Benni Kahl, glaube ich, und Lisi Osel fahren ja die Transal. Genau. Gibt es da nicht auch TV? Jetzt muss ich da in Richtung K19 fragen. Seid ihr da beim Übertragen dabei? Ihr habt gerade die Tour of Austria übertragen. Jetzt also hier. Wie schaut es aus? Unser Premium Partner ist der Ötztaler Radmarathon und das seit vielen Jahren. Da haben wir ja der Peter Hertrampf, der Dominik Kuhn inklusive dem Team und wir ein Konzept entwickelt. Und wenn ein Premium Partner ist, dann heißt das, dass man gemeinsam ein Wochenende verbringt. Und wir leben ja, das weißt du, 365 Tage Ötztaler Radmarathon. Ja, wer nicht? Stimmt. Und das sind die nächsten Bilder. Was können wir da erkennen, Männer? Sensationell. Das ist einfach der Kampf. Der Kampf, der Fight. Nummer vier Kern zum Timmelsjoch. Vier Kern sind das noch zum Timmelsjoch? Ja, knapp vier Kern. Jetzt haben wir 17.31 Uhr. Das wird sich locker ausgeben, aber die machen eine Pause. Sie Nummer drei. Dominik, weil wir vorher nicht ganz genau wussten, wann die Zeit am Timmelsjoch ist, wo man eben durchfahren muss oder eben abgewunken wird. Checkpoint Schönau 18 Uhr. 19.30 Uhr muss es am Timmelsjoch sein, sonst ist einfach die Sicherheit oder Zeit vorbei. Wir haben Straßenvorschriften in die Richtung und Sicherheit geht da sicherlich vor. Dreizeinhalb Stunden im Sattel sind definitiv genug. Und ich habe gerade einen Insider vom Daniel. Der vorletzte Teilnehmer ist aktuell kurz vor Schönau mit 86 Jahren. Also schauen wir mal, wie weit er kommt. Wahnsinn. Wir hatten schon einen 80-Jährigen, wo wir geglaubt haben, das ist der Älteste. Also 86 Jahre. Großartig. Großartig ist auch, dass Toni Balzer jetzt gekommen ist mit einer Kiste Bier für das gesamte Team. Danke, Toni. Und vor wir da anstoßen, schalten wir runter zu Günter Laike. Günter. Jawohl, Sie haben hier eine Gruppe von ganz vielen Italienern, die hier mit dabei sind. Ein Gruppe von Pesaro, die Moschettierer, die Bodyguardi. Chiara, 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 die du wirklich? Chiara, sì, Chiara. Nein, questo. Nein, questo. Non ai desideri. Poszionatissima. Hoggi nostro sogni separato. Solo posto per oggi. Perfetto. Allora festeggiate un po'. Also sie hat gesagt, zum ersten Mal mit dabei, brutal toll, brutal schwer. Und ein Traum, wie bei so vielen, ist er in Erfüllung gegangen. Sie ist mit heute und mit jetzt wunschlos glücklich. Und mit so einem Statement geben wir gerne zurück zu euch. Günther, grande italiano in italiano. Das hast du jetzt schön langsam gesagt, dass jeder versteht. Ich habe es probiert. Wir genießen ganz einfach diese Bilder, dieser Anstieg, das Finale. Bei der Labestation 23 Grad, hat etwas abgekühlt Rückenwind. Die haben jetzt wirklich die besten Bedingungen, sind auch lange im Sattel und die kommen jetzt alle durch. Und wir schalten vom Günther Leigep über Dominik Kuhn, Patrick Grüner, Martin Böckle zu Christoph Suhmann. Heinz, quatsch mal kurz. Wie geht es dir? Ja, es geht. Ich gehe es durch. Er geht es durch. Er geht es noch einmal die ganze Strecke noch einmal im Kopf durch. Geht nicht mehr fahren oder magst du nicht mehr? Na ja, sagen wir so, Sinn hat es nicht viel, wenn ich fahren würde. Also, das heißt, ich sparen wir die Kraft dann für die Abfahrt und für den kleinen Gegenanstieg. Wird ja wahrscheinlich jetzt bald aussehen. Zwei Kilometer noch, oder? Hau dich mal heim. Ja. Nein, du möchtest bis aufgehen und dann haust dich noch einmal im Sattel und dann... Gas. Geht es hier auch trotzdem aus. Heinz, es geht sich locker aus. Und du schaffst es, okay? Alles Gute. Bist dein Hero. Auf geht's, Heinz. Spruch der Stunde. Hau dich mal heim. Hau dich mal heim. Hau dich mal heim. Leber glücker war. Ich denke mir gerade, jetzt stellt euch vor, der Sumi würde mit dem Heinz jetzt ganz nach oben diese zwei Kilometer gehen. Dann wäre er nach Tonibald so der Nächste, der an Sumi, glaube ich, mit der Rechten. Ja, wir sehen es da auch immer wieder. Also, das sind ja mehrere, die das Rad schieben, haben wir heute übrigens schon des Öfteren gesehen, gehört zum Öztal-Rai-Marathon. Ja, und ich sage auch, wir lachen jetzt ein bisschen und sehen, also relativ locker, aber für dich ist das ein totaler Ernst. Da geht es jetzt für dich um den Traum zu leben und auch hier nach Sölden zu kommen und das Finisher-Trikot wirklich zu kriegen. Und das sind jetzt wirklich, da geht es jetzt ums nackte Überleben. Und ich glaube, die wollen jetzt unbedingt nach Sölden kommen und es schaut ja relativ gut aus. Wir haben ja noch ungefähr zweieinhalb Stunden, bis sie in Sölden sein sollten. Also Hut ab von den ganzen Athletinnen und Athleten da hinten. Ja, wir müssen unsere Community wieder ein bisschen motivieren. Wir müssen wieder über die Dreitausender-Marke rübersteigen. Okay, bitte, bitte, bitte weitersagen. Alle Freunde aktivieren, anrufen, streamen. Und vor allem, wir kommen ja heute noch zu einem der Höhepunkte, wenn dann die letzten Finisher hereinkommen gegen 20 Uhr. 20.30 Uhr. Sie denkt gerade, oder er denkt gerade an seine Freundin Kati. Die ist nämlich gerade auf dem Aufstieg Dimmelsjoch. Go, Kati, go. Ride for Mario. Ja, ist das schön. Schau, da wird gefeiert. Da ist man stolz ohne Ende. Das ist die Liz Buschern. Wir haben noch keine Verbindung. Wir warten noch, bis wir mit der Liz Buschern plaudern können und holen dann auch den Toni Balzer zu uns. 17 Stunden sind nicht vergangen, sondern es ist jetzt 17 Uhr und 37 Minuten. Seit Mitternacht, Stefan. Dominik, du hast gesagt, letzte Labe war das. Ich glaube, haben wir da oben gesehen, oder? Genau, in der Kerl ist die letzte Labe vor der Ziellabe, wo es dann wirklich vorbei ist. Aber nach dem Ziel, die Stärkung, darf man auch nicht vergessen, dass man wieder die Speicher auflädt. Ja, mit was ist freigestellt? Ich glaube, da darf es mal was anderes sein. Und wir schalten jetzt zur Elisabeth. Bitte. Ja genau, und bei mir ist die Lisa Maria eine Ötztaler Lokalmatadorin. Und als die Lisa Maria da durchgekommen ist, gab es eine Sektusche. Also alle Räder sind geduscht. Wie fühlt man sich denn, wenn man da Millionen Menschen an der Strecke haben, die für einen klatschen? Ich freue mich, wieder daheim zu sein. Aber ein mega Erlebnis. Super. Echt. Aber ein bisschen Hausheit. Deswegen die Sektusche. Deswegen die Sektusche. Wer hat das schöne Plakat gemahlen? Das ist der kleine Herr da oben. Der Fabian. Der Fabian. Wir sagen danke, Fabian, und dir viel Spaß beim Feiern. Dankeschön. Danke, Lies. Danke. Elisabeth, glaube ich, hat sie geheißen. Und jetzt ist Toni Balzer bei uns. Erste Frage vom Toni. Um was geht es, Toni? Um ein Selfie mit uns, würde ich sagen. Machen wir mal einen. Machen wir ein Selfie. Vielleicht können wir das live zeigen, wie Toni Balzer ein Selfie von uns macht. Und der ist Toni. Und jetzt kommt es auch sofort live auf deine Seite. Postet und dazu schreibt, werdet Fan von Carina Todt. Wir brauchen nämlich Instagram. Schauen wir, ob das passiert. Okay. Also, Toni Balzer macht jetzt ein Foto. Jetzt gehen wir auf die Story. Er verlinkt jetzt Batty Grüner, Carina Dott, Stefan Steinacher, K19 und den Ötztal-Stream. Und dann schauen wir, ob wir neue Freunde bekommen, Carina. Ja, definitiv bei den wunderschönen Bildern. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen. Da sehen wir uns nochmal den Anstieg zum Dimmelsjoch. Und da quälen sie sich jetzt hinauf. Riesenkompliment auch an Christoph Sumon für dieses grandiose Interview. Also, Hatschmaham war, glaube ich, wirklich der Spruch des Tages. Und ich glaube, der Sumi, der steht schon wieder in den Startlöchern. Und wir schalten noch einmal ganz kurz hinaus zur Strecke. So, wir zwei sind jetzt live auf Sendung. Du bist der? Henrik. Servus, Henrik. Wir machen noch gemeinsam ein Päuschen, weil du hast gesagt, alle 500 Meter stehen bleiben und trotzdem kommen wir noch ins Ziel. Man könnte alle 500 Meter stehen bleiben. Ist jetzt nicht das ausgegeben Ziel für die letzten Kilometer. Warum hast du dir gerade diese Kurve ausgesucht zum Sitzenbleiben? Das war nicht ich, das waren meine Beine. Er hat die Kontrolle über seine Beine verloren. Absolut. Aber es geht noch. Sie sind aber noch bei mir. Sie sind noch bei mir. Sie schauen noch gut aus. Du hast deinen Humor nicht verloren. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir werden dich ein bisschen bei Laune halten da und du trinkst dann. Wir haben dich mit Wasser versorgt und dann ab Richtung Sölden, weil wir wollen dich dort empfangen. Oh, macht. Ja, gerne. Mit Laola und so. Hauptsächlich mit Bier. Ich muss noch fahren. Ich muss auch nach Umhausen. Das heißt, eigentlich nach Niederteil habe ich mich total angeschmiert. Bei der Buchen habe ich gedacht, auch Umhausen liegt gleich Niederteil. Und jetzt kommen wir da hin. Dann musst du noch mal da irgendwie acht Kilometer hoch den Berg. Du fährst aber nicht mehr mit dem Radl hin. Aber gestern die Einrollrunde war ja irgendwie schön. Henrik wird es bis selten schaffen, so wie hoffe ich noch viele andere auch. Also du bist ein Held. Danke. Go, 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 go. Auch und schau, dass die Kontrolle über deine Füße wieder einlangst. Langsam geht's. Ja, doch. Passt. Kontrollo Berso. Kontrolle verloren. Es sind die Geschichten, die diesen Ötztaler Carina zum Mythos gemacht haben. Genau. Also man sieht da einfach, wie ja Träume erfüllt werden. Träume vielleicht auch manchmal platzen, aber es gibt immer noch einen Ötztaler Radmarathon. Und für mich das Allerschönste ist natürlich dann, wenn wir den oder die Letzten im Ziel in die Arme schließen können und die so richtig feiern können. Mein Traum ist soeben in Erfüllung gegangen. Toni, ich bin auf seiner Instagram-Seite. Ausgemacht ist ausgemacht. Der Traum war nicht so hart. Toni, auf das darfst du dich gar nicht einlassen, weil der Stefan Steidacher, der schnauze ich so oft auf deinem Instagram-Profil. Ich glaube, an Stefan triebe ich gefühlt jede Woche einmal irgendwo. Ich auch. Toni, du warst jetzt vorher eben dabei, auch im Ziel. Du hast natürlich auch diese Emotionen, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitbekommen. Du selber lebst diesen Traum als Radprofi. Wie siehst du den Traum von den Menschen hier? Genau gleich. Ich glaube, im Sport ist es total egal, wie schnell oder was für Leistungsvermögen man hat. Jeder hat seine Ziele und jeder hat seine Träume. Und jeder ist aber auch in der Lage, dass er die Ziele und Träume verwirklichen kann. Und da ist völlig egal, ob man jetzt wieder Sieger zum Beispiel in unter 6 Stunden 50 gehen, die den Ötztaler Radlmarathon bezwingt. Oder man braucht 12 Stunden dafür. Man hat eine Vision und für das arbeitet man hier. Und dann kommt der Tag X und dann probiert man, dass man das umsetzt. Und ja, ich bin mit Sicherheit drei, vier Stunden im Zielbereich gestanden. Und das ist einfach mega cool. Die Energie, was da herrscht, da ist so eine Freude in die Menschen zum Sägen, in die Gesichter, weil jeder einfach einen fürchterlich harten Tag am Radl gehabt hat. Und kaum fährt man, glaube ich, da nach Sölden hinein oder überfahrt die Ziellinie, dann sind alle Schmerzen von einem auf den anderen Moment vergessen. Und das ist total cool zum Sägen. Das ist, glaube ich, was der Sport ausmacht. Hast du das eigentlich ein bisschen verfolgt? Heli Dollinger hat ja mit zwei Amateursportlern drin, mit der Annalena und mit dem Fahrradlern. Die Annalena war jetzt schon bei uns im Studio, hat ihr Ziel von zehn Stunden ganz locker geschafft. Hast du das ein bisschen mitverfolgt, die beiden? Ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe gewusst, dass der Heli, das war ja per Zufallsprinzip, dass sie zwei qualifizieren haben können für das Trainingsprogramm mit dem Heli. Habe es aber, ja, auch zeitlich bedingt, gar nicht. Die Annalena habe ich jetzt gerade noch getroffen mit dem Ziel. Die war mega happy. Und die war ja deutlich schneller. Ich glaube, die hat ja irgendwas um neun Stunden gebraucht. Also eine Stunde, glaube ich, schneller, wie wir es eigentlich gemeint haben. Ja, cool. Ja, besonders cool, wenn man eben mit so einem großartigen Trainer zusammenarbeiten darf. Wir haben natürlich auch dich begleitet mit der Kamera bei deinem Training. Und diese Bilder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Viel Vergnügen. So, Dala, jetzt bin ich herum und jetzt freue ich mich richtig aufs Skifahren. Der Anstieg war hart. Jetzt bin ich herum und am Gletscher. Das Rad lasse ich jetzt da stehen. Und jetzt werde ich mal richtig bergsski gefahren. Musik 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 Einen richtig schönen Tag auf dem Gletscher gehabt. Richtig gute Verhältnisse her. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen Radfahren. Musik Also, wunderschöne Bilder vom Gletscher in Sölden. Toni, ich muss sagen, wenn man dich so auf den Ski sieht, dann möchte man fast sagen, an dir ist ein Tiroler verloren gegangen. Musik Das darf meiner Freundin, glaube ich, freuen. Die ist auch eine waschächte Tirolerin. Die ist unfassbar stolz, dass sie Tirolerin ist. Wer ist sie genau? Aus Kitzbühel. Ich auch, ja. Ja, genau. Fishing for Kompliments, Frau Doth, um Kitzbühel wieder hineinzubringen. Ich habe es nicht gewusst, aber wie gesagt, bei uns ja auch. Echt? Nein, ich habe es nicht gewusst. Aber Kitzbüheler Radmarathon dann am, glaube ich, 27. August müsste das sein, das letzte Augustwochenende. Kommst du vorbei? Ähm, nein. Normalerweise bin ich da bei der Deutschlandtour. Ähm, genau. Du darf ich euch ganz kurz unterbrechen. Und zwar hat nämlich Günter Laikep, wenn mich nicht alles täuscht, einen weiteren Sport-Superstar jetzt vor dem Mikrofon. Den amtierenden Weltmeister, Mehrfach-Weltmeister Andi Bromecker. Tatsächlich von einem Brett auf die zwei Räder bei Mölster Radmarathon. Ich war zum ersten Mal mit dabei, hat er mal gesagt, Andi, tatsächlich einmal, aufgeregt warst, hat man mir gesagt, hast du mir auch selber erzählt. Wie war denn jetzt da? Äh, es war im Endeffekt eine extrem geile Erfahrung. Ich war in der Früh sehr, sehr nervös. Es hat mir jeder gesagt, pass bitte auf, am Anfang, wenn du das überhaupt nicht gewohnt bist, mit so vielen Leuten wegfahren. Und da ist ein sehr, sehr hohes Tempo raus, bis jetzt knappen 60er Schnitt rausgefahren. Das war, ja, waren wirklich ein paar haarscharfe Situationen dabei und ich war dann froh, wie es bergauf gegangen ist. Und, ja, auf der ganzen Runde, das war ein Wahnsinn, was man da miterlebt hat. Die Emotionen, was man da gesehen hat. Freude und Leid liegt so eng beieinander. Also, im Ziel die Freuden drinnen, aber auf der Strecke nachher, da liegen die Leute draußen, haben Krämpfe, Schreien, Rehren. Du erlebst wirklich alles mit. Und von den Emotionen her ist dieser Tag, ich sage einmal nach meinen WM-Titeln, schon sehr, sehr hoch vom Pranking her einzustufen. Und das aus den Worten, aus dem Mund besser gesagt vom Andi Bromecker, dem absoluten Snowboard-Star. Der, ja, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ja, das Ziel war, dass ich da durchfahre durch den Zielbogen und sage, ich möchte noch einmal dabei sein. Und das möchte ich auf jeden Fall. Meine Frau hat mich schon ein bisschen zusammengeschissen, weil sie hat gesagt, ich schaue noch so gut aus. Also, da hätte ich ruhig noch eine Viertelstunde rausgefärtschen können, dass ich unter neun Stunden bleibe. Also, vielleicht ist das nächstes Jahr das Ziel. Also, mit neuem Ziel kommt da zurück der Andi Bromecker. Apropos, zurück zu euch ins Studio. Danke, Günther. Und Gratulation dem Andi Bromecker. Hat eine fantastische Frau, die hat sich wieder erholt. Und von hier, vom Studio, schöne Grüße nach St. Johan im Altendorf. Da, wo ja auch die Tour auf Austria Station gemacht hat, da ist der Andi Bromecker mit seiner wunderschönen Familie zu Hause. Genau. Die dritte Etappe hat dort geendet und die vierte auch dort begonnen. Wir schauen jetzt allerdings wieder zum Ötztaler Radmarathon und raus auf die Strecke zu unserem rasenden Reporter Christoph Zuhmann. Role Model. Ja, hallo. Ich bin da bei der Claire und die Claire hat mich gerade gefragt, wenn sie jetzt live on air ist, wird sie dann berühmt? Sicher, oder? Dafür mache ich das ja. Claire ist extrem entspannt und wir haben gerade festgestellt, sie schwitzt nicht. Das täuscht. Alles Wasser ist draußen und auch noch 10 Liter getrunken. Aber immer noch gut gelaunt und auf die Frage, wie geht's, muss ja gehen. Bis zum Schluss. Auf jeden Fall. Zum Aufgehen bist du nicht da, oder? Auf gar keinen Fall. Oh nein. Ist mein erster und es wird nicht mein letzter. Und du bist großartig. Und du hast nicht mehr weit. Es sind 5 Kilometer, 350 Höhenmeter. Das ist ja vor dem im Vergleich, was du schon geweistet hast, ein Lärcherlschass, würde man bei uns sagen. Also meine Eltern warten im Ziel, meine besten Freundinnen. Ich kann gar nicht nicht ankommen. Ja, dann will ich die nicht aufhalten. Die tragen mich die letzten 100 Meter ins Ziel. Und wir sind mit dem Herzen dabei. Du schaffst es. Und wir sehen uns denselben. Alles Gute. Wir sehen uns im Ziel. Danke. Super. Alles Gute. Bravo. Hallo. Die Claire im Gespräch da mit Christoph Suman. Übrigens 25.000 Nächtigungen werden aufgrund dieser Veranstaltung erzielt. Das ist natürlich von der Umwegrentabilität auch etwas Großartiges. Ja, für die ganze Region ist es natürlich super. Eine Aufenthaltsdauer von durchschnittlich drei Nächten. Also die die Fahrerinnen, die Fahrer und die Fans hier verbringen. Und was einfach besonders schön ist am Ötztaler Radmarathon. Toni, ich glaube das kannst du auch bestätigen. Hast du das auch mitbekommen? So viele von den Einheimischen sind mit dabei. Die backen Kuchen. Die stehen an der Strecke. Also die machen wirklich alles, damit das Event großartig wird. Ja, absolut. Ich war heute in der Früh beim Start dabei. Bin dann wieder nach Hochgurgel gefahren ins Hotel. Und hab dann sofort einen Livestream angeschaltet. Und dann hat man mal so die Behind-the-Sins-Momente mitgekriegt. Und da sind ja 200 Leute involviert. Mega cool zum Anschauen werden. Die Bayerinnen haben die Brote geschmiert. Kuchen ist gemacht worden. Und da merkt man einfach den Zusammenhalt von dem Dau Ötztal eigentlich erst einmal. Ich glaube da steht wirklich jeder Ötztal zu 100% hinter der Veranstaltung. Und ich denke auch nur so kann es funktionieren. Und es ist wahnsinnig cool zu sehen. Ja, wie da jeder sein Teil zu der Veranstaltung beiträgt. Jetzt haben wir es gerade gesehen. Die Söldner Bergrettung spielt am Dimmelsjoch zugehen. Wunderschöne Bilder also von der Strecke. Da wird auch schon wieder zu Fuß gegangen. Toni, wir haben es vorher besprochen. Höhen und Tiefen, das sind einfach Teil des Sports. Das weißt du auch als Leistungssportler. Viele plagen sich hinauf. Dann diese wunderschönen Momente im Ziel. Was macht für dich den Radsport auch aus? Ja, der Radsport glaube ich verbindet. Man ist nicht, also gerade jetzt in meinem Fall zum Beispiel, wo man es professionell macht, ist man ja Teil von einem Team. Es ist eine Teamsportart. Es ist keine Einzelsportart mehr, wo man selber zu Wettkämpfen fährt, dass man selber erfolgreich ist. Sondern man fährt für gewisse Personen. Vielleicht ist man auch dann einmal die Person selber auf den Gefahren wert. Aber jetzt im Bezug zum Ötztaler Radlmarathon. Man steht mit 4.000 Leuten gemeinsam an der Strecke. Da sind ein paar Prozent richtig ambitioniert, die das gewinnen möchten. Aber für die meisten geht es da eigentlich ums Durchkommen. Und da verbringt man wahnsinnig viel Zeit mit anderen Leuten, die man wahrscheinlich das erste Mal kennengelernt hat heute auf der Strecke. Und da geht man halt durch sämtliche Phasen vom Leben durch. Da tut man mit Sicherheit extrem oft zweifeln, warum man eigentlich am Start gestanden ist. Aber am Start stehen auch, bin ich mir ziemlich sicher, zu 100 Prozent richtige Sportler. Und in der DNA von einem Sportler ist das drinnen, dass man sich quälen mag. Das hört sich glaube ich ein bisschen pervers an. Aber man muss einen Spaß daran haben, dass man sich selber weht wird. Und weil man weiß, wie man es geschafft hat, ist das Glücksgefühl umso höher. Und um das geht es. Und wenn man sich die Bilder anschaut, die Menschen schieren, ihnen nicht radeln und das Tier muss sich auch aufheben. Die sind jetzt mittlerweile seit 12 Stunden im Sattel. Und die hören aber nicht auf. Was da für ein Wille und was für eine Motivation dahinter ist. Und ich muss auch immer sagen, klar der Profisport ist das eine. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich meinen Hut vor der Leistung bei einem Hobbyfahrer noch mehr erziehen. Weil ein Profifahrer fährt jetzt da in 6, 7 Stunden rum und schint sie und quält sie für 6, 7 Stunden. Und der Hobbyfahrer quält sie und schint sie genauso, aber für 12, 13 Stunden. Und also die Leidensfähigkeit von den Menschen ist enorm. Und ja, da wünscht man glaube ich jedem, dass er ins Ziel kommt und den Flair dann in Sölden noch aufsauen kann und sich feiern lassen kann. Weil du über diese Leidenszeit jetzt gesprochen hast, vielleicht kannst du ein Mindset mitgeben auch an all jene, die zu Hause momentan sitzen und sich denken, ja ich will mein Ziel vielleicht mal schaffen, was immer das für ein Ziel ist. Wenn es dir mal nicht so gut geht oder wenn du ans Aufgeben denkst, an was denkst du dann, dass du das doch trotzdem durchziehst? Ich denke selber persönlich ganz oft an schöne Erinnerungen zurück, an Momente, die mir der Sport gegeben hat, Erfolgsmomente. Und das ist aber komischerweise, das sind relativ wenige Momente. Auch jetzt in meinem Fall, ich bin jetzt 10 Jahre schon Profisportler, aber im Endeffekt habe ich eigentlich gerade so ein, zwei Momente, die ich immer wieder aufrufe in meinem Kopf. Und die gelangen aber, dass ich sage, okay, ich gehe heute bei 5 Stunden strömenden Regen trainieren oder wie beim Giro d'Italia, 16 Tage Regen, 2 Grad am Simplon Pass und du denkst dir, es geht nicht mehr. Dann bist du krank, aber dann weißt du ganz genau, irgendwann ist der Moment, wo du in Rom um das Kolosseum herumfährst und dann ist das von einem auf den Moment, von einem auf den anderen Moment ist das alles vergessen. Da denkst du ja dann schon wieder dran, Alter, wie blöd bist du eigentlich, du hast 21 Tage gesuffert, du bist durch sämtliche Leidenswege durchgegangen, kaum bist du einen Meter über die blöde Ziellinie drüber gefahren, alles vergessen. Also es ist ja auch irgendwo, aber da sieht man dann mal wieder, was der Sport mit einem Menschen draus macht. Immer als Sportler Dick, neben dem Kolosseum vorbeizufahren, wenn du das, wie jetzt erzählst, das ist so ein Privileg auch. Ja, das ist eine irre Erfahrung, da werden mit Sicherheit von meinen Kindern mal erzählen, aber das ist ja, glaube ich, das macht ja das dann auch erst so speziell, weil die 20 Tage davor waren. Und das ist ja das gleiche wie beim Ötztaler Radlmarathon. Die Einfahrt nach Sölden war nie so cool, wie wenn man jetzt zum Beispiel in Ötzt startet und nach Sölden fährt. Da liegen halt einfach vier harte Pässe dazwischen, wo man alles reingekaut hat, dass man da drüber kommt und das Ding irgendwie finischt. Und dann ist auch der Moment so besonders. Und wie gesagt, das ist völlig egal. Jetzt wird es bei uns, wenn man Grand Tour fertig fährt, einen großen Teamerfolg hat oder halt beim Ötztaler, wo man wirklich eine wahnsinnig lange und harte Runde bezwingt. Und dann fahren wir ins Ziel und dann ist das wirklich so der Ausgleich für sämtliche Schmerzen, Krämpfe. Ja, da werden mit Sicherheit brutal viele Flugwörter werden da fliegen auf der Strecke. Das wäre mir interessant, die verschiedenen Flugwörtern, die es gibt. Die zu zählen. Übrigens, apropos Zahlen, da wird wieder gefragt, wer ist der Älteste, die Älteste. Wir haben vorher was von 86 erwähnt. Dann Jüngste, glaube ich, ist 18 oder 19, oder? Da muss man sein, dass man mitfahren darf. Und dann schreibt jemand seit 17.34 keine neuen Zeiten mehr. Das kann deshalb sein, weil unsere Zeitnehmung keine Probleme hat, aber da momentan nachjustiert. Also die Zeiten werden in Kürze weitergegeben. Und vielleicht an die Regie, vielleicht kann man bei uns die Zeit wieder draufgeben. Ist jetzt auch passiert. 11 Stunden, 26 Minuten. Carina und Patrick, wie es der Toni gesagt hat, 11 Stunden, 26 Minuten. Patrick, du bist der Race Across America gefahren. Für dich ist das ja fast nichts. Carina, für uns unvorstellbar. Für uns ist es einfach unvorstellbar, dass man 11, 12, 13 Stunden in diesem Sattel sitzt und sich einfach quillt. Aber wie du gesagt hast, die Emotionen im Ziel sind einfach so. Ich habe gestern schon die Geschichte erzählt von der Frau Pfeiffer. Ich hoffe, sie ist entweder mit dabei oder hört vielleicht sogar zu. Die hat ihre Altersklasse gewonnen. Das musste so um die 70 gewesen sein. Und die Dame ist nach ungefähr 13 Stunden, da ist der Schneepflug gefahren am Team des Joch, das muss man sich mal vorstellen, bei einer Eiseskälte ins Ziel gefahren. Ich bin zum Interview mit der Rettungsdecke, habe sie eingewickelt und habe mir gedacht, gut, aus der Dame werde ich jetzt nicht viel rausbekommen. Ich habe gesagt, ja, wie war es? Und sie hat gesagt, das war das Geilste, was ich jemals gemacht habe. Und das war so schön, das zu hören, dass dir das Spaß macht und dass sie im Ziel ist. Und apropos Ziel, Stefan, ich glaube, die Lissi hat schon wieder einen Finisher, eine Finisherin vor dem Mikrofon. Jeder Laber richtig verdient. Liebe Carina, das ist genau richtig. Und du hast gesagt, das geilste Erlebnis hat dir diese Finisherin bestätigt. Neben mir ist der Heiko und er hat genau das jetzt auch zu mir gesagt. Lieber Heiko, erzähl, warum war das heute genau so lässig, diesen Ötztaler zu fahren? Weil ich hatte massive Probleme, massive Einschränkungen, Knieprobleme und es stand nicht der Leistungsgedanke im Vordergrund, sondern wirklich Finisherin. Also wirklich so, dass das Motto, was hier herrscht, durchbeißen, Disziplin zeigen, ankommen und ein Stück weit auch genießen, weil die Leistung, wie gesagt, gar nicht mehr im Vordergrund steht. Und von daher war ich heute, ich bin heute richtig, richtig stolz. Wir sind auch stolz auf dich und zwar zum elften Mal Ötztaler gefinischt. Genau, zum elften Mal und ich sage jedes Jahr, ich komme nie wieder, aber ich bin ein Wiederholungstäter. Ich liebe das Ötztal, ich liebe Tirol, ich bin in einer lieben Sonne untergebracht und genieße das. Also ich freue mich auf die Leute hier, freue mich auf die Community, freue mich auf den Austausch, freue mich auf die Gespräche unterwegs. Das ist einfach der Hammer. Wunderbar, dann genieße jetzt bitte deinen Finish und wir geben wieder zurück ins Studio. Sonne, ein lockern Spruch auf der Lippe. Einer, der diesen Tag so richtig genossen hat und ich glaube auch den Abend noch genießen. Wird er, Patrick zu dir, was wird heute noch passieren? Wie schaut dieses Prozedere in den letzten Minuten vor eben, der oder die letzte Teilnehmerin ins Ziel kommt aus? Jetzt wird es so sein, jetzt so langsam, jetzt haben wir elfeinhalb Stunden, also wir werden noch circa zwei Stunden, haben die Athleten noch Zeit, Sölden beziehungsweise das Dimmelsjoch zu erreichen. Und dann werden die Letzten im Konvoi von der ganzen Rennleitung, von der Rotkreuz über die Exekutive, werden die dann im Konvoi begleitet nach Sölden. Also es wird dann auch mal richtig eine Show hier in Sölden mit den letzten Athletinnen oder Athleten. Da wissen wir noch nicht genau, wer das sein wird. Wird hier nochmal eine riesengroße Show abgeliefert und es werden jede Menge Zuschauer im Zielgelände noch sein, um den Letzten oder die Letzte zu feiern. Patrick, ein Riesenkompliment auch an dich, weil du bist seit, ich glaube es sind seit fast zwölf Stunden jetzt live auf Sendung und du bist der Einzige von uns, der wirklich immer hier gesessen ist eigentlich mit vielleicht einer ganz, ganz kurzen Pause. Aber du warst immer hier im Studio. Geschlafen hast du ja in der letzten Nacht nicht ganz so viel. Du schaust trotzdem glendend aus. Wie geht es dir denn? Ja, das Kapitel letzte Nacht lassen wir mal auf ausgeblendet. Warst du dich denn kaputt, oder? Ja, wir waren im Katapult. Echt? Ja, natürlich. Ein Katapult. Ein Katapult, Katapult. Im Katapult. Nein, wir wollen noch schnell eins trinken. Es ist dann ein bisschen länger geworden, aber egal. Der Martin würde jetzt wieder sagen, du bist Langstrecke-Fahrer, du kommst mit wenig Schlaf sehr gut aus. Wenn du so zurück, dann kannst du Rieserrand ausstrahlen, wo ich 2018 gewonnen habe. Ich habe in die dreieinhalb Tage 50 Minuten geschlafen. Also da tut man jetzt mal ein, zwei Stunden nur Schlaf, tut man da nichts. Aber ich bin einfach so mit Energie und mir taugt es da einfach dabei zu sein. Ich wollte kurz was essen und ich bin einfach froh, dass ich wieder bei euch da bin. Und es macht einfach Riesenspaß mit dem ganzen Team hier. Doni, dein Gesichtsausdruck hat gerade bändig gesprochen. 50 Minuten in drei Nächten ist dir wahrscheinlich auch noch nicht passiert. Oh Gott, nein. Wenn ich meine zehn Stunden Schlaf nicht kriege am Tag, dann wird es schon happig. Heir in der Früh habe ich auch echt ums Überleben gekämpft, dass ich aus dem Bett rauskomme. Da tue ich mich richtig hart. Ich bin auch noch so, da bin ich richtig jung geblieben. Ich mache auch noch Mittagsschlaf. Das Privileg als Sportler, das nutze ich ja voll aus. Da kenne ich ja gar nichts. Der Dominik Landerdinger, der heute ja mitfahren wollte und aufgrund einer Krankheit nicht fahren konnte, hat sie mir auch immer gesagt, das ist ihm heilig. Also da kann sein, was ist er. Er braucht diesen Mittagsschlaf, auch wegen der Regeneration. Also da hat er nicht mal, wenn er irgendwo was verdienen hätte, können das gemacht, sondern Regeneration war ihm einfach mitunter das Wichtigste. Vielleicht können wir ja nochmals diesen Clip einspielen von heute am Morgen. Highlight in der ersten Stunde, weil ich habe auf Donis Instagram-Kanal heute auch gesehen, wie er beim Start alle Teilnehmer angefeuert hat und schon hineingerufen hat. Druck an, Druck an, du schaffst es und gib Gas. Und jetzt schauen wir in diesen Highlight-Clip der ersten Stunde. Start beim Ötztaler heute 06.30 Uhr, war es soweit. Und jetzt schauen wir in diesen Highlight-Clip. und jetzt schauen wir in diesen Highlight-Clip. Das sind kleine Bilder aus der ersten Stunde und man sieht jetzt da den Kontrast zu den Live-Bildern. Da sehen Sie unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich nach wie vor aufs Timmelsjoch hinaufquälen. Aber bald haben sie es geschafft. Und dann gibt es noch zwei kleinere Anstiege, bevor es dann bergab geht Richtung Sölden. Ja, über 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind unterwegs auf ihren Rädern. Ja, und mit welchen Rädern die unterwegs sind. Auch da haben wir ein paar spannende, interessante Bilder für Sie vorbereitet. Das Fahrrad an sich ist halt ein Dreck-Edmonta, zeichnet sich aus dadurch, dass es halt ein Bergfahrrad ist, leicht. Aber auch schon noch auf die Aerodynamik geachtet wird. Also insofern optimal für den Ötztaler Radmarathon geeignet. Das Besondere am Fahrrad ist, gut, einmal das Gewicht, das ist sehr leicht, das wiegt 6,7 Kilo. Und hat aber immer noch, man hat bei Dreck darauf geachtet, dass die Aerodynamik auch passt. Also insofern super geeignet. Ich finde das Elmunda, das ist ein Kletterer. Also damit komme ich gut die Berge hoch. Ich persönlich finde es genau passiv für mich. Ich habe die Geometrie ausgemessen und ja, ich komme sehr gut damit klar. Das ist so ein bisschen älter, da ist jetzt eine Oetegra verbaut und komplette Oetegra-Komponenten, mechanisch. Das Fahrrad ist 7,8 Kilo schwer. Also ich fahre das Fahrrad seit 2018 und bin sehr zufrieden damit. Go, go, go steht immer wieder beim Abspann hier bei uns auf den Videoleinwänden, auch in Sölden. Drei Videoleinwände sind aufgebaut worden. Riesige Infrastruktur und jetzt war also das Thema Rad das Thema. Donny, du fährst das Specialized Rad. Das ist euer Partner im Team, Bohrer Hans Grohe. Was hat sich alles verändert, seit du eben Radprofi bist, in Sachen Rad bei dir? Ja gut, ich habe das Radfahren gelernt mit mechanischer Schaltung, mit Felgenbremsen noch. Seit ich beim Team, Bohrer Hans Grohe bin, klar, Scheibenbremsen, elektronische Schaltung. Es wird extrem viel gemacht mit den Übersetzungen. Bei sich am Tag, wie heute, hat man wahrscheinlich 36, 34 gefahren. Genau, also da haben wir wirklich so viele Optionen, dass man einfach für sämtliche Steilheiten gewappnet ist. Und genau. Ja, wir bekommen auch wieder ganz viele Kommentare auf YouTube und in den sozialen Medien rein. Florian fragt zum Beispiel, gibt es irgendwo eine Finisher-Liste auf datasport.com? Kann man auch Ölstar-Radmarathon suchen? Da sieht man alle, die reinkommen momentan. Bei uns im Studio funktioniert es nicht, aber wir werden das natürlich dann nachholen und jeden Finisher, jede Finisherin ordentlich feiern. 3.706, das ist die Startnummer von Helmut Greis, Jahrgang 1943 vom Bruchköbel-Lauftreff. Und er ist also knapp 80 Jahre viel Erfolg. Wow. Schalten wir zu. Wir schalten wieder runter ins Ziel, zur Liz Puscher. Ja, ich stehe da jetzt bei der Miriam und beim Benno und die warten auf den Papa, auf den Dennis. Und mir brennt eine Frage auf den Lippen. Wie geht es nämlich der Frau von einem Ölstar-Radmarathon-Teilnehmer? Anstrengend, mega. Ich habe da gar keine Worte für. Zwischendurch war der Empfang weg, aber jetzt wissen wir wieder, wo er ist. Wie lange hat er noch, der Dennis? Na ja, anderthalb Kilometer noch zum Gipfel vom Tüppelsjoch. Wir gucken, schafft es. Er wird es auf jeden Fall schaffen. Sieht durch. Eine Frage noch. Das ganze Jahr lang trainiert man ja auf diesen Tag hin. Es war wahrscheinlich auch für dich heute ein früherer Start. Wie ist dir damit gegangen? Ja, viel Zeitaufwand natürlich. Aber das macht man mit. Um den Mann seinen Traum zu erfüllen, definitiv. Du bist die beste Frau, liebe Miriam. Und damit zurück ins Studio. Dein stärkster Muskel ist dein Wille und der stärkste Hintergrund ist die Familie. Genau, so ist es. Also ganz viele Angehörige im Ziel unten warten natürlich auf ihre Finisher. In eineinhalb Kilometern hat es der Ehemann geschafft aufs Tümmelsjoch. Und von dort ist es dann hoffentlich auch für ihn. Ein Spaziergang herunter zu uns nach Sölden und ins Ziel. Elf Stunden, 38 Minuten. Ja, und ich meine, Toni, was denkst du dir, wenn du diese Bilder siehst, wie sie sich teilweise hinaufquälen? Es ist schon ganz beeindruckend, wie viel Wille, wie viel Leidenschaft und wie viel Ehrgeiz da dann doch auch bei den Hobbysportlern mit dabei ist. Ja, Wahnsinn. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, da kann man gerade einen Hut ziehen. Die sind ja genauso am Limit wie die richtig, richtig schnellen Fahrer. Und nach 11,5 Stunden da jetzt wieder das Radl schieben. Ich finde das so cool zum Anschauen. Ja, wie gesagt, da kannst du wirklich gerade jedem wünschen, dass er das Ziel in Sölden erreicht. Wobei ich auch wirklich glaube, alle, die jetzt da so kämpfen, kämen auch nach Sölden. Denn die haben so einen Willen, die sind so motiviert, dass die das Kapitel in ihrem Leben abschließen. Und ja. Wir freuen uns auf alle, die dann bei uns ins Ziel kommen. Stefan, ich glaube, wir müssen ganz schnell rausgehen zur Strecke zu Christoph Summern. Ach so. Ja, ich habe mich da auf den Weg gemacht mit dem Thorsten aus Halle. Genau. Wie geht es dem Thorsten? Ganz gut. Die Beine sind ein bisschen angeschlagen, aber das letzte Stück schaffe ich noch. Das lassen wir jetzt nicht mehr nehmen. Aber ihr seid auch, ihr seid alle großartig, weil ich habe alle diesen Humor und dieses Lächeln im Gesicht nicht verloren. Ich verstehe das nicht. Also wenn mich jetzt da wer ansprechen würde, dann würden mir die Gesichtszüge entgleisen. Tja, das ist nun mal so. Unten in St. Leonhard, da ist nur das Lachen auch vergangen. Aber jetzt geht es wieder. Jetzt geht es wieder. Ende in Sicht. Ein wirkliches Ende in Sicht. Steigst du noch einmal auf vor der Passhöhe? Ja, ich steige jetzt auf. Jetzt ist es ein bisschen steil. Ja, nö, macht mir nichts. Ich steige jetzt wieder auf. Ich habe mich wieder erholt und jetzt geht es weiter. Und wir sind Zeitzeugen, wenn Thorsten aus Halle wieder in den Sattel steigt. Oh mein Gott. Und hoffentlich klappt es auch beim ersten Mal. Thorsten, Thorsten. Und wie es klappt. Alles Gute dem Thorsten. Danke, Christoph Sumann. Wer hat hier bei uns gefinisht? Wir haben den Wolfgang Auer. Wir haben den Christian Schleuter. Peter Breyer, Markus Segitz. Martin Strobl ist im Ziel in einer Zeit von 11.630. Christoph Blohner, Alex Weishäupel, Otto Jens, Sven Hubner, Elisabeth Kolbe. 11.34. Die großartige Zeit von der Elisabeth. Sven Hubner zum Beispiel. Einer von den Finishern gerade. Also wer das Ganze im Live-Tracking verfolgen wird, da kann man auch nach Startnummern suchen. Also wenn ihr die Startnummer eures Lieben, eurer Lieben wisst, dann einfach dort eingeben. Wie gesagt, auf datasport.com. Einfach runterscrollen bis zum Ötztaler Radmarathon. Und da kann man sich dann die Gesamtrangliste anschauen. Das Live-Tracking. Filtern nach Damen, Herren, nach Altersklassen und vieles mehr. Ja, der Arme Thorsten wird den Christoph Sumann möglicherweise ein bisschen verfluchen. Der hat nämlich jetzt, glaube ich, einige Körner verbraucht, weil er natürlich jetzt beim Wegfahren von der Kamera ordentlich Gas geben musste, oder Patrick? Ja, mir kommt es so langsam vor. Unser rasender Reporter auf der Strecke leben sehr gefährlich mittlerweile mit ihren Aussagen. Ob das der Sebi war, jetzt macht es auch der Sumi. Also ich hoffe, dass das immer friedlich alles abgeht. Aber nein, einfach wieder super. Ich sage, wie wir den Athleten gesehen haben, ich glaube, mit dem Toni gesprochen, der hat sicherlich mal an die 100 Kilo einmal einen riesen Respekt. Ich sage mal, wenn wir zwar jetzt da mit unseren Leichtgewichten uns noch ein paar Steine in den Rucksack geben, dass wir auf das Gewicht kommen von dem Athleten, da tun wir uns sicherlich auch schwer beim Bergfahren. Also riesen Respekt auch für solche Hobbyfahrer, die, sage ich, ein paar Kilo mehr mitzutragen haben, diese Strapazen auf sich zu nehmen. Also sensationelle Leistung. Sensationelle Leistung. Das kann man immer wieder nur unterstreichen. Und damit schalten wir wieder vom Tourismusbüro hier in Sölden zu... Liesbüro schauen. Ja, lieber Steff, liebe Carina, vom einen Steff zum anderen Steff. Und das ist ein Landsmann von mir. Deshalb darf ich dieses Interview führen, weil der Günther hat gesagt, ich muss dann übersetzen. Der Steff ist nämlich aus dem Trautal. Ja, also, ich bin der Egon, schon zu übersetzen, gell. Das macht nichts, gell. Aber ich bin richtig ein Trautaler, ein Kärntner. Habe halt auch ein Pealelekt und früher haben wir mit ihm geredet, der hat überhaupt nichts verstanden. Du, was ist denn deine Geschichte vom Ötztaler Radmarathon heuer? Erstmalig die Erfahrung gemacht. Erstes Ziel erreicht mit dem Startplatz. Und wie war es dann heute? Ja, in Kurzfassung oder in Langfassung? Kurz. Kurz, ja, das denke ich mir fast. Also, das erste Ziel war überhaupt einmal, einen Startplatz zu ergattern, ergattern und dabei zu sein. Das war das erste Ziel. Und da haben wir einen Sportverein bei uns im Trautal und haben wir uns einfach mal alle zusammen sieben Athleten beworben für dieses Nervenkitzel, möchte ich sagen, so wie heute. Jetzt bin ich froh, dass es Sommer ist, aber da haben wir es beworben und dann werden wir ja irgendwo im Dezember oder was, kriegen wir es bekannt gegeben und sind ausgelöst worden. Alle sind wir dabei. Leider gut, es haben zwei von die sieben Zeit, die ich nicht dabei hatte, zwei Spatten, die haben wir wieder ein bisschen abgeben, aber die anderen fünfe waren alle dabei. Und wie war dein Erlebnis heute, Ötztaler Radmarathon? Also, mein Erlebnis heute, das war brutal. Also, ich sag's dir, also im Mundort, zuerst habe ich so eine Basing-Tabelle gehabt, also ich war super unterwegs. Aber dann zum Schluss am Timmelscheraufen, bei dieser Hitze, das war der Wahnsinn. Ich habe Krämpfe gehabt, ich kann euch beschreiben, es tut ja jetzt noch weh, es tut ja jetzt noch weh, und ich habe sicher am Timmelscher 40 Minuten verloren. Aber jetzt bist du im Finish. Ja, jetzt ist es im Finish, und jetzt trinken wir eine Bierle, und das passt gut, und das Schönste für uns ist das, in einer Gruppe dabei zu sein. Wunderbar. Einfach mit fünf Leuten da, ich hab's eh schon gesehen, wir haben einen Mutz-Gaudi, wir gehen mal nicht raus, bis der Letzte da ist. Jetzt warten wir dann auf den letzten Finisher, und jetzt müssen wir wieder das Studio abgeben, wir ratschen noch ein bisschen. Ja, passt, ja, alles klar. Also, zwei Kärntner vor dem Mikrofon. Stefan, erinnert dich dieser Finisher an irgendjemanden? Ja, rein von, nicht nur von der Sprache, sondern von seiner Art, wie er redet, an Kati Truppe, die redet auch so authentisch bei ihren Interviews, und ich glaube, das liegt den Kärntnern einfach die Authentizität. Die Herrschaften, die wir hier in der Kurve sehen, die genießen da, glaube ich, momentan vielleicht teilweise den Ausblick, aber möglicherweise in Kürze auch ein Interview mit Christoph Sumann, glaube ich, haben wir da gesehen, oder? Ja, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da in der Kurve sitzen, die sollten sich, glaube ich, bald aus dem Staub machen, bevor der Sumi sie vor das Mikrofon holt. Stefan, wir müssen uns jetzt leider von einem Studiodausch verabschieden. Ja, schade, schade. Wir hätten ihn gerne hier, er wäre auch gerne noch länger hier, der Toni Balzer, aber er hat noch eine weitere Aufgabe, und diese Aufgabe heißt schlafen gehen. Er braucht die zehn Stunden, und die hat er von gestern auf heute nicht ganz zusammenbekommen. Toni, alles Gute, was da noch auf dich zukommt in dieser heurigen Saison, das hast du ja schon erzählt, Tschechien-Rundfahrt, Kanada, glaube ich, steht am Programm, Deutschland-Tour. Genau. Das sind die großen Aufgaben. Ja, vielen Dank von meiner Seite für die Einladung war für mich ein richtig cooler Tag, das mitzumereben vom Start bis ins Finish. Genau. Jetzt muss ich schlafen gehen. Wie gesagt, da feigelt es mich, da wäre ich richtig ungut. Das wollen wir ja nicht. Und wir sehen uns ja sowieso schon wieder nächste Woche, wahrscheinlich, Stefan. Bitte, bitte, das wäre drauf. Alles gut, Toni Balzer für den restlichen Sommer, und wir schalten jetzt rauf zum Christoph Summern. Alle, wir singen alle. Ötztaltourismus singt ein Lied. Ich finde das großartig, wir haben da ein Geburtstagskind gefunden, die Steffi. Wir fragen nicht, wie alt sie geworden ist, wahrscheinlich so irgendwo zwischen 20 und 23. Ungefähr. Nein, das Gute ist ja, dass es heute der 42. Geburtstag ist, es ist ja der 42. Ötzi, deswegen bin ich da. Das passt wie die Faust aufs Auge, und wenn wir schon da sind und die Steffi auch da ist, dann werden wir ja jetzt schnell einen Sternzin singen, oder, würde ich sagen? Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Steffi! Happy Birthday to you! Vielen Dank! So, liebe Steffi, schwing dich in den Sattel und fahr ihn nach Selden und dann trinkt man dort gemeinsam ein Bierchen. Unbedingt, ich brauche ein Bier. Happy Birthday! Happy Birthday auch von unserer Seite und wir feiern diesen Geburtstag. Der Dominik hat das gehalten, was er uns versprochen hat. Carina? Genau, denn der Dominik Kuhn hat uns jetzt eine Kiste Bier und alkoholfreies Bier ins Studio gebracht. Vielleicht können wir das auch mal ganz kurz zeigen, liebe Regie, inklusive natürlich dieser Mehrwegbecher. Dieses Mal das erste Mal dabei. 20.000 davon gibt es. Die werden natürlich auch in den nächsten Jahren wiederverwendet. Da sind sie also. Vielen Dank, Dominik. Du hast wahrscheinlich auch schon nach diesem langen Tag und nach diesen langen Wochen und Monaten richtig Durst. Ich habe richtig Durst und jetzt liegt es in der Priorisierung und das ist jetzt ganz oben gestanden. Also Gesundheit und Happy Birthday von meiner Seite auch noch. Danke dir, Dominik. Boah, wir nähern uns den zwölf Stunden und es warten noch einige Highlights. Vor allem natürlich dann das letzte Highlight und deshalb ganz wichtig, wie viele schauen denn momentan zu? Es sind knapp 3.200, zwei Sieben. Also wir müssen wieder nach oben kommen und wir werden nach oben kommen. Steigere, bitte. Ihr müsst euch unbedingt heute dieses große Finale vom 42. Ötztaler anschauen. Ja, 42. Geburtstag eben von der lieben Steffi und 42. Ötztaler Radmarathon. Das passt wie die Faust aufs Auge. 11 Stunden 48 Minuten sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterwegs. Was für eine großartige Leistung. Wie gesagt, um 20 Uhr wird dann oben zugemacht, Martin. Nein, 1930. 19.30. Ist schon soweit. Während der Steine hier schon eine Bierle knöpft. Was machen wir am Schluss dann? Er bringt es eh nicht auf. Er bringt es nicht auf. Kein Problem. Er bringt es nicht auf. Der Stefan und ich haben am Morgen Urlaub. Leider nicht gemeinsam, der Stefan, aber... Das werden wir jetzt merken. Das Wort auf leider. Aber erst ab 21.15 Uhr. Das ist das Schöne. Schau, da kommt schon der Öffner. Was für großartige Finisherinnen und Finisher, die hier bei uns hereinkommen. Da ist jeder ein Sieger. Stefan, du hast alle Ergebnisse bei dir, damit wir wieder Namen erwähnen können von all jenen, die bei uns hier hereinkommen, die den Ötzaler Radmarathon beenden können. Prostet euch mal zu. Das ist schön. Was schaut ihr das an? Da kommen die Athleten rein. Suchen natürlich ihre Familienangehörigen und auch Freunde und Freundinnen. Da werden sicher einige Freudentränen auch kullern. und hoha! Das Kühe da hält man eigentlich hinter uns. Wie unser Redakteur sagen würde, ich will Kühe sehen. Jetzt seht ihr mal noch andere Vieher, die hier rumrennen. Das gehört zum Ötztaler Radmarathon. So ist es. Das ist oben am Crosspoint, also an der Mautstation. Wenn ich jetzt da richtig sehe. Genau. Also in Hochgurgel. Und ich glaube, der Bauer holt seine Kühe ab. Wenn wir da hinüber blicken, da sitzen sie, da warten sie. Es ist einfach knallhart, wo sie da noch rauf müssen. Erschöpfung ist sicherlich angesagt. Stefan, das sind die Bilder. Das sind die Bilder, die den Ötztaler so populär gemacht haben. Apropos Bilder. Es gibt natürlich in den kommenden Tagen auch diverse Berichte. Martin, was kann man davon berichten? Ja, das Team von Quattro Media ist bereits jetzt dran. Also es gibt den Newsblock, der jetzt dann rausgeht, wird es überall in den Bundesland heute Sendungen im ORF. Dann gibt es das große Magazin, das Highlight-Magazin. Das ist immer sehr qualitativ, hochwertig produziert von Stefan Aglassinger. Ja, und dann werden viele Berichte werden gesehen. Die K19 bringen wir den kompletten jetzt aller Radmarathon noch einmal. Ja, Carina? Wir haben wieder eine Frage bekommen im Livestream. Und zwar, wann ist denn Selina Mink ins Ziel gekommen? Wir haben gerade nachgeschaut. Wie gesagt, auf datasport.com gibt es alle Ergebnisse und das Live-Tracking und die liebe Selina hat es geschafft in 9 Stunden 29 Minuten und 8 Sekunden. Herzliche Gratulation an dieser Stelle. Manfred Stark ist im Ziel, Holger Maywald ist im Ziel, Verena Foch ist im Ziel und alle wurden sie unter anderem bedient von den unzähligen Helfern und einige Helfer zeigen wir euch jetzt bei uns mit einem Beitrag. Wir wissen, wir wissen, Schaube, schaube, schaube. Im Namen aller Helfer war das also ein kleiner Auszug von den Helfern. Nochmals Dankeschön an viele, viele unzählige helfende Hände. Also, das sind die wahren Champions, die jetzt immer noch die mentale Stärke haben, um weiterzufahren. Ja, Philipp, da hast du vollkommen recht und da wird man leiden. Das ist unglaublich. Schau dir diese Bilder an, da sieht man, der Schmerz ist da, aber er wird gehen. Der Schmerz geht, der Storch bleibt. Das war nicht Goethe, das war nicht Brecht, das war Böckle. Nein, das ist der Spruch der Wachauer Rattage und das ist nächste Woche. Genau, die haben dich heute schon begrüßt, Martin, die Wachauer Rattage nächste Woche. Wir werden übrigens mit jemandem in Kürze sprechen, der sich viel vorgenommen hätte. Letztes Jahr Riesenbech gehabt, heuer war er wieder bei den Favoriten mit dabei, wieder Pech gehabt. Die Rede ist von Pauli Werbeniak und ich glaube, der Pauli wird bei uns eintreffen. Weltbester Schiebergsteiger, nicht einer der besten. Weltbester Schiebergsteiger. Stimmt, in seinem Alter definitiv. Und in der Weltspitze ist er ganz, ganz vorne angekommen und der wird also bei uns ankommen, Carina. Und vor allem, heute habe ich echt gestaunt, wie der Papa rennen kann. Der Heinz. Ja. Der Heinz war einer der besten Mountainbiker Österreichs. Einer der besten Schiebergsteiger Österreichs. Er ist ewig jung und ist bei den Schiebergsteigern im Nationaldeam des österreichischen Skiverbandes einer der Chefcoaches. Mega, mega Typ. Hat Ironbike Durst moderiert, hat er gewonnen. Unter anderem Heinz Werbeniak und vieles mehr. Und bis es soweit ist, bis der Pauli bei uns eintrifft. Carina, könnten wir was machen? Wir schauen uns jetzt gemeinsam mit euch vor den Bildschirmen noch einmal die Highlights der letzten Stunde an beim Ölztaler Radmarathon 2023. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und da wird immer wieder dasselbe Szenario eingespielt. Leute, die momentan ja abseits der Strecke einfach mal eine Pause einlegen müssen. Andere, die ihr Rad schieben. Andere, die aber immer noch am Rad fighten. Und alle haben sie einen gemeinsamen Traum, nämlich den Traum hier zu beenden, das Ziel zu sehen. Und für einen ist sich das heute nicht ausgegangen. Der ist bei uns jetzt eingetroffen und er lächelt eigentlich meistens. Er ist eigentlich immer gut gelaunt. Gut gelaunt ist er jetzt wahrscheinlich so halbwegs. Aber er ist vor allem ein wenig traurig. Pauli Werbenjak, es will einfach nicht sein beim Ölztaler. Was ist bei dir heute wieder passiert? Ja, genau so ist es. Also jetzt zweite Teilnahme heuer. Und leider das zweite Mal am Hinterreifen einen Batschen wieder gehabt. Die Milch hat leider nicht gedichtet. Auch die Patrone ist leer durchgegangen. Hab dann noch probiert, zehn Kilometer auf der Felge irgendwie Ersatzmaterial zu suchen. Oder schauen, ob irgendwer einen Schlauch dabei hat. Aber leider vergebens. Und so ist mir nichts mehr anderes geblieben, wie am Anfang vom Jahr auf dem Pass Rennen zu beenden. Du warst ja relativ lang mit dabei, weil als ich um zehn dann gegangen bin und irgendeinen Stefan übergeben habe, warst du eigentlich noch voll vorn mit dabei. Und du hast selber gesagt, du hast dich eigentlich super gefühlt am Rad heute. Ja genau, also wie erwähnt, wir waren relativ eine große Gruppe im Brenner. Da war das Tempo nicht allzu hoch. Dann sind eben vier Leute weggegangen. Aber ich glaube, wir haben noch relativ gut alles unter Kontrolle gehabt. Wie es dann weiter gegangen wäre mit den Füßen, ist natürlich schwierig zu sagen, weil Jaufen, Bass und Dimmis ja auch schon zwei richtig große Berge sind. Aber bis dahin hat alles super gepasst und war echt motiviert, dass das dann so gekommen ist. Ist natürlich doppelt schade. Pauli, jetzt bist du heute angetreten mit dem Ziel, ganz nach vorne zu fahren, obwohl du nicht so viel trainieren konntest eigentlich wie im vergangenen Jahr. Du hast da eine knallharte Wintersaison hinter dir mit großartigen Erfolgen. Vor allem habt ihr euch erstmals auch in Österreich zeigen können bei einem Heimweltcup in Schladming. Ja, was ist die Zielsetzung jetzt für das kommende Jahr? Du hast dich fest gelaufen eigentlich in der Weltspitze. Unglaubliche Resultate für dein erstes Jahr bei den Großen. Wie soll es jetzt weitergehen bei dir? Ja, natürlich wäre es super, wenn ich jetzt an die letzten Erfolge nächstes Jahr anknüpfen kann. Im Sommer jetzt einmal super vorbereiten. Was bei mir sicher noch ein bisschen verbesserungswürdig ist, ist eben der Sprint, was auch 2026 olympisch ist. Und dabei heuer im Sommer ein bisschen ein Hauptaugenmerk drauflegen und wichtige Punkte auch für den Gesamtweltcup zu sammeln. Ja, und in die anderen zwei Disziplinen, wie erwähnt, also wäre es super, wenn ich wieder in den Top 5 mitmischen kann. 2024 findet er wieder statt, der Skibergsteiger Weltcup in Schladming. Armin Höfel hat heute geschrieben, wo ist der Pauli unterwegs? Sarah Dreyer hat geschrieben, Johanna Hiemer. Also alle haben sie mit dir mitgefiebert. Das muss man eh sagen, ihr seid eine super Truppe, oder? Ja, genau so ist es. Also die Sarah war sogar heute da und hat mich betreut. Die ist am Timmersjag gestanden. Leider habe ich die Flasche nicht entgegennehmen können von ihr. Aber ja, es haben alle sich gesorgt im ersten Moment, weil halt keiner genau gewusst hat, was los ist. Aber ja, mit allen schon telefoniert und es gibt Schlimmeres dann im Nachhinein, aber ist natürlich schade. Patrick, Skibergsteigen, eine Sportart, die du verfolgst? Ja, natürlich. Ich gehe selber auch sehr viel Skitour, speziell wo ich noch im Leistungssport war, beim Radelfahren, war eigentlich im Winter die Grundlage. Habe ich mir dort für den Sommer mit Skibergsteigen oder mit Skitouren gehen geholt. So wie der Pauli im Berg hochspringen, das ist mir doch eine Spur zu schnell. Aber im Winter halt sehr viel Grundlagentraining auf die Skier und ich habe da mal, ich glaube, in meinem besten Winter habe ich an die 80 Skitouren gemacht und bin da knapp 200.000 Höhenmeter gegangen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlecht. Die Profis belächeln das, glaube ich, ein bisschen, aber ich glaube, der Pauli ist ja wirklich ein Profi und der macht das natürlich sehr professionell. Und ich nehme es halt eher als Ausdauertraining, wie es der Pauli wahrscheinlich im Sommer das Radelfahren für den Winter wieder nimmt, dass er im Winter wieder Vollgas geben kann. Genau so ist es, aber da muss ich jetzt einmal einklinken. Also 200.000 Höhenmeter sind da nicht mehr ganz so wenig. Pauli, vielleicht reden wir nochmal ein bisschen über den Ötztal. Jetzt hat es leider heute nicht geklappt wegen einem technischen Effekt bzw. wegen einem Batschen am Hinterrad. Aber wenn du diese Bilder siehst, wie sich die Leute da raufquillen und jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer wird dann am Ende in Sölden so richtig gefeiert. Es ist schon ein großartiges Event, oder? Und als Sportfan, du bist Profisportler, du bist ein Sportfan, du kennst diese Emotionen, ist es wunderbar zu sehen. Wie viel Leidenschaft die Leute auch an den Tag legen? Ja, also die Stimmung draußen, ich war gerade selber draußen und habe eben die Radelfahrer, die jetzt unterwegs sind, angefeiert. Wenn man sich das vorstellt, die sind jetzt zwölf Stunden am Weg, zwölf Stunden am Limit und verfolgen ihren Traum. Also ja, da kriegt man wirklich Gänsehaut und auch wenn man die Bilder jetzt sieht, die kämpfen sich nicht mehr, das Team ist auch hinauf. Also bewundernswert, das auch nicht mehr einen Vollzeitjob alles zu machen und unter einen Hut zu bekommen. Und die Stimmung da in Sölden ist einzigartig. Also das kann man gar nicht wirklich erklären, wenn man es nicht selber gesehen hat. Was wir ja ganz gerne machen hier im Live-Stream seit zwölfeinhalb Stunden, wir nageln die Leute immer schon fürs nächste Jahr fest. Wie schaut es bei dir aus, Ötztaler Radmarathon 2024? Boah, ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Also im ersten Moment habe ich gesagt, der Ötztaler hat mich gesehen nach zwei Patschen, aber ich glaube, morgen schaut die Welt schon wieder anders aus. Wird sicher nächstes Jahr wieder, glaube ich, eine neue Edition geben. Ich gebe dir eine Motivationsspritze mit, weil wir haben ja die verschiedensten Streams und auf einem Stream schreiben zwei direkt hintereinander, ob sie die Telefonnummer von dir hatten können. Also der Quotenbringer. Lustigerweise auch, die Liz Puschal ist kurz jetzt bei uns im Studio hereingeschneit und hat nur den Daumen nach oben und dann kurz auf den Paul gezeigt. Also du hast einige Fans da draußen und natürlich freuen wir uns, wenn wir dich dann im Winter wieder bei den Wettkämpfen sehen. Aber wie gesagt, Ötztaler Radmarathon 2024. Hoffen wir natürlich auch, dass du mit dabei bist. Aller guten Dinge sind drei und ich bin mir absolut sicher, nächstes Jahr haut es hin, Wolfs. Ja, hoffentlich. Also würde mich freuen, wenn ich nächstes Jahr wieder da sitzen darf und das aber mit guten Neuigkeiten. Toi, 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 alles Gute und seine große Stunde wird dann mehrfach im Winter schlagen. Pauli Werbeniak, der Boosterboy der österreichischen Skibergsteiger, das Beste, was dieser Sport zu bieten hat. Und der kommt also aus Österreich. Übrigens haben wir gerade gehört, das müsst ihr jetzt noch mitbekommen, auch du, Pauli. Bergankunft heute bei der Tour de Frost. Felix Gall wieder stark, ist jetzt gesamt schon 16. Es führt weiter Wienegaard, ich glaube auf zwei, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Wird wahrscheinlich der Bogus sein. Und an der dritten Stelle Jai Hindley vom Team Bora Hansgrohe, während hier wieder gefeiert wird, weil es über die Ziellinie gegangen ist. Das macht eben den Ötzi aus, also gerade diese Emotionen dann im Ziel. Wir freuen uns natürlich wieder, wenn dann Günther und Liz uns ein paar Emotionen hinterm Mikrofon liefern. Und auch Christoph Schumann ist unterwegs, der müsste jetzt dann langsam ganz oben sein am Timmelsjoch und wird dort dann den ein oder anderen vor das Mikro holen. Er wurde gestern nochmals eingeschworen, oder er wurde richtig eingeschworen, den letzten oder die letzte eben ins Ziel zu bringen. Da stehen wir übrigens, sehen wir Stefan Amelini, den Rennleiter dieser Veranstaltung. Und Carina, was sagt die Dani zu dir? Ja, der Günther hat das, glaube ich, gehört und im Ziel hat er den nächsten Gast vom Mikrofon. Und das ist unser nächster Träumer, Robert Moser. Tatsächlich, ja, 4400 Träumer heute Morgen gestartet. Und einen der Träumer, der ja über eine längere Zeit begleitet wurde, habe jetzt hier bei mir den Robert Moser, der Robert, der sich zum 60. Geburtstag gewünscht hat, noch einmal nach acht Teilnahmen den Ölstaler fahren. Robert, wie ist es gegangen? Wir nehmen vorweg, es geht gleich für dich ins Studio, aber jetzt ganz frisch nach der Zielankunft. Wie ist es da gegangen? Es ist für mich wirklich die gefürchtete Hitzeschlacht geworden heute. Ich bin ab Brenner mit Krämpfen gefahren. Eigentlich muss ich ganz ehrlich zugeben, es hat nur zwei Gründe gegeben, warum ich jetzt, obwohl ich acht oder neunmal den Ölstaler gefahren bin und heute nicht im Besenwagen eingestiegen bin, das war einmal die Plattform, weil ich wusste, ein Bier wird es mir erwarten und das wäre mir peinlich gewesen. Und meine Freundin, die Verena, die war halt so stark und die hat mich definitiv bis ins Ziel gezogen heute. Zwei gute Motive, zwei gute Gründe und dann dritten wird es jetzt gleich noch geben, um das nächste Jahr wahrscheinlich wieder zu kommen, aber das wird euch jetzt dann gleich im Studio wahrscheinlich ausführlich alles verraten. Wir sind gespannt, zurück zu euch ins Studio. Dieser Robert Moser schaut sowas von fit aus. Da gibt es eine neue Frage von Salzsportbilder. Patrick, das musst du beantworten. Darf man mit einem Mountainbike Hardtail teilnehmen? Fragezeichen. Gute Frage. Ich glaube, man darf, aber es bringt da eigentlich nichts. Dadurch, wenn du mit den Stollenreifen einfach viel zu langsam bist und du würdest wahrscheinlich diese Distanz in der Zeit, was wir haben mit den 13 Stunden, gar nicht schaffen. Also es bringt nichts und ich glaube eher, dass der Veranstalter da sagen wird, nein. Vielleicht wäre es ein bisschen pannensicherer. Genau für Pauli. Also was für dich, oder Pauli? Genau deshalb wollte er noch hierbleiben, der Pauli Werbener, um das noch rauszuwerfen. Vor allem der Pauli hat die Kondition, dass er es in diesen 12, 13 Stunden trotzdem geschafft. Aber vorne an der Spitze, wo er ja gerne fahren möchte, wird es sich halt mit dem Mountainbike nicht ausgehen. Also ich bin mir sicher, nächstes Jahr steht er am Start, Pauli Werbener, dann wahrscheinlich mit Caterpillar-Reifen, dass nichts passiert. Ja, irgendwas werden wir uns da schon überlegen. Oder kann der Papa eigentlich die Ersatzreifen mitnehmen? Der könnte eigentlich Ersatzreifen? Ja, also mein Vater hat mich halt betreut mit dem Auto, der ist immer eigentlich auf die Autobahn aufgefahren und wieder ab. Wir haben ihn nämlich einmal sogar gesehen, wie er da gedrängt, da ist er auf so einer schrägen Wiese gestanden bei einer Böschung und hat da... Ja genau, und der hat eigentlich bis zum Brenner bei jeder Station Ersatzlaufräder mitgehabt und es ist fünf Kilometer danach, ist es dann leider passiert. Also es wollte nicht sein. Da sieht man auch, die beste Vorbereitung nützt am Ende nichts, wenn eben es nicht sein will, wenn ein bisschen Pech dazukommt. Und zum zweiten Mal also das Pech in dem Fall für Pauli Werbeniak. Immer wieder, da geht der Blick von der Carina zum Pauli hinüber. Stefan, so ein fescher junger Mann und vor allem ein großartiger Sportler. Du weißt aber genauso gut wie ich, wir, unsere besten Zeiten sind ja eigentlich schon vorbei, zumindest was das Sportliche betrifft. Ich rede jetzt hauptsächlich von dir, muss ich dazu sagen. Nein, aber es ist immer schön zu sehen und das habe ich mir halt auch schon gedacht, wie der Andreas Goldberger da waren. Wir haben ihn an die Pomeka vor dem Mikrofon gesehen. Der Jo Lampater war da. Total schön, dass auch die österreichischen Sportler aus anderen Sportarten mit dabei sind beim Ötztaler. Eine super Leistung, natürlich auf die Straße bringen, aber es ist auch eine Inspiration für jeden, der da an der Strecke steht vor dem Livestream, dass man solche großartigen Sportler auch sieht und weiß, cool, wenn die das machen, möchtest du das auch mal machen? Es ist eine wunderschöne Community. Jeder möchte für sich selber das Beste abrufen, das Beste erreichen. Jo Lampater heute an der, ich glaube schlussendlich ist es, der 69. Platz geworden. Einer der Besten übrigens des österreichischen Skiverbandes. Er wäre drauf und dran gewesen, wahrscheinlich der Beste zu werden, der Pauli Werbenjak. Was haben wir momentan für eine Zeit? Zwölf Stunden und acht Minuten. Da waren die Besten, sind schon fünf Stunden jetzt im Ziel und da kann man erst erahnen und erkennen, welche Leistung, vor allem auch, welche mentale Leistung all jene bringen, die jetzt noch auf der Strecke sind. Da sehen wir auch wieder die Papa-Schilder, also es ist einfach wunderschön, wenn man reinkommt und dann natürlich auch die eigene Familie sieht und gleich dahinter Liz Puschan und Günter Leitke mit den Kameras und den Mikrofonen. Mich würde ja wirklich wundern, Stefan, wo der Sumi unterwegs ist. Ja, der ist oben. Ich glaube, der ist am Timmelsjoch oben und wartet. Ja, noch ist er nicht, weil das müsste eh seine Kamera sein, die uns das einfängt. Nein, Sumi ist im Auto unterwegs mit Oliver Schwarz. Und Stefan Grabichler ist der Kamera und das ist die Autokamera, wird uns hier gesagt, von Patrick Betz, der da also diese Bilder für uns einfängt. Pauli, weil du dir es hier gemütlich gemacht hast, so wollen wir dich natürlich schon auch noch einbauen, wie geht es denn bei dir weiter, was ist jetzt als nächstes angesagt heuer noch? Ja, also ich fahre jetzt nächste Woche direkt weiter ins Ostertal, habe kurzfristig noch den österreichischen Meisterschaften vom Nationalteam, ja, eigentlich die Chance bekommen, meine erste internationale Rundfahrt zu fahren und freue mich jetzt schon sehr drauf, fünf Tage lang. Das wird, glaube ich, eine richtig coole Sache werden und sicher neu erfahren. Ich grüße übrigens Gerhard Müllauer, der schreibt großes Kino hier heute zu Hause bei uns. Wir sitzen seit Stunden bei dieser Live-Übertragung. Er war selber auch am Jaufenpass vor Ort und möchte nächstes Jahr mitfahren. Also er hat die Lust bekommen, auch hier zu starten. Wie, glaube ich, viele, viele andere. Wie schaut dieses Prozedere eigentlich aus, Patrick, dass man hier mitfahren kann? Es melden sich bis zu 20.000 Menschen an, 4.400 werden schlussendlich ausgelost. Wie funktioniert das? Meistens ist es so, dass im Herbst dann zum Registrieren, also online auf der Ötztaler Radmaterialseite freigeschalten wird. Dann kann sich jeder registrieren. Es sind, ich wurde heute schon korrigiert, es waren heuer 19.000, die sich registriert haben für den Ötztaler Radmarathon und dann durch das Zufallsprinzip werden die 4.000 Startplätze dann verlost. 52 Prozent kommen alleine aus Deutschland. Kann es sein, dass ich irgendwo diese Zahl von 20 Prozent gelesen habe für Österreich? Karina, du schaust dir die Unterlagen immer besser an, aber ich glaube, das ist ungefähr so, oder 20 Prozent? Ungefähr, ja, also wie du sagst, 52 Prozent aus Deutschland, also die überwiegende Mehrheit aus Deutschland, ungefähr 20 Prozent Österreicher und der Rest verteilt sich natürlich auf Italien, auf die Schweiz, auf natürlich die anderen Nachbarländer, Slowaken sind viele dabei, aber auch aus Skandinavien, wir haben gesehen, USA am Start, also aus der ganzen Welt eigentlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer und das ist natürlich singglaublich. 30 Länder haben teilgenommen und aus Italien, aus Südtirol kommt unser Moderator und das ist Günter Leikep und zu dem schalten wir jetzt ins Ziel. Ja, so schade, dass ihr nicht miterleben könnt hier vor Ort, was das hier für eine coole Stimmung ist, das ist so toll. Und apropos Teilnehmer aus aller Herren Länder, aus der ganzen Welt, ich habe hier den Janusz aus Polen bei mir, Janusz, wie war, wie war der Ötztaler 2023? Ja, war hart, lang, heiß, aber mega geil. Punkt und damit zurück zu euch. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Günter Leikep da mit dem Interview, er beheimatet in der Biathlon Metropole Antholz, wo wir natürlich auch Grüße hinschicken, da hat uns nämlich zuvor schon Luki Hofer geschrieben, auch Dorothea Wira war heute schon beim Livestream dabei, genauso wie Erika Ballhober und Lisa Widozzi, letzte Woche beim Dolomiten Rennen, glaube ich, Pauli ganz vorne gewesen, oder? An der vierten Stelle. Ja genau, also da war ich auch zufällig dort, weil da sind wir gerade von Livigno heimgefahren und dann haben wir dort noch vorbeigeschaut und da habe ich es eben getroffen, also die ist auch sehr motiviert, was das Radfahren betrifft, also vielleicht sehen wir es nächstes Jahr auch am Start beim Ötztaler. Und weil wir vorher Robert Moser gesehen haben beim Interview, was Liszt oder was Günter Leikep weiß ich jetzt nicht mehr, wir könnten vielleicht nochmals diese Träumergeschichte uns in Erinnerung rufen, wo eben Robert Moser in der Hauptrolle war und ist. Ja, es tut weh. Es tut einfach weh. Ich bin der Robert Moser, fahre jetzt seit 20 Jahren Ötztaler Radmarathon, das heißt ich habe achtmal daran teilgenommen, bin meine beste Zeit 2012 gefahren, 9.31 und jetzt habe ich mir gedacht, wo ich 60 Jahre alt bin, muss ich meinen Traum endlich einmal umsetzen und unter 9.30 fahren. Es wird nicht einfacher werden, zehn Jahre später, aber ich halte es nicht für unmöglich und lege alles ins Feuer, damit mir das irgendwie gelingen mag. Ich habe ja eigentlich alle Fehler gemacht, die man machen kann für solche großen Radmarathons, dass man zu wenig getrunken hat, dass man zu schnell den ersten Berg rauf gefahren ist. Ich bin von Innsbruck schon bereits mit Krämpfen bis über das Türmelsjoch dann am Ende gefahren und habe dort so viel Lehrgeld bezahlt und so viele Schmerzen liegen lassen. Einmal gescheiter sein und dann geht es schon wieder ein bisschen mehr vielleicht unter Umständen. Ich bin Bereichsleiter auf der Neuropathologie in Innsbruck. Wir sind da ein kleines, aber sehr feines Team, sehr sportliches Team. Und mittlerweile habe ich so viele Arbeitsjahre am Rücken, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, das erste Mal in meinem Leben die Stunden zu reduzieren, dass ich einfach mehr Zeit fürs Training habe. Du hast mir das bitte schön jetzt dick draufschneiden, gell? Ja, die Verena kenne ich jetzt seit 25 Jahren. Die ersten Jahre hat sie mich immer sehr treu begleitet als Betreuerfahrzeug und so weiter. War eigentlich ein super Service, muss ich sagen, der mir mittlerweile abhanden gekommen ist, weil sie selber angefangen hat Radl zu fahren. Hat einen Vorteil, dass wir viele schöne Ausfahrten zusammen machen. Schon alleine aus dem Grund, weil ich da sehr profitiere, weil da drücke ich nicht so aufs Gas, da passe ich mich ihren Tempo an. Ab der Startlinie beim Rennen sehen wir uns natürlich nicht mehr, weil da fährt jeder das Rennen für sich. Die Ötztaler Radmarathon hängt unmittelbar mit Quellen zusammen. Quellen im Training und noch viel mehr Quellen, wenn es dann zum Rennen geht. Und du bist dann im Rennen drinnen, du bist fast schizophren. Du bist ja fast einmal in dir, der den Schmerz spürt und dann bist du neben dir, der sich selber beobachtet. Was passiert jetzt mit dir, wenn du solche Schmerzen hast? Neigst du jetzt dazu, aufzugeben, auf die Seite zu fahren und zu sagen, das war jetzt der ganze Scheiß? Oder ist es das, wo du sagst, nein, für das habe ich mich jetzt ein ganzes Jahr lang bemüht und habe trainiert und so weiter. Also man ist ja wirklich in Widerspruch mit sich selber, permanent mit diesen Quellen. Das ist ein Reit, das will man spüren, das will man erleben. Da bewegt sich einfach etwas. Fantastische Erklärung hier von Robert Moser. Quälen im Training und die richtige Qual, die ist dann der Ötztaler selber. Michi Nussbaumer ist jetzt wieder bei uns eingetroffen. Der war jetzt draußen, hat sich die Emotionen nochmals zu Gemüte gezogen, geholt. Und ja, Michi Ötztaler, eine Qual auf der einen Seite, ein Genuss dann irgendwie, aber schon auch auf der anderen. Ja, es ist toll, immer wieder dann zu spüren, wenn man im Zielgelände ist und diese Emotionen mitzubekommen, die da entstehen. Da liegen sich die Fahrer gegenseitig in den Händen, die dann sich vielleicht am Anfang gar nicht gekannt haben und sich während der Fahrt kennengelernt haben, dann gemeinsam finishen und dann über das Erlebte im Ziel plaudern, voller Emotionen, vollgestopft mit Endorphinen, den Betreuern, den Familien um den Hals fallen. Und ich war da gerade zu einer Zeit, wo der Peak der Zieleinläufe war. Das ist schon ganz großartig, wenn man da unten diese Stimmung miterlebt. Und Sölden ist ja immer noch voll mit Radsportlerinnen, Radsportlern, Enthusiasten, die diesen Sport lieben und immer noch auf die warten, die hier reinkommen. Wie wir es jetzt hier sehen, da wird die Faust geballt und das ist immer noch, finde ich, nach zwölf Stunden, das muss man sich vorstellen, zwölf Stunden, 17 Minuten. Da gibt es Leute, die arbeiten an so einem Tag nicht so lange und der sitzt hier zwölfeinhalb Stunden am Rad und freut sich dann, dass er hier mit dieser Zeit hier reinkommt. Der ist vor über zwölf Stunden hier gestartet, wie auch wir hier im Livestream. Und der hat großartige Arbeit gemacht und wir versuchen, das ihm zu transportieren. Ja, ich glaube, es gibt momentan viele, die keine zwölf Stunden am Tag arbeiten, wie man Tag ein, Tag aus hört, im Radio oder eben auch im Fernsehen. Er hat zwölf Stunden heute gearbeitet. Und Patrick Grüner kann uns die nächsten Finisher sagen. Wer hat aller gefinisht hier in den vergangenen Minuten? Super Bilder, die wir heute hier gerade jetzt sehen. Es ist gerade ins Ziel gekommen, Jörg Hansen, Buffing, Eva, Zubriken, Damian, Greving, Bernd, Grabner, Robert, Tras, Marcel, Dom, Andre, Walter, Corappi. Hat es wieder aktualisiert? Also es sind schon wieder jede Menge reingekommen. Götzschreiner, Lindner-Stefan, Denxer-Mirko. Und ja, die nächsten folgen jetzt in den nächsten Minuten. Im Minutentakt kommen die Athleten rein. Du hast jetzt gerade Lindner-Stefan gesagt. Sieht man, von woher der Lindner-Stefan kommt? Aus Sonthoven. Okay, dann ist es nicht der Stefan Lindner, aber auch ein großartiger Stefan Lindner. Wir erwarten übrigens Robert Moser dann bei uns im Studio. Andi Klingler, seines Zeichens der großartige Organisator vom Kaiserwinkel Triathlon, bringt uns den Robert Moser hier ins Studio herauf. Während unten im Zielbereich vorne Sölden eine fantastische Stimmung erscht. Also jeder Einzelne hat seine Geschichte, jeder Einzelne hat seine Freude, jeder Einzelne bejubelt eben sein jeweiliges Familienmitglied. 4.400 sind heute gestartet. Und wir werden jetzt einmal schauen, wo der oder die Letzte momentan unterwegs ist. Was glaubst du, in welchem Bereich, Michi Patrick? Naja, St. Leonard ist mittlerweile zu. Alle Teilnehmer befinden sich im Timmelsjoch drinnen. Das ist der Fabian, oder? Das ist der Fabian, der hier bejubelt wird von seiner Familie. Da fließen Tränen, schaut euch das an. Und nicht von den Fahrern, sondern von den Familienmitgliedern. Vielleicht können wir erzählen, wer der Fabian ist. Der wurde eben wie Annalena Rimmel von Helmut Dollinger betreut. Über ein Auswahlverfahren wurde er ausgelost, um eine gewisse Zeit zu leben. Wie ein Profi trainiert zu werden, wie ein Profi. Er hatte viel Pech in der Vorbereitung, war immer wieder krank. Aber jetzt hat er es geschafft. Hat er sein Rennen beendet. Hat den Traum sich selber, und nochmals, sich selber erfüllt. Und deshalb auch die rechte Faust und der verdiente Schluck Bier. Genau so ist es. Zwölf Stunden, 18 Minuten für den Fabian. Also eine sensationelle Leistung. Da sieht man, wie man sich freut. Die Annalena Rimmel, glaube ich, war da auch gerade im Bild. Die hier auf ihn gewartet hat, zwei Stunden lang. Auch die ist immer noch nicht umgezogen. Die läuft hier mit den Radklamotten herum, wie sie ins Stil gefahren ist. Also die hat einfach noch nicht Zeit gehabt, wegzugehen. Helmut Dollinger ist hier der Trainer, der sich auch mit seinen Athleten, die er jetzt ein Jahr betreut hat, freut. Und schau dir das an. Schau, wie viele Fans und Freunde er mitgebracht hat. Also der Fabian. Und da sieht man, es ist wurscht, ob man hier gewinnt, ob man sieben Stunden, acht Stunden, neun Stunden oder wie er knapp zwölf Stunden, 18 fährt. He is one of the winners. Das ist mega. Und immer wieder der Ruf da vom Fabian. Das ist eben das Adrenalin und das Endorphin. Das von dir erwähnte Endorphin. Die nächsten kommen rein hier vom Timbelsürcher und am Ziel deiner Träume steht am Zielbogen des Orts-Taler-Rat-Marathons. Und da kommen sie rein und können sich feiern, auch nach zwölf Stunden. Jeder wird hier empfangen und vor allem der Letzte. Jeder. Jede und jeder. Die Nicole kommt jetzt dann zu uns, eine der Träumerinnen bei dieser Veranstaltung. Ein Traum ist es für jeden. Die Nicole hatte eine ganz besondere Aufgabe. Und es wird nicht weniger. Tausende von Fans hier und immer wieder dasselbe Schauspiel. Entweder die rechte Hand oben oder die linke Hand oben. Auf alle Fälle ist jeder Einzelne, der hier hereinkommt, ein Winner, ein Sieger. Wir sagen es einfach sehr, sehr oft. Held. Wir strapazieren möglicherweise sogar das Wort. Aber es ist ehrlich gemeint. Für uns sind sie einfach Helden. So wie du, Nicole. Danke. Gratulation. Erzähl ganz kurz, wie war dein Renn-Tag? Wie war dein ganz persönlicher, eigener Ötztaler? Es war von allen Gefühlslagen was mit dabei. Von Himmelhoch-Rieauchzens zu, ich weiß nicht, ob ich das hier schaffe, mit Schieben, mit Tränen. Es war alles dabei. Aber ich bin glücklich über das Ziel gekommen sein. Vor allem gesund und heil, ohne Unfälle. Und es war wirklich ein Traum. Wann war Himmelhoch-Rieauchzens? Himmelhoch-Rieauchzens war Güthai. Güthai war super. Das war mega. Das hat richtig Spaß gemacht. Und die ersten acht Kilometer vom Jaufen waren auch noch super. Wir haben uns unterhalten. Ich habe ein Mädel gefunden. Wir haben die ganze Zeit gequatscht. Und dann kam irgendwann der Mann mit dem Hammer. Und der war böse. Und die letzten paar Kehren vom Timmelsjoch waren auch echt nochmal hart. Also die haben mir quasi alles genommen, was noch da war. Gab es diesen Moment, wo du dir gedacht hast, nein, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, es ist vorbei. Das war mein Ötztaler vor der Ziellinie. Nee, ich wollte unbedingt zu meiner Familie. Ich wollte einfahren. Ich wollte denen zeigen, dass ich das schaffe und dass ich da heil übers Ziel komme. Weil das habe ich meinem Mann versprochen, dass ich heil übers Ziel komme. Wir haben zwei, dreimal telefoniert während des Rennens, wo ich am Schieben war, wo ich wirklich Motivation brauchte. Die hat er mir gegeben. Und hat dann ja doch noch ganz gut geklappt. Man hört es aus deiner Stimme heraus. Die Emotion, die ist auch immer noch da. Wie war das Gefühl über die Ziellinie, als du eben dann auch deine Familie, deinen Garten gesehen hast? Super. Ich habe sie tatsächlich gerade eben erst gesehen, gar nicht, als ich übers Ziel gefahren bin. Aber der bewegendste Moment war tatsächlich Start der Abfahrt vom Timmelsjoch. Weil da war so ein dicker Frosch im Hals. Man wusste, okay, jetzt habe ich das Ding eigentlich geschafft. Jetzt muss es mit dem Teufel zu gehen, dass ich das nicht mehr schaffe. Und da war so der emotionalste Moment. Wo dann auch die Tränen gekommen sind? Da sind Tränen gekommen. Ein paar. Aber nur ein paar. Okay. Und das ist immer wieder eine blöde Frage, so direkt am Ende des eigenen Rennens. Ist der Gedanke schon wieder da? Ich will wieder an den Start gehen? Oder mit momentan war es das für dich? Also ich kann mir schon vorstellen, wieder an den Start zu gehen. Meistens brauche ich eine Nacht. Am Tag selber sage ich, nee, mache ich nie wieder. Und am nächsten Tag sage ich, ja, das kann ich mir schon wieder vorstellen. Weil ich empfehle nur jedem, macht keine Langdistanz zwei Wochen vorher. Das hat mir heute echt das Genick gebrochen. Da war ich noch nicht so richtig regeneriert. Wo warst du? In Rot. In Rot. Beim Triathlon? Ja. Beim Triathlon bist du dabei. Ja, und ich habe nicht die Staffel gemacht, ich habe komplett alleine gemacht. Unglaublich. Iron Man in Rot vor zwei Wochen, das gibt es ja nicht. Mit dieser Powerleistung dürfen wir dich verabschieden in einen hoffentlich schönen Abend. Gratulation, sei stolz auf dich. Unglaubliche Leistung, die du abgerufen hast. Und vor wir mit Robert Moser sprechen, schalten wir hinunter zu Günter Leicke. Wir haben jetzt einen der beiden Rennrad-Profis auf Zeit. Ganz spezielles Projekt, Fabian Rauleder. Gratulation, finde ich das Gefühl, wenn man am Ende so eines Projektes nach Sölden reinfährt und hier über die Ziellinie. Es ist unbeschreiblich, ohne Scheiß. Seit der Mautstation kommen die Emotionen hoch. Man ist sicher, man hat es geschafft. Man rollt nach Sölden rein. Die Stimmung hier ist brutal gut. Übers Ziel, erstmal natürlich Steine von der Schulter. Man ist erleichtert und dann sieht man die Familie, die Emotionen kochen auch über. Und da kommt auch mal eine Träne dabei rum. Es ist unbeschreiblich. Es wäre ein cooles Projekt, glaube ich, Powered by Bora, Hans Köln und Durstall Tourismus, das sich gelohnt hat. Übrigens zeigen wir vielleicht mal, und dann wird er euch die Details dazu im Studio gleich erklären, seinen Spickzettel hier. Ganz eine coole Geschichte, den zeigen wir jetzt mal. Wir verraten aber nicht allzu viel. Das soll er euch dann im Studio dazu alle Details erklären. Der Fabian Rauleder, jetzt schicken wir ihn euch rüber. Zurück zu euch ins Studio. Gratulation, Fabian Rauleder. Wieder die Bilder von der Auffahrt aufs Timmelsjoch. Und ich bin heute ein Fan geworden von diesemjenigen Herrn, der neben mir sitzt. Robert Moser. So fit schaut man aus, wenn man den Ötztaler bezwungen hat und vor allem, glaube ich, auch sehr, sehr gut gelebt hat. Robert, auch wenn es nicht die Zeit geworden ist, die du dir selber erhofft hast. Du bist Wiederbezwinger, du hast das hervorragend gemacht und du hast, glaube ich, echt einige neue Fans gewonnen. Danke, freut mich total. Ja, definitiv, Robert. Also du bist ein Role Model, würde ich sogar sagen. Du hattest dir diese Zeit vorgenommen, 9.30 Uhr schlussendlich sind es heute 11 Stunden geworden. Jetzt so ein paar Minuten nach Beendigung des Rennens, bist du jetzt schon wieder in der Mitte? Bist du zufrieden mit dir selber im Reinen oder eben deshalb nicht ganz? Wohl, ich bin eigentlich prinzipiell schon zufrieden mit mir. Ich meine, die Zeit, das ist mir dann eigentlich schon spätestens in St. Leonhard Richtung Moos an der Mauer zerschmolzen. Dort hat mein Garmin 46 Grad angezeigt. Das war so heiß und ich bin sowieso anfällig für Krämpfe und bei Hitze geht dann gar nichts mehr eigentlich. Und ich muss sagen, von dem her habe ich mir gedacht, bald einmal nach so Richtung Schönau zu dieser Labe schaffe ich es eh nicht mehr. Und habe ich das erste Mal, obwohl ich jetzt acht oder neun Mal teilgenommen habe und immer den Besenwagen meinen konnte, habe ich mir halt dreimal mit dem Gedanken so gespielt, na und jetzt werde ich den Besenwagen kennenlernen, weil ich kann einfach nicht mehr und ich mag nicht mehr. Und die haben mich dann einmal zur Leitplanke hingesetzt und dann ist meine Freundin dahergekommen. Die hat halt gute Beine gehabt und ich habe dann als erstes gesagt, sie möge doch weiterfahren, sie hat gute Beine. Und die Verena war dann echt so da und hat gesagt, nein, wir bringen das jetzt zusammen zu Ende. Und das war sensationell, weil sie hat mich dann wirklich betreut, noch ganz rauf. Ein Power Couple, also die Verena und der Robert. Also den Gedanken hast du da einen Weg geschoben, aber wenn du auch jetzt diese Bilder siehst, Robert, jeder Einzelne mit seiner Geschichte, der eine vielleicht ein bisschen schwerer, der andere hat vielleicht einen leichteren Körperbau, aber alle eben mit dieser Geschichte sich den Traum zu erfüllen, völlig egal, ob der Traum neun Stunden, zehn Stunden oder unter Anführungszeichen, und das ist wirklich ein fettes unter Anführungszeichen, ist einfach das Rennen zu beenden. Ja, das ist wirklich sensationell und ich habe heute mit ein paar Leuten Kontakt gehabt, durch das ich durch euch da ein bisschen so eine Plattform bekommen habe, haben mich einige angesprochen auf der Strecke, du bist doch der, was wir gestern gesehen haben und so weiter. Alle so sportlich, kollegial, nett und fein, haben gefragt, ob ich eine Regel brauche, ob ich eine Regel brauche und, und, und. Aber das Beeindruckendste für mich ist eigentlich gewesen, dass ich mit jemandem gefahren bin, der 78 Jahre gewesen ist. Ich habe den überholt dann, aber er ist 78 Jahre und fährt da rauf bei dieser Hitze. Es ist heute sowieso jeder, meiner Meinung nach, noch der viel größere Held bei der Hitze, dieses Rennen zu bestreiten, weil ich sage, ich fahre halt viel lieber, ich bin mir heute zurückerinnert, 2007, glaube ich, bin ich gefahren bei Schneegraupel am Dimmelsjoch und Regen. Also das ist mir viel lieber. Die Hitze ist ein Wahnsinn. Und der Heid finde ich, das ist irre. Wie siehst du das, Patrick? Da hat auch jeder so seine Eigenheiten, oder? Der eine liebt es kälter, der andere heißer, aber 46 Grad, wie es der Robert jetzt gerade erwähnt hat, oder die Anna-Lena, glaube ich, ist bei knapp 40 Grad heute eben in St. Leon hat es durchgefahren. Das sind schon Bedingungen, die sind alles andere als für unsere Gegend normal. Erstens das, und zweitens, wie wir schon gesagt haben, jeder Athlet mag die Hitze. Es gibt Athleten, die mögen die Hitze, es gibt Athleten, die mögen lieber den Regen oder die kälteren Temperaturen. Ich wäre jetzt wieder das Gegenteil, ich liebe die Hitze. Also kann gar nicht heiß genug sein, da geht es mir am besten, weil sonst ist mir immer zu kalt. Aber schlussendlich, die Belastung jetzt bei solchen Temperaturen ist natürlich enorm, enorm hoch. Natürlich der Flüssigkeit, Zufuhr, du musst viel mehr trinken, du solltest auch das Essen nicht vergessen. Was ich auch im Zielgelände von einigen Athleten gehört habe, der Zucker. Viele sind unterzuckert. Und wenn du bei 40 Grad auf einmal zu kalt hast, da haben ganz viele gesagt, dann bist du unter Zucker. Und das ist halt sehr gefährlich dann für den Mann mit dem Hammer. Robert, ich möchte auch nochmals nachhaken bei dir. Du wirkst sehr, sehr, sehr genau, glaube ich, sehr, sehr kontrolliert. Und wie war das heute bei dir mit dem Essen, mit dem Trinken? Was hast du getrunken? Was hast du zu dir genommen? Wie hast du vor allem auch deinen Plan, deinen eigenen, ganz persönlichen Plan einhalten können? Also ich habe mich halt wirklich von Anfang an meine Base gehalten. Ich habe mir das ausgerechnet, wie viel Watt ich an welchem Berg fahren kann und so weiter. Und bis zum Brenner ist das ja eigentlich wirklich, ist mir das ganz gut gelungen. Ich bin das Küder genau mit der Wattzahl und der Zeit gefahren. Ich habe im Küder schon angefangen, Gels zu nehmen und viel zu trinken eigentlich. Aber mein Problem ist halt, und ich glaube, es geht vielen auch so, irgendwann geht es nicht mehr, dass du dir ein Gel reindrückst. Irgendwann wehrt sich der Wagen, also du kriegst Krämpfe. Und allein der Gedanke, du weißt zwar, so, die halbe Stunde ist um, ich muss das nächste Gel nehmen. Und du willst nicht zurückgreifen, dir das Gel rausnehmen, weil es dich schon ekelt ohne Ende, klebt dort auch alles. Abgesehen davon, okay, dann habe ich Kohlenhydrate trinkst mitgehabt, dann nimmst du die. Ich habe mir dann nur mal gedacht, hoffentlich kommt schön auch bald ein Red Bull oder irgendetwas, ein Normalswasser. Ich meine, das war sensationell, sind ein paar Leute mit Gartenschlauch gestanden an der Straße und haben die richtig Arbeit geduscht. Ohne den, ich glaube, ja, wäre implodiert heute. Das ist so, implodiert, ja, das ist eher so ein Wort in diesen Wochen. Das ist also so wahrscheinlich ein Gedanke, den du auch nicht mehr vergisst von diesem Öztaler. Das mit dem Gartenschlauch, oder? Das muss so ein ganz kurz zumindest ein erlösendes Gefühl sein. Nein, absolut, ja, absolut. Und du hast ja gesehen, da, wo der mit dem Gartenschlauch gestanden ist, ist eine ganze Wasserspur runtergekommen. Du bist gefahren und denkst dir, hoffentlich kommt bald wieder so eine Wasserspur, weil dann steht wieder jemand mit dem Schlauch. Aber ja, nein, es ist, wie gesagt, ich bin froh, dass ich es gefunden bin. Es ist, ich muss auch sagen, ich bin ja heute weit vorne gestartet und die Abfahrt nach Özt war sensationell diszipliniert. Also da waren die Fahrer alle sehr sportlich, überhaupt nicht aggressiv überhastet oder irgendetwas. Das ist so positiv rausgekommen heute einmal wieder. Und auch sonst eigentlich. Also ich habe es wirklich ganz toll gefunden, weil man weiß, am Anfang kann es immer recht stressig sein, wenn man auf Özt runterfährt und so weiter. Aber das war halt wirklich wunderbar. Andererseits haben wir während des Rennens wieder gedacht, was dürfen wir nicht alles machen. Wir haben so eine wunderschöne Gegend, wo wir leben. Wir sind gesund, wir können den Sport machen, wir quälen uns selber für was. Okay, das fragt man sich natürlich, für was das gut sein soll. Aber ja, wer ein bisschen leiden möchte, der tut sich das halt an. Aber es ist auch ein erhabendes Gefühl, wenn man dann da reinfährt, auf Sölden, wenn man es geschaffen hat. Und auch auf dem Weg, auf der Strecke, die Leute leben das Rennen, das ist unglaublich. Also es steht so viel am Brenner, am Jaufen, überall Musikkapellen und Zeugs. Also es ist wirklich schon ein ganz tolles Gefühl. Und genau deshalb passt das Wort, glaube ich, was wir vorher erwähnt haben. Du bist echt ein Role Model alleine schon, wie du beim Beitrag auch über deine Freundin, über die Verena gesprochen hast. Wie ihr euch ja gegenseitig auch unterstützt. Und also ein Mann ist nur so stark, und das passt jetzt, weil die Carina wieder da ist, wie eben die Frau daneben. Und meine Frau hat gerade geschrieben, die grüße ich jetzt einfach. Schatzl, schön, dich auch im Team zu haben. Auch von mir natürlich liebe Grüße an die Karin nach Hause, nach Fieberbrunn. Und wir haben jetzt die besten Bilder, die Highlights der letzten Stunde. Und wir haben jetzt die Karin nach Fieberbrunn. Wir haben jetzt die Karin nach Fieberbrunn. Und wir haben jetzt die Karin nach Fieberbrunn. Annalena Rimmel war ja bereits bei uns. Jetzt ist Fabian Rauleder hier. Auch du durftest erstmal herzlich willkommen und herzliche Gratulation fürs Finnischen heute. Wie geht es dir denn? Schön, dass ich hier sein darf bzw. jetzt schon hier bin, quasi noch in der Finisher-Zeit. Mir geht es richtig, richtig gut. Trotz der ganzen Belastung. Die Emotionen sind gerade wirklich übergekocht. Schon als ich von der Mordstation runtergefahren bin, war quasi klar, jetzt ist es geschafft. Ich weiß gar nicht, was meine Zeit war. Ich schätze mal irgendwas um die zwölf Stunden. Egal, ich bin hier und kann das Finisher-Trikot mitnehmen. Das war mein Ziel und es fühlt sich grandios an. Ja und es ist so schön, dich auch lachend zu sehen hier bei uns im Studio. Vielleicht nochmal die Erklärung an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Fabian und Annalena waren mit dabei auf der Coaching-Tour mit Heli Dollinger vom Team Bora Hans-Grohe. Ihr durftet die letzten Wochen und Monate gemeinsam mit Heli trainieren, wart auch gemeinsam im Trainingslager in Spanien und das Ganze hat sich ausgezahlt, würde ich mal sagen. Das hat sich sowas von ausgezahlt. Helmut hat uns, oder mich zumindest, perfekt vorbereitet. Speziell auch in der kurzen Zeit. Er hatte sechs, sieben Monate Zeit quasi, um aus einem Hobbyradler einen Ötztal-Finisher zu machen. Mega cool. Ganz großes Danke an Helmut. Ganz großes Danke natürlich auch an Bora Hans-Grohe und Ötztal-Tourismus. Freut mich riesig. Ja, das glaube ich dir. Wie war es denn heute? Wie war denn der Rennverlauf? Wie ist es dir ergangen? Vor allem natürlich auf den Alpenpässen und wie war es mit diesen hohen Temperaturen, die man doch in St. Leon hat mit fast 40 Grad? Wir durften hier vorne starten. Großes Privileg. Allerdings natürlich auch brutal, weil die preschen da mit 400, 500 Watt aus dem Tal raus. Hat mich ein bisschen überfordert. Ich habe tatsächlich am Anfang ein bisschen über meiner Pace gefahren. Habe ich dann auch gemerkt, spätestens am Brenner. Aber insgesamt war der Rennverlauf ganz gut. Ich konnte es mir bis zum Brenner so einteilen, wie mein Pacing. Meine Pacing-Strategie war. Danach bin ich ein bisschen eingebrochen, einfach weil ich am Anfang ein bisschen drüber war. Und ja, also auf meinem Spickzettel steht eigentlich eine Ankunftszeit von 17 Uhr. Habe ich jetzt nicht ganz erreicht. Wie gesagt, bis zum Brenner lief alles gut. Jaufen und Timmelsjoch musste ich einfach rausnehmen. Ich glaube, du kannst absolut stolz auf dich sein. Ich habe es gerade schon erwähnt, ihr wart gemeinsam im Trainingslager in Spanien. Auch da haben wir euch natürlich mit den Kameras begleitet. Und ich würde sagen, Fabian, gemeinsam schauen wir uns diese Bilder aus Spanien noch einmal an. Sehr gern. Radeln ist sicher, wie Trainingspläne schreiben. Fällt mir gerade auf. Mein Name ist Helmut Tollinger. Ich bin einer von sechs Coaches bei Bora Hans Grohe. Und habe heuer die spezielle Aufgabe, auch zwei Ötztal Radmarathon-Starter zu coachen. Was machen wir da? Wir holen eigentlich die Annalena und Fabian aus dem Wintertraining ab. Und haben eigentlich so den ersten Radschwerpunkt, dass wir einfach eine Woche lang radeln mit Pro-Cycling-Spots-Gruppe mit fünf richtig anspruchsvollen Radtouren. Das Ziel dieser Woche für die Athleten, für die Annalena und für Fabian ist definitiv, dass sie schon einen richtigen Impact haben, dass sie einen richtig großen Load haben aufs Radl fahren bezogen. Weil die haben ja jetzt brav zu Hause der Fabian heute auf Zwift trainiert. Die Annalena wiederum hat sehr viel alternativ trainiert. Es ist halt die Kunst, dass man die Woche natürlich gut ausnutzt. Aber es soll natürlich auch nicht zu einer Überforderung führen. Also ich trainiere die beiden ja jetzt schon circa seit drei Monaten. Und ich darf sagen, dass sich beide eigentlich sehr gut entwickeln. Sie sitzen super am Radl, wirklich einen sehr guten Eindruck von den beiden gewinnen können. Die Emotionen, wenn die beiden ins Ziel kommen, die werden sicher riesig sein. Es werden vielleicht Freunde oder der Partner da sein. Und man denkt eh schon, man schafft es nicht. Und dann schafft man es und man rollt Richtung Sölden. Und es sind x-tausend Leute da, die diese Leidenschaft mittragen. Und ich kann mir vorstellen, dass es da ganz grobe Emotionen geben wird. Auch bei den Sportlern, aber auch bei den Angehörigen und wahrscheinlich bei mir als deren Coach auch. Heli Dollinger und genau diese Emotionen, Fabian, die hat man auch gesehen. Die kamen definitiv raus, ja. Unbeschreiblich, als ich übers Ziel gefahren bin und dann alle dastehen. Mir sind wirklich die Tränen, die Freudentränen in die Augen geschossen. Und erstmal alle umarmt, trotz salzigem Trikot. Aber riesengroße Emotionen, wie Helmut eigentlich gesagt hat, bei der Familie, bei mir und ich glaube auch beim Helmut ein bisschen. Es war ja so, wir hatten ja einige ÖRM-Sendungen, Ötztal-Radmarathon-Sendungen hier, Carina und ich. Und bei meiner Sendung wärst du eigentlich Studiogast gewesen. Er wollte nicht sein, weil du eben gekränkelt hast. Die Gesundheit hat nicht immer ganz mitgespielt bei dir und trotzdem hast du es aber durchgezogen. Ja, das hat mir tatsächlich nochmal einen Rückschlag gegeben in den letzten Wochen. Zweimal für zwei Wochen krank zu sein, ist ja nicht nur der Ausfall in den zwei Wochen, sondern der Körper leidet. Die Muskeln schwinden und dass es jetzt trotzdem gereicht hat, ist natürlich umso besser. So viele schöne, positive Emotionen natürlich bei dir, aber auch bei deiner Familie. Was habt ihr denn heute noch geplant? Das interessiert mich immer am meisten, wenn man den Ötztaler-Radmarathon gemeistert hat. Wie wird gefeiert? Ich habe tatsächlich noch keinen genauen Plan. Ich habe jetzt alle mal irgendwo zum was trinken geschickt und werde da natürlich jetzt dazukommen. Ich dachte tatsächlich erstmal, ich bin komplett kaputt und gehe aufs Hotelzimmer duschen und schlafen. Aber ich glaube, ein kleines Bierchen geht auf jeden Fall. Und was ist das Erste, was du heute essen wirst, Carina? Keine Nudeln! Keine Nudeln? Und auch keine Riegel oder Gels. Also ein Steak, ein Schnitzel? Ich glaube, ein Burger oder irgendwie sowas in die Richtung, ja. Da ist eh die Werkstatt hier zum Beispiel, eines der vielen Lokale. Genau, das ist eine sehr gute Idee, ja. Das hast du dir auch verdient. Wir schalten jetzt noch einmal kurz raus zur Strecke, denn da wird bereits unser Rasenrapporter Christoph Sumann. Josef! Darf ich dich kurz live nehmen? Ja, natürlich, ja. Josef, servus. Jetzt hast du es geschafft. Ja, ja, siebte Mal. Siebte Mal? Ja, aber einmal nicht geschafft, 2013 hat es so geregnet. Aber heute schaffst du es? Ja, ja, ich habe mir gedacht, dass ich es schaffe, weil ich defekt hätte, hatten Platten, aber war gut, war mir gut. Aber ich glaube, es war das letzte Mal. Mal gucken. Wie hast du mit dem Wetter zu kämpfen gehabt? Super, war nur ein bisschen warm am Jaupen fast, sonst war gut. Genug getrunken? Getrunken, ja, zwei Flaschen dabei. Und jetzt, jetzt noch einmal Vollgas runter oder schon gemütlich reinrollen? Vor allem zwei Bier, oder drei. Mein Freund, guck Thomas hier. Ja, den Thomas, den nehmen wir auch noch mit. Thomas, gratuliere, höchster Punkt, also nicht höchster Punkt, aber das ist jetzt fast erledigt. Fast erledigt, ja, ich auch. Immer hat es Spaß gemacht. Immer hat es keinen Spaß gemacht. Aber ich bin froh, dass ich da bin. War eine schöne Veranstaltung. Josef hat gemeint, jetzt zwei Bier. Ja, mindestens. Mindestens. Aber, wichtigste, ihr habt es geschafft. Ihr seid großartig und jetzt aufpassen beim Unterfahren. Ja, das machen wir. Wir sind den ganzen Tag schon vorsichtig. Ich glaube, der war der langsamste Abfahrer des Feldes heute. Der ist auch nicht jünger. Wir waren nicht runter, ja. Alles klar. Viel Spaß. Ja, danke, ciao. Wisst ihr, was mir beim Sumi auffällt? Der hat alle irgendwie so auf Augenhöhe. Und deshalb plaudern sie drauf locker los, die Damen und die Herren. Und deshalb kommen wirklich auch schöne Geschichten rum. Also danke in diese Richtung auch mal zu Christoph Sumann. Und wir werden den Fabian jetzt langsam, aber sicher verabschieden. Ich glaube, wir lassen dich gehen zu deiner Familie, zu deinen Freunden. Du hast ja einen Schnitzel, einen Burger, was auch immer. Redlich verdient. Noch einmal herzliche Gratulation. Wir freuen uns mit dir. Wir freuen uns mit allen, die heute finischen hier beim Ölstaller Radmarathon. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht irgendwann wieder beim Ölzi. Definitiv. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Und vielen Dank. Danke dir, Fabian. Und wir schalten jetzt einige Momente in eine ganz kurze Werbung. Und sind gleich wieder live zurück beim Ölstaller Radmarathon 2023. 23. Let's see. Two feet or two wheels? Rising early or sleeping in? Going to hike or get on your bike? That is the question. Well, let's be fair. It's not the most essential question. It's the choice between great and great. No. Between best and best. Between fun and fun. Between awesome and awesome. But what if there's no question? What if those worlds of awesomeness are close? Like really, really close. At a place where all comes together. There is no more either or. There is just more. There are ridges and trails. Paths and jumps. There are curves to surf. Rocks to climb. It's a place where you can dive deep. A place where you can sweat hard. A place where you share stories. It's sunk of the views. A place for memories. A place for hiking. For riding. For uniting. Not a question. It's a place for sharing moments. To go. To go. In Kürze ist dieser Arbeitstag, dieser Renntag, dieser sportliche Tag 13 Stunden alt für all jene, die da noch auf der Strecke sind. Und deshalb jetzt Richtung Patrick Grüner. Eine ganz entscheidende Frage, liebe Karine Dott. So ist es, Patrick. Was passiert um Punkt 19.30 Uhr? Schließung des Dimmelsjoch. Also wer bis dort nicht am Dimmelsjoch ist, wird aus dem Rennen genommen und für den hat es sich leider ausgeträumt. Und da ist man auch, das Wort knallhart passt da nicht, aber da ist man genau. Man ist ziemlich genau. Ich meine, ich sage jetzt, wenn wahrscheinlich ein, zwei Athleten vielleicht noch, sagen wir mal, 100, 200 Meter unter der Passhöhe sind, wird man natürlich versuchen, die noch irgendwie drüber zu retten. Natürlich, wenn du ein, zwei Kern oder sogar drei Kern unten, noch weiter unten bist, dann wird es wahrscheinlich keinen Sinn mehr machen, weil irgendwann gehen die Straßen wieder auf. Es wird dann auch langsam dunkel und die Rennleitung muss irgendwann halt auch den Schlussstrich ziehen. Die Allathleten wissen, dass um 19.30 Uhr oben am Dimmelsjoch auch Schluss ist. Und wir sind dann hoffentlich auch mit den Kameras oben, denn da wird sich dann auch entscheiden, wer der Letzte bzw. die Letzte oben sein wird. Und der, diejenige wird dann begleitet. Kennt ihr sie? Das ist die Claire, oder? Hat sie, glaube ich, geheißen, wo Christoph Suman sich heute lange unterhalten hat. Vielleicht kann ja die Liz Buschern oder der Günther Leicke, die 4-2-2-5-Namens, wenn wir uns richtig erinnern, Claire vor das Mikrofon. Und da ist sie eh schon, die Liz Buschern. Das geht richtig schnell bei uns. Die Liz ist unser Most Valuable Player. Gemeinsam mit Günther unten im Ziel, denn die fangen natürlich diese wertvollen, großartigen Emotionen ein. Weswegen wir alle, und Stefan, du weißt es genauso gut wie ich, wir sind bei so vielen Sportevents, aber nirgendwo ist es so schön wie diese letzten Stunden beim Ötztaler Radmarathon. Du darf ich dir ganz kurz etwas sagen. Dein Freund, nämlich, wie heißt er, der Formline-Star aus Großbritannien? Louis Hamilton. Louis Hamilton ist am Protest heute gewesen in Silveston, weil Carina dort letzte Woche noch am Red Bull Ring durch das Programm geführt hat und mit Louis Hamilton und Co. geplaudert hat. Jetzt zurück, also hier am Ötztaler und wir tossen weiter zur Liz Buschern. Viel Spaß. Ja, und ich habe jetzt die Claire bei mir. Sie war am Timmelsjoch gerade noch bei Christoph Suman. Und jetzt, was ist passiert seit dem Interview bis da? Welche Gefühle haben dich heimgesucht? Atemprobleme. Deswegen ging es nochmal bergab, aber dann irgendwie kamen schon die Tränen auf den Weg nach unten und jetzt auch hier nochmal ist es atemberaubend. Also, ich bin nur sprachlos. Noch immer sprachlos. Hast du noch drei Worte, die den Ötztaler Radmarathon beschreiben am besten? Geil, intensiv und es ist ein Miteinander. Und somit zurück ins Studio. Also, das war das perfekte Wort. Auch miteinander, nicht nur auf der Strecke, auch abseits der Strecke. Die vielen Helfer, die mit dabei sind, natürlich das ganze Team von Ötztal Tourismus, hinter den Kameras, hinter den Mikrofonen, bei den Streckenposten, bei der Polizei, an den Labestationen. Und Stefan, also es ist echt einfach ein großartiges Event. Gemeinsam ist man stärker und gemeinsam hat man hier im Ötztal mit dieser Veranstaltung wirklich eine Veranstaltung ins Leben gerufen und organisiert die seinesgleichen sucht. Leuchtturmveranstaltung. Hier kommt das Bergtrikot. Das ist nicht Felix Gall, der ist heute bei der Tour de France wieder hervorragend gefahren. Er ist auf Rang 16 und Bogocha, so viel habe ich jetzt schon gehört, hat er ein paar Sekunden aufholen können auf Winnegat. Also, ab übermorgen heißt es dann wieder Tour de France, morgen ja Ruhetag und heute steht sowieso weltweit der Ötztaler im Mittelpunkt. Bati, zu dir. Ja, sensationell. Also, wir sehen hier die Teilnehmer aus Reinkommen wirklich mit einem Lächeln im Gesicht. Also, ich habe heute wirklich sehr viele Athleten gesehen mit einem Lächeln und da haben wir jetzt an der Mautstation beim Crosspoint oben, da kommen jetzt so die, ja, die letzten Athleten hoch und ich glaube, die sind jetzt richtig erleichtert, wenn es jetzt nur noch bergab zu uns hier nach Sölden geht. Aber auch das Bergabfahren ist ja relativ anstrengend. Man muss konzentriert sein, es ist auch mit Bremsen, mit Aufpassen, gar nicht so ohne, vor allem, wenn man natürlich dann schon fast 13 Stunden in den Beinen hat. Genau, man ist ja wirklich schon müde und man muss jetzt wieder nochmal sehr konzentriert sein in der Abfahrt, weil, sage ich einmal, einen Verbremser vor der Kurve oder die Kurve nicht richtig anfahren, man rutscht, wir sehen es ja auch bei den Profis immer, man rutscht so schnell weg. Wir haben es heute im Basajatal in St. Leonhard und wir sind in der Spitzengruppe sogar, wirklich bei den Profis ist einer gestürzt von den Italienern. Also, man muss natürlich jetzt auch sehr hoch konzentriert noch bis nach Sölden runterfahren. Ganz wichtig, da ist übrigens nichts passiert bei diesem Sturz. Da schreibt jemand, gibt es auch Bilder vom Besenwagen. Es war schon einmal ein fliegender Reporter von uns, nämlich der Sevi im Besenwagen. Was hat er damals gesungen? Kann mich nicht mehr erinnern. Carina, weißt du es noch? War nicht, halt nicht, für die Athleten war es nicht so. Wo ist die Stimmung irgendwie so? Wo ist die Stimmung? Genau, richtig. Den Besenwagen sehen wir vielleicht dann etwas später nochmal, denn der wird nämlich hinten aufräumen dann, wenn eben diese Mautstelle zugemacht wird, dann werden wir ihn wahrscheinlich sehen. Dann sehen wir natürlich auch den Schlusswagen und dann wird Christoph Sumann mit Oliver Schwarz eben den oder die letzte Big Leiten. Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen über alle Menschen, die dazu beitragen, dass das Event jedes Jahr so schön ist, so toll ist. Natürlich auch ganz viele Leute in der Organisation, Stefan. Und ich glaube, auch da haben wir ein paar Bilder vorbereitet. Let's do it, Dani Meier. 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 Let's do it, Dani. Let's do it. Let's do it. Das also auch hinter den Kulissen der großartigen Organisation. Da sehen wir jetzt wieder die Live-Bilder und der Kollege rastet ganz kurz, denn dann heißt es wieder bergab fahren Richtung Sölden. Also den Großteil hat er geschafft. Das Rad muss, glaube ich, noch mal 180 Grad gedreht werden in die richtige Richtung. Und dann heißt es, entsperrt hier nach Sölden beim Ölsthaler Radmarathon. Wir schalten jetzt allerdings wieder ganz kurz hinunter ins Ziel, denn dort wartet unsere großartige, charmante, gut aussehende Kollegin Liz Puschern. Danke für die Blumen, liebe Carina. Und bei mir ist eine ganz besondere Familiengeschichte. Das ist nämlich die Wilma, der Peter, die Hanna und der Gabriel, Mama, Papa, Tochter und der Schwiegersohn. Liebe Wilma, du hast mir gesagt, heuer zweites Mal, aber das erste Mal hätte schon vor drei Jahren passieren können. Genau, da hat sich mein Mann angemeldet und hat einfach vergessen, mich auch anzumelden. Da war ich schon ziemlich beleidigt. Wie konnte das passieren? Ich habe irgendwie nur an den Sohn gedacht. Irgendwie schon ein bisschen sexistisch wahrscheinlich, oder? Und jetzt ist einfach die ganze Familie gefahren. Ja, so ist es. Wir haben letztes Mal eine Verpflegungsstation gemacht und haben uns dann einfach anstecken lassen von dem Ölsthaler Fieber und haben gedacht, da müssen wir auch mit dazu. Und da habe ich uns angemeldet, Gabriel hatte da nicht so viel Mitspracherecht. Kein Mitspracherecht, aber eine großartige Erfahrung. Auf jeden Fall. Ja, wirklich, war toll. Nächstes Jahr im Familienverbund wieder dabei? Mal schauen, wir hätten noch einen schnellen Sohn gehabt. Also, die Familie Schenk ist wahrscheinlich wieder dabei beim Ölsthaler Radmarathon. In den nächsten Jahren. Schauen wir mal. Schauen wir mal zurück ins Studio. In dieser Familie Schwiegersohn zu sein, das ist, glaube ich, schön. Aber man muss auch sehr sportlich sein. Ja, mich würde interessieren, ob die Diebe Wilma und der Peter nach diesem Fauxpas des Ehemanns in eine Ehekrise geschlittert sind. Weil, Patrick, das kann man eigentlich nicht machen, dass man sich selber anmeldet und den Ehegarten einfach vergisst, oder? Ja, ich muss eben als Sportler reden. Man ist eigentlich ein bisschen egoistisch und man denkt nur an sich. In dem Moment, ich weiß es von mir auch selber, als Leistungssportler, es gibt es halt nur dich und links und rechts gibt es nichts. Und du schaust halt nur auf dich. Natürlich jetzt im Hobbybereich hätte er schon auf seine Frau denken können. Aber dafür ist sie umso schöner. Jetzt sind sie schon zu viert unterwegs und wahrscheinlich nächstes Jahr mit dem Sohn und vielleicht dort auch die Freundin. Dann sind sie zu sechs, dann perfekt. Die Carina kämpft für die Frau und es ist immer so schön. Liebe Wilma, ich denke... Ich muss dir jetzt ehrlich sagen, meine Frau hätte keine Gaudi, obwohl sie sehr, sehr sportlich ist, wenn ich sie da anmelden würde. Du wärst echt, glaube ich, sauer, oder? Richtung deines Irgendwann-Garten-Bären. Ich habe immer gesagt, ich heirate doch nicht einen Mann mit zwei ledigen Kindern, die natürlich auch meine sind. Aber ja, wenn er mich vergessen wird anzumelden, ich verstehe die Wilma schon ein bisschen. Bin gespannt, ob sie dann nächstes Jahr wirklich zu sechst oder zumindest zu fünft mit dem schnellen Sohn, wie der Peter gesagt hat, mit dabei sind. Schauen wir vielleicht wieder auf die Live-Bilder. Patrick, es sind nur noch knapp drei Minuten und dann sollte eigentlich die Mautstelle schließen. Beziehungsweise, da sehen wir jetzt, glaube ich, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben auf den letzten Metern eben dorthin. Da heißt es jetzt Gas geben. Ja, geschlossen wird eigentlich oben das Dimmelsjoch, also oben, wenn wir von St. Kliernath hochfahren. Dort ist um 19.30 Uhr Schluss und dann haben sie, glaube ich, noch circa eine Stunde Zeit, die letzten wirklich bis nach Sölden zu kommen. Und die Stunde brauchen sie definitiv, bis sie unten sind. Du, der Blick geht da in die Bergwelt. Du kennst sie, die Gipfel. Oh, ja. Hallo, du bist ein Local Hero. Ich habe heute die letzten 20 Jahre mehr auf der Straße verbracht, als wir in den Bergen. Aber ich weiß, dass es da hinten rein Richtung Ramolhaus geht. Da kannst du einen Übergang nach Fendt machen, wo man auch mit dem Rennrad schön hineinfahren kann. Und ja, da müsste da nicht wahrscheinlich ein bisschen mehr wie ich. Ich finde es immer wieder schön, Stefan, wie du bei deinen Gästen die Schnappatmung hervorrufst mit deinen unvorhergesehenen Fragen. Aber bitte. Du, unterwegs heute auch als Helferfamilie. Die Familie Gstrein, Eltern von Fabio Gstrein, vom Söldner, der ja im Skiweltcup schon für Furore gesorgt hat. Der, glaube ich, in Adelboden war es nach einem ersten Durchgang schon geführt hat. Und da Sturz völlig ausgebaut, aber nichts passiert. Das wäre noch was auf den letzten Metern. Das war ja fast eine Einlage wie letztes Jahr bei einem gewissen Jack Burke. Genau, dem ist der Sattel gebrochen und es gab noch einen weiteren Teilnehmer, der Richtung Ziellinie gefahren ist, beide Hände vom Lenkrad genommen hat, weil er nämlich, und das ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte, den Verlobungsring für seine Freundin rausholen wollte. Weil er hat wenige Minuten später den Antrag gemacht, ist dann aber gestürzt über die Ziellinie und hat sich erst ein paar Minuten wieder sammeln müssen. Die mittlerweile wahrscheinlich Ehegattin war natürlich gleich an seiner Seite und dann gab es eben diesen emotionalen Antrag. Und da jetzt wieder die Bilder von der Familie Schenk, die wir eben im Interview hatten bei der lieben Liss, die sich natürlich zurecht freuen. Wo ist eigentlich der liebe Günther Leitgeber? Hat sich der davon gemacht? Ein Lächeln im Gesicht. Ein Lächeln im Gesicht bei der 1635. So, lieber Patrick Grüner, wer ist diese 1635, die sich so überschwänglich freut, die sowas von glücklich ist? Und derweil können wir sagen, die Mautstelle, die schließt dann um 20.10 Uhr. Carina, das ist die News von Dr. Gunk, der uns da mit Informationen füttert. Na, oben wird früher geschlossen. Mautstelle. Ja, genau. Sean. Wird früher zugemacht. Genau, und das war der Kollege, der auch schon bei Christoph Zuhmann oben war, der wieder aufs Rad aufgestiegen ist, kurze Zeit geschoben. Da ist er jetzt im Ziel und wie er prognostiziert hat, er hat es geschafft. Und da ist natürlich bei allen, wir sehen die geballte Faust, die Freude riesengroß. Noch einmal herzlichen Glückwunsch an alle Finisher, die es heute geschafft haben. Der Günther Leitgeber, das bedeutet natürlich den Teilnehmern was. Wenn der Günther den Daumen ausfährt, dann weiß man, man hat es geschafft. Schau das Zeichen von Günther Leitgeber. Ich brauche dich zum Interview. Wir haben ja ganz wenige, die noch unterwegs sind übrigens und die werden es wohl nicht mehr schaffen. 1930 ist oben, Patrick. 1930 ist geschlossen, also wie der Dimmelsjoch am Dach des Ötztaler Radmannsamt wird geschlossen. Und dann hat man halt noch circa eine Stunde Zeit nach Sölden zu kommen. Also wer jetzt, wenn wir es genau nehmen, jetzt nicht oben am Pass ist, am Dimmelsjoch, für den heißt es leider einsteigen. Das ist aber schon weiter in der Strecke. Das ist schon noch die erste Abfahrt runter, dann der Gegenanstieg zur Mautstation, zum Crosspoint, zum Motorradmuseum in Hochgurgel, wo ja heuer der Slalom Weltcup stattfindet. Genau dort beim Crosspoint und da haben sie natürlich die Athleten schon noch ein bisschen Zeit, circa 60 Minuten zum Runterfahren. Da hat übrigens der Fabian Gstrein auch ein wenig mitgesprochen bei der Auswahl der Strecke. Also dass es richtig steil ist, nicht so wie in Lebe eher flach, sondern da erwarten wir ein Riesenspektakel. Erwarten wir jetzt das Spektakel bei... Günter Leitgepp ist wieder im Ziel bereit mit dem nächsten Interviewpartner. Und eccoci, jawohl, tatsächlich mit der Dame, die haben wir gleich abgefangen, die sich so überschwänglich gefreut hat. Ecco Cristina, di Ascoli Piceno, vicinanzi di Roma. Allora, allora Cristina, le emozione quando sei arrivata, raccontacelo. Mi scoppe cuore, mi scoppe cuore, sono felicissima. Es platzt das Herz, hat sie gesagt? Es platzt das Herz, hat sie gesagt? Es war heiß und wenn einer aus der Gegend von Rom sagt, es war heiß, dann war es wirklich heiß. Also dich total drüber. Sie ist so voller Adrenalin, sie ist so wahnsinnig froh, dass sie das geschafft hat. Es war spaßig, es war eine super Stimmung, es ist eine super Tour, es ist eine super Strecke. Also sie ist ganz hinüber, sie kommt wieder zurück. Cristina aus Ascoli Piceno. Ein paar solche holen wir uns noch vor das Mikrofon. Lei, 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 lei e Felice. Sie ist richtig glücklich. Eigentlich Stefan, hättest du gestern diese Simultanübersetzung für das Parabriefing auf Italienisch machen sollen? Du, gestern, muss ich da echt nochmal als Gratulation aussprechen. Du hast sogar am Schluss den Hero-Clip noch synchron übersetzt und warst da richtig, ja, poetisch. Ja, ist ein wunderschöner Clip. Vielleicht haben wir heute später nochmal die Zeit, dass wir das zeigen. Und da jetzt die nächsten Finisher vor der Kamera. Glücklich. Da sehen sie sich selbst auf der Leinwand im Zielbereich. Einen herzlichen Glückwunsch natürlich auch an diese drei Herren, beziehungsweise vor allem natürlich den Herrn in der Mitte. Und da haben wir nochmal demonstriert. Oh, der hat einen Achter. Der hat einen klassischen Achter. Oh, was für einen. Also der geht das Hinterradl nicht mehr durch. Und jetzt musst du dir vorstellen, so ist der ins Ziel gefahren, oder? Und wer weiß, wie lange der schon unterwegs ist mit dem. Ja, da hat er einige Watt mehr treten müssen. Und das schöne ist halt wirklich, nur lachende Gesichter, alle happy. Sensationell wieder. Und alle freuen sich. Da gibt es wieder Geschichten zu erzählen zu Hause. Oder in der Firma. Was ist deine bisherige Geschichte am heutigen Tage, Carina? Du meinst jetzt mein Highlight? Ja, so die Geschichte, was du mit nach Hause nehmen wirst. Oder mit in den Urlaub in den kommenden Tagen heute. Ich muss sagen, für mich ist es eigentlich jedes Jahr sind es einfach diese Emotionen. Auch hinter der Ziellinie, aber auch die Emotionen auf der Strecke. Und als Hobbysportlerin, die ich selbst eine bin, in anderen Sportarten vielleicht nicht im Radfahren. Aber ich kenne dieses Auf und Ab aus dem Sport. Und das ist einfach so schön zu beobachten, wenn dann doch die Freude liegt am Ende und man seinen Traum erfüllt hat. So, wir spielen gerade Steine, Sterbe, Bier. Und ich habe gewonnen. Carina Dott muss nächstes Jahr auch wieder um 5 Uhr aufstehen und die Morgenschicht verrichten. Und damit mit diesen sehr, sehr guten Aussichten zu Sumi. Kleines Würstel. Aber jetzt kommen wir. Gerd, geschafft? Ja, doch. Ja, das war der 13. Unfassbar. Der 13. Finisher. Der 13. Na ja, nee. Zweimal davon nicht gefinisht. Weil einmal war es sehr, sehr kalt. Da hat es auf dem Kühtal geschneit. Und beim zweiten Mal habe ich die Alben etwas... Weil davor ja eine Lebensmittelvergiftung. Alles klar, okay, ruhig, ruhig. Das war 2018 und jetzt sind 5 Jahre her und zwischendurch mal eine neue Hüfte und wollte es noch mal probieren. Und ich habe heute mal einen Besenwagen gesehen, oft. Habe ich sonst nie gesehen. Aber der ist weit weg. Das heißt, dem Stimusjoch dürftest du richtig Gas gegeben haben, weil jetzt ist der noch lange da. Ja, aber am Kühtal, na ja, ich bin langsam reingegangen, aber war auch gut so. Und oben am Brenner war er auch schon da. Da war ich lästisch. Aber jetzt ist er weg und er kommt nicht. Und der werde ich auch nicht einholen. Okay, hoffen wir es. Wie geht es denn an den Beinen? Ja, ich bin Krämpfe heute. Hattest lange nicht. Seit zwei Jahren der ersten Krämpfe wieder. Das muss gefeiert werden. Ganz leicht, ganz leicht. Ja, das ist richtig. Bierchen im Ziel? Ja, freilich, ja. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Weizen, ja. Oder zwei. Hey, Gerd, du bist der Größte, 13. Mal am Start. Ich habe es erst einmal geschafft. Doch, du bist jeder, der da durchkommt. Vor dem habe ich riesengroßen Respekt. Und pass bitte auf beim Mobilfahren und wir sehen uns in Selten. Na genau, danke. Viele Grüße. Ciao. Ganz liebe Grüße an den lieben Gerd mit der Startnummer 545, der es rauf geschafft hat. Und ab jetzt heißt es bergab zu uns Richtung Ziel nach Sölden. Stefan, was auch sehr interessant ist, weil du bist ja manchmal am Handy und einige der Sportgrößen in Österreich melden sich bei dir, weil viele sind natürlich am Livestream zu Hause mit dabei. Ja, ganz kurz möchte ich noch zu ihm sagen, mit neuer Hüfte da heute durchgekommen, also auch von unserem gesamten Team ein. Einfach nur sei stolz auf dich. Ja, Kathi Schichtl hat zum Beispiel geschrieben, die Spielerin von Werder Bremen, Österreichs Fußball-Nationalspielerin. Ihr gefällt die Übertragung. Und sie wird in den kommenden Jahren mit Sicherheit auch mal vielleicht mitfahren oder zumindest live vor Ort sein. Schöne Grüße in Richtung also von Kathi Schichtl. Und der Summe wartet auf den allerletzten oben dann am Timmelsjoch. Und das ist übrigens dieses futuristisch großartige Gebäude, das ja vor einigen Monaten teilweise sogar abgebrannt ist, aber schnellstmöglich wieder aufgebaut worden ist. Und das ist ein unglaubliches Museum. Carina, warst du schon mal drin in dem Museum? Ich war noch nie drin, Patrick. Aber wie es sich auch in die Landschaft einfügt, ist es wirklich wunderschön. Es passt perfekt dorthin. Genau, das wurde wirklich super hineingebaut. Mit der neuen Mautstation, also unten die Mautstation, oben eigentlich das ganze komplette Motorradmuseum. Ich war schon drinnen letztes Jahr. Da stehen wirklich, wirklich schöne alte Motorräder, richtige Oldtimers und die haben wirklich einen großen, großen Wert. Und wie vor ein, zwei Jahren, wo das Motorradmuseum ja zum Teil abgebrannt ist, da war ja ein riesengroßer Schaden, weil da sind wirklich Motorräder drinnen, wo es weltweit nur noch ganz, ganz wenige Stücke gibt. Also nicht nur die neuesten MotoGP Motorräder sind da drin, sondern auch viele, viele Oldtimer Motorräder und die Scheiber Brothers haben sich da auch, glaube ich, ein Denkmal gesetzt und viele, viele Menschen fahren da herein, um sich das anzusehen. Genau, und bei uns geht es jetzt wieder zurück zum Ziel und dort wartet Günther Leitgepp bereits mit dem nächsten Interviewpartner. Ja, und zwar habe ich hier zwei Personen, zwei nette Menschen aus Füssen, den Helmut, den Helmut und seine Tochter, oder wen hast du da mit? Meine Frau. Oh, deine Frau, okay. Nein, nein, nein. Ich bin derjenige, der das sagt. Oh, also, Junge, der Helmut hat heute nicht mitgefahren, aber dafür gecoacht, welche Aufgaben hattest du heute? Alles, vom Schrauber, vom Physiotherapeut, Psychotherapeut und Betreuer, ich habe alles gemacht heute. War auch sehr anstrengend. Aber selbst schon drei, viermal mitgefahren und du bist ja auch nicht, die Silvia, ja auch nicht zum ersten Mal mit dabei gewesen, aber bis jetzt nicht immer gefinisht. Aber das beweist, wenn man einmal nicht finisht, zurückkommen und dann hast du recht, oder? Jawohl, das war so. Mir hat auch ganz gut der Matthias Nodekker geholfen, weil seit zwei Jahren bin ich bei ihm im Training. Also, auch nur vielen Dank, Matthias. Also, ohne den hätte ich es nicht gepackt. Der mich immer wieder motiviert und durchzieht und, ja, super Pläne macht, wo wirklich individuell anpasst sind. Genau. Super. Der Matthias hat es gerichtet und sie ist dann geradelt. Gratulation. Damit zurück zu euch ins Studio. Hat diese Dame möglicherweise 9000 Kalorien verbraucht? Warum ich das frage? Wir haben da ein paar Statistiken bekommen und da steht zum Beispiel drauf, der durchschnittliche Ötztal Finisher, kann man sich das vorstellen, verbraucht 9000 Kalorien. Denn die Frage, weiß ich nicht, zu dir, Carina, du wirst jetzt gleich rechnen oder stelle ich sie doch lieber in dem Fall Patrick Grüner? Ich glaube, der Patrick ist der richtige Ansprechpartner, weil ich habe keine Ahnung, wie viel dann 9000 Kalorien wirklich sind. Es ist natürlich auch eine Frage der Belastung, ist es eine Frage des Trainings vorher. Martin, du zeigst auf. Ich glaube, Martin Blöckler weiß die Antwort. Du kannst ja runterrennen. Du hast heute 14.000 Kalorien verbraucht und da können wir runterrennen. Also, von dem her, die 9000. Du meinst, ich habe 14.000 aufgenommen. Ja, loko. Ja. Also, während deines ganzen Tages von 6.30 immer wieder der Weg an unser Buffet. Es ist leer mittlerweile. Ich bin auch als Buffet-Raupe bekannt, aber jetzt die Frage an dich. Als Schneisenfresserin. Patrick, die Frage an dich. 9000 Kalorien ist wahrscheinlich realistisch. Ja, auf jeden Fall. Natürlich auch heute durch die ganzen Temperaturen. Du hast es auch schon richtig auf den Punkt gebracht. Jeder Athletin oder jeder Athlet hat einen anderen Verbrennungsmotor, sagen wir, im Radsportbereich. Der eine verbrennt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und ich kann es nur von mir jetzt sagen, ich habe dazu mal in der Stunde circa 700 bis 800 Kalorien verbrannt. Also, ich habe extrem viel verbrannt und muss natürlich da auch viel mehr essen, dass ich da auch den Kalorienausgleich wieder habe. Also, die 9000, wenn wir es ausrechnen, auf, sagen wir mal, 10 Stunden, dann sind wir eh bei 8000, also 8000 bis 9000. Das passt auf jeden Fall. Ja. Patrick, für uns ist ganz wichtig, und das sagen wir jetzt nach 13 Stunden und 11 Minuten, dass du in den kommenden Jahren auch nicht beim Ötztaler sportlich dabei bist, sondern dass du weiterhin als Analytiker tätig bist. Er hat so eine feine Art, alles zu schildern, sehr, sehr unaufgeregt, authentisch und gleichzeitig aber eben fundiert. Das ist auch Patrick Grüner. Ja, so ist es. Er weiß einfach auch alles und deswegen macht es auch so viel Spaß mit ihm, weil wir beide, Stefan, wie soll ich sagen? Wir haben keine Ahnung, wirst du sagen. Ein bisschen vielleicht, aber definitiv nicht so viel wie der Patrick und deswegen ein absoluter Mehrwert. Und ich glaube, das sehen auch die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen so. So, da sehen wir uns jetzt wieder, diese schönen Emotionen, da holt man sich ein Bussi von der Gattin bzw. Freundin ab, redlich, verdient. Und das ist genau das, was wir sehen wollen. Und wir nähern uns natürlich immer mehr auch Carina dem Besenwagen, bleiben aber noch ganz kurz auf diesen Emotionen, die wir hier sehen. Der Robert, der holt sich diese Emotion ab, auf die er, glaube ich, auch gewartet hat. Robert, wir gratulieren dir und die schönste Gratulation ist eine sowas von stolze Frau, eines der Big Pictures dieser heutigen Übertragung. Ach, da kommen mir fast die Tränen, muss ich sagen. Also solche schönen Emotionen im Ziel. Er hat es geschafft, die Frau muss sich auch schon die Tränen aus den Augenwinkeln wischen. Also wir freuen uns natürlich, wenn uns Günther und Liz noch ein paar Interviews aus dem Zielbereich liefern. Vielleicht eben mit diesem Herrn, der sich da so mit seiner Gattin oder Freundin oder Lebensgefährtin freut. Danke, danke auch an unsere Kameraleute, die das immer wieder einfangen, an die Damen und an die Herren. Patrick, bitte. Ja, wie gesagt, man muss auch so sehen, die Frau oder der Partner oder Freunde, die fiebern ja den ganzen Tag mit, seit 6.30 Uhr, dass mein Teilnehmer, also mein Partner wieder gesund und wirklich gesund ins Ziel kommt. Und natürlich den Ötztaler Radmarathon positiv auch beendet und finisht. Also da sieht man einfach, was da das Ganze ja dranhängt für den Athleten, wenn er trainiert, die ganze Freizeit zu Hause. Das muss ich auch alles koordinieren, neben der Arbeit, mit der Frau, mit der Familie und so weiter. Also da spielt ganz, ganz viele Sachen zusammen. Und natürlich ist es immer schön, wenn sich dann die ganze Familie oder wie jetzt in dem Beispiel hat die Frau sich so freut, dass ihr Mann wieder gesund und munter nach Sölden zurückgekommen ist. Weil natürlich immer öfter zu dieser Zeit auch das Wort Besenwagen fällt. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen könnten? Wir könnten vielleicht mal in Richtung der gesamten Rennleitung schauen, bei denen also die Fäden zusammen wachsen. Und das ist sie, beziehungsweise ein Teil der Rennleitung beim Ötztaler. Ich bin der Schwarz Tino, ich fahre an der Spitze vorne seit über 22, 23 Jahren, also seit man im Ötztal machen. Ja, die Herausforderung ist jedes Mal eine neue, muss ich sagen. Es ist ein wunderschöner Tag immer, ist zwar sehr anstrengend, aber für uns immer ein Highlight des ganzen Jahres, muss ich sagen. Und meine Aufgabe ist einfach, dass wir die ersten 30 ungefähr begleiten, vor allem in den Abfahrten für die Sicherheit sorgen, dass die Strecke frei ist, dass wirklich nichts passieren kann, weil wir auf der Abfahrt doch bis zu 120 kmh, wie im Sellrhein, draufhaben. Und da ist natürlich schon oberstes Gebot die Sicherheit. Das gibt nur einen Wunsch und das ist unfallfrei. Für uns und für die Radlfahrer, das ist das Höchste der Gefühle. Ja, ich bin der Schwarz Tino, ich bin der Fuhrparkleiter beim Ötztaler Radmarathon, also zuständig für gesamte Fahrzeuge. Und am Schlusstag, das heißt am Renntag selber, Entschuldigung, ist das mit dem Schlusswagen, bin ich unterwegs und bin eigentlich für die Straßenöffnung wieder zuständig. Ja, der besondere Moment ist sicher mal ein erstes der Start, wenn der ganze Pult mit über 4.000 Teilnehmern von Sölden Richtung Ötzt rollt. Das ist immer spannend für uns, weil da der ganze Pult einfach noch zusammen ist und leider Gottes immer wieder schwere Unfälle passieren, genau in dieser Situation. Aber ja, ich glaube, das ganze Rennen ist einfach ein Highlight an sich und von dem her, ja, der ganze Tag ist einfach ein Highlight, komplett. Ja, der Tag beginnt eigentlich relativ früh, um drei Uhr morgens mit Aufstehen. Danach ist es um vier Uhr Frühstück, wo die Rennleitung und die Organisation nochmal zusammensitzt, die letzten Besprechungen macht. Und danach geht es eigentlich eh schon los um 6.30 Uhr gestarrt, wo dann, ja, das ganze Spiel dann schon am Laufen ist. Ja, ich glaube, mein Wunsch und das ist, glaube ich, der Wunsch von allen, dass wir einfach gesund und munter in die Runde kommen, dass die Teilnehmer, dass denen nichts passiert, dass das alles hinhaut. Und das Wetter, glaube ich, passt. Ich glaube, der Hergut muss auch Elztaller sein und dass wir alle gesund und munter wieder in die Runde kommen. Carina, wenn man da die Beschriftung auch am Auto gesehen hat, Traumfänger, das ist für mich irgendwie auch der Unterschied von dieser Veranstaltung zu vielen anderen Veranstaltungen, dass da extrem viel Geld vor allem auch in das Herzblut dieser Veranstaltung, in das Outfit der Veranstaltung fließt. Ja, und der Traumfänger ist ja dann der Schlusswagen, der eben diese Träume dann ein bisschen abfängt. Natürlich mit einigem Wehmut, aber trotzdem, es gibt immer einen nächsten Elztaller Radmarathon und viele Träume gehen eben in Erfüllung. Wir schalten jetzt wieder runter ins Ziel, denn Liz hat jetzt die beiden Turteltäubchen dieses Paar, das wir eben gesehen haben, live im Ziel vom Mikro. Live im Ziel vom Mikro ist jetzt die Elfi und der Robert. Ich fange mal bei der Dame an. Elfi, deine Emotionen, es war wunderschön mit anzuschauen. Und das ganze Team hat Gänsehaut gehabt. Du hast auf deinen Robert gewartet und bist jetzt, wie geht es dir? Ja, jetzt geht es mir gut. Jetzt geht es mir gut. Ich habe auf ihn gewartet und ich habe nur gehofft, dass er einfach heil runterkommt da. Und jetzt hast du ihn wieder? Ja, jetzt habe ich ihn wieder und den geholt ich mir jetzt auch. Und der Robert hat mir erzählt, das war ein Traum. Erstes Antreten. Endlich ist es passiert, aber es war ein Kampf. Ja, es war. Ich habe vom Brenner über den Jaufen jedes Mal kämpfen müssen, dass ich nicht rausgefliege, weil ich Krämpfe gekriegt habe. Und am Jaufen habe ich es gerade noch acht Minuten vorher geschafft, dass ich weiterfahren habe dürfen. Und dann runter über den Jaufen. Abwärts bin ich relativ gut wieder aufgehalten. Und dann habe ich mich irgendwann erfangen und demnach bin ich schönen Rhythmus gefahren. Und es ist mir eigentlich besser gegangen, als bei den zwei kleineren Bergen. Größter Respekt für deine Leistung, lieber Robert. War das die Motivation, dann zu finischen, oder? Ja, schon. Ich habe zwischendurch ein paar Mal gedacht, ich fahre bis Moos und dann gebe ich auf. Aber dann haben wir gedacht, nein, ich gebe nicht auf. Sie warten auf mich. Und ich muss durchfahren. Ich muss einfach durchfahren. Du musst einfach durchfahren und jetzt die Elfe in die Arme schließen. Vielen lieben Dank. Und unser Enkel freut sich auch schon so, dass der Opa da ist. Weil sie hat den ganzen Tag mit der Tochter, mit beiden Töchtern und einem Schwiegersand, haben wir hin und her geschrieben. Und immer wieder haben sie gesagt, ich muss einer in die Steuermark-Koffe schreiben, wo der Opa jetzt ist. Und sie hat jetzt eine Goldmedaille gebastelt für den Opa. Na dann geht es für den Opa die Goldmedaille. Genau, dann holen wir sie. Und die holen wir ab und damit zurück ins Studio. Also Gänsehaut links und rechts bei den beiden Herren an meiner Seite. Falls uns jemand aus Hollywood zuschaut, ich glaube, das wäre der perfekte Titel für eine Rom-Com. Und zwar Elfi und Robert beim Ötztaler Radmarathon. Das wäre doch schön. Und die Geschichte eigentlich beim Ötztaler Radmarathon, du kennst diese Menschen ja nicht, oder? Und trotzdem ist es tief berührend, was man hier alles erlebt. Also wer da nicht emotional wird, der, glaube ich, wird es eigentlich nie nochmals. Danke Elfi, danke Robert für diese Emotionen. Danke auch Lise Buschern und Günter Laike. Und darf ich etwas sagen, weil der Martin jetzt hier sitzt, Martin, vor du jetzt das Wort erhebst und wahrscheinlich zu ihm sagst, Emotion, Emotion. Das ist auch für dich. Wo ist denn das gestanden? Der Bertl Mayer schreibt an der Stelle ein riesengroßes Dankeschön für diese tolle und auch wunderbare Übertragung an das gesamte Team. Du kennst die Menschen, die im Hintergrund auch arbeiten. Erwähn mal ein paar Namen oder allgemein einfacher Danke. Ein Wahnsinn, wobei ich sagen muss, ihr zwei habt wirklich Emotionen und das über den ganzen Tag zu tragen, ich mache ja immer nur ein bisschen den Schmäh. Ich motiviere dich halt seit 25 Jahren, dass deine Karriere stetig nach oben geht. Irgendwann sind wir oben angekommen. Das werden wir noch gemeinsam, wir zwei, schaffen. Sensationeller Job hier, sensationeller Job von der Ieva an der Kamera hier im Studio. Seit 6.15 Uhr in der Früh. Er ist sowieso unser Man of the Year. Das ist der Felix Scharnagel hinten, der da im Einsatz ist. Dann haben wir die Daniela Mayer, unsere Regiechefin. Unglaublicher Job, schon die letzten Tage jetzt hier. Daneben Alex Kuleiter und der Andreas Grabherr, die miteinander mit ihr die Bildregie machen. Dann haben wir den Mann, der hier für den Ton zuständig ist. Auch der ist seit 6.15 Uhr hier dahinter. Flo Obermoser, der uns jede Stunde einen Beitrag schneidet. Und so geht das alles hier weiter. Bis hinunter natürlich ins Herz unserem Ü-Wagen. Das muss man sich echt vorstellen. Der Mo, es sind so viele Mikrofone, die hier ein- und ausgeschalten werden müssen immer. Und der Mo muss den ganzen Tag konzentriert bleiben. Welches Mikrofon muss ich jetzt einschalten? Was ist das jetzt für ein Mikrofon? Also, Mo, du bist auch eine Spitze. Und die Carina, glaube ich, hat derweil eine Information von Dani bekommen. Apropos Mikrofon. Ein Mann wartet, ein Mikrofon, dass er drankommt. Und das ist Christoph Sumann von der Strecke. Ja, bei mir, bei der Mautstelle, der Gottl Gstrein. Einer von den vier Rennleitern. Es ist bald soweit. Ich glaube, es sind keine zehn Rallfahrer mehr unterwegs. In der Karenzzeit. Kannst du uns das Prozedere ein bisschen erklären, wie das jetzt abläuft? Ja, jetzt kommen die letzten da zum Maut. Wir warten drauf. Über den Dimmelsjog sind sie schon drüber. Und da stellen wir dann einen Combo auf, dass alle Autos, also die Rennleiterautos, die noch auf der Strecke sind, die Besenwagen, die ganzen Transporter hinter uns nachfahren. Und das geht jetzt bis ins Ziel mit den letzten Rennfahrern. Und dann werden wir den Allerletzten, werden wir im Ziel, den werden wir jetzt einmal ganz oben begleiten, bis ins Ziel. Und dann vom Ziel, dann nach dem Interview in die Halle zur Sieger. Und dann geht es los. Ja, richtig. Also im Ziel wird gestoppt und allen gratuliert. Und dann marschiert man gemeinsam noch bis in die Halle, wo natürlich die ganze Meute noch wartet. Und da feiern wir dann den Letzten eigentlich als Sieger. Weil für uns sind die Menge oder jeder, der einen Nütztal erfährt, ist Sieger. Oder beziehungsweise auch jeder, der gesund wieder nach Sylden kommt, auch wenn er es nicht über den Radweg schafft. Absolut richtig, absolut richtig. Und ich glaube, der Vorteil heute ist, weil man im Juli, es ist ja Anfang Juli, im Vergleich zum normalen Termin im Ende August, dass wir heute noch gute Bodensicht haben beim Mobilfahren. Ja, richtig. Das haben wir heuer im Vorteil. Normal haben wir ja da als Rennleiter noch ein paar Lampen gerichtet und bestücken die letzten 20 oder so. Wenn es diesig wird, auch eroben, dass man wirklich jeder noch mit Beleuchtung bis ins Ziel kommt. Weil Anfang September ist es einfach schon dunkel um die Zeit, wenn wir ein Ziel sein. Und wir wollen ja nicht, dass was passiert bei den Radweg fahren. Deswegen werden wir mir jetzt Begleitschutz geben. Und jetzt warten wir, bis wirklich die Allerletzten da eintrudeln und die klauen wir da rein. Und dann geht es ab Richtung Sylden und dann können wir richtig Party machen. Richtig, so ist es. Wer noch dafür ist, soll mitfeiern. Danke den beiden. Da wird gerade im Ziel gefeiert. Übrigens, das war der Gottl Gstrain, der Vater von Fabian Gstrain vom Ski-Weltcup-Läufer hier aus dem Ötztal. Der Gottl ist so nebenbei der Skischulleiter hier und ich glaube sogar Skilehrer-Weltmeister. Ich habe ganz kurz, Martin, der Flo Gabinski schreibt, das Team Spritzwein feiert gerade hier mit Bier. Also der Flo, einer der Marketing-Chefs, kann man ruhig auch mal Werbung machen, oder, von Glorify Unbreakable. Er mit seiner Mannschaft ist heute gefahren. Der Schnellste war acht Stunden, drei Minuten unterwegs. Er neun Stunden, achtzehn. Also alles coole, sehr, sehr gute Zeiten. Flo, wir gratulieren dir und deiner Mannschaft. Ja, dir alles Gute jetzt, Stefan, bis zum nächsten Jahr, weil der OK-Chef ist gerade eingetroffen. Ich gehe natürlich. Der Dominik Kuhl, der jetzt bei uns hier ist, der hat halt einen mega Tag erlebt und der soll uns jetzt noch ein bisschen mit seinen Emotionen ein bisschen näher bringen, ja, weil wir leben von den... Emotionen. So schaut's aus. Und von den Anstellungen habe ich jetzt geglaubt in Richtung... Dominik, Dominik, komm her ganz kurz mal. Erzähl von deinem Tag. Ich war ein bisschen aufgestanden heute, wirklich. 3.45 Uhr. Wann bist du schlafen gegangen? 0.30 Uhr. Hast du gleich schlafen können, oder ging dir zu viel durch den Kopf? Kurz, aber gut. Okay. Wie war's bei dir, Carina? Hast du schlafen können? Ich habe schon ein bisschen geschlafen, aber das ist ja immer, wenn man so früh aufstehen muss, dann schaut man jede halbe Stunde auf die Uhr. Ich glaube, am wenigsten von uns hat der lieber Patrick geschlafen. Kann das sein? Nein, ich habe genug geschlafen. Also ich bin mit dem bisschen Schlaf, was ich heute gehabt habe, gut durchgekommen und bin eigentlich immer noch relativ fit. Also ja, das, was in der Nacht war, lassen wir einfach stehen und alles gut. Wir hören gerade, dass der Sumi jetzt irgendwo im Bereich da ist, glaube ich, wo der Ski-Weltcup in Google dann Station macht. Und ich glaube, der Sumi als Biathlet erklärt uns jetzt möglicherweise die Slalomstrecke. Was wird das jetzt für eine Anekdote, Sumi? Jetzt passt einmal auf, Stein nachher. Jetzt sage ich einmal, wo der Hase läuft. Da hinten oben, über meine rechte Schulter, da hinten, da sieht man so ein Schneefleckerloben. Das ist eines der zwei Schneedepots. Und genau da, das Zweite, sieht man vielleicht auch ganz über die Kanten. Und da geht die Slalomstrecke runter und da ist das Ziel da unten. Und da gibt es den Slalom-Weltcup am 18. November und auf den Freimannschen natürlich alle. Auch die nordischen, so wie ich. Vielen Dank, lieber Sumi. Das war jetzt ein bisschen die Retour-Kutsche für die Christina. So, wir schauen jetzt dahin. Das müsste der oder die Letzte sein, Patrick. Ja, ich hätte es jetzt auch gesagt, Besenwagen ist da jetzt dabei oder der Schlusswagen. Und ich hätte jetzt gesagt, das müsste eigentlich der oder die letzte Teilnehmerin sein des Ötztaler Radmarathons 2023. Ja, vielleicht können wir mal. Dominik, vielleicht kannst du ja mal mit deinen Leuten telefonieren, wer, welche Nummer der Letzte da momentan hat, dass wir vielleicht auch in Erfahrung bringen können, recherchieren können. Wer ist der Oberheld heute dann am Ende? Keine Ahnung, ich kenne ihn jetzt. Ah, der war im Livestream. Der war drinnen. Der war beim Leo, Instagram-Story, der war bei uns beim Leo in Vieh drinnen. Der hat es jetzt schon sechsmal, nein, sechsmal angetreten, zweimal geschafft, wenn ich mich erinnern kann. Unser, ja, Instagram-Check, der ist drinnen bei uns in den Storys. 4253 ist die Startnummer. 4253, Dominik. Weil der oder diejenige, die dann wirklich als Letzter in Ziel kommt, die wird ja wirklich mit ganz viel Applaus und ganz viel Emotionen auch empfangen. Und ich glaube, das ist auch der schönste Teil deines Tages, oder? Mit Abstand der Beste natürlich, aber wir freuen uns jetzt echt. Jetzt fange ich ganz vorne an. Der Kollege war um 5 Uhr in der Halle beim Startnummer abholen. Jetzt war der, ja, von der Ersten und der Letzten. Also wir fangen um 5 Uhr an. Also wie oft hast du ihn heute schon gesehen im Laufe des Tages? Einmal in der Halle, der hat heute erst die Startnummer geholt, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt ist er wieder, ja, der Erste in der Halle und der Letzte im Ziel, das ist genial. Solche Geschichten schreibt eben nur der Ötztaler Radmarathon, Stefan, oder? Ja, das ist ein langer Tag, oder? Wenn er um 5 Uhr der Erste war und so mit dem Tempo, wo er momentan fährt, könnte es vielleicht 22 Uhr sein, bis er hier ins Ziel kommt, dann war es ein richtig, richtig langer Tag. Und jetzt haben wir, glaube ich, Carina auch von Patrick Gröner den Namen bekommen. Ja, das ist Andreas Pell aus Gloden in Österreich vom ZKW-Fitrad-Team. Also der liebe Andreas Pell macht sich also auf den Weg mit dem Besenwagen, da sehen wir die Besen obendran und natürlich mit dieser Riesen-Eskorte. Und da frage ich mich, weil das war letztes Jahr auch schon so, was geht in deinem Kopf vor, wenn ungefähr 10 Fahrzeuge hinter dir herfahren mit Blaulicht? Da ist der Leo, okay. Das ist diese Story. Da war ja wirklich... Können wir die einspielen? Ich weiß nicht, müssen wir Richtung Daniela vielleicht, wir hätten so eine Instagram-Story von ihm auf der Ötztaler Seite. Nein, oder die Leute können sich einfach bei Ötztaler Radmarathon auf Instagram die Story einfach anschauen. Siebte, achte Story vom heutigen Tag. Und da sieht man wieder, wer bei uns am schnellsten denkt. Ich bin noch ein paar Jahre jünger und ich kann Social Media bedienen, Stefan, deswegen hier der Hinweis für alle, die das auch können. 99 Prozent dieses Landes einfach auf Instagram schauen. Ja, und der Andreas hat eben, wie gesagt, Patrick, eine Riesen-Eskorte mit dabei. Wie heißt der jetzt nochmals, der Ort? Bell-Andreas. Nein, der Ort, der Ort Gloden. Okay, machen wir, jetzt recherchieren wir. Ohne zu schauen mal, was glaubst du, wo Gloden ist? Patrick? In Österreich. Ja, das ist mal richtig. Wo? Ich würde jetzt sagen, ein Niederösterreicher. Was sagst du, Carina? Ich habe es jetzt. Gloden. Ich würde sagen, jetzt ganz exotisch Burgenland. Ich sage, Steierer, Steiermark. Weißt du es, oder? Weißt du es, wo Gloden ist? Er ist in Geografie gut gewesen. Ja, aber Gloden, aber das werden wir jetzt in Erfahrung bringen. Und schaut euch mal an, wie er hier herunter pilotiert wird. Was muss denn das für ein Gefühl sein? Da muss man auch cool sein, um das über sich irgendwie auch gefühlter ergehen zu lassen. Das Team ist momentan im Handy drin. Schaut nicht auf die Live-Bilder. Schaut euch nochmals das an, was da alles los ist hinter dem Finisher. Während wir jetzt wissen, wo Gloden ist. Burgenland sagt Carina, Krems sagt Dominik. Du hast gesagt Niederösterreich. Niederösterreich. Ich habe Steiermark gesagt, glaube ich. Und es ist im Waldviertel in Niederösterreich. Herzlichen Glückwunsch, Patrick. Ich habe mir gerade die Story angeschaut, eben vom Andreas. Und er wird gefragt, Andreas, du bist ja nicht zum ersten Mal dabei. Er sagt, nein, das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Er ist zum siebten Mal dabei, aber er sagt, bis jetzt hat mich immer der Besenwagen geholt. Boah, dann schafft er es heute, oder? Heute schafft er es als wahrscheinlich letzter Teilnehmer beim Ötztaler Radmarathon. Beim siebten Mal ist er dabei. Bis jetzt hat ihn der Besenwagen immer geholt. Und er weiß jetzt, er schafft es hinunter. Und wir bitten jetzt wirklich all jene, die uns hier im Ötztal vielleicht gerade zusehen, hier vor allem auch in Sölden, kommt raus, kommt ins Ziel nochmals. Wir wollen eine richtig große Party feiern mit allen Finishern, aber vor allem eben auch in dem Fall mit dem Allerletzten. Der soll, wobei, wenn ich das sehe, was da hinter ihm los ist, dann wird er das auch nie vergessen. Also ja, unglaubliche Szenen. Ich glaube, da wird auch die Familie und die Freunde, werden da lange dran denken. Wie viele Fahrzeuge sind eigentlich, Dominik, hinter dem Andreas Herr momentan? Na gut, da sind einmal drei Rennleiter-Auto plus der Traumfänger, der Dino. Also sind wir bei vier, da hinten kann der Oliver mit der Zeit nehmen, dann sind wir bei fünf. Das sind unsere fünf Offiziellen, dann ist das Koda von der Polizei, dann sind wir sechs, Rettungswagen sind wir sieben. Besenwagen. Neuerrettung sind acht, Besenwagen, ja, 15er, 20er, keine Ahnung. Ja, und eben mit dabei ist der Geschäftsführer vom Ötztal Tourismus, Oliver Schwarz, der fährt das Auto und mit ihm dabei Christoph Sumann und die beiden werden den Andreas dann überholen und werden ihn dann dort im Ziel in Empfang nehmen. Übrigens möchte ich auch zum Oliver Schwarz mal was sagen, Tourismusverantwortlicher, die ganzen Tage, und ich glaube, das darf man auch sagen, war erzkrank, hatte Fieber, ist auch heute alles andere als fit, aber auch für ihn zählt, nicht nur dabei sein ist alles, sondern es ist so ein wichtiger Tag auch für das Ötztal und da gibt es nur eines Durchbeißen, auch wenn das heißt, dass wahrscheinlich morgen dann der Sumi kränkeln wird. Die Nordischen sind ja alle Krankheit, oder? Oder viele? Alle nicht, aber leider vielleicht, nein, wünschen wir das Beste, dass das eben, ah, das sind die Bilder, das ist dann, wenn die Spannung raus ist, dann, ja, wunderschön, krastuliere. Das harte Training über das ganze Jahr hat sich gelohnt für die Dame hier, den Ötztaler zu finishen. Oh, ich glaube. Durst hat sie keinen. Nein, durst hat sie mal keinen. Oh, und ist, ja. Aber zum Oliver, man, 13,5 Stunden sind die auch schon unterwegs und ja, 13 Stunden Autofahren, wenn man nicht ganz fit ist, ist doch ein langer Tag, höchste Konzentration an der Strecke, aber er hat sich durchgebissen, vielleicht haben sie mal abgewechselt, ich weiß es nicht, vielleicht haben sie mal das Humi gefahren, aber, na, alles gut. Aber jeder von uns weiß, wie hart eben diese Geschichte ist, wenn man kränkelt. Aber heute hat es eben sein müssen und wir haben gerade im Stream auch nochmals die Geschichte gesehen, wie sich da die zwei beiden unten im Ziel umarmt haben. Der Johannes W. schreibt auch gerade, super, super Tag und was die Fahrer leisten, schreibt Dings, Fragezeichen, Fragezeichen, ist echt ein Wahnsinn. Hut ab vor jeder und jedem einzelnen Teilnehmer. Danke übrigens, dass ihr so viel kommentiert. Ihr könnt es natürlich jetzt noch weitermachen. Da ist Dominik Kuhn und der Patrick Grüner und die Carina Dott im Studio, meine Wenigkeit Stefan Steinach und wir freuen uns, wenn ihr vielleicht noch die eine oder andere Frage habt, weil wir sind sicher noch gut und gerne, wie viele Minuten wird das wohl andauern, bis der letzte finisht. Wir sind vor allem dann auch bei der Siegern noch mit dabei. Da wird der Markus Ehrensberger und der Lukas Ebenbichler dann auch das Programm führen. Genau, also circa würde ich sagen eine Stunde sind wir auf jeden Fall noch auf Sendung. Wie gesagt, der Andreas macht sich auf den Weg bergab und kann auf jeden Fall stolz sein, bei seinem siebten Antritt wird er es schaffen. Nach 500 Höhenmeter und ich habe jetzt eine Story noch einmal kurz angeschaut. Vielleicht war es ein bisschen, er hat es schon zweimal gefinisht. Also das wäre seine dritte, seine dritte Zieleinfahrt. Wohlverdient und ja, so hat er sie sicher noch nie erlebt. Übrigens, wie wir eigentlich relativ selten erwähnt haben, obwohl er seit vielen Jahren einen fantastischen Job hier auch macht, beim Ötztaler Diego Clara, der ja gestern die italienische Simultanübersetzung auch gemacht hat. Diego, auch dir ein großes Dankeschön. Und hier der Red Bull-Bogen und der zeigt uns an, es ist 5 Minuten nach 20 Uhr. Somit, Carina, sind Sie seit wie vielen Minuten auf der Strecke? Machen wir es leichter, Stunden. Danke, ich wollte gerade nochmal nachrechnen. Also 13 Stunden, 35 Minuten, das muss man sich mal vorstellen. Also es ist einfach unglaublich, was man sich da auch selbst antut im Endeffekt. Und trotzdem das Gefühl, wenn man es dann ins Ziel schafft, ist natürlich unglaublich. Jetzt haben wir, glaube ich, auch, weiß nicht, ob das Oliver war, der jetzt vorgefallen, ja genau, Oliver, Schwarz und Christoph Sumann haben jetzt den Andreas, wie gesagt, überholt, machen sich auf den Weg ins Ziel, packen die Kamera aus, packen den Sumi aus und der wird dann den Andreas mit viel Freude und viel Emotion in die Arme nehmen. Sie packen den Sumi aus. Sie packen den Sumi aus. Der Sumi ist, was ist denn heute für Datum? Nein, der 7.2023. Ich glaube, der Sumi ist ein 76er-Jahrgang, das heißt, heute, also an diesem Tag, ist er sicher sein härtester Arbeitstag. Ich glaube, der Sumi hat sicher noch nie über acht Stunden gearbeitet, aber heute, du seid fünf Uhr in der Früh, ist er und immer gut gelaunt, immer ein lässiger Spruch, aber genau das hast du dir auch erwünscht. Das war auch der Grund, warum du auf Sumi gesetzt hast, Dominik. Sumi an Feier und da. Martin hat ja die Kontakte spielen lassen und ja, ich glaube, die Idee war ganz gut und Gott sei Dank kann man verpflichten können. Ich glaube, er ist angefixt und Sumi Safety Date, 1. September 2024. Safety Date, der Vertrag ist unterschrieben. Ich hoffe für dich, Stefan, dass es die Intercom kurz nicht funktioniert hat und dass Sumi nicht im Auto sitzt und sie dann natürlich zurückzieht. Ja, er weiß, er weiß, wie man es meint. Die kleinsten Fans. Aber Sumi hat mir erzählt, er kennt dich schon aus Bundesheerzeiten, da warst du Barkeeper. Kann das sein? Nein, da war ich Kochstellenschreiber in Hochfilzen, waren wir da gemeinsam, der Sumi und ich. Und ja, da haben wir so ein paar Anekdoten zu erzählen. Sumi war ein großartiger Langläufer vor seiner Biathlon-Karriere, viele, viele Jahre in Hochfilzen stationiert und seit vielen Jahren darf ich und kann ich also den Sumi als lässigen Lebenszeitzeugen genießen. Rafa, du hast es geschafft und da ist nicht Rafael Nadal gemeint, sondern der Rafa, der hier gefinisht hat. Also nicht der Rafa aus Manakor in Mallorca, sondern ich glaube der Rafa aus Deutschland. Und Gratulation jedem Fahrer, jedem Finisher, besonders auch dem letzten schreibt der Achim Kettner. Christoph Lorenz schreibt gerade und hier wird gejubelt, Carina. Das wollen wir natürlich sehen und da kommen nochmal drei gemeinsam über die Ziellinie. Also die Freude ist bei allen riesengroß und was uns natürlich besonders freut, dass auch so viele Leute heute im Zentrum von Sölden mit dabei sind, oder Dominik, und die wirklich nochmal ins Ziel peitschen. Ja, wirklich sensationell. Die dritte Leinwand, die hat es wirklich rentiert, da platzen wir mit schönen Zert und das war Wahnsinn. Und sonst, ja, also ich war extra auf den Tribünen ganz oben und habe es ein bisschen genossen und habe mich einmal unter die Menge gemischt. Sensationell. Danke, dass ihr vom ersten bis zum letzten so dabei seid. Ja, die Spannung steigt, die Spannung steigt jetzt. Ja, der Druck fällt ab und die Spannung steigt. Schreibt auch der Helmut Soberger, Dominik, auch für dich und für den Patrick Wahnsinn, wieder eine lässige Berichterstattung, super Event. Ihr werdet von Jahr zu Jahr besser und professioneller und Dominik, weil wir das auch schon erwähnt haben, es wird wirklich sehr, sehr viel Geld in die gesamte Infrastruktur, in die gesamte Veranstaltung auch gesteckt. Kann man da ein paar Details verraten? Ja, es wird viel Geld umgesetzt. Der größte Punkt ist sicher neben der Medialisierung die Sicherheit, die ganzen Streckenposten, die Absicherung. Aber Medialisierung, das hat einfach Fahrt aufgenommen und den Schwung nehmen wir gerne auf. Das Rad halten wir am Laufen. Wir haben da Laufheimverbesserung von der Drohne über den Heli. Ja, halt sogar das Wetter. Super, super Job. 360 Grad kamen und, 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 und. Mega heicht. Landhaus Schöpf, das könnte der Rommet sein, oder? Hier ist der Rommet, oder? Aus Lengenfeld, oder wo ist der Rommet jetzt beheimatet? Ja, Hupen bei Lengenfeld. Hupen bei Lengenfeld. Er schreibt großes Lob an das gesamte OK-Termin, die schon seit Tagen fast rund um die Uhr im Einsatz sind. Der Rommet hat nämlich mit mir den Landeslehrer gemacht und den grüße ich aufs Herzlichste. Rommet, super Trainer übrigens auch hier im Ötztal. Und sein Mädel, die Ähneler, macht ja die Feuerprobe gerade beim Ötztal-Radmauer, dem OK-Team. Sie hat sich super integriert. Danke, Rommet. Super Job. Danke für die Elena. Sehr gut. Danke, danke. Ja, aber vor allem auch ein Danke an die Mama, weil die, die, die ist hauptverantwortlich. Carina, ich spreche ganz in deinem Sinne. Genau, du nimmst mir die Worte aus zum Mund. Wahrscheinlich hat die Mama geschrieben. Wahrscheinlich. Ja, ja, wahrscheinlich. Schauen wir mal wieder ein bisschen auf die Bilder. Also, der Andreas ist unterwegs. 13 Stunden, 40 Minuten sind geschlagen. Wir freuen uns natürlich, wenn wir vielleicht noch das ein oder andere Interview von den Finischern, die jetzt ins Ziel kommen, geliefert bekommen von der Liss und vom Günther. Denn die Damen und Herren, die da jetzt über die Ziellinie fahren, Patrick, die haben schon Großes geleistet. Auf jeden Fall. Also jeder, der was jetzt noch ins Ziel kommt, der hat sich den Traum wirklich erfüllt des Ötzis. Und was mich interessieren würde, wenn der Andreas ins Ziel kommt, was muss das für ein Druck sein von einer Mautstation, vor die ganzen Autos runterzufahren. Die Frage wäre interessant, im Ziel zu stellen, was das vor Druck sein muss. Weil ich glaube, er freut sich irgendwie, aber ich glaube, er ist schon ziemlich fertig. Ihr müsst euch das echt vorstellen, oder? Heute Tour de France. Winnegat führt bei der Tour de France. Aber sowas hat Winnegat zum Beispiel heute nicht erleben können und erleben dürfen, dass alle da mit Blaulicht hinter ihm herfahren. Und deshalb bitte an die Community. Wir sind jetzt 2.949 Zuseher, die zur gleichen Zeit am Stream sind. Wir wollen mindestens über 3.000 werden. Und das werden wir wohl schaffen. Also bitte weiter sagen. Wir sind im großen Finale dieses Ötztalers an einem sagenumwobenen Tag. Prächtiger Tag, wunderschönes Wetter, perfekte Temperaturen. Zumindest für die Zuseher, für die Teilnehmer, was teilweise zu heiß. Aber es ist das Finale furioso. Und jetzt gehen wir nochmals aber sowas rein in die Geschichte. Wahnsinn, Stefan. Also ansteckend deine Euphorie. Aber auch für den Andreas, glaube ich, ein ganz, ganz besonderer Tag. Und für uns alle. Und ich glaube, Dominik, deswegen sind wir ja so gerne mit dabei. Weil solche Geschichten, die werden eben nur beim Ötztaler Radmarathon, beim härtesten Radmarathon der Alpen geschrieben. Man hört es euch, das Ötztaler Fieber hat auch euch gepackt. Also, ja, danke für die Stimmung. Danke für die gute Unterhaltung, weil ich glaube, die 13,5 Stunden, die sind wirklich kurzweilig. Ich habe zwar den Stream nicht mitverfolgt, aber was ich so von außen mitbekommen und Gratulationen. Es geht hin bis zum besten Radmarathon Europas. Also, der Herr Senni wird heute Europameister quasi. Die Dankbarkeit, man spürt es im ganzen Dorf. Ja, Bombenstimmung und Bomben, ja, gewaltig. Ich muss euch das vorlesen und ich kann mir das Lachen nicht verhalten. Markus Herbst schreibt auf YouTube, wenn ich mir das Gepäck von Andreas so ansehe, und jetzt kommt's, dann hat er sich wohl auf eine Übernachtung vorbereitet. Ja, also kalt ist ihm, glaube ich, jetzt nicht, oder? Das ist die Frage, wäre jetzt spannend zu wissen, wie kühl es jetzt dann doch zur späteren Stunde geworden ist. Oben ist es natürlich, Timmel, etwas kühler naturgemäß und dann bei der Abfahrt wird er sich auch nicht ganz so viel bewegen, natürlich. Also, er schaut zumindest nicht aus, als ob ihm zu warm wäre. Aber man könnte vielleicht glauben, dass, ja, sein Hintern ordentlich schmerzt, so wie er sich immer wieder von rechts nach links bewegt, Patrick. Ja, und man muss auch, er ist jetzt knapp vor Zwieselstein, also er hat wirklich nur noch ein paar Kilometer hier nach Sölden, jetzt ist er gleich in Zwieselstein und dann kommt noch der kurze Gegenanstieg. Ungut. Aber das, glaube ich, ist jetzt in dem Moment, glaube ich, ist dem Andreas wurscht, der fährt da jetzt auch noch drüber und dann kann er die letzten eineinhalb Kilometer runterrollen ins Ziel, zu uns hier ins Studio und in die Freizeitarena. Die Imke Ramaker schreibt, er hat jetzt seine Minute off-frame, gefühlt ist das fast eine Stunde off-frame, die er da bekommt. Und das Schöne, er verdient es auch. Keiner sagt was. Nein, aber der hat ja immer noch fast die Selbe an wie am Start. Ich habe gerade die Story noch lang geschaut. Respekt. Der fährt lang, lang, der hat 35 Grad und der hat die Beine liegen an an der ganzen Strecke. Und immer wieder...